Jonathan Stroud, Bartimaeus, das Amulett von Samarkand, gelesen von mir, Martin Semmelrogge. Der Schwefeldamm verdichtete sich zu einer dicken Rauchsäule und wirkte kleine Tentakel aus, die wie Zungen in die Luft leckten. Die Säule stand direkt über dem Pentagramm und brodelte unablässig zur Decke empor, wie die Rauchwolke über einem Vulkan. Dann, nach einer kaum merklichen Unterbrechung, tauchten mitten im Rauch zwei gelbe, stechende Augen auf. Also bitte. Es war sein erstes Mal. Ich wollte ihm einen Schrecken einjagen. Was mir auch gelang. Der dunkelhaarige Junge stand in einem zweiten, kleineren, mit verschiedenen Runen ausgemalten Drudenfuß, etwa einen Meter neben dem eigentlichen Pentagramm. Er war leichenblass. Alles schön und gut. Aber was soll's? Ich meine, es war aus wie gerade mal zwölf. So erhebend ist es nun auch wieder nicht, ein mickriges Bürschlein zu Tode zu erschrecken. Daher schwebte ich abwartend auf der Stelle und hoffte, es würde nicht allzu lange dauern, bis er die Entlassungsformel sprach. Um mir die Zeit zu vertreiben, ließ ich blaue Flammen am Innenrand des Pentagramms emporzüngeln. Natürlich reiner Hokuspokus. Ich hatte bereits alles überprüft. Das Siegel war recht ordentlich gezogen, und er hatte sich nirgendwo verschrieben. Schade. Schließlich sah es so aus, als hätte der Ben genug Mut gefasst, um zu sprechen. Jedenfalls schloss sich das aus dem Beben um seine Lippen, das nicht nur von nackter Angst her zu rühren schien. Ich ließ das blaue Feuer erlöschen. Der Junge sagte etwas. Ziemlich pepsig. Ich befehle dir, mir... mir... Na, mach's schon! ...deinen Namen... Namen zu nennen! So fangen Sie immer an, die Jungen. Sinnloses Gestammel! Er wusste genauso gut wie ich, dass er meinen Namen schon kannte. Wie hätte er mich sonst beschwören können? Dazu bedarf es der richtigen Worte, der richtigen Gesten und vor allem des richtigen Namens. Ich meine, es ist ja nicht so, als bestellte man ein Taxi. Bei einer Beschwörung kommt nicht einfach irgendwer. Ich wählte eine volle, tiefe, samtig-dunkle Stimme. So eine, die von überall und nirgends ertönt. Und Anfängern die Haare zu Berge stehen lässt. Bartimaeus! Der Kleine schluckte schwer, als er das hörte. Immerhin, er war also nicht ganz dumm. Er wusste, wer und was ich war. Er kannte meinen Ruf. Als er seine Spucke runtergewirkt hatte, stotterte er weiter. Ich befehle dir, nochmals zu antworten. Bist du jener Bartimaeus, der in alten Zeiten von den Magiern beschworen wurde, die Mauern von Prag wieder aufzurichten? Was für ein elender Umstandskrämer. Welcher Bartimaeus sollte ich wohl sonst sein? Diesmal drehte ich die Lautstärke ein bisschen auf. Ich bin Bartimaeus. Ich bin Sakal, Schini, Engorso, der Mächtige und die silbergefiederte Schlange. Ich richtete die Mauern von Uru, Karnak und Prag wieder auf. Ich sprach mit König Salomo. Ich wachte über das alte Zimbabwe, bis seine Welle zerfielen und die Schakale seiner Bewohner fraßen. Ich bin Bartimaeus und ich kenne weder Herr noch Meister. Deshalb frage ich dich, mein Junge, wer bist du, dass du mich rufst? Echt eindrucksvoll, was? Und obendrein war, was dem Ganzen noch mehr Nachdruck verleiht. Aber ich wollte nicht einfach nur auf den Putz hauen. Ich hoffte, dass Bürschlein dazu zu verleiht, mir seinerseits seinen Namen zu verraten, damit ich etwas in der Hand hatte, wenn er mal nicht aufpasste. Aber ich hatte Pech. Bei den Kräften des Kreises, den Zacken des Pentagramms und dem Ring der Runen. Ich bin dein Herr und Meister, und du hast mir zu gehorchen. Irgendwie war es demütigend, diese alte Laie aus dem Mund so eines schmächtigen Knirpses zu hören, noch dazu mit dieser nervigen Piepsstimme. Ich verkniff mir ihm gehörig, die Meinung zu geigen, und intonierte stattdessen die übliche Erwiderung. Was ist dein Begehr? Der Junge räusperte sich, wenn großer Auftritt war gekommen. Darauf hatte er sich lange vorbereitet. Ich befehle dir, das Amulett von Samarkand aus dem Haus von Simon Lovelace zu holen, und es mir morgen bei Sonnenaufgang, wenn ich dich widerrufe, herzubringen. Weißt du überhaupt, was du da verlangst, Kleiner? Ich wünsche kein Gespräch mit dir, keinen Streit und keine Verhandlung. Ich offenbarte zum ersten Mal meine Gestalt, aber nur verschwommen. Wenn du danach trachtest, einen richtigen Zauberer zu bestellen, in dem du mich beschwörst, spielst du mit dem Feuer. Wo sind wir hier überhaupt? In London? Er nickte. Klar war das London. Irgendein heruntergekommenes Reihenhaus. Niedrige Decke, wellige Tapete an der Wand, der verblichene Druck einer düsteren holländischen Landschaft. Einen komischen Geschmack hatte der Junge. Du musst mir zu Diensten sein. Schon gut. Eins musste man ihm lassen. Er war fest entschlossen und ziemlich dumm. Ich vernahm die erste Silber des methodischen Schraubstocks. Er wollte mich durch Schmerzen gefügig machen. Ohne mich mit weiteren Spezialeffekten aufzuhalten, machte ich mich davon. Es schiffte wie aus Kübeln, als ich in der Abenddämmerung im Londoner Stadtteil Hampstead auf einer Straßenlaterne landete. Das war mal wieder typisch. Ich hatte die Gestalt einer Amsel angenommen, drehte das Köpfchen und entdeckte auf der anderen Straßenseite eine hohe Buche. Als ich hinüberflog, brummte unter mir ein einsames Auto die breite, dunkle Vorortsstraße entlang. Hinter hohen Mauern und immergrünen Hecken schimmerten die ästlichen weißen Fassaden stattlicher Villen wie bleiche Totengesichter. Naja, vielleicht lag es ja auch in meiner Stimmung, das mir so vorkam. Das Amulett! Nach allem, was ich gehört hatte, ein äußerst zauberkräftiger Gegenstand. Keine Ahnung, was der Wichter mit anfangen wollte. Wahrscheinlich wusste er es selber nicht. Wie auch immer. Zunächst einmal musste ich es beschaffen. Und das war kein leichtes Unterfangen. Nicht einmal für mich. Ich schloss meine Amseläuglein und öffnete meine inneren Augen, eins nach dem anderen, jedes auf einer anderen Ebene. Dann schaute ich mich nach allen Seiten um und hüpfte dabei auf meinem Ast hin und her, um mir einen möglichst guten Überblick zu verschaffen. Mich interessierte das Gebäude gegenüber, hinter der Laterne. Der Wohnsitz von Simon Lovelace, dem Zauberer. Auf der ersten Ebene war alles klar, aber die zweite hatte Lovelace mit einem Abwehrnetz versehen, das wie eine blaue Spinnwebe hinter der hohen Gartenmauer leuchtete. Es wölbte sich wie eine riesige schimmernde Kuppel über das Dach des niedrigen weißen Gebäudes und reichte auf dessen Rückseite wieder bis zum Boden. Nicht schlecht, aber damit wurde ich fertig. Auf der dritten und vierten Ebene war nichts, aber auf der fünften entdeckte ich drei Wächter, die dicht unterhalb der Mauerkrone Streifen flogen. Sie waren ganz und gar mattgelb und bestanden aus jeweils drei muskelbepackten Beinen, die um eine Knorpelnarbe rotierten. Darüber saß ein formloser Klumpen mit zwei Mäulern und mehreren wachsamen Augen. Sie patrouillierten in unregelmäßigen Abständen an den Grenzen des Grundstücks. Instinktiv drückte ich mich an den Stamm der Buche, obwohl ich wusste, dass sie mich von dort drüben kaum bemerken konnten. Aus dieser Entfernung müsste ich eigentlich auf allen sieben Ebenen wie eine Amsel aussehen. Erst wenn ich näher heranflog, könnten sie meine Tarnung womöglich durchschauen. Auf der sechsten Ebene war wieder alles klar, aber die siebte. Kennt es von mir aus Intuition, aber ich war mir ganz sicher, dass dort etwas lauerte. Ich hatte schon von Loveless gehört. Er galt als hervorragender Zauberer und gestrenger Zuchtmeister. Zum Glück hatte er mich noch nie in seine Dienste gezwungen, und ich verspürte auch keine große Lust, mir seine Feindschaft oder die seiner Sklaven zuzuziehen. Aber ich musste dem verflixten Jungen gehorchen. Die tropfnasse Amsel hob von ihrem Ast ab, segelte über die Straße und landete auf einem räudigen Rasenfleck vor der Mauer. Dort hatte jemand für die Müllabfuhr am nächsten Morgen vier schwarze Plastiks ergengestellt. Die Amsel hüpfte dahinter. Eine Katze, die den Vogel von Weitem beobachtet hatte, wartete kurz, ob er wieder hervorkehme, verlor dann die Geduld und flitzte neugierig hinterher. Doch hinter den Müllsäcken war kein Vogel mehr, nur ein frischer Maulwurfshügel. Der Maulwurf streckte vorsichtig den Kopf aus dem kleinen Erdhaufen, den er auf Simon Loveless makellosem Rasen aufgeworfen hatte. Er sah sich um und peilte die Lage. Im Erdgeschoss brannte Licht. Die Vorhänge waren zugezogen. Die oberen Stockwerke dunkel. Jedenfalls, soweit es der Maulwurf erkennen konnte. Darüber wölbte sich die durchscheinende blaue Kuppel des magischen Abwehrnetzes. Ein gelber Wächter drehte drei Meter über dem Gebüsch seine stumpfsinnige Runde. Die beiden anderen waren vermutlich hinter dem Haus. Der Maulwurf tauchte wieder ab. Jetzt tönten Gelächter und Gläserklirren an seine pelzigen Ohren. Die Geräusche waren erstaunlich laut. Sie kamen ganz aus der Nähe. Kaum einen halben Meter entfernt befand sich ein geborstener, alter Lüftungsschacht. Erleichtert verwandelte ich mich in eine Fliege. Aus dem Schutz des Lüftungsschachts spähte ich mit meinen facetten Augen in einen ziemlich spießigen Salon. Ein dicker Florteppich, hässliche Streifentapeten, ein Sofa und zwei Sessel, ein niedriger Couchtisch mit einem Silbertabett und auf dem Tablett eine Flasche Rotwein, aber keine Gläser. Letztere befanden sich in den Händen zweier Menschen. Einer davon war eine Frau. Sie war relativ jung und, falls man auf üppige Erscheinungsformen steht, recht hübsch. Große Augen, kurzes, dunkles Haar. Zunächst beschäftigte mich jedoch eher der Mann, dem die Frau lächelnd zunickte. Er war groß, schlank, gut aussehend, intellektueller Typ und hatte das Haar mit einem durchdringend riechenden Gel streng nach hinten gekämmt. Mir war sofort klar, dass es sich um den Zauberer Simon Lovelace handelte. Lag es an dem kleinen Kobold, der auf der zweiten Ebene über seiner Schulter schwebte und wachsam nach allen Seiten Ausschau hielt? Verärgert rieb ich die Vorderbeine aneinander. Ich musste größte Vorsicht walten lassen. Der Kobold erschwerte meinen Vorhaben beträchtlich. Der Zauberer redete, ohne Punkt und Komma. Die Frau schmachtete ihn mit so großen, törichten Hundeaugen an, dass ich sie am liebsten gepiekst hätte. Es wird ein ganz großes Ereignis, Amanda. Du wirst zum Liebling der Londoner Gesellschaft avancieren. Wusstest du schon, dass der Premierminister höchstpersönlich vorhat, deinem Anwesen einen Besuch abzustatten? Meine Feinde versuchen zwar schon seit Wochen hartnäckig, mich bei ihm schlecht zu machen, aber er hat sich nicht davon abbringen lassen, die Konferenz auf deinem Landsitz abzuhalten. Du siehst also, meine Liebe, wenn es darauf ankommt, hört er immer noch auf mich. Man muss ihn nur zu nehmen wissen und seiner Eitelkeit schmeicheln. Sag's nicht weiter, aber im Grunde ist er ein schwacher Mann. In diesem Stil schwatzte der Zauberer unermüdlich weiter und ließ dabei alle möglichen wichtigen Namen fallen. Die Frau nippte an ihrem Glas und nickte. Kurz darauf öffnete sich die Tür und ein glatzkämpfiger, schwarz gekleideter Lakai trat respektvoll ein. Entschuldigen Sie, Sir, Ihr Wagen steht bereit. Danke, Kater, wir sind gleich soweit. Der Lakai zog sich zurück. Der Zauberer stellte sein immer noch volles Weinglas auf den Tisch, nahm die Hand der Frau und küsste sie galant. Ich bin untröstlich, Amanda, aber die Pflicht ruft. Darf ich dich anrufen? Das wäre bezaubernd, Simon. Mann, Frau und Kobold verließen das Zimmer, die Tür blieb offen. Alle Ebenen waren unbedenklich. Ich flog quer durch die Halle und dann, einer Eingebung folgenden, die Treppe hinauf. Oben ging nach beiden Seiten ein mit dickem Teppich ausgelegter, von Ölgemälden gesäumter Korridor ab. Ohne lange zu überlegen, wandte ich mich nach rechts, denn dort hatte ich einen Spion entdeckt. Für menschliche Augen sah er aus wie ein Rauchmelder. Doch auf den anderen Ebenen offenbarte er seine wahre Gestalt, eine Kröte mit hässlichen Glubschaugen, die kopfüber an der Decke hing. Ungefähr einmal pro Minute hüpfte sie auf der Stelle und drehte sich dabei ein Stück. Bei Lovelace' Rückkehr würde sie ihm alles berichten, was vorgefallen war. Ich schickte einen kleinen Zauber in ihre Richtung. Ein dicker, fettiger Dunst drang aus der Decke, legte sich um den Spion und nahm ihm die Sicht. Während er noch mit verwirrtem Quaken auf- und niederhüpfte, flog ich schnell an ihm vorbei, ans andere Ende des Korridors. Die Tür dort besaß als einzige kein Schlüsselloch, und das Holz war unter dem weißen Lack mit Metallbändern verstärkt. Zwei gute Gründe, es hier zuerst zu probieren. Unter der Tür war ein winziger Spalt. Für einen Insekt war er zu schmal, aber ich sehnte mich ohnehin nach einem Gestaltwechsel. Die Fliege löste sich in ein Rauchwöckchen auf und schlüpfte gerade noch rechtzeitig unter der Tür hindurch, bevor sich der Dunstschleier um die Kröte wieder verzog. Im Zimmer verwandelte ich mich in einen Jungen, den ich früher einmal gekannt und sehr gern gehabt hatte. Längst hatte Daniel seinen Staub davongetragen, weshalb ihm ein kleiner Frevel nicht schaden würde. Er hatte braune Haut, helle Augen und trug einen weißen Ländenschutz. Genau wie damals legte er den Kopf ein wenig schief, als er sich nun umsah. Der Raum war fensterlos. An der Wand standen Vitrinen mit magischen Gerätschaften. Das meiste war nutzloser Krimskrams, der allenfalls für Bühnenauftritte taugte. Aber es gab darunter auch ein paar durchaus verlockende Objekte. Es war ein Beschwörungshorn, das ich sofort als echt erkannte, denn von seinem Anblick wurde mir übel. Ein Ton genügt und alles, was dem betreffenden Zauberer untertan war, warf sich ihm sofort zu Füßen, winselte um Gnade und flehte ihn an, seine Befehle befolgen zu dürfen. Ich wagte mich nicht in seine Nähe. In einer anderen Vitrine lag ein Auge aus Lehm, so eins hatte ich schon mal gesehen. Und dort das Amulett von Samarkand, geschützt von einem Glassturz. Ich trat näher. Das Amulett war klein, aus stumpfem Goldblech gefertigt und hing an einer kurzen Goldkette. In der Mitte saß ein ovaler Jadestein und in die Goldeinfassung waren stilisierte Muster geprägt. Die galoppierende Rösser darstellten. Ein russischer Archäologe hatte das Schmuckstück in den 50er Jahren gefunden. Doch schon bald hatten Zauberer seine Bedeutung erkannt und es gestohlen. Wie es schließlich in Simon Lavelays Besitz gelangt war, wusste ich nicht. Wieder legte ich den Kopf schief und lauschte. Im Haus war alles ruhig. Dann ballte ich die Faust und stieß sie durch das Glas. Ein Schub magischer Energie durchbebte alle sieben Ebenen. Ich schnappte mir das Amulett, hängte es mir um den Hals und drehte mich rasch um. Das Zimmer sah unverändert aus. Aber da war etwas auf der siebten Ebene, das ich schnell bewegte und näher kam. Aus war's mit der Heimlichkeit. Ich rannte zur Tür und sah aus dem Augenwinkel, wie sich in der Luft ein Portal auftat. Die Dunkelheit darin trübte sich. Etwas war im Begriff, daraus hervorzutreten. Ich warf mich gegen die Tür und schlug mit der Knabenfaust dagegen. Sie flog auf und ich stürzte hinaus. Draußen im Korridor drehte sich die Kröte nach mir um und riss das Maul auf. Ein grüner Schleimbatzen quoll daraus hervor und schoss urplötzlich auf meinen Kopf zu. Ich schleuderte einen Verdichtungsblitz nach der Kröte. Mit einem kläglichen Quarklaut implodierte sie zu einem festen, murmelgroßen Materieklumpen und plumpste auf den Boden. Ich errichtete im Laufen um meine physische Gestalt ein Schutzschild gegen eventuelle weitere Geschosse. Im nächsten Augenblick schlug etwas direkt hinter mir in den Fußboden ein. Die Explosion riss mich von den Beinen und warf mich gegen die Wand. Ich rappelte mich aus den zerbrochenen Ziegeln auf und drehte mich um. Über der geborstenen Tür am Ende des Ganges stand etwas, das die Gestalt eines hochgewachsenen Mannes mit hellroter Haut und einem Schakalkopf angenommen hatte. »Bartimeus!« Eine zweite Detonation raste den Korridor entlang. Ich duckte mich mit einem Purzelbaum Richtung Treppe darunter hinweg und rollte kopfüber die Stufen hinunter, brach durch das Treppengeländer, fiel zwei Meter tief auf den schwarz-weißen Boden und zerbrach dabei etliche Fliesen. Ich rannte durch mehrere Räume, die Bibliothek, das Esszimmer. Hinter mir brüllte jemand wütend meinen Namen. Mit wachsender Beunruhigung öffnete ich die nächste Tür und stand in der Küche. Um Zeit zu gewinnen, brachte ich an der Tür hinter mir ein Siegel an. Dann drehte ich mich um und erblickte den Koch. Der dicke Mann mit dem freundlichen roten Gesicht hatte die Füße auf den Küchentisch gelegt und hielt ein Hackbeil in der Hand. Er war gerade damit beschäftigt, sich mit peinlicher Sorgfalt die Fingernägel zu schneiden, wobei er die Fützel so geschickt wegschnipste, dass sie genau im Kamin landeten. Dabei beobachtete er mich unablässig aus seinen kleinen, dunklen Augen. Da schien ich im Mindesten verwundert, dass ein kleiner Ägypter in seine Küche gerannt kam. Ich überprüfte ihn auf allen Ebenen. Auf eins bis sechs war er immer dasselbe, ein beleibter Koch mit weißer Schürze. Aber auf der siebten... Auweia! Bartimeras! Fackwell! Wie geht's? Kann ich klagen. Lange nicht gesehen. Stimmt. Schade, was? Ja, ähm... Ja, aber jetzt bin ich ja da. Allerdings, jetzt bist du da. Während dieser hochinteressanten Unterhaltung waren hinter der Tür mehrere dumpfe Explosionen zu vernehmen, denen mein Segel jedoch standhielt. Ich lächelte so liebenswürdig, wie ich es unter diesen Umständen fertig brachte. Jaber ist offenbar reizbar wie er und die. Ja, ja, ganz der Alte. Höchstens eine Spur hungriger, Bartimaeus. Das ist die einzige Veränderung, die mir aufgefallen ist. Er scheint nie satt zu werden. Nicht mal, wenn man ihn gerade erst gefüttert hat. Und das geschieht heutzutage, wie du dir vorstellen kannst, allzu selten. Behandle sie mies, das macht sie fies. So lautet doch das Motto deines Herrn, oder? Er muss ja ziemlich mächtig sein, wenn er dich und Jaber als Sklaven hält. Der Koch lächelte verkniefen. Er stand auf und streckte die Hand aus. Das Amulett, Bartimaeus! Mit einem tiefen, theatralischen Seufzer hob ich die Hand und schloss sie um das Amulett. Dann sprang ich zur Seite und löste gleichzeitig das Siegel an der Tür. Fuckwalt stieß einen missbilligenden Laut aus und setzte zu einer Handbewegung an, als eine besonders heftige Explosion durch die Öffnung hereinfauchte, die das Siegel eben noch verschlossen hatte und ihn rückwärts in den Kamin schleuderte, der über ihm zusammenkrachte. Als Jaber in die Küche gestapft kam, verschaffte ich mir bereits Zutritt zum Gewächshaus und während sich Fuckwalt aus dem Schutthaufen erhob, brach ich splitternd und krachend zum Garten durch. Am anderen Ende schwang ich mich über die Mauer und hinterließ dabei ein Loch mit dem Umriss eines Jungen in dem blauen Netzwerk magischer Knoten. Sofort schrillten auf dem ganzen Gelände die Alarmglocken. Als ich auf den Bürgersteig aufkam, hüpfte das Amulett auf meiner Brust. Jenseits der Mauer hörte ich Hufgetrappel. Höchste Zeit für eine Verwandlung. Wanderfalken sind die schnellsten Vögel der Welt. Hier soll die Feststellung genügen, dass ich nicht mehr zu sehen war, als Fuckwoll und Jaber auf die kleine Gasse sprangen. Ich war längst über alle Berge. Arthur Underwood war ein Zauberer von mittlerem Rang und arbeitete im Ministerium für innere Angelegenheiten. Er war ein zuweilen recht streitsüchtiger Einzelgänger und wohnte mit seiner Frau Marsa in einem hohen georgianischen Reihenhaus in Highgate. Mr. Underwood hatte noch nie einen Lehrling gehabt, aber ihm war klar, dass er wie jeder Zauberer früher oder später ein Kind in seinen Haushalt aufnehmen musste. Und so geschah das Unausweichliche. Eines Tages traf ein Schreiben vom Arbeitsministerium ein. Mit grimmiger Resignation kam Mr. Underwood seiner Pflicht nach und machte sich am Nachmittag des genannten Tages zum Ministerium auf, um seinen Schützling in Empfang zu nehmen. Auf der Heimfahrt nach Highgate unternahm der Zauberer ein oder zweimal den Versuch einer Unterhaltung, scheiterte jedoch am tränenerstickten Schweigen des Kindes. Der Junge saß stocksteif auf der Rückbank und starrte auf seine Knie. Mrs. Underwood empfing die beiden mit einem Tablett voller Kekse und einem dampfenden Becher Kakao. »Gib dir keine Mühe, Marsa«, brummte Mr. Underwood. »Er ist stumm wie ein Fisch.« Mrs. Underwood war eine kleine, rundliche Frau mit schneeweißem, kurzgeschnittenen Haar. Sie nötigte den Jungen einen Sessel vor dem Feuer und hielt ihm einen Keks hin. Er sah sie nicht mal an. So verging eine halbe Stunde. Mrs. Underwood plauderte fröhlich über alles, was ihr in den Sinn kam. Der Junge trank ein paar Schlucke Kakao und knabberte an seinem Keks. Ansonsten starrte er stumm ins Feuer. Schließlich fasste sich Mrs. Underwood ein Herz. Sie setzte sich neben ihn und legte ihm den Arm um die Schulter. »Hör zu, mein Lieber! Ich mache dir einen Vorschlag. Ich weiß, dass man dir verboten hat, jemandem deinen Namen zu sagen, aber bei mir darfst du eine Ausnahme machen. Also, wenn du mir deinen Namen verrätst, verrate ich dir meinen. Ich bin Marsa. Und du bist?« Und leise schniefen. Dann ein noch leiseres Stimmchen. »Nathanael!« »Das ist ein schöner Name, mein Lieber, und keine Sorge. Ich sage ihn nicht weiter. Fühlst du dich jetzt ein bisschen besser? Nimm dir noch einen Keks, Nathaniel, und dann zeige ich dir, wo du schläfst.« Underwood wohnte in einem jener Häuser, die der Straße eine schmale Fassade präsentieren, sich nach hinten jedoch zu einem wahren Labyrinth aus Treppen, Fluren und Zwischenetagen ausdehnen. Insgesamt gab es fünf Stockwerke, einen Keller, das Erdgeschoss mit Salon, Esszimmerküche und Wintergarten, so dann die beiden oberen Stockwerke, und schließlich, ganz oben, den Dachboten. Hier schlief Nathaniel unter einer steilen Deckenschräge aus weiß getünchten Dachsparen. In die Zimmerdecke war eine kleine Luke eingelassen, durch die er, wenn er sich auf einen Stuhl stellte, den grauen, regenverwaschenen Londoner Horizont betrachten konnte. Seit jenem ersten kummervollen Tag hatte die Frau des Zauberers Nathaniel unter ihre Fittiche genommen. Sie hatte den Jungen gern und war stets freundlich zu ihm. Wenn sie zu Hause und unter sich waren, sprach sie den Lehrling zum tiefsten Missfallen ihres Gatten oft mit seinem Geburtsnamen an. Nathaniel erwiderte Mrs. Underwoods Zuneigung mit bedingungsloser Ergebenheit. Er hing an ihren Lippen und gehorchte ihr aufs Wort. »Du wirst zum Zauberer ausgebildet, Nathaniel«, sagte sie, »und das ist das Beste, was einem Jungen oder einem Mädchen passieren kann. Deine Eltern hätten kein größeres Opfer bringen können, als dich dieser ehrenvollen Bestimmung zuzuführen. Du musstest ihnen tanken, indem du tapfer bist, dich so sehr anstrengst, wie du nur kannst und alles lernst, was deine Lehrer von dir verlangen. Damit erweist du deinen Eltern und auch dir selbst den besten Dienst.« Nach und nach und dank Mrs. Underwoods stetiger Zuwendung ließ Nathaniels Heimweh nach. Dazu trug auch der straffe Stundenplan bei, der fast seine gesamte Zeit beanspruchte und ihm kaum Gelegenheit zum Grübeln ließ. Wenn er sich im Bad einen Stock tiefer gewaschen hatte, zog Nathaniel ein Hemd, eine graue Hose, graue Gniestrümpfe, schmucker, schwarze Schuhe und, falls es Winter und kalt im Haus war, einen dicken Wollpullover an, den ihm Mrs. Underwood gekauft hatte. Er kämmte sich vor dem großen Spiegel, sorgfältig die Haare und ließ den Blick über die schmale, adrette Gestalt mit dem blassen Gesicht gleiten, die ihn ihrerseits ansah. Dann nahm er seine Schulsachen und ging über die Hintertreppe nach unten in die Küche. Mrs. Underwood stellte ihm Cornflakes und Toast hin und er versuchte, die übrig gebliebenen Hausaufgaben vom vorherigen Abend zu erledigen. Oft half ihm Mrs. Underwood dabei, so gut sie konnte. »Was ist ein Affritt?« »Afritten sind Feuerdämonen, die zweitmächtigste Kategorie von Geistern. In den Bergen von Aserbaidschan ist das feurige Element sehr ausgeprägt. Dort ist auch der Zoroastrische Glaube entstanden. Seine Anhänger verehren das göttliche Feuer, das allen Lebewesen inne wohnt. »Wenn du die Schokocreme suchst, die steht hinter den Cornflakes. Wann kriege ich so einen Dings da zu sehen?« »Einen Affreten?« »Na, das ist noch lange hin. Jedenfalls hoffe ich das für dich. Aber jetzt beeil dich. Mr. Purcell wartet bestimmt schon.« Nach dem Frühstück schnappte sich Nathaniel seine Bücher und ging in das Schulzimmer im ersten Stock, wo Mr. Purcell tatsächlich bereits auf ihn wartete. Zaubern lernte Nathaniel nicht bei Mr. Purcell. Stattdessen widmete er sich unter seiner Anleitung einer Reihe anderer Fächer, vor allem Mathematik, neuere Sprachen, wie Französisch und Tschechisch, Geschichte und Irrtkunde. Auch Politik war eines seiner Schwerpunkte. »Nun«, pflegte Mr. Purcell aufzufordern, »was ist die Hauptaufgabe unserer hochverehrten Regierung?« Nathaniel blickte ihn verständnislos an. »Das Land zu regieren, Sir?« »Das Land zu schützen? Vergiss nicht, wir haben Krieg. Wir können nur mit Mühe verhindern, dass die Tschechoslowakei auch noch Italien besitzt. Wir leben in unruhigen Zeiten. In London wimmelt es von Spionen und Aufwieglern. Wenn wir das Empire zusammenhalten wollen, brauchen wir eine starke Regierung. Er will sagen, wir brauchen Zauberer. Stell dir mal vor, wie unser Land ohne Zauberer aussähe. Nicht auszudenken, wir würden im Chaos versinken und wären einer Invasion wehrlos ausgeliefert. Nur unsere Anführer stehen zwischen uns und der totalen Anarchie. Halte dir das immer vor Augen, Junge. Dein Ziel ist es, ein rechtschaffenes Mitglied der Regierung zu werden. Vergiss das nicht!« Kurz nach seinem achten Geburtstag wurde Nathaniels Stundenplan erweitert. Er wurde nun auch in Chemie und Physik, außerdem in Religionsgeschichte unterrichtet. Dazu kamen weitere wichtige Sprachen, darunter Latein, Aramäisch und Hebräisch. Mit diesen vielen Fächern war Nathaniel von 9 Uhr morgens bis zum Mittagessen beschäftigt. Nachmittags gab es verschiedene Möglichkeiten. Zweimal die Woche setzte Mr. Perser seinen Unterricht fort. An zwei weiteren Nachmittagen wurde Nathaniel in die öffentliche Badeanstalt ein paar Häuser weitergebracht. Seine beiden anderen Nachmittagsbeschäftigungen waren Musik und Zeichen. Musik verabscheuerte Nathaniel sogar noch mehr als Schwimmen. Ob Dudelsack oder Leier, Singstimme oder Sistrumrassel, was Nathaniel auch ausprobierte, seine Versuche lösten stets verzweifeltes Wutgebrüll aus. Kein Vergleich zu seinen Zeichenstunden unter der Anleitung von Miss Lütjens. Die gärtenschlanke, sanftmütige Lehrerin war die einzige aus der Schar seiner Auslehrer, mit der Nathaniel offen reden konnte. Sie hatte ihn unter vier Augen gebeten, ihr seinen Namen zu verraten, und er war ihrem Wunsch ohne Zögern nachgekommen. Der Garten war für Nathaniel ein Zufluchtsort, an dem er eine Zeit lang allein und ungestört sein konnte. Es war ein schmaler, langgestreckter Garten, der von einer hohen, roten Ziegelmauer umgeben war. Im Sommer rangten sich Kletterrosen daran empor, und sechs Apfelbäume streuten ihre weißen Blüten über den Rasen. In der Mitte wuchsen zwei ausladende Rhododendronbüsche, und dahinter befand sich ein geschütztes Plätzchen, das weitgehend vor den vielen Fenstern des Hauses verborgen lag. Im Schatten der Mauer stand eine mit grünen Flechten bewachsene Steinbank. Daneben war die Marmorstatue eines Mannes mit einem Donnerkeil in der Hand aufgestellt. Er trug eine altmodische Jacke, und seine gewaltigen Koteletten standen wie die Zangen eines Hirschkäfers von den Wangen ab. Die Statue war verwittert und bemoost, vermittelte aber immer noch den Eindruck großer Macht und Tatkraft. Sie übte eine starke Anziehung auf Nathaniel aus, und er war sogar so weit gegangen, wie sie es an der Wood zu fragen, wen sie darstellte. Doch sie hatte bloß gelächelt. »Frag deinen Meister«, hatte sie gesagt. »Der weiß alles.« Aber Nathaniel hatte sich nicht getraut. Zwischen seinem sechsten und achten Lebensjahr suchte Nathaniel seinen Meister nur einmal wöchentlich auf, und zwar am Freitagnachmittag. In den ersten Jahren gab sich der Zauberer für gewöhnlich damit zufrieden, den Jungen nach seinen Fortschritten zu fragen. Die Antworten stellten ihn fast immer zufrieden. Nathaniel war ein guter Schüler. Manchmal brachte der Meister den Jungen mittendrin mit einer Handbewegung zum Schweigen und sprach über die Probleme und Grenzen der Zauberkunst. »Ein Zauberer«, sagte er etwa, »besitzt große Macht. Er benutzt seine Willenskraft, um Veränderungen zu bewirken. Seine Beweggründe können selbstsüchtig oder redlich sein. Doch nur ein unfähiger Zauberer ist ein schlechter Zauberer. Wie definiert man Unfähigkeit, Junge?« »Unfähigkeit ist, wenn man die Kontrolle verliert.« »Korrekt. Angenommen, der Zauberer behält die Kontrolle über die Kräfte, die er entfesselt. Dann bleibt er.« »Ja, was bleibt er dann?« Nathaniel schaukelte hin und her. »Hm. Die drei Us, Junge, die drei Us. Denk nach.« »Unangreifbar, unerkannt, unbesiegbar, Sir.« »Korrekt. Und was ist das große Geheimnis?« »Geister, Sir.« »Dämonen, Junge. Nennen Sie ruhig beim Namen. Was dürfen wir nie vergessen?« »Dämonen sind überaus hinterhältig und schaden uns, wo sie nur können, Sir.« »Gut, gut. Dämonen sind also das große Geheimnis. Ohne ihren Beistand sind wir bloß billige Taschenspieler und Scharlatane. Unsere einzig herausragende Fähigkeit besteht darin, Dämonen zu beschwören und unserem Willen zu unterwerfen. Wenn wir uns dabei an bestimmte Regeln halten, müssen sie uns gehorchen. Doch beim kleinsten Fehler fallen sie über uns her und töten uns. Wir wandeln auf einem schmalen Grad, Junge.« »Wie alt bist du jetzt?« »Ach, Sir. Nächste Woche werde ich neun.« »Sehr schön. Dann fangen wir nächste Woche richtig mit dem Zaubern an. In Zukunft treffen wir uns zweimal wöchentlich, damit ich dich in die Prinzipien unseres Standes einführen kann.« Zwei Tage nach Nathaniels neuntem Geburtstag erschien der Zauberer eines Morgens in der Küche, wo der Junge gerade frühstückte. »Lass das stehen und komm mit«, sagte er. Nathaniel folgte ihm durch den Korridor in das Zimmer, das seinem Meister als Bibliothek diente. Mr. Anderwood trat an ein langes, halbhohes Regal, in den Bücher aller Größen und Farben standen. »Das hier ist deine Lektüre für die nächsten drei Jahre«, sagte sein Meister und klopfte auf das Regal. »Bis du zwölf bist, musst du mit allem vertraut sein, was hier drin steht. Die Bücher sind größtenteils in Mittelenglisch, Latein, Tschechisch und Hebräisch verfasst. Aber auch ein paar koptische Texte über den ägyptischen Totenkult sind darunter und ein koptisches Wörterbuch, das du zu Hilfe nehmen kannst. Verstanden?« »Ja, Sir. Eine Frage noch, Sir.« »Ja, Junge?« »Wenn ich das alles durchgelesen habe, weiß ich denn alles, was ich brauche? Ich meine, um ein guter Zauberer zu sein, Sir. Es kommt mir furchtbar viel vor.« Mr. Anderwood schnaubte verächtlich. Seine Augenbrauen schoben sich himmelwärts. »Dreh dich mal um«, sagte er. Nathaniel drehte sich um. Hinter der Tür stand noch ein Regal. »Es reichte bis zur Decke und quoll von hunderten Büchern über, eins dicker und verstaubter als das andere.« Nathaniel schluckte hörbar. »Wenn du hiermit durch bist«, sagte sein Meister trocken, »kommst du der Sache vielleicht irgendwann näher.« »In diesem Regal findest du Rituale und Formeln, die man braucht, um bedeutende Dämonen zu beschwören. Aber damit fangen wir frühestens in vier oder fünf Jahren an. Dein Regal versorgt dich mit dem nötigen Vorwissen und ist fürs Erste mehr als ausreichend.« Als nächstes gingen sie in einen Raum, den Nathaniel noch nie betreten hatte. Sein Meister nahm auf einem Hockerplatz, bedeutete Nathaniel, sich neben ihn zu setzen. Er schob ihm ein schmales Etuit zu. Nathaniel klappte es auch. Eine kleine Brille lag darin. »Nimm sie heraus, Junge. Sie beißt dich schon nicht.« »Gut so. Und jetzt sieh mich an. Schau mir in die Augen. Was siehst du?« Widerstrebend hoben das Händel den Kopf. Er sah nichts. »Nun?« »Ähm, tut mir leid, aber ich kann. Schau auf meine Iris. Fällt dir nichts auf?« »Bist du blind?« rief der Zauberer ärgerlich. »Siehst du wirklich nichts?« »Eine Linse, Junge. Eine Kontaktlinse.« Verzweifelt schaute Nathaniel noch einmal hin und diesmal entdeckte er einen kaum sichtbaren Rand, der die Iris wie ein dünner Bleistiftstrich umgab. »Doch, Sir«, sagte er eifrig. »Jetzt seh ich es.« »Na endlich.« Der Zauberer lehnte sich wieder zurück. »Wenn du zwölf bist, werden zwei entscheidende Dinge passieren. Zunächst einmal wirst du einen neuen Namen annehmen.« »Weshalb?« »Damit die Dämonen meinen richtigen Namen nicht herausfinden und Gewalt über mich erlangen können?« »Korrekt.« »Zweitens bekommst du dein erstes Paar Kontaktlinsen. Du darfst sie ständig tragen, und sie gestatten es dir, die Arglis der Dämonen zumindest teilweise zu durchschauen. Bis dahin benutzt du diese Brille, aber nur, wenn ich es dir erlaube, und du darfst sie auf keinen Fall aus dem Labor entfernen. Verstanden?« Nathaniel musste bald feststellen, dass es noch lange dauern würde, bevor er Werkzeuge einsetzen dürfte. Er wurde in den Prinzipien der Pentagramme und der Kunst der Runen unterwiesen, lernte die Reinigungsrituale. Er musste mit Mörsern Stößel hantieren und Räuchermischungen zerkleinern, welche die gewünschten Dämonen zum Erscheinen brachten oder aber unwillkommene fernhielten. Er kürzte Kerzen auf bestimmte Längen und stellte sie zu unzähligen verschiedenen Anordnungen zusammen. Da ihm das alles viel zu langsam ging, verschlang Nathaniel in seiner Freizeit die Bücher aus dem Regal in der Bibliothek und beeindruckte Mr. Purcell mit seinem unstillbaren Wissensdurst. Ein ganzes Jahr verging, bis Nathaniel bei den Anrufungen seine Brille aufsetzen durfte. Nathaniel machte nicht nur im Unterricht Fortschritte, sondern auch in puncto Selbstbeherrschung. Er wurde zäher, belastbarer und entschlossener. Seine gesamte Freizeit verbrachte er über den Büchern. Endlich dämmerte es. Im Osten fingerten die ersten Sonnenstrahlen unwillig über den Himmel. Der Horizont hinter den Docklands wurde allmählich heller. Ich hockte als Wasserspeier getarnt auf dem Dach der Westminster Abbey. Simon Loveless war schon für sich genommen ein nicht zu unterschätzender Gegner. Die Tatsache, dass er es geschafft hatte, sowohl Fackwell als auch Jaber in seine Dienste zu nehmen, war Beweis genug. Ich wollte nicht in den Schuhen des Bengels stecken, wenn Loveless ihn in die Finger bekam. In diesem Augenblick erreichte mich der Ruf. Erwartungsvoll gab ich ihm nach und verschwand vom Dach der Kathedrale, um gleich darauf im Zimmer des Jungen wieder zu erscheinen. Ich sah mich um. Hey, was soll das denn sein? Ich befehle dir, Bartimeus, mir zu offenbaren, ob du deinen Auftrag gewissenhaft und vollständig... Was denn sonst? Was glaubst du, was das hier ist? Ich zeigte auf meine Brust. Im flackernden Kerzen, ich blinkte das Amulett verführerisch. Das Amulett von Samarkand. Einst gehörte es Simon Loveless. Jetzt gehört es dir. Bald gehört es wieder Simon Loveless. Viel Spaß damit. Ich habe das Pentagramm gemeint, das du da gemalt hast. Was sind denn das für Runen, diese zusätzliche Zeile hier? Der Junge warf sich in die Brust. Adelbrands Pentagramm. Ich hatte fast den Eindruck, dass er selbstzufrieden grinste. Adelbrands Pentagramm, Herr Pfleckst. Ich machte ein großes Gedöns darum, die Umrandungen von Stern und Kreis zu überprüfen. Anschließend jede Rune und jedes Symbol. Aha, donnerte ich. Hier hast du etwas falsch buchstabiert. Du weißt, was das bedeutet, oder? Das Gesicht des Jungen verwandelte sich in ein interessantes Farbenspiel aus Weiß und Rot. Hastig überflog er die Buchstaben auf dem Boden. Treuloser Dämon. Das Pentagramm ist ohne Fehl. Du kannst es nicht verlassen. Na schön, das war geschummelt. Ich richtete mich wieder auf. Willst du das Amulett nun haben oder nicht? Lege es in die Schale. Zwischen den beiden Kreisen stand eine kleine Specksteinschale auf dem Boden. Ich nahm das Amulett ab und warf es mit einer lässigen Bewegung hinein. Der Junge beugte sich vor. Ich beobachtete ihn aus den Augenwinkeln. Wenn auch nur ein Zeh oder ein Finger aus seinem Schutzkreis herausragte, würde ich schneller zuschlagen als eine Gottesanbeterin. Doch dazu war der Bengel zu schlau. Er zog einen Stock aus der Tasche seines schäbigen Mantels. In der Spitze steckte ein hakenförmiges Stück Draht, das verdächtig nach einer verbogenen Büroklammer aussah. Nach einigen tastenden Versuchen erwischte er mit dem Haken den Rand der Schale und zog sie in seinen Kreis. Dann hob er das Amulett an der Kette hoch. Ich habe meine Schuldigkeit getan und meinen Auftrag erfüllt. Ich wünsche dir alles Gute. Meine Erscheinung vibrierte und verblasste. Eine Rauchsäule kräuselte sich vom Boden empor, als wollte sie mich verschlucken und entführen. Es war reines Wunschdenken. Dafür sorgte Adelbrands Pentagramm. Du kannst noch nicht gehen. Deine Haare machen weitere Aufträge. Also ehrlich, so redet doch niemand. Jedenfalls seit 200 Jahren nicht mehr. Da musste man ja annehmen, er hätte sein Handwerk aus irgendeiner längst überholten Schwarte gelernt. Aber er hatte leider recht. Die meisten gewöhnlichen Pentagramme binden einen nur an einen einzigen Auftrag. Wenn man den ausgeführt hat, ist man wieder frei. Doch mit Adelbrands Pentagramm war das etwas anderes. Seine zusätzlichen Runen verdoppelten die bannende Wirkung und zwangen einen, weitere Befehle abzuwarten. Der Junge besah sich das Amulett ein letztes Mal, dann beugte er sich vor und legte es in die Schale zurück. Dann schob er das Gefäß mit dem Hakenstab wieder aus seinem Schutzkreis heraus. Was machst du da? Ich geb's dir zurück. Ich will's aber nicht. Nimm es. Ich hatte keine Lust, mich mit einem Zwölfjährigen herumzustreiten. Schon gar nicht mit einem, der mir seinen Willen aufzwingen konnte. Also griff ich aus meinem Kreis und nahm das Amulett. Und jetzt? Wenn Simon Lovelace kommt, werde ich mich nicht mit ihm und das Ding zanken. Ich gebe es ihm mit Kusshand zurück und dann zeige ich ihm, hinter welchem Vorhang du dich verkriechst. Warte! Der Junge zog etwas Glänzendes aus der Innentasche seines Mantels. In der linken Hand hielt er jetzt eine blanke Scheibe, einen Zauberspiegel aus polierter Bronze. Er strich ein paar Mal mit der rechten darüber und starrte mit ausdruckslosem, konzentriertem Gesicht auf das reflektierende Metall. Was für ein Kobold auch darin gefangen sein mochte, er gehorchte ziemlich schnell. Ein verschwommenes Bild erschien, und der Junge betrachtete es eingehend. Ich war zu weit entfernt, um etwas zu erkennen. Aber während er beschäftigt war, ließ ich meinen Blick ebenfalls ein wenig umherschweifen. Ich suchte nach einem Anhaltspunkt für seine Identität. Natürlich hoffte ich nicht, seinen Geburtsnamen herauszubekommen. Das wäre zu viel verlangt gewesen. Fürs Erste reichte mir sein offizieller Name. Aber ich hatte kein Glück. Der Junge fuhr mit der Hand über den Zauberspiegel und die Oberfläche wurde stumpf. Er steckte die Metallscheibe wieder in die Tasche. Dann blickte er plötzlich zu mir auf. »Bartimeus«, fing er an, »ich befehle dir, das Amulett von Samarkand im Magazin des Zauberers Arthur Underwood zu verstecken, und zwar so, dass er es nicht findet, und dich niemand, weder Mensch noch Geist, weder auf dieser noch auf irgendeiner anderen Ebene kommen und gehen sieht. Des Weiteren befehle ich dir, anschließend ungehört und ungesehen zu mir zurückzukehren und meine nächsten Befehle zu erwarten. Ich funkelte ihn unter meinen steinbrauen Finster an. »Meinetwegen. Und wo wohnt dieser bedauernswerte Zauberer?« Der Junge lächelte flüchtig. »Onten im Haus. Dein Meister reinlegen. Sehr ungezogen, sowas. Ich will er nicht reinlegen. Ich will das Amulett bloß irgendwo aufbewahren, wo es durch Sicherheitsmaßnahmen geschützt ist und es niemand findet.« Ich versah das Amulett mit einem Zauber, der es vorübergehend schrumpfen ließ, und ihm das Aussehen eines losen Spinnfadens verlieh. Dann verzog ich mich durch ein Astloch in der nächstbesten Diele, schlängelte mich als Rauchwölkchen durch den Zwischenboden und kroch als Spinne getarnt durch eine Deckenritze in den darunterliegenden Raum. Es war ein leeres Badezimmer, die Tür stand offen, und ich krabbelte über den Deckenputz darauf zu. Es sah ganz so aus, als riskierte dieser undankbare Bengel, den Zorn eines mächtigen Zauberers auf das Haupt seines unschuldigen Meisters herabzubeschwören, um die eigene Haut zu retten. Alle Achtung! Obwohl er bestimmt mit einem Erwachsenen unter einer Decke steckte, war das für einen so jungen Burschen ein bemerkenswert raffinierter Plan. Gerade als ich mich auf allen Achten zur Tür hinausstall, erblickte ich besagten Meister. »Masa«, rief er, bevor er die Badezimmertür hinter sich schloss. Eine kleine, coolrunde Frau trat aus einem Schlafzimmer. »Ja, mein Lieber?« »Hast du nicht gesagt, die Putzfrau hätte gestern sauber gemacht?« »Aber ja, mein Lieber.« »Wieso fragst du?« »Weil da eine Spinnwebe von der Decke hängt. Die Spinne sitzt sogar noch drin. Ekelhaft. Wir sollten diese Person fristlos entlassen.« »Tatsächlich, jetzt sehe ich es auch.« »Pfui! Keine Sorge, ich rede mit ihr. Und die Spinne erledige ich nachher mit dem Staubwedel.« »Hm«, brummelte der große Zauberer und schloss die Tür. Die Frau schüttelte nachsichtig den Kopf und ging fröhlich summend die Treppe hinunter. Die ekelhafte Spinne dagegen machte mit dem vordersten Beinpaar eine nicht ganz stubenreine Geste, krabbelte die Flurdecke entlang und zog ihren Faden hinter sich her. Ich irrte eine Weile herum, bis ich am Fuß seiner kleinen Treppe die Tür zum Arbeitszimmer entdeckte. Dort machte ich Halt. Die Tür war mit einem Siegel in Gestalt eines fünfzackigen Sterns gegen Eindringlinge gesichert. Der Stern schien bloß mit roter Farbe gezogen, doch wenn ein unbefugter Ahnungslust die Tür öffnete, löste er damit den Zauber aus, und die vermeintliche Farbe verwandelte sich in eine nach allen Richtungen sprühende Feuergarbe. Ich umgab mich mit einem Schutzschild, berührte die Tür dicht über dem Fußboden, vorsichtig mit meiner winzigen Klaue und sprang sofort einen Meter zurück. In den roten Linien erschienen schmale, orangefarbene Streifen. Dann verlief das Rot, und der ganze Stern begann zu flimmern. Plötzlich brach ein Flammenstrahl aus dem obersten Zacken und schoss auf mich zu. Doch der erwartete Aufprall blieb aus. Die Flammengarbe zischt an mir vorbei und traf den Spinnfaden, den ich hinter mir herschleifte, und der Faden sog das Feuer aus dem Stern wie Limonade durch einen Strohhalm. Im Nu war die Flamme verschwunden. Da begriff ich, was passiert war. Das Amulett von Samarkand hatte genau das getan, was Amulette tun sollen. Es hatte seinen Träger beschützt. Es hatte den feindlichen Zauber mühelos absorbiert. Ich entledigte mich meines Schutzschilds und zwängte mich unter der Tür hindurch. Drinnen veranstaltete ich eine kleine Illumination. Auf drei Glasböden war liebevoll eine Sammlung von jämmerlichem Zauberkitsch arrangiert. Einiges wie zum Beispiel die Zigeunerbörse mit ihrem Geheimfach, in dem man Münzen verschwinden lassen konnte, besaß schlicht überhaupt keine magischen Eigenschaften. Ganz hinten stand ein javanisches Vogeltotem, Schnabel und Gefieder dick verstaubt. Ich zog meinen Faden zwischen der Börse und einer räudigen Hasenfote hindurch und verstaute ihn hinter dem Totem. Gut, dort würde ihn niemand finden, es sei denn, jemand suchte gezielt danach. Zu guter Letzt löste ich noch den Tarnzauber und gab dem Amulett seine vorherige Größe und Gestalt zurück. Damit war mein Auftrag erledigt und ich brauchte nur noch zu dem Jungen zurückzukehren. Ich war auf dem Weg zur Dachkammer, wobei ich natürlich die schräge Decke über der Treppe entlang krabbelte, als mir ganz unerwartet der Junge entgegenkam. Er ging hinter der Frau des Zauberers die Treppe hinunter und machte einen ausgesprochen verdrossenen Eindruck. Offenbar war er soeben nach unten gerufen worden. Mit einem Schlag war ich hellwach. Der Junge befand sich in einer Zwickmühle und ich sah seinem Gesicht an, dass er sich dessen bewusst war. Er wusste, dass ich im Haus unterwegs war und irgendwo in der Nähe sein musste. Er wusste, dass ich zurückkommen würde, da mein Auftrag beinhaltete, anschließend ungehört und ungesehen zurückzukehren und seine nächsten Befehle zu erwarten. Er wusste auch, dass ich ihm möglicherweise folgte, dass ich Augen und Ohren offen hielt, um mehr über ihn zu erfahren, und dass er nicht das Geringste dagegen unternehmen konnte, bevor er nicht wieder in seinem Zimmer war und in seinem Pentagramm stand. Kurz gesagt, er hatte die Kontrolle über die Situation verloren, und das ist immer bedenklich für einen Zauberer. Neugierig machte ich Kehrt. Gemäß meinem Auftrag sah und hörte mich niemand, als ich hinter den beiden herkrabbelte. Die Frau führte den Jungen vor eine Tür im Erdgeschoss. »Er ist da drin, mein Lieber.« »Danke«, sagte der Junge. Seine Stimme war gehorsam und kleinlaut. Die beiden traten ein, erst die Frau, dann der Junge. Die Tür fiel so schnell wieder zu, dass ich blitzartig eine Seife Spinnfäden abschießen musste, um mich daran in letzter Sekunde durch den Spalt zu schwingen. »Es war ein tollkühnes Bravourstückchen.« »Aber ich hatte ja gewisse Auflagen zu erfüllen.« Ungehört, dort ungesehen. Wir befanden uns in einem düsteren Esszimmer. Arthur Underwood saß allein am Kopfende eines dunklen, polierten Esstisches. Kaffeetasse und silberne Kaffeekanne in Reichweite. Er war mit seiner Zeitung beschäftigt, die aufgeschlagen auf dem Tisch lag. Als die Frauen der Junge eintraten, blätterte er raschend eine Seite um und faltete die Zeitung wieder zusammen. Er sah nicht einmal auf. Die Frau blieb zögernd vor dem Tisch stehen. »Asa?« »Nassaniel ist da«, sagte sie. Die Spinne hatte sich in eine dunkle Ecke über der Tür verzogen. Als sie diese Anrede vernahm, blieb sie nach Spinnenart regungslos hocken, aber innerlich jubelte sie. »Nassaniel!« »Na, das war doch schon mal was!« Mit Vergnügen sah ich, dass der Junge zusammenzuckte. Sein Blick huschte unsteht hin und her, und er fragte sich zweifellos, ob ich im Zimmer war. Der Zauberer ließ sich nicht anmerken, ob er seine Frau gehört hatte. Underwood nahm seine Lektüre wieder auf. Der Junge stand stumm da und wartete. Jetzt, da ich nicht mehr an den Bankkreis gebunden war und deshalb auch nicht unter seinem unmittelbaren Einfluss stand, nutzte ich die Gelegenheit, um ihn ausführlicher zu betrachten. Er sah ganz unauffällig aus. Ein zufälliger Beobachter hätte ihn wahrscheinlich einfach übersehen. Mein geschultes, unbestechliches Auge registrierte jedoch den intelligenten, berechnenden Blick, die nervösen Finger und vor allem das beherrschte Gesicht. Gleichzeitig irrte sein Blick auf der Suche nach mir unablässig durchs Zimmer. Ich machte es ihm leicht. Als er in meine Richtung schaute, rannte ich ein paar Mal an der Wand auf und ab, winkte mit den Beinpaaren und wackelte fröhlich mit dem Hinterleib. Er sah mich sofort, wurde noch bleicher und biss sich auf die Unterlippe. Aber wenn er sich nicht verraten wollte, konnte er nichts unternehmen. »Aha, da bist du ja«, brummte der Alte. »Ja, Sir, Sie haben mich rufen lassen, Sir?« Obwohl der Junge so beunruhigt war, behebte seine Stimme nicht. »Allerdings«, »allerdings«, »also, ich habe mich mit deinen Lehrern unterhalten und alle haben mir nur Erfreuliches über dich berichtet. Deshalb bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass es allmählich Zeit für deine erste eigene Beschwörung wird.« Letzteres sprach er mit gedehnter, tragender Stimme, die dem Jungen offenbar ehrfürchtige Scheu einflößen sollte. Aber Nathaniel, wie ich ihn inzwischen freundschaftlich nannte, war nicht bei der Sache. Er konnte nur noch an eine gewisse Spinne denken. Seine Zerstreutheit entging Underwood nicht, und er pochte nachdrücklich auf den Tisch, um die Aufmerksamkeit seines Lehrlings auf sich zu ziehen. »Nun, hör mir mal zu, Junge. Wenn du schon bei der Aussicht auf eine Beschwörung die Nerven verlierst, wird aus dir nie ein richtiger Zauberer. Ein gut vorbereiteter Zauberer braucht sich vor nichts zu fürchten. Hast du mich verstanden?« Der Junge riss sich zusammen und konzentrierte sich wieder auf seinen Meister. »Ja, Sir, gewiss, Sir. Abgesehen davon stehe ich während der gesamten Beschwörung in einem angrenzenden Kreis und halte ein Dutzend Schutzzauber und zerstoßenen Rosmarin bereit. Wir fangen mit einem niederen Dämon an, einem Krötenkobold. Dann müssen wir uns nur noch über eins Gedanken machen, nämlich dein offizieller Name. Damit beschäftigen wir uns heute Nachmittag. »Bring mir nach dem Mittagessen löst namens Alma nach in die Bibliothek. Dann suchen wir gemeinsam einen aus für dich.« »Ja, Sir«, antwortete der Junge tonlos und ließ die Schultern hängen. »Er brauchte nicht erst zu sehen, wie ich in meinem Netz Luftsprünge vollführte, um zu wissen, dass ich alles mit angehört und verstanden hatte.« »Na, Seniel war nicht nur sein offizieller Name, es war sein richtiger Name. Der Dummkopf hatte mich herbeizitiert, ohne sich vorher zu vergewissern, dass sein Geburtsname ein für allemal in Vergessenheit geraten war. Und jetzt wusste ich ihn.« Anderwood rutschte ungeduldig auf seinem Stuhl herum. »Woher wartest du noch, Junge? Tröten nicht herum. Vor dem Mittagessen musst du noch ein paar Stunden lernen. An die Arbeit!« »Ja, Sir. Vielen Dank, Sir.« Der Junge schlurfte zur Tür. Mit schadenfrommalmenden Kauwerkzeugen stieß ich mich mit allen acht Beinen gleichzeitig ab, dann heftete ich mich an seine Fersen. Jetzt konnte ich das Bürschlein kriegen. Jetzt waren die Chancen ein bisschen gerechter verteilt. Er wusste meinen Namen, ich denn sein. Er hatte sechs Jahre Erfahrung, ich fünftausend zehn. So ließ ich doch gleich ganz anders arbeiten. Ich begleitete ihn die Treppe hinauf. Als Nassengel zehn war, saß er eines schönen Sommertags mit seiner Zeichenlehrerin draußen auf der Steinbank und skizzierte den Kastanienbaum im Nachbarsgarten. Die Sonne brannte auf die roten Ziegel. Eine graugetigerte Katze erregelte sich auf der Mauer und ließ träge ihren Schwanz baumeln. Eine sanfte Brise strich durch die Blätter und trug schwachen Rhododendron-Duft herüber. Das Moos auf der Statue des Mannes mit dem Donnerkeil leuchtete in sattem Grün und die Insekten summten. Geduld, Nassengel. Das sagen Sie jedes Mal, Miss Littjens. Ich werde es bestimmt noch öfter sagen. Du bist viel zu ungeduldig. Das ist dein größter Fehler. Verärgert schraffierte Nassengel eine Schattenpartie. Aber es ist so gemein, wetterte er. Nie lässt er mich irgendwas ausprobieren. Ich darf immer nur die Kerzen und das Räucherwerk und den ganzen anderen Kram hinstellen. Das kann ich inzwischen im Schlaf. Es ist auch gut so, sagte Miss Littjens bestimmt. Und denk dran, ich möchte weiche Schatten, keine harten Linien. Das ist doch albern, Nassengel verzog das Gesicht. Er hat keine Ahnung, was ich alles schon kann. Ich habe alle Bücher gelesen. Und wirklich alle? Naja, alle aus dem kleinen Regal. Und er hat gesagt, damit hätte ich zu tun, bis ich zwölf bin. Ich bin noch nicht mal elf, Miss Littjens. Und ich kann schon die meisten Beschwörungsformeln auswendig. Wenn er für mich einen Djinn beschwören würde, könnte ich ihm einen Befehl erteilen. Aber er lässt es mich ja noch nicht mal versuchen. Zerbricht dir nicht den Kopf darüber, was du alles nicht hast. Genieße lieber, was du hast. Zum Beispiel den Garten. Es war eine gute Idee von dir, den Unterricht heute draußen abzuhalten. Hier kann man so gut nachdenken. Das kann ich verstehen. Es ist so friedlich und man ist ungestört. Und das ist in einer Stadt wie London selten. Also sei dankbar dafür. Er hier leistet mir Gesellschaft. Nassengel zeigte auf die Statue. Ich mag ihn gern, obwohl ich nicht mal weiß, wer er ist. Der da? Miss Littjens blickte von ihrem Skizzenblock auf, zeichnete aber weiter. Das ist Gladstone. Du hast bestimmt schon von ihm gehört. Gladstone ist schon über hundert Jahre tot. Er war die bedeutendste Persönlichkeit seiner Zeit. Überall im ganzen Land stehen Standbilder von ihm. Und das zu Recht, was dich betrifft. Du hast ihm nämlich viel zu verdanken. Wieso? fragte Nassengel verdutzt. Er war der mächtigste Zauberer, der jemals Premierminister wurde. Er gab im viktorianischen Zeitalter dreißig Jahre lang den Ton an und vereinte die zerstrittenen Magierfraktionen unter seiner Regierung. Bestimmt hast du schon von seinem Duell mit dem Hexenmeister Disraeli auf dem Westminster Green gehört. Nein? Du solltest mal hingehen. Die verbrannten Stellen sind immer noch zu sehen. Gladstone war für seine außerordentliche Tatkraft bekannt, und wenn es hart auf hart kam, bewies er unerschütterliche Zähigkeit. Er gab niemals auf, auch nicht, wenn alles ausweglos schien. Nathaniel betrachtete das ernste Gesicht unter der Mooshaube. Der Steinmann wog den Donnerkeil lässig und siegesgewiss in der Hand, bereit, in jeder Zeit zu schleudern. Wie kam es denn zu dem Duell, Miss Lytjens? Ich glaube, Disraeli hatte eine ungebührliche Bemerkung über eine Freundin von Gladstone gemacht. Das hätte er besser bleiben lassen. Sie pustete den Kohlestab von ihrer Zeichnung und hielt sie kritisch hoch. Gladstone hat sich mehr als jeder andere darum verdient gemacht, dass London in magischer Hinsicht so bedeutend wurde. Damals war noch Prag die einflussreichste Stadt der Welt, aber ihre Blütezeit war längst vorbei. Gladstone stand für neue Ideale, neue Ziele. Er holte viele ausländische Zauberer in die Stadt. Und auf einmal war London in Mode. Und dabei ist es geblieben. Im Guten wie im Schlechten. Wie gesagt, du kannst ihm dankbar sein. Nathaniel blickte sie an. Wie meinen Sie das, im Guten wie im Schlechten? Was soll daran schlecht sein? Miss Lytjens schürzte die Lippen. Das gegenwärtige System sorgt sehr gut für Zauberer und einige wenige, die in ihrem Kielwasser schwimmen. Allen anderen geht es nicht besonders gut. Aber nun lass sehen, ob du mit deiner Skizze weitergekommen bist. Etwas in ihrem Tonfall erregte Nathaniels Unwillen. Sie sollten nicht so über die Regierung sprechen, sagte er. Ohne Zauberer wäre das Land schutzlos. Dann hätten die Gewöhnlichen das Sagen und dem Handumdrehen würde alles zusammenbrechen. Eine Weile widmeten sie sich wieder schweigend dem Papier- und Zeichenkohle. Die Katze auf der Mauer schlug faul mit der Pfote nach einer Wespe. Schließlich brach Nathaniel das Schweigen. Wollten Sie denn keine Zauberin werden, Miss Lytjens? fragte er schüchtern. Sie lachte kurz auf. Dieses Privileg wurde mir nicht zuteil, sagte sie. Nein, ich bin nur Kunstlehrerin und ganz zufrieden damit. Kurz darauf wurde die Zeichenstunde unerwartet unterbrochen, als Mrs. Underwood auftauchte. Die Frau des Zauberers war in heller Aufregung. Nathaniel, rief sie, da bist du ja. Miss Lytjens und Nathaniel erhoben sich höflich. Ich hab dich überall gesucht, mein Lieber, sagte Mrs. Underwood schwer atmend. Ich dachte, ihr wärt im Schulzimmer. Tut mir leid, Mrs. Underwood, setzte Miss Lytjens an. Es ist so ein schöner Tag und da... Ach, das macht doch nichts. Ist schon in Ordnung. Aber mein Mann braucht Nathaniel und zwar ganz dringend. Er hat Besuch bekommen und möchte den Gästen den Jungen vorstellen. Da hörst du's, sagte Miss Lytjens leise, als sie eilig durch den Garten zum Haus zurückging. Mr. Underwood unterschätzt dich überhaupt nicht. Im Gegenteil, er muss sehr zufrieden mit dir sein, wenn er dich den anderen Zauberern vorstellt. Er will mit dir Eindruck machen. Nathaniel lächelte gequält, sagte aber nichts. Bei dem Gedanken an ein Zusammentreffen mit anderen Zauberern wurde ihm murmig. Nathaniel stellte sich einen Raum voller hochgewachsener, mächtiger Männer mit Denkerstirnen und rauschenden Gewändern vor, die ihn über ihre strubbigen Bärte hinweg anstarrten. Bei der bloßen Vorstellung bekam er weiche Knie. Sie sind im Salon, sagte Mrs. Underwood, als sie die Küche betraten. Lass dich mal anschauen. Einigermaßen präsentabel. Nun geh schon. Das Zimmer war tatsächlich voll, so weit hat er recht gehabt. Doch als er die Tür hinter sich geschlossen hat und auf den einzigen noch freien Platz zugesteuert war, hatten sich seine hochtrabenden Vorstellungen von einer Versammlung bedeutender Männer bereits verflüchtigt. Sie sahen einfach nicht so aus. Die meisten Besucher trugen langweilige Anzüge und noch langweiligere Schlipse. Nathaniel kam sich vor, als wäre er versehentlich auf der Betriebswahrer eines Beerdigungsunternehmens gelandet. Keiner der Besucher hatte auch nur entfernte Ähnlichkeit mit Gladstone, weder was die Ausstrahlung noch was das Auftreten anging. Sie unterhielten sich mit ernsten Minen, nippten an ihren Teetassen und knabberten krümelige Kekse. Nathaniel war schwer enttäuscht. Sein Meister schob sich Deters Gedränge, schüttelte rechts und links Hände. Als er Nathaniel erblickte, winkte er ihn heran. »Das ist der Junge«, sagte der Zauberer und klopfte Nathaniel unbeholfen auf die Schulter. Drei Männer blickten auf ihn herab. Der eine war alt und weißhaarig. Sein rotes, runzliges Gesicht erinnerte an eine getrocknete Tomate. Der zweite war mittleren Alters, hatte ein teigiges Gesicht mit wasserblauen Augen und seine Haut sah so kalte und feucht aus wie ein toter Fisch. Der dritte war der jüngste und attraktivste. Er hatte mit Gel zurückgekämmtes Haar, eine runde Brille und strahlend weiße Zähne, groß wie Klaviertasten. Nathaniel blickte die drei Fremden stumm an. »Sieht nicht besonders aus«, sagte der fischige Mann, zog die Nase hoch und schluckte etwas herunter. »Er lernt langsam«, erwiderte Nathaniel's Meister. »Langsam, ne?« wiederholte der Alte. Er sprach mit einem so starken Akzent, dass Nathaniel ihn kaum verstand. »Ja, ja, so sind manche Jungen halt. Da muss man Geduld haben.« Der junge Mann schnippte plötzlich mit den Fingern und sprach rasend schnell. »Wie viele klassifizierte Geister gibt es?« »13.046, Sir«, antwortete Nathaniel wie aus der Pistole geschossen. »Wie ist der Modusapparente der karthagischen Untergruppe?« »Diese Geister erscheinen als schreiende Säuglinge, Sir, oder als Doppelgänger des Zauberers in seiner Jugend.« »Hm, was für Vorsichtsmaßnahmen muss man bei der Beschwerung eines Basilisken treffen?« »Man muss eine Spiegelbrille aufsetzen, Sir, und auch das Pentagramm auf zwei Seiten mit Spiegeln umstellen, um den Basilisken dazu zu zwingen, in die verbleibende Richtung zu schauen, wo ihn schriftliche Anweisungen erwarten.« Nathaniel gewann an Selbstvertrauen. Derlei Kleinigkeiten hat er sich schon lange eingeprägt, und er freute sich, dass sich der junge Mann über seine unfehlbar korrekten Antworten ärgerte. Sein Erfolg hatte auch das Gekicher des Fischigen abgewürgt, und der Alte, der mit schiefgelegtem Kopf zuhörte, hatte ein- oder zweimal sogar widerstrebend genickt. Nathaniel sah, dass sein Meister selbstgefällig lächelte. »Sie brauchen sich gar nichts darauf einzubilden«, dachte Nathaniel wütend. »Ich habe mir das alles selber angelesen. Sie haben mir bis jetzt kaum etwas beigebracht.« Zum ersten Mal entstand eine kurze Unterbrechung im Fragebombardement des jungen Mannes. Er schien nachzudenken. »Nun gut«, sagte er schließlich und sprach plötzlich viel langsamer, wobei er jedes Wort genüsslich auskostete. »Wie lauten die sechs Beschwerungsworte?« »In welcher Sprache ist mir gleich?« Arthur Underwood protestierte aufgebracht. »Das ist nicht fair, Simon! Das kann er jetzt noch gar nicht wissen!« Doch Nathaniel setzte bereits seine Antwort an. Die gewünschte Formel kam in mehreren Büchern aus des Meisters großem Regal vor, in dem Nathaniel bereits seit geraumer Zeit herumschmökerte. »Erscheine! Verharre! Höre! Diene! Gehorche! Kehre zurück!« Die Zuhörer murmelten anerkennend. Nur der junge Prüfer zuckte abfällig die Achsel, als handelte es sich um einen reinen Zufallstreffer. Er sah so herablassend aus, dass Nathaniels Befriedigung in glühenden Zorn umschlug. »Die Anforderungen müssen wirklich sehr gesunken sein,« sagte der junge Zauberer, zog ein Taschentuch heraus und wischte sich einen imaginären Fleck vom Ärmel, »dass ein begriffsstutziger Lehrling schon Beifall erntet, wenn er etwas daherplappert, das wir alle mit der Muttermilch eingesogen haben.« »Sie sind bloß ein schlechter Verlierer,« sagte Nathaniel. Einen Augenblick herrschte Totenstille. Dann blaffte der junge Mann ein Wort, und Nathaniel spürte, wie sich etwas Kleines, Kompaktes schwer auf seinen Schultern niederließ. Er schrie vor Schmerz auf, als sich unsichtbare Hände in sein Haar krallten und ihm brutal den Kopf in den Nacken rissen, sodass er an die Decke starrte. Er wollte die Arme heben, konnte sie jedoch nicht bewegen, da sie von einem scheußlichen Muskelstrang, der sich wie eine riesige Zunge um ihn herumwickelte, an beiden Seiten festgehalten wurden. Er rief in panischer Angst nach seinem Meister. Jemand trat zu ihm, aber es war der junge Zauberer. »Na, du unverschämter Rotzlöme,« sagt er leise, »was machst du jetzt, hm? Kannst du dich befreien?« »Nein? Na, sowas. Du bist hilflos. Du kennst vielleicht ein paar Formeln, aber du kannst überhaupt nichts. Vielleicht lehrt dich das, wie gefährlich es ist, wenn man frech ist, aber zu schwach, um sich zu wehren. Und jetzt verschwinde.« Etwas kicherte Nathaniel ins Ohr und stieß sich mit kräftigen Beinen von seinen Schultern ab. Im selben Moment kamen auch seine Arme wieder frei. Der Kopf fiel ihm auf die Brust und Tränen quollen ihm aus den Augen. Er trocknete sich mit dem Ärmel das Gesicht. Im Zimmer war es still. Die Zauberer hatten ihre Gespräche eingestellt, und alle sahen zu ihm her. Nathaniel schaute zu seinem Meister hinüber, flehte ihn stumm um Hilfe oder Unterstützung an. Doch Arse Underwoods Augen funkelten vor Zorn, der sich gegen seinen Lehrling zu richten schien. Nathaniel erwiderte den Blick verständnislos. Dann drehte er sich um, ging durch die schweigende Gasse, die sich vor ihm auftat, zur Tür, öffnete sie und trat auf den Korridor hinaus. Leise und vorsichtig schloss er die Tür hinter sich und stieg mit kalkweißem, ausdruckslosen Gesicht die Treppe hinauf. Auf dem Weg nach oben kam ihm Mrs. Underwood entgegen. »Na, wie war's, mein Lieber?« erkundigte sie sich. »Stimmt was nicht?« Nathaniel wollte schon an ihr vorbeigehen, ohne zu antworten, blieb jedoch im letzten Moment stehen. »Es ist alles gut gegangen,« log er. »Wissen Sie zufällig, wer der Zauberer mit der kleinen Brille und der großen Zähne ist?« Mrs. Underwood runzelte die Stirn. »Das muss Simon Lovelace sein, der stellvertretende Handelsminister, soll eine kommende Größe sein. Hast du seine Bekanntschaft gemacht?« »Ja.« »Du kannst überhaupt nichts.« »Ey, ist ja auch bestimmt alles in Ordnung. Du siehst so blass aus.« »Doch, doch, vielen Dank, Mrs. Underwood. Ich gehe jetzt nach oben.« »Miss Lidjens wartet im Schulzimmer auf dich.« »Du bist so hilflos.« »Ich gehe gleich hin, Mrs. Underwood.« Nathaniel ging nicht ins Schulzimmer. Zielstrebig marschierte er ins Labor seines Meisters, wo der Staub auf den schmutzigen Flaschen im Sonnenlicht schimmerte und den konservierten Inhalt verbarg. Nathaniel ging an dem zerschrammten Tisch vorbei, auf dem noch die Zeichnungen herumlagen, an denen er am vergangenen Tag gearbeitet hatte. »Du bist zu schwach, um dich zu wehren.« Er blieb stehen, griff nach einem kleinen Glasbehälter, in dem sechs winzige Geschöpfe schwirrten und summten. »Das werden wir ja sehen.« Dann ging er entschlossenen Schrittes zum Wandschrank und öffnete eine Schublade. Darin lag unter einem Haufen anderer Werkzeuge ein kleiner Stahlhammer. Nathaniel nahm ihn heraus, schnappte sich das Kästchen, ließ die Schublade halb offen stehen und verließ das Labor. Auf dem Treppenabsatz sagte er sich stumm die Beschwörungsworte vor. Die sechs Stechlinge rumorten voller Vorfreude in ihrem Glasbehälter und das Kästchen vibrierte in seinen Händen. Die Gesellschaft löste sich soeben auf. Die Tür öffnete sich und die ersten Zauberer kamen grippchenweise heraus. Mr. Underwood brachte sie zur Haustür. Man wechselte höfliche Worte und verabschiedete sich. Niemand bemerkte den blassen Jungen, der von der Treppe aus zuschaute. Man musste den Namen nach den ersten drei Befehlen nennen, aber vor dem letzten. Noch einmal ging Nathaniel den Spruch stumm durch. Ja, er beherrschte ihn. Weitere Zauberer traten aus dem Salon. Nathaniel hatte eiskalte Hände. Jetzt kamen der junge Zauberer und seine beiden Kollegen herausgeschlendert. Gemächlich näherten sich Nathaniels Meister, der an der Haustür stand. Nathaniels Finger schlossen sich fester um den Hammerstiel. Er hielt das Glaskästchen mit ausgestrecktem Arm von sich weg. Es bebte förmlich. Der alte Mann schüttelte Mr. Underwood die Hand. Der junge Zauberer war als nächster der Reihe, schaute aber schon auf die Straße hinaus, als könnte es kaum abwarten zu gehen. Mit lauter Stimme sprach Nathaniel die ersten drei Befehle, nannte Simon Lovelays Namen und beendete die Formel. Dann zerschlug er das Kästchen. Ein klirrendes Krachen, ein zorniges Brummen, Glassplitter regneten auf den Treppenläufer. Die sechs Stechlinge schossen aus ihrem Gefängnis und sausten mit gierig gereckten Stacheln Trepp ab. Die Zauberer hatten kaum Zeit aufzublicken, da waren die Stechlinge schon über ihnen. Drei davon steuerten schnurstracks auf Simon Lovelays Gesicht zu. Der Zauberer machte eine rasche Handbewegung und die kleinen Angreifer gingen in Flammen auf und trudelten gegen die Wand, wo sie zerplatzten. Die drei anderen Stechlinge führten ihren Auftrag nicht korrekt aus. Zwei stürzten sich auf den Fischigen mit dem Teiggesicht, der mit einem Aufschrei zurücktaumelte, über die Türschwelle stolperte und auf den Gartenweg plumpste. Immer wieder stießen die Stechlinge auf der Suche nach nackter Haut auf ihn nieder. Er wedelte verzweifelt mit den Armen vor dem Gesicht herum, aber das half nicht viel. Der letzte Stechling flog mit großer Geschwindigkeit auf den Alten zu. Der schien sich nicht zu rühren, doch dicht vor seinem Gesicht bremste der Stechling plötzlich, überschlug sich und machte unvermittelt kehrt. Dann trudelte er hilflos zu Boden und landete vor Simon Lovelace, der ihn mit dem Absatz zerquetschte. Arthur Underwood hatte das Geschehen entsetzt verfolgt. Jetzt gab er sich einen Ruck, trat über die Schwelle in den Vorgarten, wo sich sein Gast im Blumenbeet wälzte, und klatschte laut in die Hände. Die beiden kampflustigen Stechlinge fielen betäubt zu Boden. Diesen Moment nutzte Nathaniel, um sich unauffällig zurückzuziehen. Er verdrückte sich ins Schulzimmer, wo Miss Lüthiens am Tisch saß und in einer Zeitschrift blätterte. Als er eintrat, lächelte sie ihn an. Nathaniel schwieg. Vor seinem inneren Auge zerplatzten die drei Stechlinge an der Wand. Er fing an zu zittern. Ob aus Angst oder vor Wut und Enttäuschung, wusste er selbst nicht. Simon Lovelace stand mit blitzenden Brillengläsern auf der Schwelle und stieß einen Befehl aus. Nathaniel wurde buchstäblich durch die Luft getragen. Einen Atemzug lang hing er auf halber Höhe zwischen Decke und Fußboden. Nathaniel hörte Miss Lüthiens etwas rufen. Doch dann wurde er gewaltsam auf den Kopf gestellt. In seinen Ohren rauschte das Blut und übertönte alles andere. Kopf, Arme und Beine baumelten herab. Sein Hinterteil ragte empor. Dann traf eine unsichtbare Hand oder ein unsichtbarer Stock seine Kehrseite. Er schrie auf, wand sich und trat wild um sich. Die Hand schlug wieder zu, fester als beim ersten Mal. Und noch einmal. Lange bevor die unermüdliche Hand ihr Werk beendet hatte, hörte Nathaniel zu strampeln auf. Er hing schlaff in der Luft, spürte nur noch den stechenden Schmerz und die brennende Schmach. Dass Miss Lüthiens Zeug in seiner Bestrafung wurde, war ihm unerträglich. Nathaniel wünschte sich, inbrünstig tot zu sein. Und er war unendlich dankbar, als es schließlich dunkel um ihn wurde und ihm die Sinne schwanden. Nathaniel bekam einen vollen Monat Stubenarrest und musste eine Reihe weiterer Strafen und Einschränkungen erdulden. Sein Meister beschloss, nicht mehr mit ihm zu sprechen und auch alle anderen Kontakte wurden unterbunden. Eine Ausnahme bildete nur Mrs. Underwood, die ihm sein Essen brachte und seinen Nachttopf lehrte. Nathaniel erhielt weder Unterricht, noch durfte er lesen. Er hockte den ganzen Tag in seiner Kammer und schaute über die Dächer von London zum fernen Parlamentsgebäude hinüber. Er wäre für Einsamkeit durchgedreht, hätte er nicht unter dem Bett einen Kugelschreiber gefunden. Damit und mit ein paar alten Notizzetteln konnte er sich die Zeit ein wenig vertreiben, indem er den Ausblick aus seinem Fenster zeichnete. Als ihm das zu langweilig wurde, ging er dazu über, ausführliche Notizen und Listen auf die Zeichnungen zu kritzeln, die er eilig unter seine Matratze schob, wenn er Schritte auf der Treppe hörte. Diese Notizen waren der erste Entwurf seines Racheplans. Zu Nathaniels großem Kummer war es auch Mrs. Underwood untersagt, mit ihm zu reden. Zwar glaubte er, in ihrem Verhalten ein gewisses Mitgefühl zu spüren, doch das war nur ein schwacher Trost. Er zog sich in sich zurück und sprach sie auch nicht mehr an, wenn sie hereinkam. So erfuhr er erst einen Monat später, als der Stubenarrest zu Ende war und der Unterricht wieder aufgenommen wurde, dass Miss Lüttjens entlassen war. Der reguläre Unterricht war für ihn jetzt nur noch lästige Zeitverschwendung. Als seine Stunden wieder aufgenommen wurden, legte sich Nathaniel eine rollmütige, gehorsame Fassade zu, die Arthur Underwood davon überzeugen sollte, dass er sich seines Vergehens inzwischen furchtbar schämte. Diese Maske ließ Nathaniel nie fallen, nicht einmal dann, wenn ihm sein Meister im Labor die langweiligsten und banalsten Aufgaben abverlangte. Nach außen hin war der perfekte Lehrling, der den Wünschen seines Meisters in jeder Hinsicht nachkam und sich seine Ungeduld über das Schneckentempo, in dem die Ausbildung voranschritt, niemals anmerken ließ. Der wahre Grund dafür war, dass Nathaniel Arthur Underwood nicht mehr als seinen eigentlichen Meister betrachtete. Seine Meister waren jetzt die alten Magier, die durch ihre Bücher zu ihm sprachen und seinen Verstand eine schier unerschöpfliche Vielfalt von Wundern boten. Arthur Underwood hatte sein Anrecht auf Nathaniels Gehorsam und Respekt in jenem Augenblick verwirkt, als er es unterlassen hatte, seinen Lehrling vor Simon Lovelace Sticheleien und täglichen Übergriffen in Schutz zu nehmen. Er hatte daneben gestanden und zugesehen, wie sein Lehrling zu Unrecht gedemütigt wurde. Und warum? Weil er ein Feigling war und sich vor Lovelace fürchtete. Und was noch schlimmer war, er hatte Miss Lütjens gefeuert. Aus den kurzen Gesprächen mit Mrs. Underwood hatte Nathaniel erfahren, dass Miss Lütjens nach besten Kräften versucht hatte, ihm zu helfen, als er kopfüber in der Luft hing und von Lovelace Kobold versohlt wurde. Miss Lütjens hat ihn beschützen wollen. Und nur, weil sie etwas getan hatte, was eigentlich Mr. Underwoods Pflicht gewesen wäre, hatte sein Meister sie fortgeschickt. Das würde ihm Nathaniel nie verzeihen. Nach ein paar Monaten erprobte Nathaniel seine neuen Fähigkeiten zum ersten Mal. Er wollte einen niederen Dämon, einen unbedeutenden Kobold beschwören. Das war durchaus nicht ungefährlich. Besaß er doch weder Kontaktlinsen zur Beobachtung der ersten drei Ebenen, noch hatte er inzwischen einen neuen offiziellen Namen erhalten. Beides sollte er, so sein Meister, bekommen, wenn er mündig wurde. Doch so lange konnte Nathaniel nicht warten. Nathaniel stibitzte aus dem Labor seines Meisters einen Rest Bronzeblech und schnitt daraus mühevoll eine halbwegs runde Scheibe zurecht. Wochenlang polierte er sie, glättete sie, polierte sie erneut, bis sie im Kerzenlicht funkelte und sein Spiegelbild unverzerrt zurückwarf. Dann wartete er ab, bis an einem Wochenende sein Meister und Mrs. Underwood ausgegangen war. Kaum war das Auto um die Ecke gebogen, machte sich Nathaniel an die Arbeit. Er rollte den Teppich in seinem Zimmer auf und malte mit Kreide zwei einfache Pentagramme auf die Dielen. Er zog die Vorhänge zu und zündete die Kerzen an. Zwischen die beiden Kreise stellte er ein Räuchergefäß mit zerkleinertem Ebereschen und Haselnussholz. Als alles bereit war, nahm Nathaniel die glänzende Metallscheibe, legte sie in die Mitte des Kreises, in dem der Dämon erscheinen sollte. Dann setzte er die Brille auf, zog einen zerlumpten Kittel über, trat in seinen Kreis und begann mit der Beschwörung. Mit trockenem Mund sprach er die sechs Silben der Anrufung und rief den Geist mit Namen. Er wartete, zählte flüsternd die neun Sekunden ab, die seine Stimme brauchte, um durch den leeren Raum an den anderen Ort zu gelangen. Dann zählte er die sieben Sekunden ab, die das Wesen brauchte, um seinen Namen zu vernehmen, und zum Schluss die drei Sekunden, die es dauerte, bis ein nackter Säugling über den Bandkreis schwebte und mit Armen und Beinen fuchtelte. Er musterte seinen Beschwörer mit störrischen gelben Augen, schürzte dann den kleinen roten Mund und produzierte eine spöttische Spuckeblase. Nathaniel sprach die Worte des Bindens. Als würde er in einen Abfluss gesogen, wurde der Säugling plötzlich zu einer langgezogenen Farbschliere, die sich spiralförmig abwärts wand und von der Scheibe verschluckt wurde. Nathaniel konnte gerade noch erkennen, wie sich das wutverzerrte Gesichtchen an der Metalloberfläche die Nase plattdrückte, bevor es verschwamm und die Scheibe sich erst trübte und dann wieder blank wurde. Nathaniel rezitierte mehrere Formen, um die Scheibe zu sichern und auszuschließen, dass ihn der Kobold irgendwie übertöpelte, aber alles war in Ordnung. Mit zitternden Knien trat er aus dem Kreis. Seine erste Beschwörung war erfolgreich verlaufen. Der gefangene Kobold war mürrisch und unverschämt, doch nachdem Nathaniel einen kleinen Zauber angewandt hatte, konnte er ihn dazu bringen, ihm kurze Blicke auf Dinge zu gewähren, die sich in weiter Ferne ereigneten. Der Kobold war in der Lage, Unterhaltungen wiederzugeben, die er belauscht hatte, und sie auch optisch in der Scheibe abzubilden. Nathaniel versteckte seinen primitiven Zauberspiegel unter den Ziegeln am Rand der Dachluke. Eines Abends, es war schon spät, befahl er dem Kobold, Simon Loveless hinterher zu spionieren, musste jedoch verwirrt feststellen, dass stattdessen das Säuglingsgesicht in der polierten Scheibe erschien. »Was willst du?« schrie Nathaniel. »Ich hab dir einen Auftrag erteilt. Gehorche!« Der Säugling zog die Nase kraus und sprach mit verblüffend tiefer Stimme. »Es ist ne ziemlich heikle Kiste. Der Typ hat nen Schutzwall errichtet. Weiß nicht, ob ich da durchkomme. Könnte ordentlich Staub aufwirbeln, sag ich mal.« Nathaniel hob drohend die Hand. »Soll das heißen, es ist unmöglich?« Der Säugling wandte sich und streckte unschlüssig die Zungenspitze aus dem Mundwinkel. »Unmöglich, will ich nicht sagen, bloß schwierig.« »Worauf wartest du noch?« Der Säugling schnaufte und verschwand. Kurz darauf zeichnete sich ein flackerndes Bild in der Scheibe ab. Nathaniel beugte sich tief über die Scheibe und starrte auf die Szene, die sich seinem Blick darbot. Ein Mann saß am Tisch. Es war Simon Loveless. Nathaniel konnte den ganzen Raum überblicken, auch wenn seine Sicht wie durch ein Fischaugenobjektiv verzerrt war. Loveless' Schreibtischlampe war die einzige Lichtquelle. Im Hintergrund waren dunkle bis zum Boden reichende Vorhänge zu erkennen. Der Zauberer tippte. Er trug einen Smoking und hatte seine Fliege gelockert. Ab und zu kratzte er sich die Nase. Plötzlich schob sich das Gesicht des Säuglings dazwischen. »Mir reicht's jetzt«, schniefte er. »Und wenn ich hier noch länger rumhänge, gibt's vielleicht Ärger.« »Du bleibst so lange, bis ich dich entlasse«, knurrte Nathaniel. Er sprach eine Silbe und der Säugling knifft vor Schmerz die Augen zusammen. »Okay, okay. Wie kannst du bloß so gemein zu einem wehrlosen Kind sein, du Fiesling?« Das pauchsbeckige Gesicht verschwand und das Zimmer erschien wieder. Loveless saß immer noch da und tippte. Nathaniel hätte zu gern einen Blick auf die Papiere auf dem Schreibtisch geworfen, doch Zauberer umgaben sich oft mit Sensoren, die fremde Magie in ihrem Umfeld aufspürten. Es war nicht ratsam, sich zu dicht heranzuwagen. Nathaniel begnügte sich mit seinem Blickwinkel und erfuhr zusammen. Simon Loveless war nicht allein im Zimmer. Jemand stand im Schatten neben den Vorhängen. Der Zauberer tippte noch immer und wandte dem eindringenden Rücken zu. Es war ein großer, kräftiger Mann mit einem langen, ledernen Reiseumhang, der ihm fast bis zu den Stiefelsohlen reichte. Das Gesicht des Mannes war von einem dichten, schwarzen Bart überwuchert. Darüber saßen zwei funkelnde Augen. Etwas in ihrem Ausdruck ließen Nathaniel frösteln. Jetzt musste der Mann etwas gesagt oder ein Geräusch gemacht haben, denn Simon Loveless wirbelte auf seinem Drehstuhl herum. Das Bild flimmerte, verblasste, fing sich wieder. Nathaniel fluchte, beugte sich noch tiefer über die Scheibe. Es kam ihm vor, als hätte das Bild ein, zwei Sekunden übersprungen. Die beiden Männer standen jetzt näher beieinander. Der Eindringling war an den Schreibtisch getreten und der Zauberer sprach eifrig auf ihn ein. Er streckte die Hand aus, doch der Fremde deutete nur mit dem Kinn auf den Tisch. Der Zauberer nickte, zog eine Schublade auf, nahm einen Stoffbeutel heraus und leerte ihn auf die Schreibtischplatte. Bündelweise fielen Banknoten heraus. Die tiefe Stimme, die jetzt wieder aus der Bronzescheibe drang, klang besorgt. »Bitte nicht wiederhauen, aber ich wollte bloß mal Bescheid sagen, dass da so eine Art Aufpasser im Anmarsch ist. Wir müssen uns verziehen, Chef, aber Flotti...« Nathaniel biss sich auf die Unterlippe. »Bleib, wo du bist, solange es geht. Ich will sehen, wofür Loveless den Mann bezahlt. Und merk dir alles, was gesprochen wird.« »Ist ja dein Bier, Chef.« Der Fremde schob eine behandschuhte Hand unter den Umhang hervor und steckte die gebündelnden Scheine nacheinander wieder in den Beutel. Zum Glück war Simon Loveless auch nicht viel geduldiger. Er streckte abermals die Hand aus, diesmal deutlich fordernder. Der Fremde nickte. Er griff in seinen Umhang und holte ein kleines Päckchen heraus. Der Zauberer riss es ihm aus der Hand und entfernte hastig die Verpackung. »Jetzt ist es an der Tür. Wir hauen ab,« meldete sich der Kobold zu Wort. Nathaniel konnte gerade noch sehen, wie sein Erzfeind etwas Funkelndes aus dem Einwickelpapier zog. Dann erlosch die Scheibe. Er sprach einen kurzen Befehl, worauf das Säuglingsgesicht widerstrebend erschien. »War's das immer noch nicht? Ich brauch jetzt echt ein Schläfchen. Mann, oh Mann, das war vielleicht knapp. Beinahe hätt's uns kalt erwischt.« »Was haben Sie gesagt?« »Tja, also, ich hab ein paar Brocken aufgeschnappt. Das schon. Aber meine Ohren sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Raus mit der Sprache.« »Der große Typ hat überhaupt nicht viel geredet. Hast du zufällig die roten Flecken auf seinem Umhang gesehen? Sehr verdächtig. Ketchup war das jedenfalls nicht. Sagen wir's mal so. Und ziemlich frisch war's auch noch. Das hat man gerochen. Was hat er bloß gesagt? »Ich hab's.« »Das war das eine. Und dann noch?« »Erst das Geld.« »Ziemlich maulvoll, würde ich sagen.« »War es ein Dämon?« »Fehlanzeige. Ein Mensch.« »Und was hat der Zauberer gesagt?« »Er war ein bisschen mitteiß, aber.« »Hast du's?« »So ging das schon mal los.« »Dann hat er gesagt.« »Wie hast du's?« »Nein, lass nur. Er gib's mir einfach.« »Er war schrecklich aufgeregt und ganz außer Puste.« »Und dann hat er die Kohle rausgeholt.« »Das war alles?« »Um was für einen Gegenstand ging es?« »Hat ihn einer von beiden erwähnt?« »Nicht, als ich wüsste.« »Hey, warte. Alter, du musst nicht gleich giftig werden. Ich mach doch alles, was du willst, oder?« »Als der große Typ dem anderen das Päckchen gegeben hat, hat er was gesagt.« »Was?« »Er hat gesagt, das Amulett von Samarkand gehört Ihnen, Lovelace.« »Ja, genau. Genau so war's.« Es dauerte noch fast ein halbes Jahr, bis sich Nathaniel der Sache gewachsen fühlte. Als der Frühling in den Sommer überging, saß er im Garten und entwickelt und vervollkommnete seinen Plan. Er fand ihn ziemlich überzeugend. Erstens war er einfach. Aber noch besser war, dass niemand ihm, dem kleinen Lehrling, etwas derartiges zutrauen würde. Anderwood hatte seine Linsen erst jetzt bestellt. Und nur einmal beiläufig erwähnt, er dürfe sich im Winter an einer einfachen Beschwörung versuchen. Simon Lovelace, das Amulett zu stibitzen, war nur der Anfang, eine erste Erprobung seiner Fähigkeiten. Erst wenn das geklappt hatte, wollte er dem Verhassten eine Falle stellen. Nun musste er nur noch einen Diener finden, der den Diebstahl ausführen konnte. Ein Wesen, das listig und mächtig genug war, seinen Plan in die Tat umzusetzen, aber wiederum nicht so übermächtig, dass es für Nathaniel selbst eine Gefahr darstellte. Er war noch nicht so weit, die wirklich bedeutenden Wesenheiten zu beherrschen. Nathaniel las alles, was das Bücherregal seines Meisters zum Thema Dämonologie zu bieten hatte. Er studierte die Aufzeichnungen über das Treiben der Dämonen im Lauf der Jahrtausende. Er informierte sich über die niederen Diener von Salomo und Ptolemaeus. Zu guter Letzt traf er seine Wahl. Bartimaeus Ich wusste, dass es mächtig Ärger geben würde, wenn wir wieder in der Dachkammer waren. Deshalb bereitete ich mich diesmal gründlich vor. Zuerst musste ich mich für eine Gestalt entscheiden. Ich hielt es für das Klügste, ihm als Gleichaltriger zu erscheinen und damit unmittelbar sein Konkurrenzdenken herauszufordern. Ptolemaeus war vierzehn, als wir seinerzeit befreundet waren, und so entschied ich mich für Ptolemaeus. Dann brauchte ich mir nur noch einmal meine besten Gegenzauber ins Gedächtnis zu rufen und mich zu freuen, dass ich bald wieder zu Hause sein durfte. Aufmerksamen Hörern ist vielleicht meine optimistische Haltung in Bezug auf den Bengel aufgefallen. Sie irren sich nicht. Warum? Weil ich jetzt seinen Geburtsnamen wusste. Kaum war er wieder in seinem Zimmer, warf er den Mantel über, hüpfte in seinen Kreis und rief mich mit lauter Stimme an. Er hätte nicht so zu schreien brauchen, denn ich krabbelte direkt neben ihm über den Fußboden. Im nächsten Augenblick erschien im benachbarten Kreis der junge Ägypter in seinen Londoner Klamotten. Ich grinste breit. Der Junge war vor Wut und Angst Kalkweiß. Das ist nicht mein richtiger Name. Den weiß nicht mal mein Meister. Das kannst du deiner Großmutter erzählen. Denk, was du willst. Ich befehle dir nunmehr. Das war nicht zu fassen. Er wollte mich schon wieder losschicken. Steck dir dein Befehl sonst wohin. Der Junge stampfte wie ein Kleinkind mit dem Fuß auf. Schwer atmend ging er im Geiste alle seine fiesen Tricks durch. Dann klatschte er in die Hände und erhob die Stimme. Etwas so Drastisches wie den aufpeitschenden Zirkel hatte ich allerdings nicht erwartet. Aus allen fünf Zacken meines Pentagramms schoss knistert und fauchend eine leuchtende Säule aus Elektrizität. Es sah aus, als würden fünf Blitze gleichzeitig einschlagen. Doch im nächsten Moment entlud sich jede Säule in einem horizontalen Strahl, der mich wie ein Speer durchbohrte. Um mich herum zuckten elektrische Bögen und ich wurde in die Luft gehoben. So stark war der Strom. Mit zusammengebissenen Zähnen ächzte ich. Herr Daniel! Und dann einen Gegenzauber. Die Wirkung trat sofort ein. Der Bandflug ließ von mir ab und ich fiel auf den Boden. Kleine Blitze schossen in alle Richtungen. Der Junge ging gerade noch rechtzeitig auf Tauschstation und warf sich auf den Bauch. Ein Stromschlag, der ihn sonst voll erwischt und garantiert umgebracht hätte, schlug in seinen Mantelzipfel ein. Andere Blitze trafen Bett und Schreibtisch. Einer schlug in die Blumenwasser ein und sprengte das Glas säuberlich in zwei Hälften. Die übrigen verpufften in den Wänden und sprengelten sie mit sternförmigen Brandflecken. Es war ein prächtiges Schauspiel. Dem Jungen war der Mantel übers Gesicht gerutscht. Langsam hob er den Kopf und blinzelte darunter hervor. Ich begrüßte ihn mit fröhlich gerecktem Daumen. »Weiter so«, sagte ich und grinste, »wenn du schön fleißig übst und solche dummen Ausrutscher vermeidest, wird aus dir eines Tages noch mal ein waschechter Zauberer.« Der Junge sagte nichts, sondern er hob sich mit schmerzverzerrtem Gesicht. Ich wartete einfach ab, was für einen Fehler er als nächstes begehen würde. Doch inzwischen war er wieder bei klarem Verstand. Er hielt einen Augenblick regungslos inne und überdachte seine Lage. »Sieh zu, dass du mich schnell loswirst«, bemerkte ich zuvorkommend. »Der olle Anderwut kommt bestimmt gleich nachsehen, was der Krach soll.« »Nein, dafür sind wir zu weit oben.« »Nur zwei Stockwerke.« »Außerdem ist er auf einem Uhr taub. Er hört sowieso nie was.« »Aber seine bessere Hälfte.« »Halt die Klappe, ich denke nach. Du hast da vorhin etwas...« »Was war das?« Er schnippte mit den Fingern. »Mein Name, genau. Du hast ihn benutzt, zum Teufel mit dir.« Ich betrachtete mit hochgezogenen Augenbrauen meine Fingernägel. »Ich weiß etwas, was du nicht weißt.« Der Junge stampfte mit dem Fuß auf. »Hör auf! Sprich gefälligst nicht so mit mir!« Allmählich machte mir die Sache Spaß. Ich konnte ihn wunderbar ärgern. Dass ich seinen Namen wusste, machte ihm schwer zu schaffen. Es gelang dem Bengel jedoch, sich zu beherrschen. »Mir fällt schon noch was ein,« murmelte er finster. »Hart's ab?« »Huch, da kriege ich aber Angst,« erwiderte ich. »Guck mal, ich bin doch schon richtig.« Der Junge konzentrierte sich. Er hatte riesige dunkle Ringe unter den Augen. Er dachte ziemlich lange nach. Ich gähnte demonstrativ und ließ an meinem Handgelenk eine Uhr erscheinen, damit ich ab und zu gelangweilt draufschauen konnte. »Warum fragst du nicht deinen Boss?« schlug ich vor. »Der hilft dir bestimmt aus der Klemme.« »Mein Meister, soll das ein Witz sein?« »Nicht den alten Trottel, den Typen, der dich auf Lovelace angesetzt hat.« Der Junge zog die Stirn kraus. »Da gibt es niemanden. Ich hab keinen Boss.« Ich stieß einen anerkennenden Pfiff aus. »Soll das etwa heißen, du hast mich ohne fremde Hilfe beschworen?« »Nicht übel für so einen Knirps!« Meine Stimme nahm einen schmeichlerischen Ton an. »Dann will ich dir mal einen kleinen Tipp geben. Es wäre das Beste für dich, mich zu entlassen.« »Du brauchst dringend Ruhe.« »Und außerdem«, fuhr ich fort, »wenn ich erst weg bin, weiß niemand, dass du das Amulett hast.« »Du kannst es ungehindert benutzen.« Er zuckte die Achseln. »Mich interessiert nur Simon Lovelace«, murmelte er. »Wie im Selbstgespräch.« »Nicht das Amulett? Lovelace hat mich gedemütigt, und dafür muss er büßen.« »Übermäßiger Hast ist ungesund,« erlaubte ich mir zu bemerken. »Ich will dir mal was verraten, Dämon«, fuhr er fort. »Kraft meiner Magie, habe ich gesehen, wie Simon Lovelace in den Besitz des Amuletts von Samarkand gekommen ist. Vor ein paar Monaten hat ihn mitten in der Nacht ein Fremder aufgesucht. Schwarzer Bart, dunkle Haut, schmutziger Umhang. Dieser Mann hat Lovelace das Amulett gebracht. Es ging um viel Geld. Es war ein konspiratives Treffen.« Ich schnaufte verächtlich. »Na und? So tätigen Zauberer nun mal ihre Geschäfte, weißt du das nicht? Zauberer kennen nichts Schöneres als überflüssige Geheimniskrämerei.« »Es war mehr als das. Das Ganze hatte etwas Verbotenes, Kriminelles, und außerdem hatte der fremde frische Blutflecke auf dem Umhang.« »Reißt mich immer noch nicht vom Hocker. Mord gehört bei euch Gangster doch dazu. Sogar du wirst schon von Rachedurst umtrieben. Dabei bist du höchstens sechs Jahre alt.« »Zwölf?« »Egal. Nein, es ist nichts Besonderes. Der Kerl mit den Blutflecken betreibt wahrscheinlich ein Dienstleistungsunternehmen. Wenn du ein bisschen blätterst, entdeckst du ihn bestimmt in den gelben Seiten.« »Ich will wissen, wer er ist.« »Hm. Schwarzer Bart und Umhang.« »Stimmt. Damit hätten wir den Kreis der Verdächtigen auf ungefähr 55 Prozent aller Londoner Zauberer eingeschränkt. »Die Weiblichen nicht unbedingt ausgeschlossen.« »Hör schon auf!« Der Junge schien allmählich genug von unserem Wort geplänkelt zu haben. »Ich weiß, dass das Amulett gestohlen wurde und dass jemand deswegen sterben musste. Wenn ich herausfinde, wer, kann ich Lovelace bloßstellen und dafür sorgen, dass er ruiniert ist. Ich benutze das Amulett als Köder, locke ihn damit an und alamiere gleichzeitig die Polizei. Aber zuerst muss ich alles über ihn und seine Absichten in Erfahrung bringen. Ich will wissen, was er zu verbergen hat, was er für Geschäfte macht, mit wem er befreundet ist. Einfach alles. Ich muss herausfinden, wem das Amulett vorher gehört hat und was man damit anfangen kann. Und ich muss wissen, warum Lovelace es gestohlen hat. Und deshalb, Bartimaeus, befehle ich dir...« »Augenblick mal! Hast du da nicht noch was vergessen?« »Was denn?« »Ich weiß, wie du heißt.« »Na, Tilein, das bedeutet, dass ich eine gewisse Macht über dich besitze. Jetzt sitzt du nicht mehr am längeren Hebel, kapito?« Der Junge überlegte. »Du kannst mir jetzt nicht mehr einfach wehtun,« fuhr ich fort. »Dein Aktionsradius, was mich betrifft, ist ziemlich eingeschränkt.« »Ich kann dir immer noch meinen Willen aufzwingen. Du musst meinen Befehlen nach wie vor gehorchen.« »Stimmt. Deine Befehle sind der einzige Grund, dass ich mich überhaupt in dieser Welt aufhalte. Aber ich kann dir das Leben trotzdem ganz schön zur Heile machen. Warum sollte ich dich beispielsweise nicht an einen anderen Zauberer verpfeifen? Das Einzige, was mich bis jetzt davon abgehalten hat, war die Angst vor den Folgen. Aber das sehe ich inzwischen wesentlich gelassener. »Ich könnte zum Beispiel ein paar guten Bekannten von mir deinen Geburtsnamen flüstern. Dann könntest du vor Angst keine Nacht mehr ruhig schlafen.« Er wurde nervös, das sah man. »Ich blieb ganz ruhig. Einen Djinn, der deinen Namen kennt, mit einem Auftrag zu betrauen, ist so ähnlich, als würde man ein brennendes Streichholz in eine Feuerwerksfabrik werfen. Ihm blieb nichts anderes übrig, als mich zu entlassen und zu hoffen, dass mich Zeit seines Lebens niemand mehr herbeizitierte.« »Dachte ich jedenfalls.« »Uber er war ein ungewöhnlich cleveres, erfinderisches Bürschchen.« »Nein«, sagte er gedehnt, »wenn du mich verpfeifen willst, kann ich dich nicht daran hindern. Aber ich kann dafür sorgen, dass es dir nicht besser geht als mir. Mal sehen«, er kramte in den Taschen seines schäbigen Mantels. »Aha«, er förderte eine kleine, verbeulte Dose zutage, auf der mit verschnärkelter Schrift Lungenstolz stand. »Das ist ja eine Tabaksdose«, rief ich aus. »Weißt du nicht, dass das Rauchen gesundheitsschädlich ist?« »Da ist kein Tabak mehr drin«, erwiderte der Junge. »Das ist eins von den Räuchergefäßen meines Meisters, randvoll mit Rosmarin. Manche Kräuter sind für unserein ausgesprochen schädlich, und dazu gehört auch Rosmarin. Folglich sind Zauberer ganz wild darauf. »Spül es lieber aus und füll richtigen Tabak rein«, riet ich ihm. »Das ist gesünder.« Der Junge klappte den Deckel wieder zu. »Ich erteile dir jetzt einen Auftrag«, verkündete er. »Sobald du weg bist, spreche ich einen unbeschränkten Bannzauber aus, der dich in diese Dose einsperrt. Der Zauber tritt nicht sofort in Kraft, sondern ich richte es so ein, dass er erst in einem Monat wirksam wird. Sollte ich aus irgendeinem Grund vor Ablauf dieser Frist nicht mehr da sein, um den Bann aufzuheben, wirst du in diese Dose hineingezogen und sitzt darin fest, bis sie jemand eines fernen Tages wieder öffnet. »Und für den Fall, dass du erwägst, es darauf ankommen zu lassen, beschwere ich die Dose mit Steinen und versenke sie heute noch in der Temse. Rechne also lieber nicht damit, dass dich sobald jemand da rausholt.« Er macht ein abscheulich triumphierendes Gesicht. »Also, Bartimaeus«, sagte er mit unverschämtem Grinsen, »was hältst du davon?« Ich schenkte ihm ein strahlendes Lächeln. »Wie wär's, wenn du den ganzen Quatsch vergisst und mir einfach vertraust?« »Kommt nicht in Frage«, ich gab auf. »Meinetwegen«, seufzte ich, »wie lautet mein Auftrag?« Kaum hatte sich der Djinn in eine Taube verwandelt und war davon geflattert, schloss Nathaniel das Fenster, zog die Vorhänge zu und ließ sich auf den Boden sinken. Er hatte es geschafft. Er hatte alles richtig gemacht. Er hatte den Dämon überlistet und wieder in seinen Dienst gezwungen. Jetzt musste er bloß noch die Tabakstose mit dem Bindezauber versehen, dann blieb Bartimaeus nichts anderes übrig, als ihm so lange zu gehorchen, wie er es wollte. Aber die selbstbewussten Sprüche, mit denen er sich zu beruhigen suchte, wollten einfach nicht wirken. Der Djinn kannte seinen Geburtsnamen. Er wusste, wie er richtig hieß. Ein Schluchzen entrang sich ihm, und der leise Klagelaut rüttelte ihn wieder auf. Schloss mit Verzweiflung und selbst mit Leid. Er musste sich zusammenreißen. Nathaniel rappelte sich taumelnd hoch. Das Pentagramm wurde neu gezogen, das Räucherwerk ausgetauscht, frische Kerzen wurden angezündet. Dann füllte er die Tabaksdose mit Rosmarin, legte sie in ihren Kreis und intonierte den unbeschränkten Bindzauber. Nach fünf endlosen Minuten war sein Mund ausgetrocknet und seine Stimme heiser. Doch auf der Oberfläche der Büchse schimmerte eine stahlgraue Aura. Er war glomm auf und verlosch wieder. Nathaniel nannte Bartimeos Namen, fügte ein astrologisches Datum hinzu, ab dem der Bann gelten sollte, und beendete die Formel. Die Dose sah wieder aus wie zuvor. Nathaniel steckte sie in die Jattentasche, löschte die Kerzen und zog den Teppich über die Zeichen auf den Boden. Dann brach er auf dem Bett zusammen. In der Küche hatte Nathaniel sein belegtes Brot immer noch nicht aufgegessen. Mrs. Anderwood fuhr ihm liebevoll durchs Haar. »Kopfhoch«, sagte sie, »bist du wegen der Benennung so durcheinander? Deswegen musst du dir doch keine Sorgen machen. Stell dir vor, du darfst dir jeden beliebigen Namen aussuchen, »jedenfalls fast, solange es keinen anderen lebenden Zauberer dieses Namens gibt.« Sie redete und redete. Nathaniel hatte das Gefühl, dass die Dose in seiner Tasche immer schwerer wurde. »Kann ich ein bisschen rausgehen, Mrs. Anderwood?«, fragte er. »Ich brauche frische Luft.« Sie schaute ihn verdutzt an. »Das geht jetzt nicht, mein Lieber. Der Meister will dich in einer Stunde in der Bibliothek sehen, und er hat gemeint, du sollst den Namens-Almanach mitbringen. Aber jetzt, wo du es sagst, etwas frische Luft täte dir vermutlich ganz gut. Er merkt es bestimmt nicht, wenn du mal fünf Minuten vor die Tür gehst.« »Schon in Ordnung, Mrs. Anderwood. Ich bleibe drin.« »Fünf Minuten?« Er brauchte mindestens zwei Stunden, also musste er die Dose später loswerden und darauf hoffen, dass Bartimäus in der Zwischenzeit nicht irgendwelche Tricks versuchte. »Komm rein, Junge. Komm rein!« Sein Meister saß auf dem hochlänigen Stuhl am Bibliotheksschreibtisch und sah beinahe freundlich aus. Er deutete auf den Stuhl neben sich. »Setz dich. Du siehst ja richtig schick aus. Hast sogar dein Jackett angezogen.« »Ja, freut mich, dass dir die Bedeutung des Anlasses bewusst ist.« »Ja, Sir.« »Na schön. Wo ist der Almanach?« »Aja, zeig mal her.« Das Buch war in glänzendes grünes Leder gebunden und besaß ein Lesebändchen aus geflochtenem Rindzahar. Mr. Anderwood schlug es behutsam auf und betrachtete das Vorsatzblatt. »Lövs Namens-Almanach. 395. Auflage. Wie die Zeit vergeht. Ich habe mir meinen Namen aus der 350. Auflage ausgesucht. Kannst du dir das vorstellen?« »Es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen.« »Ja, Sir.« Nathaniel unterdrückte ein Gähn. Die morgendlichen Strapazen machten sich bemerkbar, aber er musste sich auf die vor ihm liegende Aufgabe konzentrieren. »Diese Almanach-Junge führt sämtliche offiziellen Namen auf, die seit dem goldenen Prager Zeitalter bis heute von den Zauberern benutzt wurden. Und viele nicht nur einmal. Neben jedem Namen steht ein Vermerk, der besagt, ob der Name zurzeit besetzt ist. Man kann sich aber auch selber einen ausdenken. Nun, ich finde, du bist nicht schlecht beraten, wenn du in die Fußstapfen eines unserer großen Magier trittst. »Ja, Sir.« »Ich dachte dann zum Beispiel an Theophilus Rockmorton, den angesehenen Alchemisten. Und ja, wie ich sehe, ist diese Kombination tatsächlich noch frei.« »Nein? Gefällt dir nicht?« »Ja, wie wäre es mit Balthasar Jones?« »Auch nicht überzeugend?« »Na ja, seine Fußstapfen sind vielleicht wirklich ein bisschen zu groß.« »Ja, bitte, Junge. Hast du einen Vorschlag?« »Ist William Gladstone noch frei, Sir? Ich bin ein großer Bewunderer von ihm.« »Gladstone!« Sein Meister fielen fast die Augen aus dem Kopf. »Allein der Gedanke. Es gibt Namen, die sind viel zu erhaben und uns noch viel zu nah, als dass man daran rühren sollte, Junge.« Seine Augenbrauen sträubten sich. »Wenn du keinen vernünftigen Vorschlag hast, treffe eben ich an deiner Stelle eine Entscheidung.« »Tut mir leid, Sir. War nur so eine Idee.« »Ehrgeiz ist ja gut und schön, mein Junge, aber man sollte ihn für sich behalten. Du weißt doch, Hochmut kommt vor dem Fall. Ein Zauberer darf nicht zu früh auf sich aufmerksam machen.« Es dauerte eine Stunde und fünfundzwanzig Minuten, bis die Wahl endlich getroffen war. John Mandrake. Er war der dritte Zauberer dieses Namens. »Mandrake. Wie Mandragora, die Alraune. War schon in Ordnung.« Sein Meister faltete das Blatt zusammen, steckte es in einen braunen Umschlag und lehnte sich zurück. »Nun denn, John«, sagte er, »es ist vollbracht. Die erste Stufe deiner Ausbildung ist dank meines aufopfernden Einsatzes hiermit abgeschlossen. Von nun an darfst du deine Linsen tragen.« »Vielen Dank, Sir.« Nathaniel blinzelte unwillkürlich. Er trug sie bereits. Mr. Underwoods Stimme bekam einen selbstgefälligen Unterton. »Wenn alles gut geht, finden wir in ein paar Jahren eine ordentliche Anstellung für dich. Vielleicht als Abteilungsleiter in einem der kleinen Ministerien. Nichts Großartiges natürlich, aber etwas, das genau auf deine bescheidenen Fähigkeiten zugeschnitten ist. Bis dahin darfst du mir als Gehilfe bei einfacheren Beschwörungen zur Hand gehen und dich auf diese Weise ein wenig für das revanchieren, was ich alles in dich investiert habe.« »Es ist mir eine Ehre, Sir.« Sein Meister entließ ihn mit einer Handbewegung. Nathaniel wandte sich erleichtert ab. Doch als er schon halb an der Tür war, fiel seinem Meister noch etwas ein. »Ach, übrigens«, sagte er, »deine Benennung kommt gerade rechtzeitig. Übermorgen bin ich zur Rede des Premierministers an die ranghöchsten Regierungsmitglieder ins Parlament geladen. Wenn du dich bis dahin anständig aufführst, nehme ich dich mit.« »Ja, Sir.« »Vielen Dank, Sir.« Zum ersten Mal war seine Begeisterung nicht geheuchelt. Das Parlament, der Premierminister. Er verließ die Bibliothek und rannte die Treppe hinauf in sein Zimmer. Kurz darauf fiel ihm die Tabaksdose in seiner Tasche wieder ein. Mrs. Underwood wirtschaftete in der Küche. Der Zauberer telefonierte in seinem Arbeitszimmer. Heimlich, still und leise verließ Nathaniel das Haus durch die Vordertür, nachdem er sich fünf Pfund aus dem Einmachglas für Trinkgelder genommen hatte, das Mrs. Underwood auf einem Regal in der Diele stehen hatte. Auf der Hauptstraße erwischte er einen Bus. Nach einer halben Stunde erreichte der Bus das Tänseufer und die Black Friday's Bridge. Nathaniel stieg aus, ging bis zur Mitte der Brücke, beugte sich über das schmiedeeiserne Geländer. Der Fluss führte Hochwasser. Das graue Band strömte geschwind unter ihm hindurch. Aus der einen Jackentasche holte er eine Plastiktüte und einen halben Ziegelstein, den er im Garten seines Meisters gefunden hatte, aus der anderen die Tabaksdose. Ziegel und Dose kamen in die Tüte und diese wurde mit einem Doppelknoten zugebunden. Nathaniel sah sich rasch nach beiden Seiten um. Niemand schaute in seine Richtung. Kurz entschlossen warf er das Päckchen über das Geländer. Nathaniel schlug den Kragen hoch, um sich vor den böigen Wind, der vom Wasser heraufblies, zu schützen. Jetzt war er wieder unangreifbar, jedenfalls so weit, dass es im Moment möglich war. Er hatte seine Drohung wahrgemacht. Wenn Bartimaeus es jetzt wagte, ihn zu hintergehen, mit jedem Schritt senkte sich bleierne Müdigkeit über ihn. Simon Lovelace' Villa in Hampstead Auf der gegenüberliegenden Straßenseite entdeckte ich ein Haus, von dem aus man einen passablen Ausblick auf Lovelace' Einfahrt und Gartentour hatte und ließ mich auf der Dachrinne nieder. Man hatte das Abwehrnetz repariert und mit einer zusätzlichen Schicht verstärkt. Außerdem hatte man die am schlimmsten verkurkelten Bäume gefällt und weggeschafft. Viel bedenklicher war jedoch, dass inzwischen auf der vierten und fünften Ebene etliche große, dünne, rötliche Kreaturen das Gelände durchstreiften. Drei Tage hockte ich auf der Dachrinne. Die Verschnaufpause tat mir zweifellos gut, doch es ereignete sich absolut nichts von Bedeutung. Abend für Abend schwärmte eine ganze Staffel Suchkugeln aus, um die Stadt zu durchkämmen. Der Zauberer selbst blieb zu Hause. Am Morgen des dritten Tages störte ein sanftes, bewunderndes Gurren meine Konzentration. Ein Stück von mir entfernt hatte sich eine zierliche, adrette Taube auf der Dachrinne niedergelassen und betrachtete mich interessiert mit schiefgelegtem Kopf. Ich wollte schon wegfliegen. Da sah ich, dass zu guter Letzt doch noch jemand Simon Lovelace Grundstück verließ. In dem bläulich schimmernden Abwehrnetz öffnete sich ein rundes Loch und ein flaschengrüner Kobold mit Fledermausflügeln und Schweineschnauze schlüpfte hindurch. Das Loch schloss sich wieder. Der Kobold schlug mit den Flügeln und flog auf Laternenhöhe die Straße entlang. Er trug zwei Briefe in der Pfote. Dies war endlich eine Gelegenheit, Lovelace auf die Schläche zu kommen. Der Kobold ließ sich von einem Aufwind über die Gärten hinwegtragen. Ich folgte ihm. Am erfolgsversprechendsten war es, die Briefe, die er bei sich hatte, zu ignorieren und sich stattdessen mit ihm anzufreunden. Ich konnte natürlich auch Gewalt einwenden. Das ging schneller und alles in allem zog ich diese direktere Herangehensweise vor. Daher folgte ich dem Kobold unauffällig und überholte ihn schließlich über Hampstead Hees. Ich vergewisserte mich, dass wir unbeobachtet waren, verwandelte mich von der Taube zurück in den Steindämon. Dann stürzte ich im Sturzflug auf den bedauernswerten Kobold herab, packte ihn und ging mit ihm zwischen ein paar struppigen Bäumen zu Boden. Ich hielt ihn am Fuß fest und schüttelte ihn tüchtig durch. »Ey, lass los!«, quiekte er und schlug mit seinen vier klauenbewährten Pfoten um sich. »Ich krieg dich! Dann mach ich Hartfleisch aus dir! Jawohl!« »Tatsächlich, mein Kleiner?« Ich zerrte ihn ins Gebüsch und wälzte einen großen Stein auf ihn drauf, sodass nur noch Schnauze und Pfoten herausschauten. »Also gut«, sagte ich, setzte mich im Schneidersitz auf den Stein und wandte ihm die Umschläge aus der Pfote. »Erst mal lese ich mir das hier durch und danach unterhalten wir uns ein bisschen. Dann darfst du mir alles erzählen, was du über Simon Lovelace weißt.« Ich tat so, als hörte ich die Flüche nicht, die unter meiner Sitzgelegenheit hervordrang und widmete mich den Umschlägen. Sie waren ganz verschieden. Der eine war schlicht und unbeschrieben, weder mit einem Namen noch mit einem Zeichen versehen und mit einem kleinen Tropfen roten Siegelwachs verschlossen. Der andere war auffälliger. Er war aus weichem, gelblichen Vellin-Papier und der Siegel trug die Initialen des Zauberers. »S.L.« Adressiert war er an einem gewissen Herrn R. Devereaux. »Erste Frage«, sagte ich, »wer ist R. Devereaux?« Die Stimme des Kobolds war gedämpft, sein Ton immer noch frech. »Du weißt nicht mal, wer Rupert Devereaux ist? Bist du blöd oder was?« »Kleiner Tipp«, sagte ich, »ganz allgemein ist es ziemlich unklug, unhöflich zu jemandem zu sein, der größer ist als man selber, besonders, wenn derjenige einem gerade unter einem Stein geklemmt hat.« »Du kannst dir deine Tipps ganz tief in...« »Ich wiederhole. Wer ist Rupert Devereaux?« »Der britische Premierminister, o großmütigste aller Gnädigen.« »Ach ja?« Offenbar verkehrt Loveless tatsächlich in den höchsten Kreisen. »Wollen doch mal sehen, was er dem Premierminister mitzuteilen hat.« Ich fuhr meine schärfste Klaue aus, löste damit das Wachssiegel vorsichtig und möglichst unbeschädigt ab und legte es neben mich auf den Stein. Dann öffnete ich den Umschlag. »Lieber Rupert, nehmen Sie bitte meine ergebensten Entschuldigungen entgegen. Aber es ist möglich, dass ich heute Abend mit einer winzigen Verspätung im Parlament eintreffe. Hinsichtlich des großen Ereignisses in der kommenden Woche hat sich etwas Unaufschiebbares ergeben, das ich unbedingt noch heute erledigen muss. Ich möchte auf gar keinen Fall riskieren, dass die Vorbereitungen womöglich nicht rechtzeitig abgeschlossen sind. Ich hoffe von ganzem Herzen auf Ihr Verständnis. Darf ich die Gelegenheit nutzen, Ihnen noch einmal zu sagen, wie unendlich dankbar wir sind, die Konferenz ausrichten zu dürfen?« Amanda hat den Saal bereits renovieren lassen und ist gerade dabei, ihre Suite mit neuen Polsterbezügen auszustatten. Außerdem hat sie einen großen Vorrat der von Ihnen bevorzugten Delikatessen bestellt, darunter auch frische Lärchenzungen. »Ich bitte noch einmal um Verzeihung. Bei Ihrer Rede werde ich selbstverständlich anwesend sein. Ihr getreue und gehorsamster Diener Simon« Das übliche kriecherische Zaubergesabbel. Wenigstens fiel es mir nicht schwer zu erraten, was mit »etwas Unaufschiebbares« gemeint war. Es konnte sich nur um das verschwundene Amulett handeln. Bemerkenswert war auch, dass Lovelace die Sache vor einem großen Ereignis in der kommenden Woche bereinigt haben wollte. Offenbar eine Konferenz. Vielleicht sollte ich dem mal nachgehen. Amanda konnte nur die Frau sein, die ich bei meinem ersten Besuch in Lovelace Villa mit dem Zauberer auf dem Sofa gesehen hatte. Behutsam schub ich den Brief in den Umschlag zurück, nahm das Siegel, schmolz es an der Unterseite durch einen gezielten Hitzehauch leicht an, klebt es wieder auf und hokus pokus, so gut wie neu. Nun kam der zweite Umschlag an die Reihe. Er enthielt einen kleinen Zettel mit einer kurzen Nachricht. Die Eintrittskarten sind und bleiben verschwunden. Vielleicht müssen wir die Vorstellung absagen. Bitte denk über Alternativen nach. Wir sehen uns heute Abend in P. Das war schon mehr nach meinem Geschmack. Viel verdächtiger. Keine Adresse, keine Unterschrift. Alles schön undurchsichtig. Und wie bei allen richtig guten Geheimbotschaften war der eigentlich Inhalt verschlüsselt. Ich durchschaute den Blödsinn mit den verschwundenen Eintrittskarten natürlich sofort. Auch hier bezog sich Lovelace auf das gestohlene Amulett. Es sah ganz so aus, als hätte der Junge recht. Offenbar hatte der Zauberer tatsächlich etwas zu verbergen. Zeit, meinem Freund, dem Kobold, ein paar ganz konkrete Fragen zu stellen. Also, begann ich. Dieser unbeschriftete Umschlag. Wo sollst du denn hinbringen? Zum Haus von Mr. Scheiler. Oh, Allerschrecklichster. Er wohnt in Greenwich. Und wer ist Mr. Scheiler? Oh, Leuchte aller Gin. Ich glaube, es handelt sich um Mr. Lovelace, ehemaligen Meister. Ich befördere regelmäßig Ihre Korrespondenz. Sie sind beide Minister. Ah, das war doch schon mal ein Anhaltspunkt. Was hatten die beiden vor? Was war das für eine Vorstellung, die womöglich abgesagt werden musste? Den Hinweisen in beiden Briefen entnahm ich, dass sich Lovelace und Scheiler am selben Abend im Parlament treffen und etwas besprechen wollten. Demnach müsste es sich lohnen, ebenfalls dort aufzukreuzen. Bis dahin konnte ich weitere Erkundigungen einziehen. Kommen wir zu Simon Lovelace. Was weißt du über ihn? Was ist das für eine Konferenz, die er da vorbereitet? Der Kobold stieß einen Schrei aus. Oh, leuchtender Strahl aus dem Sternenlicht! Es betrübt mich über alle Maßen, aber ich habe keine Ahnung. Und wenn ihr mich meiner Beschränktheit wegen bratet, nichtswürdig wie ich bin, erledige ich nur Botendienste. Wem steht Lovelace denn am nächsten? Wem überbringst du die meisten Nachrichten? Oh, ruhmreiches Wesen von höchstem Ansehen! Möglicherweise ist es Mr. Scheiler, mit dem er die meisten Briefe wechselt. Von den übrigen ragt keiner besonders heraus. Es sind hauptsächlich Politiker und angesehene Persönlichkeiten der Londoner Gesellschaft. Selbstverständlich alles Zauberer, aber längst nicht immer dieselben. Erst gestern habe ich zum Beispiel Tim Hildig, dem Bezirksminister, eine Nachricht überbracht. Danach Scholtupin von Pins Ausstattungen. Das wäre ein repräsentativer Querschnitt. Pins Ausstattung? Was ist das? Hätte mich das jemand anders gefragt, oh Herr, hätte ich ihn einen Dummkopf genannt. Bei euch jedoch ist diese Frage ein Zeichen jener entwaffnenden Schlichtheit, welche der Born aller Tugend ist. Pins Ausstattung ist der renommierteste Lieferant für Zaubereibedarf in London. Zu finden an der Piccadilly-Straße und Scholtupin ist der Geschäftsinhaber. Ja, interessant. Wenn ein Zauberer also etwas braucht, geht er zu Pins? Ja. Wer ist Amanda? Das kann ich nicht sagen, oh Unvergleichlicher. Vielleicht seine Frau. Ihr habe ich noch nie eine Botschaft überbracht. Na gut. Zwei Fragen noch. Erstens. Hast du schon mal einen großen Mann mit dunklem Bart, fleckigem Reiseumhang und Handschuhen eine Nachricht überbracht? Oder anderweitig mit ihm zu tun gehabt? Zweitens. Was für Diener beschäftigt Simon Lovelace? Und damit meine ich mächtige Wesen wie mich. Denk scharf nach. Dann rolle ich eventuell den Stein weg, bevor ich aufbreche. Der Kobold klang betrübt. Ich wünschte, ich könnte alle eure Fragen zu eurer vollsten Zufriedenheit beantworten, Herr all dessen, was euer Blick umfasst. Aber zum Ersten. Leider habe ich solch bärtige Person noch nie gesehen. Zum Zweiten. Ich habe keinen Zutritt zu den Gemächern des Zauberers. Dort hausen furchteinflößende Wesenheiten. Ich spüre ihre Macht. Aber zum Glück ist mir noch keine von ihnen begegnet. Ich überlegte. Die erfolgversprechendste Spur war die Verbindung zu Scheiler. Er und Lovelace führten zweifellos was im Schilde. Und wenn ich am Abend im Parlament die Ohren aufsperrte, würde ich womöglich herausfinden, was. Doch bis dahin hatte ich noch ein paar Stunden Zeit. Ich werde sie für einen kleinen Ausflug zu Pins Ausstattungen nutzen. Lovelace hatte sein Amulett mit Sicherheit nicht dort erworben. Aber wenn ich mich ein wenig umsah, erfuhr ich vielleicht etwas über die jüngste Vergangenheit des Klunkers. Unter dem Stein wandte sich jemand verstohlen. Falls ihr damit zum Ende gekommen seid, oh Nachsichtiger, wäre es mir dann vielleicht gestattet, meinen Weg fortzusetzen? Meinetwegen. Ich stand auf und rollte den Stein weg. Ein papierdünner Bote faltete sich mehrfach zusammen und rappelte sich mit schmerzverzerrtem Gesicht auf. Wie hast du deine Briefe? Keine Bange. Ich habe nichts daran verändert. Und erzähl niemanden von unserem kleinen Rendezvous. Sonst warte ich bei deinem nächsten Ausflug auf dich, warnte ich ihn. Mit ein paar matten Schlägen seiner ledernen Flügel erhob sich der Kobold in die Luft und verschwand über den Baumwipfel. Ich ließ ihm einige Sekunden Vorsprung. Dann verwandelte ich mich wieder in eine Taube und flatterte ebenfalls davon, südwärts zur fernen Piccadilly-Straße. Pins Ausstattung gehörte zu jenen Geschäften, in die sich nur die ganz Reichen oder die ganz Mutigen hineinwagen. Sogar aus der Vogelperspektive sprang das Geschäft durch seine raffinierte Eleganz ins Auge. Beim Land musste ich hellisch aufpassen, doch schließlich ließ ich mich auf einem Straßenschild nieder, von wo ich den Laden bequem ausbaldofern konnte. Durch eins der Schaufenster erblickte ich einen hohen Ladentisch aus poliertem Holz, an dem ein unglaublich dicker, ganz in Weiß gekleideter Mann saß. Er thronte auf einem gefährlich hohen, unter seinem Gewicht kippelnden Hocker und erteilte einem hin- und herschwankenden Schachtelturm Befehle. Ein letztes Kommando. Der dicke Mann schaute weg und der Stapel sauste eiernd quer durch den Raum. Dann vollführte das Ganze eine Drehung und eher später einen kleinen, untersetzten Folio, der sich darunter abrackerte. Als er vor den Regalen in einer Ecke des Ladens angekommen war, fuhr er einen ungewöhnlich langen Schwanz aus, nahm die Schachtel mit einer geschickten Bewegung nacheinander vom Stapel und räumte sie umsichtig ein. Der dicke war vermutlich Scholto Pin, der Ladenbesitzer. Mir fiel auf, dass er ein goldgefasstes Monokel trug. Trotz seiner Leibesfülle hatte er geschmeidige, kraftvolle Bewegung und einen lebhaften, durchdringenden Blick. Ich hatte den Eindruck, dass sich der Bursche nicht leicht ins Boxhorn jagen ließ. Der kleine Folio schien mir die bessere Wahl. Geduldig wartete ich auf eine günstige Gelegenheit. Gegen Mittag schwoll der Strom gut betuchter Kunden, die Pin's Laden aufsuchten, noch an. Der dicke Scholto dienerte und katzbuckelte, was das Zeug hielt. Auf sein Geheiß hüpfte der Folio kreuz und quer durch den Laden und schleppte Schachteln, Umhänge, Regenschirme und alle möglichen anderen Artikel herbei. Dann näherte sich die Mittagszeit ihrem Ende und die Kunden verliefen sich wieder. Jetzt kümmerte sich Scholto um seinen Magen. Er erteilte dem Folio ein paar Anweisungen, zog einen dicken schwarzen Mantel an und verließ das Geschäft. Inzwischen hatte der Folio ein Schild mit der Aufschrift geschlossen an die Tür gehängt und sich auf den Hocke an der Ladentheke zurückgezogen, wo er sich wichtig-tuerisch aufplusterte. Das war die Gelegenheit, auf die ich gewartet hatte. Ich wechselte die Gestalt und statt der Taube klopfte ein bescheidener Botenkobold an die Tür, ein getreues Abbild des Wichts, den ich in Hampstead hieß, so drangsaliert hatte. Der Folio blickte erstaunt auf, warf mir einen ärgerlichen Blick zu und machte wie ein Zeichen zu verschwinden. Ich klopfte noch kräftiger. Mit einem zornigen Ausruf sprang der Folio vom Hocker, tapste zur Tür und öffnete sie einen Spalt. Die Ladenglocke bimmelte. »Wir haben geschlossen.« »Nachricht für Mr. Scholto.« »Der ist nicht da. Komm später wieder.« »Geht leider nicht, Chef. Ist dringend.« »Wann ist er denn zurück?« »Ungefähr in einer Stunde. Mein Herr ist zu Tisch.« »Wohin? Das hat er mir nicht mitgeteilt.« »Der Folio hatte eine hochnässig überhebliche Art. Offenbar war er sich zu gut dafür, mit Kobolden wie mir zu reden.« »Auch egal. Dann warte ich halt.« Ich machte mich dünner, duckte mich unter seinen Arm durch und schlängelte mich in den Laden. »Mann, das ist eine krasse Bude hier.« Der Folio kam aufgeregt hinter mir hergerannt. »Raus mit dir. Raus!« »Mr. Pinn hat mir strikt verboten, jemanden da rein...« »Rigg dich ab, Kumpel. Ich klau schon nichts.« »Das will ich dir auch geraten haben.« »Ich brauche nur einmal aufzustampfen, dann erscheint ein Horler und frisst jeden ungebetenen Besucher.« »Also verschwinde, gefälligst!« »Schon gut, schon gut!« »Mit hängenden Schultern schlurfte ich zur Tür.« »Ich sehe es ja ein. Du bist mir überlegen. Und du hast es verflixt gut getroffen. Nicht jeder darf so einen schicken Laden wie den hier führen.« »Da hast du allerdings recht. Der Folio war zwar reizbar, aber auch eitel und für Schmeicheleien anfällig. Wahrscheinlich wirst du nie verprügelt.« »Nein, niemals! Schließlich bin ich außerordentlich tüchtig, und mein Herr weiß, das sehr zu schätzen.« Immerhin wusste ich jetzt, wie ich vorgehen musste. »Echt, ey?« sagte ich. »Kein Wunder, dass er dich gut behandelt, weil er nämlich weiß, was er mit dir fährt, irres Glück hat.« »Wetten, er kommt ohne dich überhaupt nicht mehr klar. Bestimmt kannst du total schweres Zeug durch die Gegend schleppen und mit diesem Wahnsinnsschwanz kommst du bis ganz nach oben ins Regal und kannst außerdem damit noch den Fußboden wischen.« Der Folio richtete sich hoch auf. »Du unverschämtes Miststück! Mein Herr und Meister schätzt mich weit, weit mehr. Stell dir vor, er bezeichnet mich sogar als einen Geschäftsführer, und das wohlgemerkt vor anderen Leuten. Wenn er zu Tisch ist, bekümmere ich mich um den Laden. Ich führe die Bücher, ich helfe bei der Warenbestellung, ich habe viele wichtige Kontakte.« »Hast du Ware gesagt?« »Ich stieß einen leisen Pfiff aus.« »Du meinst, er lässt dich da ran, an das ganze magische Zeugs, Amulette und sowas?« »Ich glaub's nicht.« Die abstoßende Kreatur lächelte tatsächlich affektiert. »Aber selbstverständlich! Ich genieße Mr. Pins uneingeschränktes Vertrauen.« »Wie jetzt? Du darfst mit Sachen umgehen, die echt was bewirken? Oder bloß mit dem üblichen Ramsch?« »Natürlich mit echten Artikeln! Hochgefährliche, seltene Einzelstücke!« »Donnerwetter! Was sind denn das so für Stücke? Irgendwas richtig Berühmtes? Dem gesprächigen Diener war dermaßen der Kamm geschwollen, dass er ganz vergaß, mich rauszuschmeißen. »Mal überlegen! Letztes Jahr war Nofretetes Fußkettchen der Knüller. Eine echte Sensation!« »Einer von Mr. Pins Kommissionären hat es in Ägypten ausgegraben und mit seinem Privatflugzeug hergebracht.« »Ich hatte die Ehre, es eigenhändig putzen zu dürfen!« »Tja, was hatten wir noch so alles? Den Wolfspelz des Romulus, die Flöte von Chartres, Bruder Beacons Totenschädel.« »Na, ich könnte stundenlang so weitermachen, aber ich möchte dich nicht langweilen.« »Ist mir alles ein bisschen zu hoch, Chef. Aber ich hab neulich auch was gehört. Über das Amulett von Samarkand. Mein Herr hat ein paar Mal drüber geredet. Das hast du bestimmt noch nie geputzt.« Mit dieser beiläufigen Bemerkung hatte ich ins Schwarze getroffen. Die Augen des Folio wurden zu schlitzen und sein Schwanz zuckte. »Wer ist überhaupt dein Herr?« sagte er schroff. »Und wo ist deine Botschaft? Ich sehe gar keine.« »Natürlich nicht. Alles hier drin. Kapitel?« Ich tippte mir mit der Kralle an die Stirn. »Und was meinen Herrn angeht, da gibt's nichts zu verschweigen. Simon Lovelace heißt er. Vielleicht hat er hier schon mal reingeschaut.« »Es war ein bisschen gewagt, den Zauberer ins Spiel zu bringen. Doch das Gehabe des Folio hatte sich bei der Erwähnung des Amuletts verändert. Und ich wollte sein Misstrauen nicht noch weiter schüren, indem ich der Frage auswich. Außerdem schien er durchaus beeindruckt. »Ein echter Gentleman, dieser Mr. Lovelace. Unter perfekter Kunde. Immer gut gekleidet. Immer höflich. Und natürlich ein guter Freund von Mr. Pin.« »Mr. Lovelace interessiert sich also für das Amulett, hä?« »Das überrascht mich nicht, nach all dem, was vorgefallen ist. Eine sehr unschöne Geschichte. Und der Mörder wurde immer noch nicht gefasst, obwohl es inzwischen schon ein halbes Jahr her ist.« »Jetzt war ich hellwach, ließ mir aber nichts anmerken, sondern kratzte mich nachdenklich an der Nase.« »Stimmt. Mr. Lovelace hat sowas erwähnt, hat's aber nicht weiter erklärt.« »Wieso sollte er auch? Einem nichts wie dir. Manche Leute machen ja die Widerstandsbewegung dafür verantwortlich, was das auch immer sein soll. Oder einen abtrünnigen Zauberer, was mir schon wahrscheinlicher vorkommt. Aber bei den ganzen Methoden, die dem Staat zur Verfügung stehen, fragt man sich schon.« »Was ist denn mit dem Amulett passiert? Wurde geklaut, oder wie?« »Ja, es wurde gestohlen. Und dabei ist jemand zu Tode gekommen. Schau da! Meine Güte, es war wirklich schrecklich. Der arme, arme Mr. Bicham!« Bei diesen Worten wischte sich die Witzfigur von einem Folio tatsächlich eine Träne aus dem Augenwinkel. »Du wolltest vorhin wissen, ob wir das Amulett hier bei uns im Laden hatten?« »Oh nein! Es war schon lange Staatseigentum. Und in den letzten 30 Jahren wurde es scharf bewacht auf Mr. Bichams Anwesen in Surrey verwahrt. Höchste Sicherheitsstufe! Mr. Bicham hat sich ab und an mit Mr. Pinn darüber unterhalten, wenn er zu uns kam.« »Und dann hat jemand diesem Bicham das Amulett geklaut?« »Ja, vor einem halben Jahr. Eines Abends war es weg, spurlos verschwunden. Und neben der leeren Vitrine lag der arme Mr. Bicham in seinem Blut, mausetot.« »Er muss im Zimmer gewesen sein, als die Diebe kamen. Und bevor er Hilfe herbeirufen konnte, haben sie ihm die Kehle durchgeschnitten. Was für eine Tragödie! Mr. Pinn war ganz fassungslos.« »Das glaube ich. Ist ja auch eine üble Geschichte, Chef. Echt übel!« »Ich schaute so bekümmert rein, wie es ein Kobold vermag. Doch insgeheim rieb ich mir die Hände. Das war ja eine saftige Information. Demnach hatte Simon Lovelace das Amulett tatsächlich gestohlen und dafür einen Mord begangen. Der Schwarzbart, den Nathaniel in Lovelace' Arbeitszimmer gesehen hatte, hatte Bicham umgebracht und war dann schnurstracks mit dem Amulett zu Lovelace marschiert. Und zu allem Überfluss hatte Lovelace, ob nun auf eigene Faust oder im Auftrag eines Geheimbundes, Staatseigentum entwendet, was mit Landesverrat gleichzusetzen war. Eins jedoch war sicher. Indem er mir den Auftrag erteilt hatte, das Amulett zu mopsen, hatte sich kleine Nathaniel weiter aus dem Fenster gehängt, als er ahnte. Es war sonnenklar, dass Simon Lovelace vor nichts zurückschrecken würde, um sich das Ding zurückzuholen und dass er jeden zum Schweigen bringen würde, der wusste, dass es sich überhaupt in seinem Besitz befunden hatte. Aber wieso hatte er Bicham das Amulett gestohlen? Deshalb forderte er den Zorn der Regierung heraus. Ich kannte das Amulett zwar vom Hörensag, wusste aber nicht genau, was es für Kräfte besaß. Vielleicht konnte mir der Folio auf die Sprünge helfen. Dieses Amulett muss ja ein heißes Teil sein, sagte ich. Ziemlich vielseitig, das Ding, oder? Soweit mich mein Herr informiert hat, ja. Es soll ein überaus mächtiges Wesen beherbergen, ein Wesen aus dem Innersten des anderen Ortes, wo das Chaos herrscht. Es schützt den Träger vor. Der Folio blickte über meine Schulter und verstummte mit abrupten Keuchen. Ein Schatten fiel über ihn, ein großer Schatten, der immer näher kam und auf dem glänzenden Holzfußboden immer größer wurde. Die Glocke bimmelte, als die Tür kurz aufschwang. Ich drehte mich langsam um. So, so, Simpkin, sagte Scholtup hingedehnt und schob die Tür mit einem Elfenbeinstock zu. Ein Pläuschchen unter Freunden, wie? Wenn die Katze aus dem Haus ist, Scholtus Stimme war tief, voll und grollend. Es war eine gutmütige Stimme. Ein Lächeln umspielte Scholtus breiten, schmalliebigen Mund, doch sein Blick war eisig. Aus der Nähe war er sogar noch größer, als ich gedacht hatte. Simpkin war bis an den Ladentisch zurückgewichen. Nein, Herr, es ist ein Bote. Er hat eine Botschaft für euch. Du überraschst mich, Simpkin. Ein Bote mit einer Botschaft. Erstaunlich. Warum hast du die Botschaft dann nicht einfach entgegengenommen und ihn wieder weggeschickt? Gewiss, Herr, gewiss, er ist eben erst eingetroffen. Das ist ja noch erstaunlicher. Mein Zauberspiegel hat mir gezeigt, dass du schon mindestens zehn Minuten wie ein Fischweib herumstehst und schwatzt. Wie kann das sein? Vielleicht lässt dir auf meine alten Tage meine Sehkraft nach. Der Zauberer zog sein Monokel aus der Westentasche, klemmte es ins linke Auge, rückte es zurecht und trat mit lässig schwingendem Spazierstock ein paar Schritte vor. Simpkin zuckte zusammen, gab jedoch keine Antwort. Also gut. Plötzlich schwenkte der Stock in meine Richtung. Deine Botschaft, Kobold. Wo ist sie? Ich legte respektvoll die Hand an die Stirn. Ich habe sie auswendig gelernt. Mein Herr hielt sie für zu wichtig, um sie einen Brief anzuvertrauen. Ach so. Das Auge hinter dem Monokel musterte mich von oben bis unten. Dein Herr ist... Simon Lovelace, Sir. Ich nahm Haltung an und salutierte schneidig. Und wenn ihr gestattet, werde ich die Botschaft jetzt ausrichten. Ich möchte eure Zeit nicht über Gebühr in Anspruch nehmen. Recht so. Scholte Pinkham näher und fixierte mich scharf mit beiden Augen. Die Botschaft, wenn ich bitten darf. Sie lautet folgendermaßen, Sir. Lieber Scholte, hat man Sie heute Abend ins Parlament eingeladen? Mich nämlich nicht. Der Premierminister muss mich vergessen haben und ich bin ziemlich vor den Kopf gestoßen. Er bitte baldmöglichst Rat. Herzlichen Gruß, Simon. Das war's, Sir. Wortwörtlich. Mir schien die Nachricht durchaus plausibel, aber ich wollte mein Glück nicht überstrapazieren. Deshalb salutierte ich erneut und nahm Kurs auf die Tür. Scholte Pinkham rieb sich das oberste Kinn mit dem dicken, juwelenberingten Finger. Du hast es zweifellos eilig, zu deinem Herrn zurückzukehren. Aber ich hätte da noch zwei Fragen. Wieder will ich blebig stehen. Oh, gewiss, Sir. Du bist wirklich ein höflicher Kobold. Also erstens, warum wollte Simon seine haarlose Nachricht nicht aufschreiben? Ich bin für mein ausgezeichnetes Gedächtnis bekannt, Sir. Trotzdem, etwas merkwürdig ist es schon. Aber nun gut. Die zweite Frage. An dieser Stelle kam Scholte ein, zwei Schritte näher und baute sich richtiggehend vor mir auf. Die zweite Frage ist folgende. Warum hat mich Simon nicht persönlich um Rat gefragt, als wir vor einer Viertelstunde zusammen beim Mittagessen saßen? Ich stürzte zum Ausgang, aber Scholte Pinkham war schneller als ich. Er stieß seinen Spazierstock auf den Boden und richtete ihn auf die Ladentür. Ein gelber Lichtblitz schoss aus der Spitze, traf die Tür und ließ einen Hagel von Plasmakügelchen aufspritzen, die sofort an allem festfroren, womit sie in Berührung kamen. Ich hechtete durch eine eisige Nebelwolke über die winzigen Geschosse hinweg und landete auf einem mit Satanunterwäsche überladenen Drehständer. Aus dem Spazierstock schoss ein zweiter Strahl, doch bevor er mich traf, sprang ich mit einem Satz über den Zauberer hinweg und landete unsanft auf dem Tresen. Rechnungen segelten durch die Luft. Dann wirbelte ich herum und gab eine Detonation ab. Sie erwischte den Zauberer am Rücken und ertrudelte gegen den gefrorenen Unterwäscheständer. Er hatte sich mit einem Schutzschild umgeben, der sich mir als hübscher gelber Funkenschwarm offenbarte, als ich die Ebenen überprüfte. Doch, obwohl es mir leider nicht gelungen war, Scholte mit meiner Detonation zu durchlöchern, war er ganz schön außer Puste. Keuchend brach er auf einem Haufen tiefgekühlter Boxershorts zusammen. Ich steuerte das nächstbeste Schaufenster an und wollte mich durch die Scheibe auf die Straße retten. Doch ich hatte die Rechnung ohne Simpkin gemacht. Er trat plötzlich hinter einem Ständer mit Umhängen hervor und holte mit einem riesigen Zauberstab nach mir aus. Ich duckte mich und der Stab zertrümmerte die Glasfront der Verkaufstheke. Simpkin holte erneut aus, aber ich war mit einem Satz bei ihm, riss ihm den Start aus den Klauen und verpasste ihm einen Schlag, der die Landkarte seiner Gesichtszüge auf den Kopf stellte. Ächstens kippte er rückwärts in einen Stapel alberner Hüte und ich konnte meine Flucht fortsetzen. Zwischen zwei Schaufensterpuppen erspähte ich ein schönes, breites, unverstelltes Stück Fensterscheibe aus klarem, leicht gewölbten Glas, das die einfallenden Sonnenstrahlen in die lieblichsten Regenbogenfarben zerlegte. Es sah sehr hübsch aus und sehr teuer. Ich ließ eine Detonation los und eine Wolke aus feinsten Glassplittern fauchte auf die Straße und ich setzte zum Hechtsprung an. Zu spät. Als die Scheibe zersprang, wurde die Alarmanlage ausgelöst. Die Schaufensterpuppen drehten sich um. Sie waren aus dunklem, blanken Holz gefertigt und von der Sorte, die keine menschlichen Gesichtszüge haben, sondern nur ein glattes, ausdrucksloses Ei auf dem Hals. Sie präsentierten die neueste Zauberermode. Schwarze Anzüge für Sie und ihn, mit weißen Nadelstreifen und messerschärfen Revers. Schuhe trugen sie nicht, aus den Hosenbeinen raten plumpe Holzknubbel. Als ich zwischen ihnen hindurchsprang, streckten sie blitzartig die Arme vor und versperrten mir den Weg. Aus den Tiefen ihrer Ärmel schossen silberne Klingen. Ich hatte zu viel Schwung, um rechtzeitig zu bremsen, aber ich hielt immer noch den Zauberstab in der Hand. Die Klingen zischten auf mich zu. Im letzten Moment hob ich den Stab schützend vors Gesicht. Die Klingen bohrten sich so tief hinein, dass er fast zerbrochen wäre, und ich kam mit einem heftigen Ruck zum Stehen. Für einen Sekundenbruchteil spürte ich die kalte Aura des Silbers auf der Haut. Dann ließ ich den Stab fallen und warf mich nach hinten. Die Puppen fuchtelten mit den Klingen, der Zauberstab fiel zu Boden und zerbrach. Die Puppen duckten sich zum Sprung. Ich vollführte einen Salto rückwärts über den Ladentisch. Die Silberklingen bohrten sich dort, wo ich eben noch gestanden hatte, ins Parkett. Ich musste mich verwandeln und zwar schnell, doch bevor ich eine Entscheidung treffen konnte, waren die Puppen wieder über mir. Sie kamen durch die Luft gesaust. Ich sprang beiseite und rumpelte in einen Stapel Geschenkschachteln. Die eine Schaufensterpuppe landete auf dem Ladentisch, die andere dahinter. Ihre leeren Gesichter wandten sich mir zu. Ich hatte noch einen Trumpf in der Tasche. Ich schleuderte der Puppe, die über die Ladentheke auf mich zurobte und mir am nächsten war, einen Inferno-Bahn entgegen. Eine blaue Stichflamme erfasste ihm nur den ganzen Stoff. Aber die Puppe ließ sich davor nicht beirren, sondern holte erneut mit der Klinge aus. Ich wich zurück. Die Puppe duckte sich sprungbereit. Flammen züngelten über ihren Oberkörper, denn inzwischen hatte auch der lackierte Holzkorpus Feuer gefangen. Die Puppe stieß sich vom Ladentisch ab und stürzte sich mit einem gewaltigen Satz auf mich. Die Flammen züngelten wie ein Umhang hinter ihr her. Im letzten Moment warf ich mich zur Seite und die Puppe fiel krachend auf den Fußboden. Ein grässliches Knacken war zu hören. Das brennende, zum Teil schon verkohlte Holz war beim Aufprall gesplittert. Die Puppe humpelte mit schwerer Schlagseite auf mich zu. Ihr Oberkörper stand in groteskem Winkel ab. Dann gaben ihre Beine nach und sie brach als lodernder Haufen geschwärzter Gliedmaßen zusammen. Ich warf einen Blick über die Schulter. Scholte hatte sich aufgesetzt. Er sah aus, als wäre er unter die Hufe einer wild gewordenen Büffelherde geraten. Doch er war noch immer gefährlich. Er tastete nach seinem Spazierstock, fand ihn und richtete ihn auf mich. Wieder schoss der gelbe Lichtstrahl aus der Spitze. Aber ich hatte mich bereits in Sicherheit gebracht und der Plasma-Hagel erwischte stattdessen die zweite Puppe mitten im Sprung. Sie erstarrte mit gefrorenen Gliedern und kippte polternd zu Boden, wobei eines ihrer Beine zu Bruch ging. Scholte musste nicht lange nach meiner Wenigkeit suchen. Ich balancierte direkt über ihm auf einem freistehenden Regal. Ich stützte mich mit dem Rücken an der Wand ab, stemmte die Füße gegen die Oberkante und drückte kräftig dagegen. Das Regal kam knirschend ins Wanken. Scholte vernahm das Geräusch, sau und riss entsetzt die Augen auf. Ich dachte an die in den zerstörten Schaufensterpuppen wehrlos gefangenen Djinn und versetzte dem Regal gehässig einen noch kräftigeren Tritt. Einen Augenblick lang stand das Möbel auf der Kippe. Ein kleines ägyptisches Kanoppengefäß fiel zuerst heraus. Dann verlagerte sich der Schwerpunkt. Die gesamte Konstruktion erbebte und krachte wie ein Kartenhaus über dem am Boden sitzenden Zauberer zusammen. Scholte brachte gerade noch den Ansatz eines Schreis zustande, bevor er unter seinem Warenlager begraben wurde. Ob Scholtes Schutzschild ihn vor ernsten Verletzungen bewahrt hatte, konnte ich mich beurteilen. Es war mir auch egal. Hauptsache, ich konnte endlich verschwinden. Doch jemand stellte sich mir in den Weg. Simkin. Ich bremste mitten in der Luft. Bitte, sagte ich entnervt, bitte sei so gut und verzieh dich. Ich hab dir die Visage schon mal poliert. Es sah wütend aus. Du hast meinem Herrn wehgetan, näselte er. Stimmt. Du solltest mir dankbar sein, feikste ich. Ich an deiner Stelle würde ihm den Rest geben, du jämmerlicher Wendehals. Ich habe Wochen gebraucht, um dieses Regal zu dekorieren. Ich verlor die Geduld. Ich zähle bis drei, elender Verräter. Pech gehabt. Ich hab den Alarm ausgelöst. Die Obrigkeit hat bereits einen Aff... äh, Pappalapapp. Mit letzter Kraft verwandelte ich mich in einen Falken. Das hatte Simkin einem einfachen Botenkobold nicht zugetraut. Er wich taumelnd zurück. Ich flog pfeilgeschwind über seinen Kopf hinweg. Dann war ich endlich draußen, in luftiger Freiheit, wo sich ein Netz aus Silberfäden über mich senkte und mich zu Boden warf. Das Netz war eine Falle der fiesesten Sorte. Es fesselte mich auf sämtlichen Ebenen, wickelte sich um mein gesträubtes Gefieder, meine strampelnden Beine und meinen um sich hackenden Schnabel. Ich wehrte mich mit aller Kraft. Doch die Fäden klebten schwer wie feuchte Erde an mir. Ich konnte die Gestalt nicht wechseln, keine Magie anwenden. Meine Substanz litt bei der leisesten Berührung der Fäden, und mein Geflatter machte alles nur noch schlimmer. Schließlich kapitulierte ich. Ich kauerte als regungsloses Federhäufchen unter dem Netz und schielte mit einem Auge unter dem angewinkelten Flügel hervor. Durch das tödliche Gewirk sah ich das graue, vom letzten Regen noch nasse Straßenpflaster und hörte Simkin von irgendwoher lang und schrill lachen. Dann verdunkelte ein Schatten die Platten des Bürgersteigs. Zwei große, gespaltene Hufe stampften klatternd auf den Beton, der dort, wo sie auftrafen, Blasen schlug und Risse bekam. Über das Netz legte sich ein Gifthauch von Knoblauch und Rosmarin. Mein Verstand war umnebelt, mein Kopf drehte sich, meine Muskeln erschlafften. Dunkelheit umfing den Falken und sein Bewusstsein verlosch wie eine heruntergebrannte Kerze. Nathaniel hatte erst ein einziges Mal im Wagen seines Meisters gesessen und daran konnte er sich nicht mehr erinnern. Er stieg hinten ein und bestaunte die glatten, glänzenden Lederpolster und den sehr künstlich riechenden Dufttannenbaum, der am Rückspiegel baumelte. Los ging die Fahrt zum Parlament. Sie fuhren nach Süden. Nathaniel schaute aus dem Fenster. Londons zahllose Lichter zuckten in rascher Folge über sein Gesicht. Er starrte mit aufgerissenen Augen hinaus und sog alles begierig in sich auf. Geschützt in den bequemen Wagen überkam Nathaniel wohlige Selbstzufriedenheit. Endlich gehörte er zu den Eingeweihten, war sogar ins Parlament eingeladen. Er war etwas Besonderes. Er erhob sich von der Masse ab. Ein gutes Gefühl. Jetzt hatte der Wagen den Parlamentsquare erreicht. Sie bogen nach links ab und fuhren durch ein schmiedeisernes Tor. Mr. Underwood zückte einen Ausweis, man winkte sie durch. Dann überquerte der Wagen einen kopfsteingepflasterten Vorplatz und rollte über eine Rampe in ein unterirdisches, neonbeleuchtetes Parkhaus. Mr. Underwood suchte sich eine freie Parkbucht und stellte den Motor ab. Im Fond grub Nathaniel die Finger in den Ledersitz. Er bebte vor unterdrückter Vorfreude. Sie waren da. Sie gingen an einer endlosen Reihe glänzender schwarzer Autos entlang zu einer Metalltür. Inzwischen war Nathaniel zu aufgeregt, um seine Umgebung noch richtig wahrzunehmen. Erst als sich die Aufzugstüren wieder öffneten und sie in die prachtvolle Westminster Hall hinaustraten, kam er wieder zu sich. In der Halle selbst standen und spazierten schon ungefähr 200 Leute herum. Doch der Raum war so groß, dass er trotzdem so gut wie leer wirkte. Nathaniel schlugte beklommen. Mit einem Mal kam er sich wieder schrecklich unbedeutend vor. Er stand neben Mr. und Mrs. Underwood am oberen Absatz einer Treppe, die ihn in einem eleganten Bogen in den Saal hinabführte. Ein schwarz gekleideter Diener trat lautlos an sie heran und nahm Mr. Underwood den Mantel ab. Ein anderer forderte sie mit einer einladenden Handbewegung auf, die Stufen hinabzusteigen. Unten angekommen, blieben sie stehen. Sofort eilten Diener herbei, boten ihnen Champagner und Zitronenlimonade an. An den Türen waren Männer mit unbewegten Gesichtern postiert. Sie trugen alle die gleichen grauen Jacken und Nathaniel vermutete, dass es sich um Polizisten oder um für die Sicherheit verantwortliche Zauberer handelte. »Sollten wir uns nicht mit jemandem unterhalten?« erlaubte er sich zu fragen. Mr. Underwood warf ihm einen giftigen Blick zu. »Hab ich dir nicht gesagt?« Er unterbrach sich um einen dicken Mann, der gerade die Treppe herunterkam, überschwänglich zu begrüßen. »Gregory!« Gregory wirkte nicht sonderlich begeistert. »Hallo, Underwood!« »Wie schön, Sie zu sehen!« Mr. Underwood ging auf den Mann zu und stürzte sich in seinem Eifer ein Gespräch zu Beginn förmlich auf ihn. Seine Frau und Nathaniel ließ er einfach stehen. »Will er uns denn gar nicht vorstellen?« fragte Nathaniel enttäuscht. »Mach dir nichts draus, mein Lieber. Für deinen Meister ist es wichtig, mit bestimmten Leuten zu sprechen. Wir brauchen das nicht. Ist der Premierminister hier irgendwo, Mrs. Underwood?« Sie regte den Hals. »Ich glaube nicht, mein Lieber.« »Nein, noch nicht.« »Aber da drüben ist Mr. Duval, der Polizeichef. Warte mal, wen haben wir denn noch?« »Meine Güte! Siehst du die Dame dort drüben?« Nathaniel sah sie. »Sie war erschreckend dünn, hatte weißes, kurzgeschorenes Haar und ihre Finger schlossen sich wie Vogelkrallen um den Stiel ihres Glases.« »Das ist Jessica Witwell.« »Sie ist eine sehr berühmte Zauberin und hat irgendwas mit der Sicherheit zu tun. Vor zehn Jahren hat sie die tschechischen Unterwanderer dingfest gemacht. Sie haben einen Mariden auf sie gehetzt, aber sie hat ein Vakuum geschaffen, das ihn verschluckt hat.« »Also mach später lieber einen großen Bogen um sie, John«, schloss Mrs. Underwood lachend und trank ihr Glas aus. Sofort stand ein Diener neben ihr und füllte es fast bis zum Rand nach. »Achtung, Achtung! Der Herzog und die Herzogin von Westminster!« Zwei livrierte, parischen eilten vorüber und rempelten Nathaniel unsanft an. Eine kleine, zänkisch aussehende Frau mit einem altmodischen schwarzen Kleid, einem goldenen Fußkettchen und herrischer Miene, bahnte sich mit den Ellbogen ihren Weg durch das Gedränge, befolgt von einem abgespannt wirkenden Mann. Mrs. Underwood sah ihnen stirnrunzelnd nach. »Was für eine gräßliche Person! Ich weiß wirklich nicht, was der Herzog an ihr findet!« Sie trank noch einen Schluck Champagner. »Und da! Gütiger Himmel! Was ist denn mit dem passiert?« »Dort kommt Scholtupin, dem das große Geschäft an der Piccadilly-Straße gehört!« Nathaniel beobachtete, wie ein großer, dicker Mann in einem weißen Leinenanzug auf zwei Krücken die Treppe herunterhumpelte. Er hatte das Gesicht voller Schürfwunden, und das eine Auge war ganz blau und zugeschwollen. Zwei Diener umschwirrten ihn und bahnten ihm den Weg zu einer Sitzgruppe an der Wand. »Der sieht aber gar nicht gut aus«, sagte Nathaniel. »Allerdings, der arme Mann, vom Champagner beflügelt, lieferte Mrs. Underwood Nathaniel Kurzbiografien der meisten bedeutenden Männer und Frauen, die jetzt nach und nach eintrafen. Es war die Crème de la Crème aus Regierung und Gesellschaft, die einflussreichsten Persönlichkeiten Londons und damit der ganzen Welt. Während ihm Mrs. Underwood ihre Verdienste und Heldentaten schilderte, wurde sich Nathaniel umso mehr bewusst, was für ein Niemand er war, verglichen mit all diesem Ruhm und dieser Macht. Mehrmals erspähte er seinen Meister, der stets am Rand einer Gruppe stand, im besten Fall geduldet und oft einfach ignoriert. Seit dem Zwischenfall mit Lovelace war sich Nathaniel darüber im Klaren, wie unfähig Underwood war, und der heutige Abend bewies das einmal mehr. Nathaniel knirschte erbittert mit den Zähnen. So hatte er sich seine Einführung in die Gesellschaft nicht vorgestellt. Als verachtenswerter Gehilfe eines verachtenswerten Zauberers. Das hatte er nicht verdient. Mrs. Underwood zupfte ihn am Ärmel. »Da! Siehst du ihn schon?« »Das ist er!« »Wer?« »Rupert Devereaux, der Premierminister.« Da stand er, ein kleiner, schlanker Mann mit hellbraunem Haar. Er hörte zu, nickte und lächelte freundlich. Der mächtigste Mann Großbritanniens, vielleicht der ganzen Welt. Sogar von Weitem empfand Nathaniel glühende Bewunderung. Er wünschte sich nichts sehnlicher, als hinzugehen, den Premierminister aus der Nähe zu sehen und zu hören, was er sagte. Doch während Nathaniel hinüberstarrte, wurde das Gedränge dichter und entzog die schlanke, drahtige Gestalt seinen Blicken. Nur widerwillig wandte sich Nathaniel ab. Bekümmert nahm er einen Schluck von seiner Limonade und erstarrte. Am Fuß der Treppe standen zwei Zauberer. Sie waren fast die einzigen Anwesenden, die von dem Trubel um den Premierminister keine Notiz nahmen und stattdessen die Köpfe zusammensteckten und sich angeregt unterhielten. Nathaniel atmete tief durch. Er kannte die beiden. Sehr gut sogar. Denn nach jenem demütigenden Vorfall im vergangenen Jahr hatten sich ihm ihre Gesichter unauslöschlich eingeprägt. Der Alte mit dem roten, runzligen Gesicht war noch verhutzelter und gebeugter als damals, und neben ihm stand der Jüngere mit dem fischigen Gesicht. Das strähnige Haar reichte ihm bis über den Kragen. Lovelace, Freunde! Wo sie waren, konnte Lovelace nicht weit sein. Nathaniel spürte ein unangenehmes Prickeln im Magen, ein Schwächegefühl, das ihm überhaupt nicht behagte. Er fuhr sich mit der Zunge über die trockenen Lippen. Nur die Ruhe. Es gab keinen Grund, Angst zu haben. Lovelace hatte keinerlei Anlass, das Verschwinden des Amuletts mit ihm in Verbindung zu bringen. Seine Kundschafter konnten die Aura des Amuletts nur wahrnehmen, wenn sie Underwoods Haus durchsuchten. Ihm konnte also nichts passieren. Im Gegenteil, wenn er näher an seine Feinde heranschlich, konnte er vielleicht verstehen, worüber sie sich unterhielten. Nathaniel schlängelte sich durch die Menge und hielt auf die Treppe zu, neben der die beiden Zauberer standen. Auf halbem Weg bemerkte er, wie sich der Alte mitten im Satz unterbrach und zur Galerie hinauf sah. Nathaniel folgte seinem Blick. Ihm stockte das Herz. Dort oben stand er. Simon Lovelace, mit erhitztem Gesicht und außer Atem. Offenbar war er eben erst gekommen. Er sah noch genauso aus, wie ihn Nathaniel in Erinnerung hatte. Die Brille, das mit Gel zurückgekämmte Haar, die energischen Bewegungen. Er kam mit forschem Schritt die Stufen herunter, verschmähte den dargebotenen Champagner und gesellte sich unverzüglich zu seinen Freunden. Nathaniel legte einen Schritt zu und erreichte das geschwungene Treppengeländer, das in einem geschnitzten Sockel auslief, auf dem eine Marmorvase thronte. Rechts hinter der Vase erspähte er den Hinterkopf des Fischigen, links das Jackett des Alben. Lovelace selbst war soeben zu den beiden gestoßen, befand sich aber außerhalb von Nathaniels Gesichtsfeld. Die Vase schützte ihn davor, selbst gesehen zu werden. Er schob sich noch ein paar Schritte näher heran und lehnte sich in einigermaßen lässiger Haltung an den geschnitzten Sockel. Dann spitzte er die Ohren. Lovelace sagte gerade in schroffem, gereiztem Ton, »Bis jetzt habe ich noch kein Glück gehabt. Ich habe alles versucht. Keines der Wesen, die ich beschworen habe, konnte mir sagen, wer dahinter steckt.« »Tja, offenbar hast du bloß deine Zeit verplempert. Das war der schwere Akzent des Alten. Woher sollten die anderen Dämonen das schließlich auch wissen?« »Es ist nicht meine Art, etwas unversucht zu lassen.« »Aber du hast recht. Auch die Suchkugeln haben nichts gebracht. Vielleicht müssen wir unsere Vorgehensweise ändern.« »Weißt du meine Nachricht erhalten?« »Ich finde, wir sollten die Sache abblasen.« »Ablasen?« Eine dritte Stimme vermutlich die des Fischigen. »Ich halte das nicht für klug.« Der Alte sprach so leise, dass er Nathaniel kaum verstehen konnte. »Wenn du die Sache jetzt absagst, ist Devereaux erst recht schlecht, auf dich zu sprechen.« »Nein, Simon, wir müssen gute Miene zum bösen Spiel machen. Such weiter. Wir haben noch ein paar Tage. Vielleicht taucht es doch noch auf.« »Wenn das alles umsonst war, bin ich ruiniert. Ihr habt ja keine Ahnung, was diese Räumlichkeiten kosten.« »Beruhige dich, du redest zu laut.« »Tut mir leid, aber wisst ihr, was mich rasend macht? Derjenige ist garantiert hier, irgendwo im Saal, beobachtet mich und lacht sich ins Fäustchen. Wenn ich rauskriege, wer das war, dann...« »Nicht so laut, Lovelace«, zischte der Fischige. »Vielleicht sollten wir lieber woanders hingehen, wo wir ungestört sind, Simon.« Nathaniel nahm einen Schluck aus seinem Glas und sammelte sich. Er hatte nicht alles verstanden, was die drei geredet hatten, doch Lovelace war erfreulich wütend gewesen. Um mehr herauszufinden, müsste er Bartimaeus herbeizitieren. Vielleicht war der Dämon sogar ganz in der Nähe. »Lovelace auf den Fersen.« Die Linsen verrieten zwar nichts, doch der Djinn hätte ohnehin auf den ersten vier Ebenen seine Erscheinung verändert. Hinter jedem der scheinbar so gediegenen Gäste konnte sich ein Dämon verbergen. Er blieb eine Weile gedankenverloren am Rand einer kleinen Gruppe Zauberer stehen. Nur allmählich sickerte ihre Unterhaltung in sein Bewusstsein. »Ein so gut aussehender Mann ist an festen Hennen.« »Simon Lovelace? Lass bloß die Finger von dem. Er ist nicht mehr der große Zampano wie früher. Aber er hat doch die Konferenz nächste Woche organisiert. Und er sieht wirklich blendend aus.« »Dafir muss der Devereux auch lange genug in den Hintern kriechen.« »Nein, mit dem geht es bergab.« »Der PM hat ihn kalt gestellt.« »Lovelace hat sich schon vor einem Jahr um das Innenministerium bemüht. Aber Duval hat es verhindert. Er kann Lovelace nicht ausstehen. Frag mich nicht, wieso.« »Das daneben, Lovelace, ist doch der alte Scheiler, stimmt's? Wen oder was hat der denn beschworen, dass sein Gesicht so auszieht? Dagegen ist ja jeder Kobold eine Schönheit.« »Ich muss schon sagen, für einen Minister umgibt sich Lovelace mit merkwürdigen Freunden. Und wer ist der schmierige Kerl daneben?« »Es ist Lime, glaube ich. Landwirtschaft.« »Ah, glatter Typ. Wo soll diese Konferenz überhaupt stattfinden?« »An irgendeinem gottverlassenen Ort außerhalb von London.« »Oh nein, wirklich? Tja, wenn es der PM nun mal so haben möchte.« »Grässlich.« »John!« »Du bist eine dumme Gans. Ach, übrigens, woher wohl den Anzug her?« »John!« Wie aus dem Boden gewachsen stand plötzlich Mrs. Underwood vor dem Nathaniel und packte ihn am Arm. »John!« »Ich rufe schon die ganze Zeit nach dir. Gleich hält Mr. Devereaux seine Rede. Wir müssen nach hinten.« »Hier vorne ist für Minister reserviert. Komm schnell!« Sie wichen zur Seite, als die anderen Gäste nach vorn zu einem kleinen, mit purpurrotem Stoff drapierten Podium drängten, das man aus einem Nebenraum hereingerollt hatte. In dem allgemeinen Geschiebe wurden Nathaniel und Mrs. Underwood hin und her geschubst, bis sie schließlich ganz hinten am Rand der Menge neben den Terrassentüren standen. Mit jugendlichem Schwung sprang Rupert Devereaux auf die Bühne. Meine Damen und Herren, verehrte Minister, ich freue mich sehr, Sie heute Abend hier begrüßen zu dürfen. Er hatte eine angenehme, tiefe, aber energische Stimme und sprach mit selbstverständlicher Autorität. Spontaner Jubel und Beifall brandete auf. »Eine Regierungserklärung ist für mich immer eine besonders erfreuliche Aufgabe«, fuhr Devereaux fort. »Schon deswegen, weil ich bei diesen Anlässen stets so vielen wunderbaren Menschen begegne.« Noch mehr Beifallsrufe und Jubel. »Vielen, vielen, vielen Dank! Ich freue mich außerordentlich, Ihnen heute Erfolge an allen Fronten vermelden zu können, sowohl hier, bei uns, als auch im Ausland.« »Ich gehe gleich näher ins Detail, aber ich darf Ihnen schon verraten, dass unsere Truppen die italienischen Rebellen bei Turin zum Stehen gebracht haben und«, seine Stimme wurde kurz von Applaus übertönt, »und eine ganze Reihe feindlicher Chin vernichtet.« Er machte eine kleine Pause. »An der Heimatfront wurde erneut Besorgnis hinsichtlich weiterer kleiner Diebstähle in London geäußert.« »Allein in den letzten Wochen wurden mehrere magische Gegenstände als gestohlen gemeldet. Wir wissen alle, dass es sich um das Treiben einer Handvoll Verräter handelt. Lächerlicher, unbedeutender Taugenichtse. Gleichwohl müssen wir der Sache Herr werden. Deshalb werden wir zu drastischen Maßnahmen greifen, um diesem Vandalismus Einhalt zu gebieten. Von nun an werden alle mutmaßlichen Umstürzler ohne vorheriges Gerichtsverfahren inhaftiert.« In diesem Stil ging die Ansprache weiter. Irgendwann wurde es Nathaniel langweilig. Wenn er sich halb umdrehte, konnte er durch eine offene Tür auf die Terrasse hinausblicken. Durch die Marmorbalustrade sah man das schwarze Band der Temse. Offenbar war noch jemand zu dem Schluss gelangt, dass die Rede unerträglich weitschweifig war und hatte sich auf die Terrasse gerettet. Nathaniel sah ihn am Rand des breiten Lichtstreifens stehen, der durch die Saaltür nach draußen fiel. Entweder war es ein ziemlich unhöflicher Gast, der dem Premierminister so schnöde den Rücken kehrte, oder aber, was wahrscheinlicher war, es handelte sich um einen Sicherheitsbeamten. Aus dem Augenwinkel bemerkte er, dass der Mann auf der Terrasse eine jäh entschlossene Bewegung machte, als zöge er etwas Großes aus seiner Jacke oder seinem Mantel. Nathaniel knief angestrengt die Augen zusammen, doch die Dunkelheit verbarg den Unbekannten. Hinter sich hörte er immer noch die honigsüße Stimme des Premierministers. »Wir leben in einer Epoche der Stabilisierung, liebe Freunde! Wir sind die bedeutendste magische Elite der Welt! Wir sind unübertroffen!« Der Unbekannte näherte sich der Terrassentür. Nathaniels Linsen registrierten ein farbiges Aufblitzen, etwas, was mehr als eine Ebene umfasste. Der Unbekannte sprang über die Schwelle in den Saal. Es war ein Jugendlicher mit dunklen, funkelnden Augen. Er trug schwarze Jeans, einen schwarzen Anorock und hatte sich das Gesicht mit einer dunklen Flüssigkeit oder Paste beschmiert. In den Händen hielt er eine hellblaue, matt pulsierende Kugel von der Größe einer Pampelmuse. Nathaniel sah winzige weiße Objekte darin herumschwirren, immer im Kreis herum. »Künftige Vorherrschaft! Unsere Feinde gehen in die Knie!« Der junge Mann hob den Arm. Die Kugel schimmerte im Schein der Lampen. Aus der Menge ertönte ein Keuchen. »Jemand hat etwas gesehen!« »Und ich wiederhole noch einmal!« Nathaniel öffnete den Mund zu einem stummen Streit. Der Arm schnellte vor, die Kugel verließ die Hand. »Sie gehen in die Knie!« Der blaue Ball flog in hohem Bogen über Nathaniels Kopf, über die Köpfe der Zuhörer hinweg. Wie ein Kaninchen vor der Schlange konnte Nathaniel den Blick nicht davon losreißen. Der Flug der Kugel schien eine Ewigkeit zu dauern. Es wurde ganz still im Saal, und bis auf das leise Zischen des Flugobjekts war nichts zu hören, nur der Ansatz eines erstickten hohen Frauenschreis im Publikum. Die Kugel ging nieder und wurde von der Menge verdeckt. Dann hörte man das Klirren zersplitterten Glases und einen Sekundenbruchteil später die Explosion. Als das Glas zersplitterte, stoben die Elemente, die darin seit vielen Jahren zusammengesperrt gewesen waren, mit ungezügelter Gewalt auseinander. Feuer, Wasser, Luft und Erde. Alle vier entwichen mit rasender Geschwindigkeit aus ihrem winzigen Gefängnis und entfesselten nach allen Richtungen ungeheures Chaos. Wer zufällig in der Nähe stand, wurde gleichzeitig vom Sturm umgeworfen, mit Steinen bombardiert, von Feuer versenkt und von Flutwellen überrollt. Fast die gesamte Zaubererversammlung rund um das Epizentrum der Explosion fiel um wie ein Kegelspiel. Nathaniel war vor dem Schlimmsten geschützt, da er ganz am Rande der Menge stand. Doch auch er wurde von der Druckwelle umgerissen und gegen die Terrassentür geschleudert. Die meisten mächtigeren Zauberer kamen so gut wie unversehrt davon. Sie hatten ihre Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Schutzschilde lenkten die Wassergüsse, Flammenstöße und umherfliegenden Erdbrocken ab oder absorbierten sie und ließen die Windböen heulend ins Deckengebäck fahren. Einige der unbedeutenderen Zauberer und ihre Begleiter hatten nicht so viel Glück. Etliche wurden zwischen den Schutzwellen ihre Kollegen hin und her geworfen und von den miteinander wetteifernden Elementen bewusstlos geknüppelt. Andere wurden von dampfenden Sturzbächen über die Steinfliesen gespült und in die Hallenmitte geschwemmt. Der Premierminister hatte sich bereits in Sicherheit gebracht, noch bevor die Kugel etwa drei Meter vor der Redner-Tribüne zerschellte, war plötzlich ein dunkelgrüner Afrit erschienen, hatte den Premierminister in einen hermetischen Mantel gehüllt und war wie der Blitz mit ihm durch ein Oberlicht in der Hallendecke verschwunden. Von seinem Aufprall gegen die Tür, noch ein wenig benommen, versuchte Nathaniel wieder auf die Beine zu kommen, als er zwei Männer in grauen Jacken mit erschreckender Geschwindigkeit auf sich zurennen sah. Er ließ sich wieder zu Boden fallen und sie sprangen über ihn durch die Tür auf die Terrasse hinaus. Als der Zweite mit einem gewaltigen Satz über ihn hinweg schnellte, stieß er ein eigentümlich kehliges Knurren aus, bei dem Nathaniel die Haare zu Berge standen. Dann hörte man von der Terrasse erst ein Scharren, dann ein kratzendes Geräusch wie von Krallen auf Stein und schließlich klatschte es zweimal. Nathaniel hob vorsichtig den Kopf. Die Terrasse war leer. Im Saal hatte sich die angestaute Wut der entfesselnden Elemente inzwischen ausgetobt. In den Sprüngen im Steinfußboden stand Wasser, auf den Wänden und den Gesichtern der Gäste klebten Erdklumpen und am Saum des roten Bühnenvorhangs leckten hier und da noch kleine Flammen. Die meisten Zauberer regten sich wieder, rappelten sich hoch oder halfen anderen beim Aufstehen. Nur einige wenige blieben der Länge nach liegen. Diener kamen die Treppe herunter und aus den benachbarten Räumen herbei geeilt. Langsam fanden die Gäste auch ihre Stimmen wieder. Nathaniel stand auf, ignorierte den stechenden Schmerz in der Schulter, mit der er gegen die Wand geknallt war, und machte sich besorgt auf die Suche nach Mrs. Underwood. Seine Schuhe rutschten auf dem matschbedeckten Boden. Der dicke Mann im weißen Anzug stützte sich auf seine Krücken und redete auf Simon Lovelace und den alten, verrunzelten Zauberer ein. Keiner der drei schien bei dem Anschlag viel abbekommen zu haben, obwohl Lovelace Stirn diverse Schrammen und seine Brille etliche kleine Sprünge aufwies. Als Nathaniel an ihnen vorbeikam, wandten sie sich gerade einander zu, murmelten offenbar im Chor eine Formel, denn plötzlich materialisierten sich direkt vor ihnen sechs große, schlanke Djinn in silbernen Umhängen. Knappe Kommandos ertönten, und die Dämonen erhoben sich in die Luft, sausten auf die Terrasse und hinaus in die Nacht. Mrs. Underwood saß mit verdutztem Gesicht auf ihrem Allerwertesten. Nathaniel kniete sich neben sie. Alles in Ordnung? Ihr Kinn war dreckverschmiert und das Haar über einem Ohr ein wenig angesenkt, doch sonst schien sie unverletzt. Nathaniel spürte vor Erleichterung einen Kloß im Hals. Doch, doch, ich glaube schon, John. Wo ist Arthur? Nathaniel ließ den Blick über die durchnässte Menge schweifen. Da drüben! Sein Meister hatte offensichtlich keine Zeit gehabt, sich mit einem wirksamen Schutzschild zu umgeben, jedenfalls nach seinem Bart zu urteilen, der an einen vom Blitz gespaltenen Baum erinnerte. Auch seine Hose hatte gelitten. Sie fing jetzt oben zu spät an und hörte unten zu früh auf. Mr. Underwood stand neben einer Gruppe anderer Gäste, denen es ähnlich gegangen war, und schaute mit rotem, rußverschmiertem Gesicht und großer Empörung um sich. »Ich glaube, er hat es überlebt«, sagte Nathaniel. »Geh hin und hilf ihm, John. Nun lauf schon. Mir geht's gut, ehrlich. Ich will nur noch ein bisschen sitzen bleiben.« Nathaniel näherte sich seinem Meister mit einer gewissen Zurückhaltung. »So, geht es Ihnen?« Sein Meister schien ihn überhaupt nicht wahrzunehmen. Mit herrischer Geste zürrte er die zerlumpten Überbleibsel seines Jacketts zusammen und schloss ihn mit einem einzigen verbliebenen Knopf. Dann strich er sich die Krawatte glatt und marschierte auf das nächstbeste Grüppchen zu. Da er nicht wusste, was er sonst machen sollte, trottete Nathaniel hinterher. »Wer war das? Haben Sie ihn gesehen?« stieß Underwood abgehakt hervor. Eine Frau, der das Abendkleid wie feuchtes Seidenpapier von den Schultern hing, schüttelte den Kopf. »Es ging alles so schnell.« Ein paar andere nickten. Irgendwas kam von hinten angeflogen. Vielleicht durch ein Portal, ein abtrünniger Zauberer oder... Ein weißhaariger Mann mit weinerlicher Stimme mischte sich ein. Angeblich ist jemand über die Terrasse hereingekommen. Unmöglich. Wozu ist denn der Sicherheitsdienst da? Entschuldigen Sie, Sir. Dieser Widerstand, glauben Sie, Loveless, Shiloh und Pinn haben Spürdämonenfluss abwärts geschickt. Sir! Der Schurke muss in die Temse gesprungen und von der Strömung mitgerissen worden sein. Sir, ich habe ihn gesehen. Jetzt endlich drehte sich Underwood zu Nathaniel um. Was? Was hast du eben gesagt? Ich habe ihn gesehen, Sir. Den Jungen auf der Terrasse. Ich warne dich, wenn du lügst. Nein, Sir. Das war kurz bevor er geworfen hat, Sir. Er hatte eine blaue Kugel in der Hand. Er kam durch die Tür gerannt und hat sie geworfen, Sir. Es war ein Junge mit dunklem Haar, nicht viel älter als ich, Sir. Er war dünn und hatte einen dunklen Mantel an, glaube ich. Was er gemacht hat, nachdem er die Kugel geworfen hat, habe ich nicht mitgekriegt. Es war eine Elementenkugel, ganz bestimmt, Sir. Eine kleine, das heißt, man muss kein Zauberer sein, um sie zu zerbrechen. Nathaniel holte Luft und wurde sich plötzlich bewusst, dass er im Überschwang ein weit größeres magisches Wissen preisgegeben hatte, als es einem Gehilfen, der noch nicht einmal seinen ersten Mauler beschworen hatte, eigentlich zustand. Doch weder Underwood noch einem anderen Zauberer schien das aufgefallen zu sein. Es dauerte eine Weile, bis sie das Gehörte verdaut hatten. Dann wandten sie sich ab und fingen in zungenbrecherischem Tempo wieder an zu plappern, wobei sie einander in ihrem Eifer, ihre jeweils höchstpersönliche Theorie zu verkünden, ständig ins Wort fielen. Das kann nur die Widerstandsbewegung gewesen sein. Aber sind das jetzt Zauberer oder nicht? Underwood, Sie arbeiten noch in der Abteilung für innere Angelegenheiten. Sind in der letzten Zeit irgendwelche Elementenkugeln als Gestohlen gemeldet worden? Wenn ja, was haben Sie diesbezüglich unternommen, verdammt noch mal? Tut mir leid, Sir, streng vertraulich. Murmeln Sie gefälligst nicht in die Reste Ihres Bartes. Wir haben ein Recht auf Information. Meine Damen und Herren, die Stimme war leise, doch sie tat sofort ihre Wirkung. Das Geschnatter verebte, alle drehten sich um. Simon Lovelace war zu dem Diskutierenden getreten. Sein Haar war wieder ordentlich gekämmt. Trotz der zersprungenen Brille und der zerschrammten Stirn wirkte er so elegant wie eh und je. Nassand klebte sofort wieder die Zunge am Gaumen. Lovelace blickte mit seinen flinken, dunklen Augen von einem zum anderen. Aber ich bitte Sie, bedrängen Sie den armen Arthur nicht so, sagte er. Das mechanische Lächeln huschte über sein Gesicht. Der arme Kerl ist für diesen Vorfall nicht verantwortlich. Der Attentäter ist offenbar vom Fluss hergekommen. Der Mann mit dem schwarzen Bart zeigte auf Nathaniel. Das hat der Junge da doch auch gesagt. Die dunklen Augen richteten sich auf Nathaniel und weiteten sich kaum merklich, als Lovelace ihn erkannte. Ach, der junge Underwood! Du hast ihn also gesehen? Nathaniel nickte stumm. Aha, auf dem Kiwi wie immer. Hat er denn schon einen Namen, Underwood? Äh, ja, John Mandrake. Ich habe ihn offiziell eintragen lassen. Also, John, die dunklen Augen fixierten ihn, da kannst du dir ja gratulieren. Niemand, mit dem ich bis jetzt gesprochen habe, hat den Attentäter gesehen. Kann gut sein, dass die Polizei demnächst eine Aussage von dir braucht. Nathaniel bekam endlich seine Zunge wieder frei. Ja, Sir. Lovelace warnte sich wieder an die anderen. Der Attentäter hat mit einem Boot unterhalb der Terrasse angelegt, ist über die Ufermauer geklettert und hat dem Wächter die Kehle durchgeschnitten. Wir haben keine Leiche gefunden, aber reichlich Blut, woraus man schließen kann, dass er die Leiche in die Temse geworfen hat. Nach dem Attentat ist er offenbar selber ins Wasser gesprungen und hat sich von der Strömung davontragen lassen. Vielleicht ist er ertrunken. Der Mann mit dem schwarzen Bart schüttelte missbilligend den Kopf. Ist ja unerhört. Was hat sich die Weihl bloß dabei gedacht? Die Polizei muss sowas doch verhindern. Lovelace hob beschwichtigend die Hand. Da bin ich ganz ihrer Meinung. Immerhin haben zwei Beamte sofort die Verfolgung aufgenommen. Vielleicht finden sie eine Spur, auch wenn das im Wasser schwierig ist. Mehr kann ich im Moment leider nicht sagen. Wir können froh sein, dass der Premierminister in Sicherheit ist und niemand Wichtiges getötet wurde. Wenn ich vorschlagen dürfte, dass Sie jetzt vielleicht alle nach Hause gehen, um sich von dem Schreck zu erholen. Wir werden Ihnen auf jeden Fall demnächst weitere Informationen zukommen lassen. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen wollen... Er verabschiedete sich lächelnd und trat zur nächsten Gruppe Gäste. Die Zurückbleibenden starrten ihm mit offenen Mündern nach. Was für ein Arroganter! Der schwarzbärtige Zauberer unterbrach sich mit verächtlichem Schnauben. Man sollte nicht glauben, dass er bloß stellvertretender Handelsminister ist. Eines schönen Tages wird Ihnen mal ein Affritt auflauern. Also, ich gehe jetzt nach Hause. Aber wenn Sie unbedingt noch hierbleiben wollen... Er stapfte davon und einer nach dem anderen folgte ihm. Wester Underwood sammelte schweigend seine Frau ein, die gerade angeregt ihre Blessuren mit denen eines Ehepaars aus dem Außenministerium verglich und sie verließen mit Nathaniel im Schlepptau die verwüstete Westminster Hall. Auf der Rückfahrt lastete zuerst dumpfes Schweigen über den Dreien im Wahn und der Geruch nach versenktem Bart. Als sie jedoch die Innenstadt hinter sich gelassen hatten, wurde Underwood plötzlich gesprächig. Ihm schien etwas im Kopf herumzugehen. Es ist doch nicht deine Schuld, mein Lieber, sagte Mrs. Underwood tröstend. Natürlich nicht. Aber man wird sie mir in die Schuhe schieben. Du hast es ja gehört, Junge. Man hat mir die Verantwortung für die vielen Diebstähle zur Last gelegt. Nathaniel wagte eine seiner seltenen Fragen. Was für Diebstähle, Sir? Underwood schlug verärgert auf das Steuerrad. Natürlich die vom sogenannten Widerstand verübten. Es geht um magische Gegenstände, die unvorsichtigen Zaubern in ganz London gestohlen wurden. Gegenstände wie diese Elementenkugel zum Beispiel. Wenn ich mich recht entsinne, wurden im Januar tatsächlich einige Elementenkugeln aus einem Lagerhaus entwendet. In den letzten Jahren hat diese Art Diebstähle ständig zugenommen und ausgerechnet ich soll dagegen vorgehen. Mit einer Abteilung von nur sechs Leuten. Nach dem heutigen Abend muss jeder, der im Besitz von magischem Liebesgut ist, mit den härtesten Strafen rechnen, die unserer Regierung zur Verfügung stehen. Die Schuldigen werden keines leichten Todes sterben. Das kann ich dir versichern. Hast du was gesagt, Junge? Nathaniel war unwillkürlich ein Laut entschlüpft. Eine Mischung aus Wirken und Quieken. Ganz plötzlich hatte er das gestohlene Amulett von Samarkand vor sich gesehen, das in diesem Augenblick irgendwo in Anderwoods Arbeitszimmer versteckt war. Er schüttelte stumm den Kopf. Der Wagen bog um die letzte Kurve und schnurrte die dunkle, stille Straße entlang. Anderwood parkte direkt vor dem Haus. Er stieg aus, knallte die Autotür zu und ließ eine nach versenktem Bad stinkende Wolke zurück. Mrs. Anderwood drehte sich nach der Rückbank um und Nathaniel sah stocksteif da und starrte mit leerem Blick vor sich hin. Noch einen heißen Kakao vor dem Schlafen gehen, mein Lieber? fragte sie. Ich stand über einem mit Steinplatten gefließten Boden auf einem etwa zwei Meter hohen säulenförmigen Steinpostament oder Sockel. Auf der ersten Ebene war meine Sicht in alle Richtungen klar, doch auf der zweiten bis siebten wurde sie von etwas Abscheulichem behindert, nämlich von einer kleinen Energieglocke von beträchtlicher Stärke. Sie bestand aus schmalen, weißen, sich überschneidenden Kraftlinien, die rings um meine schlanken Füße aufstiegen und über meinem anmutigen Haupt wieder zusammentrafen. Auch ohne sie zu berühren, wusste ich, dass es unerträglich wehtun und ich sofort wieder zurückzucken würde. Dieses Gefängnis wies nicht das kleinste Schlupfloch auf, keine einzige Schwachstelle. Ich konnte nicht heraus. Ich war in der Glocke gefangen wie ein dumpfbackiger Goldfisch in seinem Glas. Was für ein Schmach! Ich, Bartimaeus, in aller Öffentlichkeit außer Gefecht gesetzt. Aber ärgern konnte ich mich später immer noch. Jetzt galt es, einen kühlen Kopf zu bewahren und auf einen Ausweg zu sinnen. Der Raum machte einen ziemlich altertümlichen Eindruck. Die Wände bestanden aus grauen Steinquaddern und die Decke aus dicken Holzbalken. Durch das einzige weit oben angebrachte Fenster fiel ein schwacher, kränklicher Lichtstrahl herein, der es durch die tanzenden Staubflocken kaum bis zum Boden schaffte. Das Fenster war mit einem magischen Gitter, ähnlich dem meines Gefängnisses, gesichert. Es gab noch mehr Steinsockel außer meinem. Die meisten waren leer. Nur auf einem lag eine kleine, feste, blau leuchtende Kugel. Türen gab es keine. Aber das hatte nicht viel zu bedeuten. In von Zauberern eingerichteten Gefängnissen waren Portale, die sich nur bei Bedarf öffneten, nicht unüblich. Es war unmöglich, den Raum zu betreten oder zu verlassen, es sei denn durch Tore, die von zuverlässigen Zaubererwächtern kontrolliert wurden. Die beiden Aufseher machten die Sache auch nicht einfacher. Es handelte sich um zwei hochgewachsene Utuku, die mit schweren Schritten auf- und abmarschierten. Der eine hatte den Kopf eines Wüstenadlers, komplett mit grausam gebogenem Schnabel und aufgeplusterter Federaube. Der andere einen Stierkopf, aus dessen Nüstern in der Kälte Dampfwölkchen quollen. Beide gingen auf kräftigen Beinen aufrecht und hielten Lanzen mit silbernen Spitzen in den von dicken Adern überzogenen Pranken. Auf ihren muskulösen Rückenlagen zusammengefaltet große, gefiederte Schwingen. Mir entwich ein leiser Seufzer. Doch ich gab mich noch nicht geschlagen. Nach dem beeindruckenden Ausmaßen der Zelle zu urteilen, befand ich mich vermutlich im Gewahrsam der Regierung. Aber ich wollte ganz sicher gehen. Daher musste ich mein Bewachern zunächst so viele Informationen wie möglich aus der Nase ziehen. Ich stieß einen anzüglichen Pfiff aus. Der mit dem Adlerkopf blickte zu mir rüber, richtete die Lanze auf mich. Ich setzte ein gewinnendes Lächeln auf. Hallo, Jungs! Der Utuku zischte wie eine Schlange und entblößte seine spitze, rote Vogelzunge. Er kam näher, fuchtelte aber immer noch bedrohlich mit der Lanze herum. Adlerschnabel kam noch näher. Seine Füße standen zwei Meter unter mir auf dem Boden. Trotzdem war er mit mir immer noch auf Augenhöhe. Dabei achtete er darauf, dass er der schimmernden Glocke um mich herum nicht so nahe kam. Er deutete auf die Spitze seiner Lanze. Die ist aus Silber. Geht ganz leicht durch deine Glocke durch und macht Löcher in dich rein, wenn du nicht die Klappe hältst. Alles klar. Ich strich mir ein Haarsträhne aus der Stirn. Ich weiß, dass ich deiner Willkür ausgeliefert bin. Das kannst du laut sagen. Der Utuku wollte schon wieder gehen. Doch, oh Wunder, ein einsamer Gedanke war in die öde Wüste seines Geistes vorgedrungen. Mein Kollege da drüben, fügte er hinzu und zeigte auch Stierkopf, der uns aus einiger Entfernung mit kleinen roten Augen beobachtete. Der meint, er hat dich schon mal irgendwo gesehen. Ich wüsste nicht wo. Ist schon lange her. Du siehst jetzt anders aus. Aber er meint, er hat dich ganz bestimmt schon mal gerochen. Er weiß bloß nicht mehr, wann. Er könnte sogar recht haben. Ich bin schon eine ganze Weile in der Gegend. Leider kann ich mir absolut keine Gesichter merken. Tut mir leid. Wo sind wir hier eigentlich? Ich wollte unbedingt das Thema wechseln. Die Federhaube des Utuku kippte ein bisschen nach hinten, als er über meine Frage nachdachte. Warum soll ich es dir eigentlich nicht sagen? Erwiderte er schließlich. Wir sind hier im Tower. Im Tower von London. Mehrere freche Antworten standen bei mir Schlange. Doch ich hielt sie mit Gewalt zurück und schwieg. Ich hatte keine Lust, durchlöchert zu werden. Der Utuku trottete davon und nahm seinen Rundgang wieder auf. Doch jetzt sah ich, dass Stierkopf näher kam und dabei unablässig mit seiner scheußlichen, feuchten Schnauze schnaubte und schnüffelte. Als er so dicht vor meiner Glocke stand, dass der Schaum, der aus seinen Nüstern sprühte, zischend an den aufgeladenen Energieadern verdampfte, stieß er ein gequältes Brummen aus. »Ich kenne dich«, sagte er, »ich kenne deinen Geruch. Ja, es ist lange her, aber ich vergesse nie etwas. Ich weiß, wie du heißt.« »Vielleicht haben wir gemeinsame Bekannte«, ich beäugte nervös die Lanzenspitze. Im Gegensatz zu Adlerschnabel furchtelte Stierkopf überhaupt nicht mit seiner Waffe herum. »Nein, du bist ein Feind.« »Grässlich, wenn einem etwas auf der Zunge liegt und partout nicht einfallen will. Stimmt's?« kommentierte ich. »Dabei gibt man sich solche Mühe, sich zu erinnern. Aber meistens klappt es dann doch nicht, weil einem irgendein Schwachkopf dazwischenquatscht und einfach drauf losplappert, sodass man sich überhaupt nicht konzentrieren kann. Und dann«, Stierkopf brüllte wütend los, »halt die Klappe! Eben hätte ich's fast gehabt!« Ein Beben erfasste den Raum und setzte sich über den Fußboden in mein Postament fort. Stierkopf wirbelte sofort herum, trabte davon und nahm vor der Wand Habachtstellung ein. »Adlerschnabel ein Stück weiter weg ebenfalls!« Zwischen den beiden Utuku erschien ein ovaler Umriss, der sich am unteren Ende weitete und zu einem breiten Bogen wurde, in dem pechschwarze Finsternis herrschte. Aus dieser Schwärze tauchten jetzt zwei Gestalten auf und nahmen, als sie sich aus dem zähen Nichts des Portals lösten, langsam Farbe und Körperlichkeit an. Der eine war Scholto. Er war so beleibt wie immer, humpelte jedoch schwer, als bereitete ihm jede Bewegung große Schmerzen. Zudem stellte ich erfreut fest, dass er den plasmaverschießenden Spazierstock gegen ein paar gewöhnliche Krücken eingetauscht hatte. Sein Gesicht sah aus, als hätte sich ein Elefant darauf gesetzt, und sein Monokel war provisorisch mit Klebeband repariert. Das eine Auge war blau und zugeschwollen. Ich gestattete mir ein Lächeln. Sogar in meiner misslichen Lage gab es noch ein paar Lichtblicke. Neben Scholtos lädierter Leibesfülle wirkte die Frau neben ihm noch hagerer, als sie tatsächlich war. Sie ging gebeugt wie ein Fischender Reier, trug ein graues Oberteil und einen langen, schwarzen Rock. Ihr glattes, weißes Haar war hinter den Ohren radikal kurz geschoren. Ihr Gesicht bestand nur aus Wangen, Knochen und Augen und war völlig farblos. Sogar ihr Augen sahen wie zwei stumpfe, regengraue Murmeln aus. Knochige Finger mit langen Nägeln ragten wie Skalpelle aus ihren gerüschten Manschetten. Sie strahlte bedrohliche Macht aus. Als sie an den Utuku vorbeischritt, schlugen die beiden die Hacken zusammen und salutierten. Dann schnipste die Frau mit den spitzen Fingernägeln und das Portal verschwand wieder. Aus meiner Glocke heraus beobachtete ich, wie die beiden näher kamen. Dick und dünn, humpelnd und gebeugt. Ein paar Meter vor mir blieben sie stehen. Die Frau schnippte abermals mit den Fingern und zu meinem leisen Erstaunen erhoben sich die Steinfliesen, auf denen die beiden standen, in die Luft. Die darunter gefangenen Kobolde ließen beim Stämmen ihrer Last gelegentlich ein Ächzen vernehmen. Dann hielten die Steinplatten an und die beiden Zauberer betrachteten mich nunmehr aus gleicher Höhe. Ungerührt erwiderte ich ihre Blicke. »Na, endlich aufgewacht?« sagte die Frau. Ihre Stimme klang wie Glasscherben in einem Eiskügel. »Gut, dann kannst du uns ja vielleicht behilflich sein. Erstens, wie heißt du?« Ich zuckte die Achseln und schwieg. »Wir möchten wissen, wie du heißt, was du in Mr. Pins Laden zu suchen hattest und was du uns alles über das Amulett von Samarkand sagen kannst. Und vor allem wollen wir wissen, wer dein Herr und Meister ist?« Ich strich mir wieder das Haar aus dem Gesicht. Dann ließ ich den Blicke langweilend durch den Raum schweifen. Die Frau wurde weder wütend noch ungeduldig. Auch ihr Ton blieb gelassen. »Sei vernünftig«, fuhr sie fort. »Du kannst es uns jetzt gleich sagen oder später. Das hängt ganz von dir ab. Mr. Pins glaubt übrigens nicht, dass du Vernunft annimmst. Nur deshalb ist er mitgekommen. Er möchte dich leiden sehen.« Ich zwinkerte dem übel zugerichteten Scholto zu. »Na los doch«, forderte ich ihm mit gespielter Keckheit auf. »Zwinkern Sie zurück? Eine gute Übung für zugeschwollene Augen.« Der Zauberer bleckte die Zähne, ging aber nicht drauf ein. Die Frau machte eine Handbewegung und ihre Steinschliese glitt näher. »Ich an deiner Stelle wäre lieber nicht so unverschämt. Dämon, nur zu deiner Information. Wir befinden uns hier im Tower von London, wo man alle Feinde der Regierung einsperrt und bestraft. Seit 150 Jahren sind alle möglichen Zauberer und Geister hier gelandet. Und keiner von ihnen ist je wieder herausgekommen, es sei denn mit unserer Erlaubnis.« »Diese Zelle ist durch einen dreifachen Schließzauber gesichert. Zwischen den einzelnen Bannriegeln wachen ganze Bataillone von Horla und Utuku, die pausenlos patrouillieren. Doch um dich ihnen auch nur zu nähern, müsstest du deine Glocke verlassen, und das ist unmöglich. Du befindest dich nämlich in einer Büsat-Glocke. Wenn du sie berührst, zerreißt deine Substanz. »Auf meinen Befehl«, sie sprach ein Wort, und die Kraftadern schienen zu pulsieren und anzuschwellen, »zieht sich die Glocke zusammen und wird immer kleiner. Du kannst dich bestimmt auch kleiner machen. Deshalb kannst du es anfangs noch vermeiden, dich zu verbrennen. Doch die Glocke kann auf ein Nichts zusammenschrumpfen und du nicht.« »Und wenn ich rede,« richtete ich zum ersten Mal das Wort an sie. »Was dann?« »Wenn du kooperativ bist, lassen wir dich laufen,« sagte sie, »uns liegt nichts daran, Sklaven zu töten.« Es klang so schonungslos direkt, dass ich ihr beinahe geglaubt hätte, aber nur beinahe. Bevor ich mich dazu äußern konnte, brachte sich Scholz zu seiner Kollegin mit einem schnaufenden Reißbein in Erinnerung. Das Sprechen fiel ihm sichtlich schwer, als täten ihm sämtliche Rippenweh. »Das Attentat«, flüsterte er, »der Widerstand.« »Ach ja«, die Frau wandte sich wieder mir zu. »Deine Chancen auf eine Begnadigung steigen, wenn du uns etwas über den Zwischenfall erzählen kannst, der sich gestern Abend nach deiner Gefangennahme ereignet hat.« »Moment mal«, unterbrach ich sie, »wie lange habt ihr mich überhaupt ausgeschaltet?« »Fast 24 Stunden. Wir hätten dich schon gestern Abend verhört, aber wie gesagt, dieser Zwischenfall. Wir sind erst vor einer halben Stunde dazu gekommen, dich aus dem Silbernetz zu wickeln. Du hast dich erstaunlich schnell wieder erholt.« »Das ist doch nicht der Rede wert, was ist passiert. Eine Terroristengruppe, die sich Widerstand nennt, hat ein Attentat verübt. Angeblich verabscheuen sie jede Art von Magie. Nichtsdestotrotz halten wir es für möglich, dass sie gewisse Verbindungen zur magischen Welt haben, zum Beispiel zu Djinn wie dir, die von regierungsfeindlichen Zauberern beschworen werden.« »Und was war das für ein Attentat? Eine Elementenkugel aufs Gerade wohl geschleudert, hat nicht viel Schaden angerichtet.« »Das hörte sich eher nicht nach Lovelace an. Nach meiner Einschätzung war er jemand, der sich lieber im Hintergrund hielt und seine Mordaufträge auf Gartenfesten zwischen zwei Bissen Gurkensandwich erteilte. Außerdem verwies seine Botschaft an Scheile auf etwas, das weiter in der Zukunft lag.« Meine Überlegungen wurden von einem kehligen Knurren meines alten Kumpels Scholtoyer unterbrochen. »Jetzt reicht's. Das da macht offenbar nicht freiwillig den Mund auf. Also lass die Glocke schrumpfen, meine liebe Jessica, damit es endlich zur Vernunft kommt. Wir haben Besseres zu tun, als den ganzen Tag in dieser Zelle zu vertrödeln.« Zum ersten Mal verzog sich der schmalliebige, strichförmige Mund der Frau zu so etwas wie einem Lächeln. »Mr. Pinn wird ungeduldig, Dämon«, sagte sie. »Ihm ist es egal, ob du redest oder nicht. Er möchte, dass die Glocke endlich ihre Wirkung tut.« »Ich hätte Nesen hier mit dem größten Vergnügen ans Messer geliefert. Ich hätte den beiden liebend gern alles verraten. Namen, Adresse, Schuhgröße. Ich hätte den beiden von Loveless und Fakwal erzählt und ihnen haarklein beschrieben, wo das Amulett von Samarkand zu finden war. Ich hätte wie ein Kanarienvogel gesungen, aber damit hätte ich mir mein eigenes Grab geschaufelt. Erstens würden sie mich wahrscheinlich in jedem Fall in der Glocke zerdrücken und zweitens, selbst wenn sie mich laufen ließen, würden sie Nathaniel töten oder sonst wie leiden lassen. Und damit war mein Aufenthalt im Sanatorium Lungenstolz auf dem Temsegrund gebongt. Beim bloßen Gedanken an Rosmarin lief mir schon die Nase. »Lieber ein rascher Tod in der Glocke als ewiges Elend in der Tabaksdose. Daher strich ich mir stumm das zierliche Kinn und ergab mich in das Unvermeidliche.« Und dann geschah etwas Unglaubliches. Gerade als ich die beiden mit einem letzten Schwall leidenschaftlicher Beschimpfungen überschütten wollte, spürte ich ein wohlbekanntes, schmerzhaftes Ziehen in den Eingeweiden. Unzählige glühende Zangen rissen an mir, zerrten an meiner Substanz. Ich wurde gerufen. Zum allerersten Mal war ich dem Jungen dankbar. Was für ein perfektes Timing! Nun konnte ich von der Beschwörung entmaterialisiert direkt vor ihrer Nase entschwinden, während die beiden noch mit offenem Maul glotzten wie verdutzter Goldfischer. Bedauernd schüttelte ich den Kopf. »Tut mir schrecklich leid«, sagte ich grinsend, »aber ich muss leider los. Vielleicht können wir die Folter und den Knast später mal nachholen. Autsch! Aua!« Zugegeben, es war nicht mein redegewandtester Abgang, doch die Schmerzen wurden immer stärker. Es fühlte sich noch schlimmer an als sonst, irgendwie heftiger und ungesünder. Außerdem dauerte es länger. Ich wandte mich auf mein Postament und wünschte, der Junge würde sich ein bisschen beeilen. Wo lag das Problem? Wusste er nicht, was für eine Folter das war? Dabei konnte ich mich nicht einmal ordentlich vor Schmerzen krümmen. Dazu saßen mir die Kraftadern der Glocke viel zu dicht auf der Pelle. Nach zwei ausgesprochen unerfreulichen Minuten ließ das Zerren nach, hörte schließlich ganz auf und ließ mich in einer würdelosen Haltung zurück, zusammengekrümmt, die Arme über dem Kopf und den Kopf zwischen den Knien. Ganz steifer und erdrückter Qual hob ich den Kopf und richtete mir mit zitternder Hand die Frisur. Ich befand mich immer noch unter meiner Glocke. Davor standen die beiden Zauberer und grinsten mich durch das Gitter an. Das ließ ich nun wirklich nicht schönreden. Grimmig und immer noch von Nachwegen geplagt erhob ich mich, richtete mich hoch auf und strafte die beiden mit einem unversöhnlichen Blick. Die Frau nickte. Hast du es immer noch nicht kapiert, du dummes Ding? Ihre Bodenplatte schob sich noch näher heran. Eine Büßerglocke kann man nicht verlassen. Beschwörung hin oder her. Deine Substanz sitzt darin fest. Nicht einmal dein Herr kann dich von hier wegrufen. Hier fällt schon noch was ein, widersprach ich und biss mir sofort auf die Lippe, als hätte ich mich verplappert. Ihr? Die Zauberin sah mich misstrauisch an. Dein Herr und Meister ist eine Frau? Es lügt, Scholtepin schüttelte den Kopf. Es blafft bloß. Ich verliere allmählich die Geduld, Jessica. Ich schlage vor, dieses Geschöpft zwecks weiterer Ermunterung eine Weile sich selbst zu überlassen. Großartige Idee, lieber Scholto. Sie schnipste fünfmal mit den Fingernägeln und brachte damit die Glocke zum Summen und Beben. Höchste Zeit, mich kleiner zu machen. Mit letzter Kraft zwang ich mich zu einer zügigen Verwandlung, und als ich das flackernde Gitter enger um mich schloss, wechselte ich die Gestalt. Nun kauerte eine geschmeidige, anmutige Katze auf dem Postament. Doch im Handumdrehen schrumpfte die Glocke auf ein Drittel ihrer ursprünglichen Größe. Das abscheuliche Summen der Kraftadern dröhnte in meinen empfindlichen Katzenohren, doch zwischen mir und dem Gitter lag immer noch ein beruhigender Abstand. Die Frau schnipste noch mal, und die Schrumpfgeschwindigkeit nahm deutlich ab. Faszinierend, sie sprach mit Scholto. Wenn es kritisch wird, verwandelt es sich in eine Wüstenkatze. Sehr ägyptisch. Es muss schon ziemlich alt sein. Dann sprach sie mich direkt an. Deine Glocke schrumpft weiter, Dämon, sagte sie. Mal schneller, mal langsamer. Irgendwann ist sie nicht größer als ein Punkt. Ansonsten gehabt ich wohl... Statt einer Antwort fauchte und spuckte die Katze. Deutlicher konnte ich in meinem gegenwärtigen Zustand nicht werden. Die Steinplatten senkten und drehten sich, bis sie sich wieder in den Fußboden einfügten. Scholte und die Frau traten durch den Bogen und wurden von dem Portal verschluckt. Der schwache Umriss verschwand, und die Wand sah aus wie zuvor. Adlerschnabel und Stierkopf nahmen ihre Wanderung wieder auf. Die tödlichen weißen Kraftadern der Büßerglocke summten und vibrierten und zogen sich unmerklich, aber stetig zusammen. Die Katze rollte sich auf ihrem Postament ein und schlang den Schwanz so eng um sich, wie sie konnte. In den folgenden Stunden wurde meine Lage immer ungemütlicher. Zunächst leistete mir die Katzengestalt gute Dienste. Doch bald war die Glocke so stark geschrumpft, dass ich die Ohren bis zu den Schnurhaaren herunterklappen musste und meine Schwanzspitze zu brützeln anfing. Daraufhin nahm ich eine Reihe von Verwandlungen vor. Ich wusste, dass man mich beobachtete, deshalb tat ich nicht das Nächstliegende und verwandelte mich sofort in einen Floor. Das hätte bloß zur Folge gehabt, dass ich die Glocke noch schneller zusammengezogen hätte, um mit mir Schritt zu halten. Stattdessen durchlief ich eine Vielzahl pelziger und schubbiger Varianten, den schimmernden Gitterstäben immer eine Nasenlänge voraus. Kaninchen, Äffchen, gemeine Wühlmaus. Ich hätte eine ganze Zoohandlung bestücken können, aber besonders kleidsam war das alles nicht. Zu allem Elend versuchte mich der formaledeite Junge noch zweimal zurückzurufen. »Warst du bei Angkor Turm dabei?« Stierkopf versuchte immer noch, mich irgendwo unterzubringen. »Nein, da verwechselst du mich mit jemandem. Aber mal was anderes. Hör zu!« Die Wühlmaus senkte verschwörerisch die Stimme und raunte hinter vorgehaltener Pfote. »Du bist doch ein heller Bursche. Pass auf, ich habe einflussreiche Freunde. Wenn du mir hilfst, von hier wegzukommen, bringen sie deinen Herrn um und befreien dich aus deiner Knechtschaft. Stierkopf kam dicht ans Gitter. Der Schaum aus seinen Nüstern regnete auf mich nieder und hinterließ klebrige Tröpfchen auf meinem Fell. »Was für Freunde?« »Äh, ein Marit, ein Großer und vier Afriten. Sehr mächtig. Du könntest bei uns mitmachen.« Der Stierkopf zog sich mit empörten Grollen zurück. »Du hältst mich wohl für blöd.« »Aber nein, keineswegs.« Die Wühlmaus zuckte die Achseln. »Ich bin doch nicht dein Freund Adlerschnabel.« »Der hat vorhin gemeint, du machst bei unserem Plan bestimmt nicht mit.« »Na ja, wenn du kein Interesse hast.« Mit einem kleinen Hüpfer wandte die Wühlmaus dem Wächter den Rücken zu. »Wie bitte?« Stierkopf trabte eilig um die Säule herum und richtete seine Lanze auf die Glocke. »Was hat Xerxes gesagt?« »Hee!« Adlerschnabel kam aus der gegenüberliegenden Ecke anmarschiert. »Habt ihr denn gerade über mich geredet? Du sollst doch nicht mit den Gefangenen sprechen.« Stierkopf stierte ihn gereizt an. »Ich rede mit wem ich will. Du hältst mich also für blöd, hm? Ich bin aber nicht blöd, kapiert? Was habt ihr beide dafür im Plan?« »Nichts verraten, Xerxes«, flüsterte ich vernehmlich. »Halt bloß dicht!« Adlerkopf knirschte mit dem Schnabel. »Plan? Was für ein Plan! Der Gefangene lügt Batztuck. Was hat er dir da erzählt?« »Es ist gut sein, Xerxes«, rief ich fröhlich. »Ich habe ihm kein Wort von dem. Na, du weißt schon, was verraten.« Stierkopf schwang drohend seine Lanze. »Ich glaube, ich sollte hier lieber die Fragen stellen, Xerxes«, sagte er. »Du hast dich mit dem Gefangenen verschworen.« »Quatsch, du Blödmann!« »Ach, ich bin also ein Blödmann!« Und schon ging sie aufeinander los. Schnauze an Schnabel, mit schwellenden Muskeln und gesträubtem Feterschopf brüllten sie sich an und verpassten einander Boxhiebe auf die Brustpanzer. In ihrer Aufregung hatten sie mich völlig vergessen, was mir gerade recht kam. In der Glocke war es inzwischen wieder unangenehm eng, weshalb ich mich noch kleiner machte. Diesmal verwandelte ich mich in einen Skarabeus. Das änderte natürlich nichts Grundsätzliches an meiner Bedrängnis, sondern zögerte das Unvermeidliche lediglich ein wenig hinaus. »Dieser verflickste Nathaniel! Wenn ich hier jemals wieder rauskäme, würde ich mich so fürchterlich an ihm rächen, dass sein schreckliches Schicksal in die Legenden und Albträume seiner Kollegen eingehen würde, dass ich, Bartimeus, auf diese würdelose Weise abdrehen sollte, als Käfer zerquetscht.« »Niemals!« Mir fiel schon noch was ein. Ich überlegte und überlegte. Unmöglich! Es gab kein Entrinnen. Der Tod rückte von allen Seiten näher und näher. Kaum denkbar, dass es noch schlimmer kommen konnte. Eine Dampfwolke, ein Aufbrüllen, ein irres rotes Auge blitzte mich an. »Bartimeus!« Na gut, das war natürlich auch eine Möglichkeit. Stierkopf kappelte sich nicht mehr mit Adlerschnabel. Plötzlich war ihm wieder eingefallen, wer ich war. »Jetzt weiß ich, wer du bist!« schrie er. »Ich hab deine Stimme wiedererkannt. Du bist schuld am Untergang meines Volkes! Hab ich dich endlich! Auf diesen Augenblick hab ich 2700 Jahre gewartet!« Angesichts einer Aussage wie dieser fällt einem nur in Ausnahmefällen eine passende Antwort ein. Ich flatterte schicksalsergeben und mit einem letzten Aufweilen von Trotz mit den Flügeln. Obwohl sie erst zu später Stunde vom Parlament nach Hause gekommen waren, konnte Herr Sennett einfach nicht einschlafen. Die letzten Worte seines Meisters gingen ihm im Kopf herum. Jeder, der im Besitz von Diebesgut ist, muss mit den härtesten Strafen rechnen. Was sonst war das Amulett von Samarkand, wenn nicht Diebesgut? Einerseits war Nathaniel davon überzeugt, dass Lovelace das Amulett gestohlen hatte. Andererseits war er selbst, oder besser gesagt, Underwood derzeit im Besitz des Diebesgutes. Wenn Lovelace oder die Polizei oder sonst jemand von der Regierung das Amulett in diesem Haus fand. Ja, falls Underwood selbst es in seinem Magazin entdeckte, die katastrophalen Folgen mochte sich Nathaniel nicht einmal ansatzweise ausmalen. Was als persönliche Rache an seinem Feind gedacht gewesen war, hatte sich zu einer weitaus brisanteren Angelegenheit ausgewachsen. Jetzt hatte er es nicht mehr nur mit Lovelace zu tun, sondern auch noch mit der Obrigkeit. Als das gespenstische Licht kurz vor Tagesanbruch in der Dachluke schimmerte, hatte Nathaniel nur noch einen Gedanken. Er musste das Amulett so schnell wie möglich loswerden. Er wollte es wieder zu Lovelace schaffen und ihm dann irgendwie die Behörden auf den Hals hetzen. Doch dafür benötigte er Bartimaeus. Und Bartimaeus weigerte sich zu kommen. Trotz seiner Müdigkeit führte Nathaniel an jenem Morgen drei Beschwörungen durch, und dreimal ließ der Djinn sich nicht blicken. Fluchend brach Nathaniel die Beschwörung ab, kickte wütend ein Räuchergefäß durchs Zimmer und warf sich aufs Bett. Sobald er den Djinn wieder in seiner Gewalt hatte, würde er ihn für seine Saumseligkeit büßen lassen. Aber was sollte er in der Zwischenzeit machen? Den Zauberspiegel benutzen? Nein, das musste warten. Er musste erst neue Kräfte sammeln. Aber was war mit der Bibliothek seines Meisters? Vielleicht enthielten die Bücher ja noch andere, wirksamere Beschwörungsmethoden, die er ausprobieren konnte. Nathaniel machte sich auf den Weg zur Bibliothek, stürmte die Dachbodentreppe hinunter und stieß prompt mit seinem Meister zusammen. »Wonach riecht es hier?« »Sir, dieser Geruch, äh, der kommt von dir, Junge.« Er schnüffelte geräuschvoll. »Ich, äh, tut mir leid, Sir, ich hab heute Morgen vergessen, mich zu waschen. Ich rede nicht von deinem Körpergeruch. Nein, es riecht dir eher nach... Rosmarin. Äh, genau, und Lorbeer und Johanniskraut.« Seine Augen weiteten sich und er blitzte seinen Gehilfen an. »Du riechst nach Beschwörung.« »Nein, Sir.« »Wie kann?« Sein Blick wurde misstrauisch. »Zeig mir sofort dein Zimmer, John Mandrake. Geh voran, ich komme hinterher.« »Lieber nicht, Sir, es ist schrecklich unaufgeräumt. Es ist mir peinlich.« Sein Meister richtete sich hoch auf. Seine Augen funkelten und sein angesenkter Bart sträubte sich. Nesheniel duckte sich unwillkürlich und wieg zurück. Anderwood wies mit ausgestreckten Zeigenfingern nach oben. »Geh!« Nesheniel blieb nichts anderes übrig, als zu gehorchen. Dicht gefolgt von den schweren Schritten seines Meisters ging er schweigend voraus. Als er seine Zimmertür öffnete, schlug ihm der unverwechselbare Strengegeruch von Räucherwerk und Kerzenwachs entgegen. Nesheniel trat wie ein begossener Pudel beiseite, als sein Meister gebückt die niedrige Kammer betrat. Da war durchaus aufschlussreich. Auf dem Boden lag ein umgekippter Tiegel, aus dem sich buntes Räucherwerk ergoss. Entlang der Wände und auf dem Schreibtisch standen Dutzende noch glimmender Beschwörungskerzen. Und auf dem Bett lagen aufgeschlagen zwei dicke Zauberbücher aus seinem Privatbestand. »Ich kann Ihnen alles erklären, Sir!« Der Zauberer bückte sich, packte den Teppich, zog ihn mit einem kräftigen Ruck weg, sodass die ganze Zeichnung sichtbar wurde. Er überflog die Schrift. Dann wandte er sich mit finsterem Gesicht wieder nach seinem Gehilfen um. Nesheniel schluckte. Er wusste, dass ihm Ausreden jetzt nichts mehr halfen. Trotzdem versuchte er es. »Ich hab bloß ein bisschen geübt, damit ich mich nachher nicht verschreibe, Sir!« begann er mit schwankender Stimme. »Damit ich ein besseres Gefühl dafür kriege!« »Natürlich habe ich nichts damit beschworen, Sir! So etwas würde mir nicht dem Traum einfallen!« Ein Augenblick schien es, als verlöre nunmehr Mr. Underwood die Haltung. Sein Gesicht wurde fleckig vor Zorn. Mit zwei raschen Schritten stand er vor Nesheniel und hob die Hand, als wollte er ihn schlagen. Nesheniel zuckte zusammen, doch der Schlag kam nicht. Die Hand sank herab. »Nein«, sagte sein Meister, schwer atmend, »nein, ich muss mir reiflich überlegen, wie ich mit dir verfahren soll. Du hast dich über alle meine Vorschriften hinweggesetzt. Du hast dein eigenes Leben und das der anderen Bewohner dieses Hauses aufs Spiel gesetzt. Du hast magische Schriften zu Rate gezogen, die weit über deinen Horizont gehen. Ich sehe hier Dr. Faustens Zauberhandbuch und das Vernächtnis des Ptolemeos. Du hast zumindest versucht, einen Djinn der vierzehnten Ebene oder noch höher zu beschwören. Du hast sogar probiert, ihn mit Adelbrands Pentagramm zu bannen. Ein Unterfangen, vor dem sogar ich zurückgeschollen würde. Die Tatsache, dass es dir offenbar misslungen ist, mildert deine verbrecherischen Absichten keineswegs. Du dummer Junge, weißt du denn nicht, was dir so ein Wesen antun kann, wenn dir auch nur der kleinste Fehler unterläuft? War denn mein Unterricht völlig umsonst? Ich hätte schon letztes Jahr merken müssen, dass du unzuverlässig bist, als mich dein mutwilliger Anschlag auf meine Gäste beinahe meinen Posten gekostet hätte. Ich hätte mich schon damals von dir trennen sollen, als du noch unbenannt warst. Niemand hätte nach dir gefragt. Aber jetzt, da du einen Namen hast und in der nächsten Ausgabe des Almanachs aufgeführt bist, werde ich die nicht mehr so einfach los. Man würde mir Fragen stellen, ich müsste Formulare ausfüllen und man würde wieder mal mein Urteilsvermögen anzweifeln. Nein, ich muss mir erst genau überlegen, was ich mit dir anfangen soll. Er musste Luft holen. Nathaniel sang kraftlos auf die Bettkante. Eins kannst du mir glauben, fuhr sein Meister fort. Wenn ich nicht dringend ins Ministerium müsste, würde ich dich sofort bestrafen. Fürs Erste bekommst du Stubenarrest, bis ich wieder da bin. Aber vorher, er stapfte zu Nathaniels Kleiderschrank und riss die Tür auf. Wollen wir doch mal nachsehen, ob du hier noch andere Überraschungen versteckt hast. In den folgenden zehn Minuten konnte Nathaniel nur teilnahmslos da sitzen und zusehen, wie sein Meister das Zimmer durchsuchte. Ich suchte lediglich der Zauberspiegel, der sorgsam verwahrt in seinem Versteck unter den Dachziegeln lag, blieb unentdeckt. Mr. Underwood konfiszierte Räucherwerk, Bücher, Kreide und Notizen. »Wenn ich vom Ministerium zurück bin, lese ich mir dein Gekritzel durch«, sagte er, »für den Fall, dass ich dich noch weiter verhören muss, bevor du deine verdiente Strafe bekommst. In der Zwischenzeit bleibst du hier, denkst über deine Missetaten und das Ende deiner beruflichen Laufbahn nach.« Damit rauschte er hinaus und sperrte die Tür hinter sich ab. Kaum war die Tür verschlossen, lief Nathaniel auch schon zum Dachfenster, riss es auf und tastete unter den kalten, nasen Ziegel nach seiner Bronzescheibe. Er holte sie herein und schloss das Fenster wieder, denn der Regen prasselte heftig auf die Luke. Die Metallscheibe war kalt, und Nathaniel musste seine ganze Überredungskunst aufbieten, bis sich das Säuglingsgesicht endlich widerstreben zeigte. »Ich werde verrückt«, sagte der Kobold. »Lange nicht gesehen. Dachte schon, du hättest mich vergessen. Lässt du mich jetzt endlich gehen?« »Nein«, entgegnete Nathaniel schroff, »such sofort Bartimaeus. Ich will wissen, wo er ist und was er macht, oder ich gehe raus in den Garten und vergrabe den Spiegel.« »Oha! Wir sind ja wohl heute mit dem falschen Fuß aufgestanden. Schon mal was von Höflichkeit gehört?« »Na schön, ich probier's.« Nathaniel warf sie aufs Bett, überlegte es sich denn anders und schob sie unter die Matratze. Er schrubbte den Boden, bis von den Pentagrammen nichts mehr zu sehen war und sogar die Wachstropfen so gut wie verschwunden waren. Er verstaute seine Kleider sorgfältig im Schrank und stellte alles andere wieder an seinen Platz. Ein ersticktes »Ey«, drang unter dem Bett hervor. Es hängezerrte die Matratze hoch. »Und«, knurrte er, »der Säugling hatte tiefe Ringe unter den Augen und wirkte irgendwie unrasiert.« »Also«, verkündete er, »ich hab mein Bestes getan. Mehr kann man echt nicht verlangen.« »Zeigen?« »Na schön, bitte sehr.« Das Gesicht verschwand und wurde sogleich von einem Blick über die Innenstadt von London ersetzt. Ein Silberstreifen, es musste die Tänze sein, wandte sich durch ein dunkelgraues Labyrinth aus Lagerhäusern und Hafenanlagen. Der Regen trübte die Sicht, doch Nesanyl entdeckte rasch, worauf es ankam. Eine gewaltige Burganlage, umgeben von mehreren hintereinander gestaffelten, hohen, grauen Mauern. In der Mitte ragte eine hohe, quadratische Festung auf, von deren Dach der Union-Check flatterte. Nesanyl wusste, was er da sah, aber er wollte es nicht wahrhaben. »Wo ist Bartimäus?« fauchte er. Der Kobold klang müde und dumpf. »Soweit ich weiß, ist er da drin. Ich hab seine Spur in der Innenstadt aufgenommen, aber sie war schon kalt und ziemlich schwach. Sie führt zum Tower, und näher kommt man da nicht ran. Das weißt du selber.« »Zu gut bewacht. Sogar hier draußen hätten mich fast ein paar Suchkugeln erwischt.« »Ich bin total erledigt. Echt? Sonst noch was?« setzte er hinzu, als Nesanyl nicht reagierte. »Ich muss mich dringend aufs Ohr legen.« »Nein, nein, das genügt.« Nesanyl blieb mit dem Spiegel in der Hand auf dem Bett sitzen und rührte sich nicht. In der Dachkammer wurde es dunkel. Wenn man einen ungefähr Streichholzschachtel großen Skarabeus gegen einen vier Meter großen stierköpfigen Koloss mit einer Silberlanze antreten lässt, darf man keinen fairen Kampf erwarten. Schon gar nicht, wenn der Käfer in einer engen Glocke eingesperrt ist, die beim kleinsten Kontakt mit einem unvorsichtigen Fühler seine Substanz einäschert. Natürlich versuchte ich, die Sache so lange wie möglich hinauszuzögern. Indem ich, in der unbestimmten Hoffnung, der Lanze ausweichen zu können, ein paar Millimeter über dem Postament auf der Stelle schwirrte. Aber wenn ich ehrlich bin, war ich nicht so richtig mit dem Herzen dabei. Ich stand kurz davor, von einem Trottel mit dem IQ einer Stubenfliege zerquetscht zu werden. Und je eher es vorbei war, desto besser. Deshalb wunderte ich mich doch ein wenig, als der schrille Schlachtruf des Utuku, gerade als die Lanze auf mich niederfahren wollte, jäh von einem lauten Befehl unterbrochen wurde. »Patzdruck! Warte!« Adlerschnabel hatte gesprochen, und man hörte, dass es im Ernst war. Stierkopf konnte die Lanze nur mit Mühe bremsen, er hielt sie weiterhin auf meine Glocke gerichtet. »Was ist denn jetzt schon wieder, Xerxes?«, nutte er. »Versuch ja nicht, mir meine Rache zu vermiesen. Ich habe 2700 Jahre darauf gewartet, Bartimels zu fassen zu kriegen. Dann kannst du auch noch einen Augenblick länger warten. Er läuft dir schon nicht weg. Spitz mal die Ohren. Hörst du was?« Badstuck legte den Kopf schief. Auch ich stellte mein Geflatter ein und lauschte angestrengt. Ein leises Klopfen, so schwach und zart, dass man unmöglich sagen konnte, woher es kam. »Das sind bloß irgendwelche Arbeiter, und jetzt halt endlich den Schnabel, Xerxes!« Badstuck war nicht gewillt, der Angelegenheit weiter nachzugehen. Die Sehnen an seinen Unterarmen traten hervor, als er die Lanze fester packte. »Das sind keine Arbeiter! Dafür klingt es zu nah! Xerxes war nervös. Lass Bartimels in Ruhe und komm hier rüber. Ich will wissen, was das ist!« Fluchen stapfte Badstuck zu seinem Kollegen hinüber. »Schon zackten sie sich wieder. Meine beiden Aufpasser bauten sich breitbeinig voreinander auf, warfen sich in die Brust, schubsten einander und steigerten sich immer mehr in ihre Wut hinein. Unterdessen ging das Klopf, Klopf, Klopf unbeirrt weiter. Ich hatte schon längst herausgefunden, dass es von einer Steinplatte in der Nähe des Fensters kam. Ich feuerte die beiden Streithähne weiter an, behielt dabei die Stelle die ganze Zeit im Auge und wurde nach einer Weile belohnt, indem ich aus der Fuge zwischen zwei Quadern ein Wölkchen Steinstaub rieseln sah. Bald war ein kleines Loch zu erkennen. Es regnete noch mehr Staub und Splitter. Das Loch wurde rasch größer und etwas kleines, spitzes, schwarzes lugte heraus. Zu meinem verdrusslegten Xerxes und Badstuck, nachdem sie den Raum unter einem Austausch kindischer Knüffe und Schimpfworte einmal ganz umrundet hatten, direkt unter der geheimnisvollen Öffnung eine Verschnaufpause ein. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie den Staubregen bemerken würden. Deshalb beschloss ich, alles auf eine Karte zu setzen. »Hey, ihr Sandfresser«, rief ich, »der Mond beschreint die Kadaver eurer Gefährten und die Schakale bringen ihren Jungen die abgeschlagenen Köpfe als Spielzeit mit.« Wie erwartet hörte Badstuck sofort auf, Xerxes am Gefieder zu rupfen und Xerxes zog seine Finger aus Badstucks Nüstern. Beide drehten sich mit mordlisternen Blicken langsam nach mir um. Ich schätzte, dass mir ungefähr dreißig Sekunden blieben, bis das, was ich da durch die Wand bohrte, zum Vorschein käme. Andernfalls war es aus mit mir, wenn mir Badstuck und Xerxes nicht den Garaus machten, dann die Glocke, die mittlerweile auf Apfelsinengröße geschrumpft war. »Badstuck«, sagte Xerxes höflich, »ich lass dir den Vortritt.« »Nett von dir, Xerxes«, erwiderte Badstuck. »Dafür darfst du hinterher mit dem Rest machen, was du willst.« Die beiden wogen ihre Lanzen in den Händen und kamen auf mich zu. Das Klopfen hinter ihnen verstummte plötzlich, und aus dem mittlerweile ziemlich großen Loch guckte ein glänzender, spitzer Schnabel hervor. Ihm folgte ein struppiger, pechschwarzer Kopf mit einem blanken Knopfauge. Nach einem Schütteln und Hüpfer hockte ein riesiger Rabe auf dem Fenster Simms. Kaum hatte er die Schwanzfedern aus der Öffnung gezogen, erschien dort ein zweiter Schnabel. Inzwischen standen die Utuko wieder vor meinem Postament. Badstuck holte weit aus. Ich hüstelte. »Pass auf, hinter dir! Diesmal falle ich nicht drauf rein, Bartimäus«, brühlte Badstuck. Sein Arm schnellte vor, und die Lanze stieß auf mich herab. Ein schwarzer Blitz kam angeschossen, packte den Schaft mit dem Schnabel, entwand ihn Badstucks Hand und flog damit davon. Badstuck stieß einen überraschten Schrei aus und drehte sich um. Xerxes tat es ihm nach. Auf einem leeren Postament hockte ein Rabe und balancierte die Lanze zierlich im Schnabel. Badstuck ging zögernd auf ihn zu. Der Rabe ließ den Schnabel über dem eisenbeschlagenen Lanzenschaft zuschnappen und biss ihn säuberlich mittendurch. Die beiden Hälften polterten auf den Boden. Badstuck blieb wie angewurzelt stehen. Ein zweiter Rabe flatterte herab und ließ sich auf einen benachbarten Sockel nieder. Die beiden Vögel saßen ruhig da und sahen den Utuku unverwandt an. Badstuck blickte hilfesuchend zu seinem Kollegen hinüber. »Äh, Xerxes?« Adlerschnabel schnalzte warnend mit der Zunge. »Gib Alarm, Badstuck«, sagte er. »Ich kümmere mich darum.« Er ging in die Knie und sprang in die Luft. Seine großen weißen Schwingen entfalteten sich und mit ein, zwei Flügelschlägen schwang er sich höher und höher bis fast zur Decke hinauf. Dann richtete er die Federn aus, schwenkte herum und ging mit angelegten Flügeln in den Sturzflug über. Die Lanze in der Hand sauste er wie ein Pfeil herab. Der Rabe blieb gelassen sitzen. Xerxes wirkte verunsichert. Obwohl er schon ganz dicht über dem Raben war, rührte sich dieser nicht vom Fleck. Die Unsicherheit des Utuku verwandelte sich plötzlich in Angst. Er breitete die Schwingen aus, versuchte krampfhaft zu bremsen, den Zusammenstoß zu vermeiden. Der Rabe riss den Schnabel auf. Xerxes stieß einen Schrei aus. Eine blitzschnelle Bewegung, ein Schnappen, ein Schlucken. Ein paar Federn taumelten auf die Fliesen am Fuß des Sockels. Der Rabe saß immer noch da und blickte versonnen vor sich hin. Xerxes war verschwunden. Batztuck rannte zu der Wand, in der das Portal erschienen war, und wühlte dabei hektisch in einem Beutel, den er um die Taille trug. Der zweite Rabe hüpfte träge von Sockel zu Sockel und schniet ihm den Weg ab. Mit einem jämmerlichen Schrei schleuderte Batztuck die Lanze nach ihm. Die Waffe verfehlte den Raben und bohrte sich bis zum Schaft in ein Postament. Der Rabe schüttelte bedauernd den Kopf und breitete die Flügel aus. Batztuck zog hastig eine kleine Bronzepfeife aus seinem Beutel und setzte sie an die Lippen. Wieder eine Bewegung, schnell wie ein Wirbelwind, unmöglich mit Blicken zu verfolgen. Man musste Batztuck lassen, dass er sofort reagierte. Ich sah noch, wie er den Kopf senkte und mit den Hörnern zustieß. Dann war der Wirbelwind über ihm. Als er sich wieder verzog, war auch Batztuck spurlos verschwunden. Der zweite Rabe landete unbeholfen auf dem Fußboden. Aus seinem Flügel sickerte grünes Blut. Der Skarabeus unter der Glocke hopste vor Aufregung auf und nieder. »Gut gemacht«, rief ich und gab mir Mühe, meine Stimme etwas tiefer und weniger piepsig klingen zu lassen. »Keine Ahnung, wer ihr seid. Aber wie wär's, wenn ihr mich hier raus...« Ich stockte. Aufgrund der Glocke konnte ich die Neuankömmlinge nur auf der ersten Ebene sehen, auf der sie bis jetzt ihre Rabengestalt beibehalten hatten. Vielleicht war Ihnen das auch eingefallen, denn für den Bruchteil einer Sekunde offenbarten sie mir auch auf der ersten Ebene ihr wahres Wesen. Ein flüchtiger Blick, und ich wusste Bescheid. Der Skarabeus schluckte schwer. »Na sowas«, sagte ich. »Hallo.« »Hallo, Bartimeus«, erwiderte Fakwell. »Und der gute Jaber ist auch mitgekommen«, setzte ich hinzu. »Wie nett von euch.« »Wir dachten, du fühlst dich vielleicht einsam, Bartimeus.« Der Rabe, der mir am nächsten war, der mit dem blutenden Flügel, flatterte einmal und nahm die Gestalt eines Kochs an. Am Arm hatte er eine tiefe Schnittwunde. »Ach was, ich hab mich hier prächtig amüsiert.« »Scheint mir auch so.« Der Koch kam näher und betrachtete meine Glocke. »Meine Güte, da sitzt der ja buchstäblich in der Klemme.« Mein Lachen klang ziemlich gezwungen. »Spaß beiseite, Kumpel. Vielleicht könntest du dich dazu durchringen, mir hier rauszuhelfen. Die Gitterstäbe kitzeln schon.« Der Koch strich sich eines seiner Kinne. »Schwierig.« »Aber ich hätte tatsächlich eine Idee. Wie wäre es, wenn du dich in einen Floh oder einen anderen Parasiten verwandelst? Damit hättest du immerhin ein paar kostbare Minuten gewonnen, bevor deine Substanz verbrennt. Er fiel Dank für diesen überaus nützlichen Vorschlag. Ich kam langsam ins Schwitzen. Allmählich wurde es verflixt eng. Der Koch hob den Finger. »Ich hätte da noch eine Idee. Du könntest uns erzählen, wo du das Amulett von Samarkand versteckt hast. Wenn du schnell sprichst, schaff mir es vielleicht noch, die Glocke vor deinem letzten Atemzug aufzubrechen. Umgekehrt wird ein Schuh draus.« Der Koch seufzte schwer. »Ich glaube nicht, dass du in deiner Lage Bedingungen...« Ein fernes Heulen ließ ihn verstummen. Gleichzeitig ging ein wohlbekanntes Beben durch den Raum. »Das Portal kann jeden Moment aufgehen«, sagte ich hastig. »In der Wand da drüben.« Fakwal blickte den anderen Raben an, der noch immer auf seinem Hochsitz hockte und seine Krallen betrachtete. »Jaber, wenn du so freundlich wärst...« Der Rabe hüpfte ins Leere und verwandelte sich in einen hochgewachsenen Mann mit hellroter Haut und einem Schakalkopf. Er durchquerte den Raum mit langen Schritten und stellte sich vor der gegenüberliegenden Wand in Positur. Der Koch wandte sich wieder mir zu. »Also, Bartimäus...« Mein Panzer fing an zu brutzeln. »Machen wir's kurz«, sagte ich. »Wir wissen beide, dass du mich hier drin verrecken lässt. Wenn ich dir sage, wo das Amulett ist. Wir wissen auch, dass ich dich wahrscheinlich anlege, um dir vor meinem Tod wenigstens noch eins auszuwischen. Daraus folgt, dass alles, was ich hier drin sage, für dich unbrauchbar ist. Und daraus wiederum folgt, dass du mich erst rauslassen musst.« Fakwal trommelte gereizt auf die Sockelkante. »Es passt mir zwar nicht, aber ich kann dir folgen.« Fakwal kam mit dem Gesicht dicht an die Glocke, die mittlerweile kaum noch größer als eine Mandarine war. »Ohne unsere Hilfe kannst du nicht aus dem Tower entkommen, Bartimäus.« »Ich warne dich. Mein Auftrag umfasst zwei Befehle. Der erste lautet, den Verbleib des Amuletts festzustellen. »Ist das nicht möglich,« lautet der zweite, »dich zu vernichten.« Er zog den Kopf zurück. Im gleichen Augenblick zeichnete sich auf der hinteren Wand der ovale Umriss ab und erweiterte sich zum Bogen. In der pechschwarzen Dunkelheit erschienen mehrere Gestalten, bleiche Horler mit Dreizacken und Silbernetzen in den spindeldürren Armen. Außerhalb des Portals machten ihre Schutzschilde sie unverwundbar. Doch solange sie durch das Portal gingen, waren die Schilde durchlässig und ihre Substanz kurzzeitig ungeschützt. Das machte sich Jaber sofort zunutze und gab unmittelbar hintereinander drei Schnellfeuer-Detonationen ab. Grellgrüne Flammen loderten empor und die Horler halb noch im Portal, halb schon draußen, brachen mit kläglichem Piepsen zusammen. Doch hinter ihnen tauchte ein zweiter Trupp auf und stieg vorsichtig über seine getöteten Kameraden hinweg. Jaber ballerte erneut. Fackwoll zog einen an einem Holzstab befestigten Eisenring von der Größe eines Armreifs aus der Manteltasche. Ich beäugte die Vorrichtung misstrauisch. »Und was soll ich damit?« fragte ich. »Durchspringen natürlich. Stell dir einfach vor, du bist ein dressierter Zirkushund.« Fackwoll hielt den Stab vorsichtig zwischen Zeigefinger und Daumen und schob ihn so nah heran, dass der Eisenring die Glocke berührte. Mit bösartigem Zischen teilte sich das Kraftgitter rund um den Ring und ließ die Öffnung in der Mitte frei. Als Käfer hatte ich nicht genug Platz, um Schwung zu holen. Deshalb nahm ich meine letzte Kraft zusammen und wurde mal wieder zur Fliege. Kurz entschlossen schwirrte ich einmal im Kreis, um Geschwindigkeit aufzunehmen und schoss dann wie ein geölter Blitz durch den schmelzenden Ring ins Freie. »Toll«, lobte Fackwoll. »Fehlt bloß der Trommelwirbel.« Die Fliege landete auf dem Fußboden, wo sie auf der Stelle zu einem zornigen Falken wurde. Für mich war es auch ohne Trommelwirbel aufregend genug. »Das kann ich dir flüstern«, sagte ich. »Was jetzt?« Fackwoll ließ die Reste des Rings auf den Boden fallen. »Jetzt sollten wir uns verziehen.« Ein Dreizack mit silbernen Spitzen sauste Pfeifen zwischen uns durch die Luft und landete scheppernd auf den Steinfließen. Das Portal war inzwischen bis auf halbe Höhe mit Horlerleichen verstopft und Jaber zog sich allmählich zurück. Ein neuer Truppwächter, diesmal überwiegend Utoku, rückte hinter einem gemeinsamen Schutzschild vor, an dem Jabers immer schwächere Explosionen abprallten und kreuz und quer durch den Raum heulten. Schließlich löste sich eine Horler aus dem Portal und schlüpfte mit nunmehr funktionstüchtiger Rüstung an dem Schutzschild vorbei. Jaber feuerte. Die Explosion traf den Horler vor die schmächtige Brust und wurde vollständig absorbiert. Der Horler lächelte matt, stürmte los und ließ sein Netz wie ein Lasso über den Kopf kreisen. Fackwoll verwandelte sich in einen Raben, ruderte unbeholfen mit dem verletzten Flügel und hob mit einiger Mühe ab. Ich folgte ihm als Falke zu der Öffnung hoch oben in der Wand. Unter mir sauste ein Netz durch die Luft und ein Dreizack bohrte sich in die Mauer. »Jaber«, rief Fackwoll, »wir gehen!« Ich wagte einen Blick nach unten, wo Jaber mit dem Horler rang. Seine Kraft schien ungebrochen, doch der Strom der Feinde riss nicht ab. Ich konzentrierte mich wieder darauf, die Öffnung zu erreichen, in der Fackwoll bereits verschwunden war, senkte den Schnabel und schlüpfte hindurch. Hinter mir erschütterte eine gewaltige Explosion den Raum und ich vernahm das unbändige Wutgeheul des Schakals. In dem engen, stockfinsteren Gang klang Fackwollstimme dumpf und fremd. »Wir sind gleich draußen.« »Ab jetzt würde ich dir raten, Rabengestalt anzunehmen.« »Warum?« »Da draußen gibt's jede Menge von den Viechern. Wir mischen uns unter ihren Schwarm und gewinnen so auf dem Weg zur Außenmauer ein bisschen Zeit. Zwar nahm ich von Fackwoll nur äußerst ungern irgendeinen Rat an, aber ich hatte keine Ahnung, was uns draußen erwartete. Hauptsache, es gelang uns, aus dem Tower zu entkommen. Daher überwand ich meinen Widerwillen und wechselte die Gestalt.« »Hast du's?« »Jau!« »Diese Erscheinungsform habe ich zwar noch nie ausprobiert, aber besonders schwierig scheinen sie mir nicht zu sein.« »Ist Schäber hinter uns?« »Nein.« »Dann kommt er wahrscheinlich nah.« »Ah, da vorn ist schon der Ausgang. Wir haben ihn getarnt. Schlüpf schnell heraus und dann im Sturzflug ab nach unten. Dann siehst du schon den Küchenhof, in dem sich die Raben um die Abfälle balgen. Dort treffen wir uns wieder und benimm dich ja unauffällig.« Vor mir ein Scharren, dann plötzlich ein grelles Licht. Fackwoll war weg und ich erkannte den Umriss des Ausgangs, vor dem ein Netz aus Tarnfäden gespannt war. Ich hüpfte ein Stück weiter, bis mein Schnabel an den Zauber stieß, zwängte mich hindurch und steckte den Kopf hinaus in die kalte Novemberluft. Ohne zu zögern stieß ich mich ab und segelte abwärts Richtung Innenhof. Ein kurzer Blick bestätigte mir, dass ich noch längst nicht in Sicherheit war. Auf sämtlichen Mauern und Türmen gingen Wachposten auf und ab und in unregelmäßigen Abständen zogen Suchkugeln über den Himmel. Man hatte bereits Alarm gegeben. Von einem hochgelegenen Ausguck heulte eine Sirene und nicht weit davon entfernt trabten im innersten Hof mehrere Polizeibataillone auf ein für mich nicht sichtbares Ziel zu. Ich ging in einem kleinen Nebenhof nieder. Das Kopfsteinpflaster war mit fettigen Brotstückchen und Speckschwarten überseht und mit einem Schwarm hungriger, krechzender Raben. Im nächsten Augenblick offenbarte ihnen Fackwall auf der ersten Ebene seine wahre Gestalt. Es war sofort wieder vorbei, doch die Wirkung war durchschlagend. Vier Raben fielen vor Schreck tot um, etliche andere trennten sich wieder von ihrem Frühstück und der Rest stob mit panischem Krächzen auf, Fackwall und ich mittendrin. Um bloß nicht zurückzubleiben, schlugen wir verzweifelt mit den Flügeln, flogen langgezogene Kurven und ließen uns im Sturzflug fallen, je nachdem, was die anderen machten. Schließlich flogen wir über einen Burghof, der auf drei Seiten von Festungsgebäuden und auf der vierten von einem steilen grünen Grashang und einer hohen Mauer begrenzt wurde. Auf diesem Hang ließen sich die Raben nieder. Fackwall hüpfte zu mir herüber, sein Flügel hing lahm herab und er blutete immer noch. »Die Vögel fliegen wohl nie von hier weg«, meinte ich. »Dafür werden sie zu gut gefüttert.« Der Rabe nickte. »Noch weiter werden sie uns nicht bringen. Aber das hier ist schon eine Außenmauer. Wenn wir die überwinden, haben wir es geschafft.« »Worauf warten wir dann noch?« »Augenblick noch. Ich brauche eine Pause. Und vielleicht kommt Jaber.« »Kobolde im Anmarsch«, zischte ich. Durch einen Torbogen in der Hofecke gegenüber kam ein ganzes Bataillon von ihnen hereingerannt und schwärmte sofort aus, um jeden Stein umzudrehen. Im Moment schützten uns die anderen Raben. Aber wie lange noch? Fackwall spuckte eine Feder ins Gras, wo sie sich kurz in einen gewählten Gallertstreifen verwandelte und dann gänzlich auflöste. »Na schön, dann wollen wir mal. Und auf keinen Fall irgendwo anhalten.« Ich befleißigte mich einer anmutigen Flügelgeste. »Nach dir.« »Nein, nein, Bartimäus, nach dir.« Der Rabe spreizte einen großen, krallenbewehrten Fuß. »Ich bin übrigens die ganze Zeit direkt hinter dir, also versuch mal ausnahmsweise nicht abzuhauen.« »Dein Misstrauen wird langsam krankhaft.« Die Kobolde kamen immer näher. Ich schoss über die Mauer, dann über eine steile mit schwarzem Geröll bedeckte Böschung und ab ging es Richtung Innenstadt. Ich drehte mich kein einziges Mal um, sondern flatterte einfach immer weiter, so schnell ich konnte. Erst über eine breite, graue Hauptverkehrsstraße, dann über eine Reihe niedriger Garagen, eine schmalere Straße, ein Ziegeldach, einen Temsebogen, eine Werft und einen Schrottplatz. Noch eine Straße. Hey, es lief gar nicht mal so übel. Ich blickte auf und blinzelte erschrocken. Was war das? Vor mir ragte drohend der Tower von London auf. Ganze Schwärme geflügelter Wesen sammelten sich über dem Hauptturm. Und ich flog darauf zu. Offenbar war mein Orientierungssinn komplett durcheinander geraten. Ich hatte einen Geistesblitz. Wir wechseln die Fortbewegungsart. Da hinten war doch eine Ampel. Na und? Fackwolds allseits bekannte Liebenswürdigkeit ließ momentan etwas zu wünschen übrig. Wir lassen uns einfach mitnehmen. Ich segelte auf eine Kreuzung herab, wo ein paar Autos an einer roten Ampel warteten und landete am Ende der Schlange auf dem Bürgersteig. Fackwold kam hinterher. So, verkündete ich, die nächste Verwandlung ist fällig. In was? Irgendwas, das ich gut festhalten kann. Mach schon, die Ampel springt um. Bevor Fackwold protestieren konnte, hüpfte ich vom Bordstein unter das nächstbeste Auto. Ich nahm die Gestalt eines fiesen, hellen Gnomes an, der praktisch aus einem einzigen, stacheligen Muskelstrang besteht. Ich fuhr die spitzen Stacheln aus und bohrte sie in das dreckverkrustete Metall des Unterbodens, als der Wagen auch schon anfuh und losbrauste. Insgeheim hatte ich gehofft, Fackwold würde nicht schnell genug hinterherkommen, aber Pech gehabt. Neben mir kreilte sich ein zweiter Gnom fest und ließ mich nicht aus den Augen. Unterwegs sprachen wir wenig. Dafür war der Motor zu laut. Abgesehen davon haben es Höllengnome eher mit den Zähnen als mit der Zunge. Nach einer halben Ewigkeit hielt der Wagen an. Der Fahrer stieg aus und ging weg. Stille. Ohne uns vorher abzusprechen, verwandelten wir uns in zwei betagte, etwas räudige Katzen, kamen steifbeinig unter dem Auto hervor und humpelten durch einen Vorgarten zu einem dichten Gebüsch, wo wir endlich wieder unsere Lieblingsgestalten annahmen. Der dicke Koch hockte sich auf einen Baumstumpf. »Das zahle ich dir nacheim, Bartimaeus«, japste er. »Das war das Scheußlichste, was ich je erlebt habe.« Der junge Ägypter grinste. »Hat doch geklappt, oder?« »Wir sind in Sicherheit.« »Einer meiner Starren hat sich in den Benzintank gebohrt. Ich bin überall mit dem Zeug vollgesagt. Bestimmt kriege ich Ausschlag.« »Hör auf zu jammern!« »Ich blinzelte durch das Blattwerk.« »Eine baumbestandene Wohnstraße mit großen Doppelhäusern.« Abgesehen von einem kleinen Mädchen, das in einer Einfahrt mit einem Tennisball spielte, war niemand zu sehen. »Wir sind in einem Vorort gelandet«, sagte ich. Fakwal inspizierte die Wunde, die ihm Batztuk verpasst hatte. Sie sah nicht gut aus. Er war bestimmt geschwächt. »Sogar mit diesem Kratzer bin ich dir noch haushoch überlegen,«, war Timäus. »Also komm her und setz dich.« Der Koch winkte mich ungeduldig heran. »Es ist wichtig.« Folgsam wie immer hockte ich mich im Schneidersitz auf die Erde. Dabei achtete ich auf Abstand. Fakwal stank widerlich nach Benzin. »Erstens«, begann er, »habe ich meinen Teil der Abmachung erfüllt und ich wieder besseres Wissen gerettet? Jetzt bist du dran. Wo ist das Amulett von Samarkand?« Ich zögerte. Nur die Tabakstose auf dem Temsegrund hielt mich davon ab, ihm das Senjels Namen und Adresse zu verraten. »Hör mal«, erwiderte ich, »ich bin dir echt dankbar, dass du mich da rausgeholt hast. Aber es ist für mich nicht so einfach, deiner Bitte nachzukommen. Mein Herr ist längst nicht so mächtig wie meiner.« Fakwal beugte sich vor. »Benutz bitte dein lächerliches Hirn,«, Bartineus. »Lovelace will das Amulett unbedingt wiederhaben, und es ist ihm so ernst damit, dass er Jaber und mir befohlen hat, in das sicherste Gefängnis der Regierung einzubrechen und einem elenden Sklaven wie dir das Leben zu retten.« »Wofür braucht er das Amulett denn?« »Das darf ich dir leider nicht sagen.« Der Koch legte den Finger an die Nase und lächelte bedeutsam. »Ich kann dir nur so viel verraten,« »Bartineus, es wäre sehr in deinem Interesse, in dieser Angelegenheit mit uns zusammenzuarbeiten. Unser Herr wird es noch weit bringen, wenn du verstehst, was ich meine, und zwar schon sehr bald. Es ist nur noch eine Frage von Tagen, und das Amulett spielt dabei eine entscheidende Rolle.« »Schön. Und was haben wir davon?« »Es ist doch immer dasselbe Gequatsche. Die Zauberer benutzen uns, damit wir ihnen zu mehr Macht verhelfen, und anschließend nehmen sie uns nur noch schlimmer in den Mangel. Aber was springt für uns dabei raus?« »Ich habe gewisse Pläne, Bartimeus.« »Klar doch, die haben wir alle. Außerdem ändert das alles nichts daran, dass ich an meinem ursprünglichen Auftrag gebunden bin. Man hat mir harte Strafen. Strafen kann man aushalten, aber ich spüre, dass eine Wende bevorsteht. Wenn du nicht völlig vernagelt bist, spürst du es auch. Der Niedergang eines großen Reiches kündigt sich stets durch unsichere Zeiten an. Es gibt öffentliche Unruhen. Die Zauberer zanken sich immer hemmungsloser, weil ihnen die Gier nach Reichtum und Macht den Verstand vernebelt. Du und ich haben das oft genug mit angesehen. Für uns sind solche Zeiten günstig, denn dann werden unsere Herren nachlässig. Und das verschafft uns Handlungsspielraum. Wer es glaubt. Loveless ist auch einer von diesen Typen. Er ist mächtig, klar, aber er ist auch leichtsinnig. Seit er mich zum ersten Mal beschworen hat, ist er mit dem beschränkten Einfluss unzufrieden, den ihm sein Ministerposten bietet. Er will es unbedingt den großen alten Magiern gleich tun. Alles soll vor ihm zittern. Er verbringt seine ganze Zeit mit Intrigen und Verschwörungen, mit sinnlosen Versuchen, seine Rivalen auszustechen. Er ist wie besessen. Und er ist nicht der Einzige. In der Regierung sitzen noch mehr von seiner Sorte. Manche sind sogar noch leichtsinniger. Der Koch warf einen Blick zum Himmel. Also, es wird langsam Zeit, sagte er. Ein letztes Angebot. Du führst mich zu dem Amulett, und ich verspreche dir, dass dich Loveless, ganz gleich was für eine Strafe du erdulden musst, hinterher deiner annimmt. Wer auch immer dein Herr und Meister ist, Loveless ist auf jeden Fall stärker. Dann wären wir Partner, Bartimäus. Das wäre doch mal eine nette Abwechslung, oder? Sehr nett, sagte ich. Oder? Fakwa stützte unternehmungslustig die Hände auf die Knie. Oder du stirbst hier und jetzt einen unrühmlichen Tod. Ich überlegte, wie ich mich am besten verdrücken konnte, als wir unterbrochen wurden. Mit leisen Blätterrascheln plumpste etwas durch die Zweige und hüpfte uns vor die Füße. Ein Tennisball. Fakwa schoss wie angestochen hoch, doch es war zu spät, sich zu verstecken. Jemand bahnte sich bereits einen Weg durch das Gestrüpp. Es war das kleine Mädchen, das in der Einfahrt gespielt hatte. Sie starrte uns halb fasziniert, halb erschrocken an. Fakwa setzte zu einer Handbewegung an. Ich wusste, was er vorher hatte. Dass Fakwa kurzzeitig abgelenkt war, war die perfekte Gelegenheit, abzuhauen. Und wenn ich gleichzeitig das Mädchen retten konnte, umso besser. Ich entfachte auf meiner Fingerkuppe einen kleinen Funkenblitz und ließ ihn auf den Koch überspringen. Ein leises Zischen wie von einer Gasflamme und Fakwa verwandelte sich in einen orange-gelben Feuerball. Als er vor Schmerzen brüllend blindlings umhertappte und dabei das Gebüsch in Brand setzte, rannte das kleine Mädchen kreischend weg. Keine schlechte Idee. Ich folgte ihrem Beispiel. Und schon war ich auf und davon und flog mit hundert Sachen Richtung Highgate zurück zu diesem vermaledeiten Dummkopf von einem Herrn und Meister. Je später es wurde, desto unerträglicher wurde die Angst. Wie eine gefangene Raubkatze tigerte Nathaniel in seiner Kammer auf und ab. In eben diesem Augenblick war sein Diener Bartimaeus im Tower eingekerkert und wurde sämtlichen Foltern unterworfen, die den obersten Zauberern des Staates einfallen mochten. Unter der Folter würde auch die Furcht vor dem unbeschränkten Bandsauber den Dämonen nicht mehr davon abhalten, Nathaniels Namen preiszugeben. Und selbst wenn Bartimaeus dicht hielt, musste sich Nathaniel immer noch mit Underwood auseinandersetzen. Er zitierte den erschöpften Kobold herbei und schickte ihn ungeachtet seiner Proteste ein zweites Mal zum Tower von London. Aus sicherer Entfernung sah er voller Entsetzen eine wütende Horde grün geflügelter Dämonen wie Heuschrecken über den Mauern kreisen und dann plötzlich über die ganze Stadt ausschwärmen. »Donnerwetter«, kommentierte der Zauberspiegel. »Echt spitze. Mit diesem hochkarätigen Gin ist nicht gut Kirschen essen. Wer weiß, fügt er hinzu, vielleicht sind ja schon welche hierher unterwegs.« »Such Underwood«, fauchte Nathaniel. »Wo ist er? Und was macht er?« »Mann, wir sind ja heute ätzend drauf. Mal sehen.« »Asa Underwood«, »Nö, tut mir leid. Der ist auch im Tower. Da komme ich nicht ran.« Allem Anschein nach war es sinnlos, den Tower noch länger zu observieren. Nathaniel schleuderte die Scheibe unter das Bett. Es hatte keinen Zweck. Er musste alles gestehen. Er musste sich seinem Meister anvertrauen. Einem Mann, den er verachtete, der ihn nie in Schutz genommen und der vor Lovelace feige gekuscht hatte. Etwa eine Stunde später hörte Nathaniel irgendwo unten im Haus eine Tür zuschlagen. Erschrocken lauschte er auf die gefürchteten Schritte seines Meisters auf der Treppe. Doch niemand kam. Und als sich schließlich der Schlüssel im Türschloss drehte, hatte ihm das leise Schnaufen schon verraten, dass Mrs. Underwood draußen stand. Sie hatte ein kleines Tablett mit einem Glas Milch und einem ziemlich aufgeweichten, mit Gurke und Tomate belegten Brot dabei. »Entschuldige, dass ich so spät dran bin, John«, japste sie. »Dein Essen ist schon ewig fertig, aber eben, als ich es dir hochbringen wollte, ist dein Meister nach Hause gekommen.« Sie holte tief Luft. »Ich muss wieder nach unten. Es geht gerade alles ein bisschen drunter und drüber.« »Hat er irgendetwas gesagt?« »Herr je John, musst du einem immer löchern den Bauch fragen. Er hat eine Menge gesagt, aber nichts, was für deine Ohren bestimmt ist.« »Ist der Meister?« »Er hat sich in seinem Arbeitszimmer eingeschlossen und wünschte, nicht gestört zu werden. Offenbar ist etwas Unvorhergesehenes passiert.« Mit einem gezwungenen Lächeln ging sie hinaus und zog die Tür hinter sich zu. Der Schlüssel drehte sich im Schloss. Messengel bückte sich nach dem Zauberspiegel. »Mein Meister ist unten in seinem Arbeitszimmer. Geh nah genug ran, dass ich alles sehen kann. Außerdem hörst du gut zu und übermittelst mir alles unverzüglich, Wort für Wort.« Die Mitte der Scheibe klarte sich auf und bot einen ungetrübten Blick auf Anderwoods Arbeitszimmer. Der Zauberer saß vorn übergebeugt in seinem Ledersessel und stützte beide Ellbogen auf die Schreibtischplatte. In der einen Hand hielt er den Telefonhörer, mit der anderen gestikulierte er beim Reden. Der Kobold ging näher heran. Jetzt sah man, wie aufgeregt Anderwood war. Er schrie praktisch in den Hörer. Messengel klopfte auf die Scheibe. »Was sagt er?« Die Stimme des Kobolds setzte mitten im Satz ein. »Wir da erzählen! Alle Dreißigte kommen! Es hat zahlreiche Opfer gegeben. Das ist ja unerhört. Dafür müssen Witwelle und die Wall gerade stehen. Ja, ja, allerdings, ich rege mich auf, Grigori. Das wirft mich in meinen Ermittlungen weit zurück. Ich wollte ihn selber verhören. Ja, ich! Weil ich nämlich ganz sicher bin, dass er etwas mit den Diebstählen zu tun hat. Das hier ist nur die nächste Stufe. Es ist stattbekannt, dass Pin die besten Artikel im Lager hat. Bestimmt wollte er etwas stillen. Ja, genau. Das heißt, dass ein Zauberer dahinter steckt. Ich gebe zu, das ist unwahrscheinlich. Trotzdem, in meinen Augen, war es die vielversprechendste Spur. Die einzige Spur, um ehrlich zu sein. Aber was soll ich machen? Wenn man mir die Gelder sperrt, hat man wenigstens festgestellt, wer die drei überhaupt sind? Wie? Nicht mal das? Na, das ist für Jessica eine schwere Schlappe. Dann hat die ganze Angelegenheit wenigstens ein gutes. Ja, davon gehe ich aus. Ach, noch etwas anderes, Gregori, ich wollte dich in einer persönlichen Angelegenheit um Rat fragen. An dieser Stelle brach der Kommentar des Kobolds ab, obwohl Underwood unübersehbar den Mund dichter am Hörer weitersprach. Der Ton. Wo bleibt der Ton? Messhennels Gesicht fühlte sich vor lauter Anspannung ganz wund und geschwollen an. Er warf alle Vorsicht über Bord. Mach schon. Ich sag's nicht noch mal. Der Kobold antwortete nicht. Dafür erschien Underwoods Gesicht erneut. Der Zauberer nickte. Da hast du recht. Ich nehme an, ich sollte mich eher geschmeichelt fühlen. Na ja. So gesehen ist der Junge geradezu ein lebender Beweis für meine strenge Zucht und pädagogische Begabung. Er verstummte, zuckte zusammen und erschauerte, als hätte ihn etwas Kaltes gestreift. Entschuldige, Gregori. Ich dachte nur eben. Nathaniel sah, wie sich Underwoods Augen zu Schlitzen verengten. In diesem Moment erweiterte sich das Bild in der Scheibe schlagartig, als hätte der Kobold plötzlich den Rückzug angetreten. An Underwood sprach mit lauter Stimme eine Silbe. Der Kobold versuchte, sie zu übermitteln, brach jedoch mittendrin ab wie ein ausgestelltes Radio. Das Bild wackelte eigenartig. Was ist los, Kobold? Nichts. Der Kobold schwieg. Ich befehle dir, das Zimmer zu verlassen und zu mir zurückzukehren. Keine Antwort. Das Bild im Spiegel machte die Sache auch nicht besser, obwohl es ziemlich verwackelt war. Konnte Nathaniel erkennen, dass Underwood den Hörer auflegte, langsam aufstand und um seinen Schreibtisch herumging, wobei er die ganze Zeit über angestrengt im Zimmer umherspähte, als suchte er etwas, wovon er genau wusste, dass es da war. Das Bild wackelte noch heftiger. Offenbar verdoppelte der Kobold seine Anstrengung zu fliehen, aber ohne Erfolg. In wachsender Panik versetzte Nathaniel der Scheibe mehrere kräftige Stromschläge, die ebenso erfolglos blieben. Der Kobold war wie versteinert, konnte weder sprechen noch sich bewegen. Underwood ging an einen Schrank, kramte darin herum und holte einen zylindrischen Metallbehälter heraus. Als er ihn schüttelte, stolpte aus vier kleinen Löchern an der Oberseite ein weißes Pulver und verteilte sich rasch im ganzen Raum. Wie auch immer das Pulver funktionieren mochte, es wirkte sofort. Underwood fuhr zusammen und blickte an die Decke, Nathaniel direkt in die Augen, als wäre die Metallscheibe ein Fenster. Eine Schrecksekunde lang dachte Nathaniel, sein Meister könnte ihn tatsächlich sehen. Doch dann merkte er, dass der Zauberer lediglich den Kobold erspät hatte. Starr vor Schreck sah Nathaniel zu, wie sich sein Meister über den Teppich beugte und an einer Schlaufe zog. Ein großes, viereckiges Stück Teppich klappte um und enthüllte zwei Pentagramme. Underwood trat in das Kleinere, ohne den Kobold dabei aus den Augen zu lassen. Er begann zu sprechen und sogleich erschien in dem größeren Bandkreis eine hochgewachsene, verschwommene Gestalt. Underwood sprach einen Befehl. Die Erscheinung verneigte sich und verschwand. Zu Nathaniels Verblüffung schien Underwood nun selbst zu flimmern und aus sich herauszutreten. Der Zauberer stand immer noch in seinem Pentagramm, doch daneben stand eine zweite, geisterhafte und durchsichtige Ausgabe seiner selbst. Die erhob sich in die Luft, schlug mit den Beinen und schwebte direkt auf den hilflosen Kobold zu, der immer noch die Ansicht des Zimmers übermittelte. Verzweifelt rief Nathaniel Befehle und schüttelte die Scheibe, doch er konnte es nicht verhindern. Der Zauberer kam näher und näher. Jetzt wurde Underwoods Gestalt so groß, dass sie die ganze Scheibe ausfüllte. Doch nichts geschah. In der Scheibe erschien wieder das Zimmer und Underwoods Körper stand nach wie vor regungslos in seinem Pentagramm. Trotz seiner Angst wusste Nathaniel nur zu gut, was da vor sich ging. Als Underwood den Spion entdeckte und ein Ort und Stelle hatte er starren lassen, hatte er beschlossen, die Astralverbindung des Kobolds zurückzuverfolgen, um festzustellen, welcher feindliche Zauberer den Dämon beauftragt hatte. Zu spät fiel Nathaniel ein, was zu tun war. Das Fenster. Wenn es ihm gelang, die Scheibe auf die Straße zu werfen, dachte sein Meister vielleicht. Doch er hatte kaum zwei Schritte gemacht, als auch schon Asa Underwoods durchscheinender Kopf geräuschlos aus den Dielenbrettern aufstieg. Er phosphoreszierte grünlich, die Spitze des angekugelten Bartes steckte noch im Boden. Wie in Zeitlupe drehte sich der Kopf um neunzig Grad, bis er schließlich Nathaniel über sich stehen sah, mit dem Zauberspiegel in der Hand. Bei diesem Anblick nahm das Gesicht seines Meisters einen Ausdruck an, den Nathaniel noch nie an ihm gesehen hatte. Es war ein Ausdruck tiefster Erschütterung, die sich so urplötzlich in pure Bosheit verwandelte, dass Nathaniels Knie in den Dienst versagten. Die Scheibe fiel ihm aus der Hand, und er sackte gegen die Wand. Der Geisterkopf starrte ihn vom Boden aus an, und Nathaniel erwiderte den Blick wie gebannt. Dann drang Underwoods Stimme aus der umgedrehten Scheibe ziemlich gedämpft, vielleicht, weil sie aus seinem Körper im Arbeitszimmer zwei Stock tiefer kam. »Verräter! Mach dich auf was gefasst! Ich komme dich gleich holen!« Die Stimme verhallte. Underwoods Kopf schraubte sich wieder in die Dielen und verschwand. Mit zitternden Händen hob Nathaniel die Scheibe auf und spähte hinein. Kurz darauf verschwamm der Blick auf das Arbeitszimmer, als der Geist des Zauberers wieder durch den Kobold hindurchging. Der Geist schwebte über den Teppich, dorthin, wo ihn der Körper erwartete. Als er ihn erreicht hatte, nahm er genau die gleiche Haltung an wie dieser, und die beiden verschmolzen miteinander. Im nächsten Augenblick war Underwood wieder er selbst, und die schemenhafte Erscheinung befand sich im benachbarten Bannkreis. Mit einem Händeklatschen entließ Underwood den Djinn. Dieser verbeugte sich und verschwand. Der Zauberer trat mit Zorn glühenden Augen aus dem Pentagramm, marschierte zur Tür und verschwand aus Nathaniels Gesichtsfeld. Jetzt erlosch der Bann, der auf dem Kobold gelegen hatte, und der Säugling erschien in der Scheibe. Er blies erleichtert die Wangen auf. Puh! Das war aber gar nicht gut für meinen Luxuskörper, schnaufte er. Erst zieht so ein ekliger Tatterkreis direkt durch mich durch, und dann benutzt er auch noch meine Verbindung. Sei still! Sei still! Nathaniel versuchte nachzudenken, obwohl er vor Angst keinen klaren Gedanken fassen konnte. Hör mal, du kannst mir einen Gefallen tun, sagte der Kobold. Du hast eh nicht mehr viel Zeit. Da könntest du mich doch entlassen, bevor du abnippelst. Die Bemühungen des Säuglings, ein gewinnendes Lächeln aufzusetzen, hatten lediglich zur Folge, dass die Scheibe an die Wand geworfen wurde. Nathaniel stürzte zur Kammertür und rüttelte hektisch an der Klinke. Er hörte seinen Meister die Treppe heraufeilen. Der Typ ist stinksauer, rief der Kobold. Nathaniel lief zum Schrank und stemmte sich verzweifelt dagegen. Er wollte ihn vor die Tür schieben und sich verbarrikadieren, aber das Möbel war zu schwer. Es klopfte ans Dachfenster. Nathaniel blieb verschreckt, fast das Herz stehen, doch nach kurzem Zögern drehte er sich um. Vor der Scheibe saß eine zerzauste Taube und gestikulierte wie verrückt mit beiden Flügeln. Zögern trat Nathaniel näher. »Batimios?« Die Taube pickte gegen das Glas. Nathaniel griff nach dem Fensterriegel. Ein Schlüssel knirschte. Die Tür flog krachend auf. Anderwood stand unter dem Türsturz. Sein Gesicht war rot vor Anstrengung. Nathaniels Hand sank kraftlos herab. Er drehte sich nach seinem Meister um. Die Taube flog davon. Anderwood brauchte eine Weile, bis er wieder zu Atem kam. »Du Unglückswurm!« »Wer von meinen Feinden hat dich beauftragt?« »Die Wall?« »Mortenson?« »Lovelace?« »Keiner, Sir.« »Wer hat dir gezeigt, wie man einen Spiegel erstellt?« »Wer hat dir befohlen, mir nachzuspionieren?« Sein Meister packte ihn mit einem eisernen Griff an der Schulter und stieß ihn mit Gewalt aus der Tür, und ich stiege ihn unter. Auf dem Treppenabsatz kam ihnen eine keuchende Mrs. Anderwood entgegengeeilt. »Arthur«, schnaufte sie, »unten ist Besuch. Er sagt, es sei außerordentlich dringend.« »Wer, wer sagt das?« »Simon Lovelace, Arthur.« »Er ist einfach reingekommen. Ich konnte ihn nicht daran hindern.« »Dass der Kerl aber auch immer im unpassendsten Moment auftauchen muss. Na, meinetwegen, ich komme. Und du wartest in der Abstellkammer, bis ich Zeit habe, mich mit dir zu befassen.« »Sir?« »Sei still!« Anderwood beförderte Nassaniel quer über den Treppenabsatz. »Marser, setz für unseren Gast Teewasser auf. Ich bin gleich unten. Muss mich nur noch eben frisch machen.« »Ja, Arthur.« »Sir, bitte hören Sie mir zu. Es ist wichtig. In Ihrem Arbeitszimmer...« »Schweig!« Anderwood öffnete eine schmale Tür und stieß Nassaniel in eine winzige, kalte Kammer, die mit alten Akten und Dokumenten aus dem Ministerium vollgestopft war. Ohne ihn eines weiteren Blickes zu würdigen, schlug der Zauberer die Tür zu und drehte den Schlüssel um. Nassaniel hämmerte von innen dagegen und rief verzweifelt hinter ihm her. »Sir!« »Sir!« »Keine Antwort.« »Sir!« »Zuviel der Ehre.« Ein großer Käfer mit riesigen Zangen quetschte sich unter der Tür durch. »Für meinen Geschmack klingt, Sir, ein bisschen zu förmlich, aber immer noch besser als treuloser Dämon.« »Martineus!« Nassaniel wich erschrocken zurück. Der Käfer wurde vor seinen Augen immer größer, veränderte sich, und dann stand der dunkelhäutige Junge vor ihm, mit in die Hüften gestemmten Händen und schiefgelegtem Kopf. »Na?« »Wer war denn da ein unartiger kleiner Zauberer?« bemerkte er trocken. »Wie ich sehe, ist dir Anderwood endlich auf die Schlüche gekommen. Hat ja lange genug gedauert.« Nassaniel ging nicht drauf ein. »Wie bist du?« »Durch den Schornstein, wie denn sonst.« »Und übrigens, ich weiß, dass du mich nicht gerufen hast, aber es ging alles so drunter und drüber, dass ich nicht drauf warten konnte.« »Das Amulett, die plötzliche Erkenntnis, traf Nassaniel wie ein Donnerschlag.« »Du hast Loveless hierhergebracht?« Der Junge wirkte überrascht. »Was?« »Lüge mich nicht an, Dämon. Du hast mich verraten. Du hast ihn hergeführt.« »Loveless?« Der Junge sah ehrlich bestürzt aus. »Wo ist er?« »Hier unten, eben eingetroffen.« »Damit habe ich nichts zu tun. Hast du etwa geplaudert?« »Ich? Du hast doch...« »Ich habe überhaupt nichts gesagt. Ich muss schließlich eine gewisse Tabaksdose in meine Überlegungen mit einbeziehen.« Er zog die Stirn kraus und schien nachzudenken. »Allerdings könnte da eventuell ein Zusammenhang bestehen.« »Eventuell?« Nassaniel sprang vor Aufregung fast an die Decke. »Du hast ihn hergeführt, du Dummkopf. Los jetzt! Hol das Amulett! Du musst es wegschaffen, bevor Loveless es im Underwoods Zimmer findet!« Nassaniel richtete sich hoch auf. Noch konnte eine Katastrophe abgewendet werden, vorausgesetzt, der Dämon tat, was er von ihm wollte. »Ich befehle, dir zu gehorchen,« setzte er an. »Geh ins Arbeitszimmer!« »Vergiss es, Ned!« Der Junge winkte müde ab. »Du stehst nicht mal in einem Pentagramm.« »Jetzt mit dem Amulett abzuhauen, hätte verheerende Folgen, glaub mir. Deine einzige Chance besteht darin, dass Loveless, wenn er das Amulett hier findet, die Sache totschweigen will. Vielleicht spricht er sich ja mit Underwood ab. Sonst...« Nassaniel fröstelte. »Du glaubst doch nicht, dass er...« »Herrje, vor lauter Aufregung hätte ich fast vergessen, warum ich überhaupt hergekommen bin.« Der Junge sprach jetzt mit tiefer getragener Stimme. »So wisse, dass ich deinen Auftrag ergebenst ausgeführt habe. Ich habe Loveless observiert. Ich habe das Geheimnis um das Amulett gelüftet. Ich habe alles für dich aufs Spiel gesetzt, oh Herr und Meister. Und ich bin zu dem Schluss gekommen...« Er sprach wieder normal und mit einem schadenfrohen Unterton. »Dass du ein Idiot bist. Du hast offenbar keine Ahnung, was du da angerichtet hast. Dein Amulett ist nämlich so zauberkräftig, dass es seit Jahren in staatlicher Verwahrung war, bis Loveless es gestohlen hat. Sein gedungener Mörder hat dafür einen hochrangigen Magier umgebracht. Unter diesen Umständen halte ich es für wahrscheinlicher, dass Loveless Anderwood tötet, um sich das Amulett zurückzuholen, oder?« Die ganze Kammer schien sich um Nathaniel zu drehen. Er glaubte, ohnmächtig zu werden. Was Bartimeos da erzählte, war schlimmer als alles, was er sich ausgemalt hatte. »Wir dürfen hier nicht einfach herumstehen«, stammelte er. »Wir müssen etwas unternehmen.« »Ganz recht. Ich zieh los und seh nach, wie sich die Sache entwickelt.« »Du bist ein braver Junge, bleibst hier drin und machst dich auf einen schnellen Abgang gefasst, falls es brenzlig wird.« Der Junge drehte sich zur Kammertür um und berührte sie mit der flachen Hand. Mit jammervollem Ächzen barst das Holz rings um das Schloss und die Tür flog auf. »Geh rauf in dein Zimmer und warte dort auf mich. Ich erstatte dir so schnell wie möglich Bericht und stell dich darauf ein, dass wir sofort los müssen.« Damit verschwand der Junge. »Verzeihen Sie die Störung, Arthur«, sagte Simon Loveless. Anderwood vollführte eine übertrieben einladende Handbewegung. »Aber ich bitte Sie, Loveless, fühlen Sie sich wie zu Hause. Wollen Sie sich nicht setzen?« »Nein, das wollte Loveless nicht.« Ich war als Spinner am Türrahmen hoch in die dunkelste Ecke unter der Zimmerdecke gekrabbelt. Dort spann ich rasch ein paar Fäden, hinter denen ich mich notdürftig verstecken konnte. Ich hatte nämlich sofort bemerkt, dass der Zauberer seinen Kobold mitgebracht hatte, der mit seinen scharfen kleinen Augen in alle Ritzen und Winkel spähte. Wie Loveless auf Anderwoods Haus verfallen war, wollte ich lieber nicht wissen. Trotz allem, was ich dem Jungen verschwiegen hatte, war es zweifellos nur ein dummer Zufall, dass er gleichzeitig mit mir hier eingetroffen war. Anderwood ließ sich auf seinem Lieblingsstuhl nieder und lächelte gekünstelt. »Also«, sagte er, »wollen Sie sich wirklich nicht setzen?« »Nein, danke.« »Dann befehlen Sie wenigstens, Ihrem Kobold mit dem Gezappel aufzuhören. Er macht mich ganz krank.« Plötzlich klang seine Stimme schroff und gereizt. Simon Loveless schnalzte mit der Zunge. Der Kobold, der hinter seinem Kopf herumschwirrte, blieb in der Luft stehen und ließ sein Gesicht absichtlich in einer Grimasse zwischen Glotzen und Grinsen erstarren. Anderwood tat, als bemerkte er es nicht. »Ich muss heute noch einiges erledigen«, sagte er. »Vielleicht erzählen Sie mir einfach, was ich für Sie tun kann.« Simon Loveless nickte gewichtig. »Fur ein paar Tagen wurde bei mir eingebrochen. Ein Gegenstand, ein kleines Artefakt von beträchtlichen magischen Eigenschaften, wurde in meiner Abwesenheit aus meinem Haus entwendet.« Anderwood gab ein mitfühlendes Brummen von Sie. »Hm, tut mir leid für Sie.« »Danke. Ich hänge sehr an dem betreffenden Gegenstand und hätte ihn natürlich gern zurück.« »Natürlich.« »Und deshalb bin ich zu Ihnen gekommen, Anderwood«, sagte Loveless langsam. »Sie können jederzeit auf meine Unterstützung zählen«, erwiderte Anderwood ruhig. »Diese Diebstähle sind wirklich eine Plage.« Anderwoods Augenbrauen hoben sich in leiser Belustigung. »Ich muss allerdings gestehen«, fuhr er fort, »ich bin überrascht, dass ausgerechnet bei Ihnen eingebrochen wurde. Die meisten Diebstähle in jüngster Zeit betrafen«, darf ich offen sprechen, »eher unbedeutende Zauberer.« Loveless hob die Hand. »Ich habe Grund zu der Annahme, dass der Diebstahl meines...« »Also, dass ein Kollege seine Finger im Spiel hat«, Anderwood runzelte die Stirn. »Ach ja? Wie kommen Sie darauf?« »Weil ich weiß, wer den Diebstahl ausgeführt hat.« »Ihr hört auf den unschönen Namen Bartimaeus.« »Ein Gin der mittleren Kategorie. Große Klappe, aber nicht viel dahinter. Nichts Besonderes. Jeder Trottel hätte ihn beschweren können.« »Wissen Sie, wer ihm den Auftrag erteilt hat?« Loveless Brillengläser blitzten. »Tja, Arthur, deshalb habe ich Sie aufgesucht. Genau darüber wollte ich mit Ihnen sprechen.« Auf Anderwoods Gesicht spiegelten sich in rascher Folge die verschiedensten Gefühle, bis schließlich eine eisige, ausdruckslose Miene die Oberhand gewann. Die Temperatur im Zimmer fiel um einige Grade. »Tut mir leid«, sagte Anderwood sehr ruhig. »Was sagten Sie eben?« Simon Loveless beugte sich vor und stützte beide Hände auf den Esstisch. »Ach ja«, sagte er. »Dieser Bartimaeus war in den letzten Tagen ziemlich leichtsinnig. Erst heute Morgen hat er im Tower von London gesessen.« Anderwood zog der Staun zusammen. »Ach, von diesem Djinn sprechen Sie. Wie, ähm, woher wissen Sie das? Angeblich hat man doch seinen Namen nicht herausbekommen. Und außerdem, ja, außerdem ist er heute Nachmittag entkommen.« »Allerdings«, Loveless ging nicht auf Anderwoods Frage ein, »nach seiner Flucht haben ihn meine Speer ausfindig gemacht. Sie sind ihm quer durch London gefolgt, bis zurück zu ihrem Haus.« Anderwood schüttelte fassungslos den Kopf. »Zurück zu meinem Haus? Was soll das heißen?« »Das ist eine Lüge!« Vor kaum zehn Minuten ist er als Abgaswolke getarnt in ihren Schornstein geschlüpft. Jetzt, wo sie mich hereingelassen haben...« Loveless hob den Kopf, als witterte er etwas Wohlriechendes. »Ja, ich, ähm, ich spüre die Aura. Es muss ganz in der Nähe sein. Aber von allein wäre ich nie drauf gekommen, dass Sie dahinter stecken, Arthur. Nicht, dass ich angenommen hätte, Sie wären nicht neidisch auf meine Schätze, aber einen Diebstahl hätte ich Ihnen dann doch nicht zugetraut.« Der alte Mann klappte den Mund wie ein Goldfisch auf und zu und gab unartikulierte Laute von sich. Loveless Kobold schnitt ihm rasch eine grässliche Fratze. Sein Herr pochte mit dem Zeigefinger auf den Tisch. »Ich hätte mir auch mit Gewalt Zutritt zu ihrem Haus verschaffen können, Arthur. Aber ich ziehe es vor, die Form zu wahren. Zudem ist der Gegenstand, von dem ich spreche, ziemlich umstritten, wie Sie sicher wissen. Ich glaube, weder Sie noch ich möchten, dass bekannt wird, dass er sich in Ihrem oder meinem Haus befindet. Wenn Sie ihn mir jetzt also sofort zurückgeben, können wir uns bestimmt zur gegenseitigen Zufriedenheit einigen.« Loveless trat einen Schritt zurück und fingerte an seinem Ärmelaufschlag herum. »Ich warte.« Hätte Underwood auch nur ein Wort von dem begriffen, was Loveless gesagt hatte, wäre er vielleicht mit heiler Haut davongekommen. Doch in seiner Bestürzung nahm er nur die ungerechte Beschuldigung wahr, die es aus der Welt zu schaffen galt, und so sprang er wutschnaubend auf. »Sie aufgeblasene Emporkömmling«, schrie er, »wie können Sie es wagen, mich des Diebstahls zu beschuldigen? Ich habe Ihren Gegenstand nicht. Ich weiß nichts darüber, und ich will ihn auch nicht haben. Ich kenne keinen Bartimäres, und er hält sich auch nicht in meinem Haus auf.« Bei diesen Worten schien sich ein Schatten über Simon Loveless Gesicht zu legen. Er schüttelte langsam den Kopf. »Machen Sie sich nicht lächerlich, Arthur«, sagte er. »Meine Informanten lügen mich nicht an. Sie sind mächtige Wesen und mir bedingungslos ergeben.« Der alte Mann reckte trotzig den Bart vor. »Verlassen Sie sofort mein Haus!« »Ich muss Ihnen wohl kaum erklären, was für Mittel mir zur Verfügung stehen,« fuhr Simon Loveless fort. »Wenn Sie jedoch vernünftig mit mir reden, können wir eine unschöne Szene vermeiden.« »Ich habe nichts mehr dazu zu sagen. Bei mir sind Sie an der falschen Adresse.« »Also dann?« Simon Loveless schnippte mit den Fingern. Sofort ließ sich sein Kobold fallen, landete auf dem Margoni-Ess-Tisch, schnitt eine Grimasse und regte sich. Sein Schwanzende schwoll an und wuchs sich zu einem gezähmten Dorn aus. Versonnen senkte der Kobold den Steiß und ließ den Schwanz rotieren. Dann bohrte sich der Dorn in die polierte Tischplatte wie ein Messer in ein Stück Butter. Der Kobold schritt gemessen über den ganzen Tisch, zog den Schwanz durch das Holz und zersägte die Tischplatte der Länge nach. Underwood fielen fast die Augen aus dem Kopf. Loveless schmunzelte. »Ein Familienerbstück, Arthur?« fragte er. »Dachte ich's mir doch.« Kurz bevor der Kobold am anderen Tischende angekommen war, klopfte es plötzlich. Die beiden Männer drehten sich um und der Kobold erstarrte mitten in der Bewegung. Mrs. Underwood kam mit einem vollbeladenen Tablett herein. »Hier kommt der Tee«, verkündete sie, »und ein bisschen Gebäck. Arthur's Lieblingsgebäck, Mr. Loveless. Ich stelle einfach alles hier hin, wenn's recht ist.« Wortlos sahen die beiden Zauberer und der Kobold zu, wie sie zum Tisch ging und das schwere Tablett behutsam in Underwoods Nähe abstellte. Dann nahm sie in der bedrückenden Stille eine große Porzellankange herunter, zwei Tassen, zwei Untertassen, zwei Teller, eine Etagere mit Teegebäck und etliche Teile ihres besten Bestecks. Der Tisch bog sich sichtbar unter dem Gewicht und knarrte leise. Mrs. Underwood nahm das Tablett wieder auf und lächelte den Besucher an. »Bitte bedienen Sie sich, Mr. Loveless.« Mit dem Tablett unter dem Arm rauschte Mrs. Underwood wieder hinaus. Die beiden Männer sahen ihr nach. Die Tür schloss sich. Wie auf Befehl wandten sich die beiden Zauberer und der Kobold wieder dem Tisch zu. Mit einem knarzenden Knall gab der letzte Spahn, der die Holzplatte noch zusammengehalten hatte, nach. Das ganze Tischende knickte ab und krachte zu Boden, samt Teekanne, Tassen, Untertassen, Teller und Besteck und der Etagere mit dem Gebäck. Der Kobold rettete sich mit einem Satz auf den Kamin-Sims. Es folgte eine kurze Stille. Simon Loveless ließ seinen Keks in das Durcheinander auf den Boden fallen. »Was ich mit diesem Holztisch machen kann, kann ich auch mit einem Holzkopf machen, Arthur«, bemerkte er. Arthur Underwood starrte ihn an. Dann sagte er dumpf, »Das war meine beste Teekanne.« Er stieß drei schrille, hohe Pfiffe aus. Ein tiefer, dröhnender Antwortruf erscholl und aus den Fliesen vor dem Kamin stieg ein vierschrötiger, blaugesichtiger Troll. Underwood machte eine Handbewegung und pfiff noch einmal. Der Troll setzte zum Sprung an, drehte sich und landete auf dem kleinen Kobold. Er packte ihn mit seinen fingerlosen Pfoten und zerquetschte ihn, ohne sich um den peitschenden Sägezahnschwanz zu kümmern. Underwood wandte sich nach Loveless um, der alles mit verkniffenem Mund beobachtet hatte. »Ich muss gestehen, dass mich der alte Zaun verblüffte. So eine gute Vorstellung hätte ich ihm nicht zugetraut. Auch Loveless war das nicht entgangen. Ich gebe Ihnen noch eine Chance,« knurrte er. »Sie erstatten mir auf der Stelle mein Eigentum zurück, oder ich...« »Ich werde richtig ungemütlich. Zeigen Sie mir Ihr Arbeitszimmer.« »Kommt nicht in Frage.« Underwood war außer sich vor Wut und Überanstrengung und hörte nicht auf die Stimme der Vernunft. »Wie Sie wollen!« Loveless strich sich das gegelte Haar zurück und murmelt ein paar Worte. Das Zimmer mit allem, was darin war, bebte und begann zu flimmern. Die hintere Wand fing an, sich aufzulösen. Sie wich immer weiter zurück, bis man sie nicht mehr erkennen konnte. Wo sie gewesen war, öffnete sich ein schier endloser Gang. Ganz hinten, am anderen Ende, tauchte eine Gestalt auf. Sie bewegte sich auf uns zu und wurde rasch größer. Doch sie lief nicht, sondern schwebte, ohne die Beine zu bewegen. Underwood schnappte nach Luft, taumelte zurück und prallte gegen seinen Stuhl. Zum Luftschnappen hatte er auch allen Grund. Ich kannte die bullige Gestalt mit dem Schakalkopf. Underwoods Gesicht war kreidebleich und erklammerte sich an die Stuhlehne. »Aufhören! Sie haben gewonnen! Ich bringe Sie in mein Arbeitszimmer! Rufen Sie das da zurück!« Die Gestalt wurde noch größer. Underwood duckte sich. Der Troll machte ein klägliches Gesicht und verzog sich schleunigst wieder zwischen die Fliesen. Ich trippelte unter der Decke nervös von einem Bein aufs andere und fragte mich, was ich machen sollte, falls Jaber tatsächlich ins Zimmer kam. Mit einer raschen Geste von Lovelace verschwand der Gang mitsamt Jaber. Die Wand war wieder dort, wo sie hingehörte. Underwood kniete neben den Scherben seines Teeservis. Er zitterte so heftig, dass er kaum aufstehen konnte. »Wo geht's zu Ihrem Arbeitszimmer?« »Ach so«, erkundigte sich Simon Lovelace. Messenius stand auf dem Treppenabsatz und hielt sich am Geländer fest, als fürchtete er hinzufallen. Er war den Ereignissen, die er selbst ins Rollen gebracht hatte, hilflos ausgeliefert. Ein leises Geräusch, Mrs. Underwoods fröhliches Summen. Sie trottete durch den Flur zum Esszimmer und brachte Tee. Nassaniel hörte das Geschirr auf dem Tablett klirren. Er vernahm ein Klopfen, noch mehr Geklirr, als sie eintrat, dann war alles ruhig. Mit einem Schlag vergaß Nassaniel seine eigene verzweifelte Lage. Mrs. Underwood war in Gefahr. Der Feind war im Haus. Bestimmt würde er Underwood überreden oder zwingen, ihn das Arbeitszimmer durchsuchen zu lassen. Er würde das Amulett finden und dann. Was würde Lovelace, Mr. Underwood und seiner Frau dann antun? Die Situation war zwar völlig verfahren, aber er konnte immer noch eingreifen. Die beiden Zauberer hielten sich im Esszimmer auf. In Underwoods Arbeitszimmer war niemand. Wenn er sich hineinschlägt und das Amulett holte, konnte er es vielleicht woanders verstecken. Leise und flink stahl er sich treppab in den ersten Stock, wo sich das Zimmer und das Labor seines Meisters befanden. Die gedämpften Stimmen aus dem Erdgeschoss wurden lauter. Er glaubte, Underwood zetern zu hören. Ihm blieb nicht viel Zeit. Nassaniel eilte durch die Räume, bis er an die Tür kam, hinter der die kleine Treppe hinunter ins Arbeitszimmer führte. Er ging die Stufen hinunter und blieb wie angewurzelt stehen. Sein Blick war auf den fünfzackigen roten Stern auf der Arbeitszimmertür gefallen. Nassaniel stöhnte auf. Inzwischen erkannte er einen Abwehrzauber, wenn er davor stand. Wenn er die Tür anfasste, würde er verbrennen. Ungeschützt konnte er nicht weiter. Und um sich zu schützen, brauchte er einen Kreis, eine Beschwörung, sorgfältige Vorbereitung. Zur Untätigkeit verdammt. Er schlug mit der Faust gegen die Wand. Von weit her ertönte ein Laut, der wie ein Angstschrei klang. Nassaniel rannte die Treppe wieder hoch und hörte schon unterwegs, wie die Esszimmertür aufging und Schritte durch die Diele halten. Da kamen sie. Jetzt stiegen sie die Treppe herauf. Nassaniel war vor Unentschlossenheit wie gelähmt. Als der erste schon um die Ecke bog, huschte er durch die nächste Tür und schloss sie bis auf einen kleinen Spalt und spähte mit einem Auge auf den Treppenabsatz. Hinter Underwood ging Simon Loveless, die Augen hinter der Brille verborgen, der Mund ein schmaler, grimmiger Strich. Und hinter Loveless wiederum krabbelte, immer schön an der Wand entlang, eine Spinne. Die Prozession verschwand in Richtung Arbeitszimmer. Nassaniel taumelte zurück. Underwoods Gesicht gewiss. Ja, er war schwach und engstirbig und behandelte Nassaniel immer noch wie einen Dummkopf. Aber immerhin war er ein Regierungsmitglied, einer von 300 amtierenden Ministern. Und nicht er hatte das Amulett gestohlen, sondern Nassaniel. Nassaniel stützte kraftlos den Kopf in die Hände. Wie könnte er sich selbst je wieder in die Augen sehen, wenn er seinen Meister Loveless auslieferte? Und noch etwas. Wenn sein Meister leiden musste, dann litt auch Mrs. Underwood. Und das konnte Nassaniel nicht zulassen. Nein, es half nichts. Er musste eingreifen. Egal, was dann passierte. Wenn er sich ausmalte, was er vorhatte, wurde ihm ganz flau im Magen. Trotzdem schaffte er es Schritt für Schritt durch die Tür, über den Treppenabsatz und die Treppe zum Arbeitszimmer hinunter. Immer eine Stufe nach der anderen. Bei jedem Schritt begehrte sein gesunder Menschenverstand energisch auf und empfahl ihm dringend, sofort Kehr zu machen und das Weite zu suchen. Doch Nassaniel ließ sich nicht beirren. Wegzulaufen hätte bedeutet, Mrs. Underwood im Stich zu lassen. Komme, was da wolle, er würde jetzt ins Arbeitszimmer gehen und alles zugeben. Die Tür stand offen, der Feuerzauber war deaktiviert. Warmes Licht fiel ins Treppenhaus. Nassaniel blieb an der Schwelle stehen. Er konnte nicht mehr klar denken. Er wusste gar nicht richtig, was er tat. Er drückte die Tür ganz auf, trat ein und kam gerade rechtzeitig, um mit anzusehen, wie Lovelace das Amulett entdeckte. »Sieh mal einer an! Was haben wir denn da?« Underwood schüttelte verwirrt und ungläubig den Kopf. In diesem einen Augenblick schien er um Jahre gealtert. »Nein«, flüsterte er, »das ist ein Trick. Sie wollen mich reinlegen!« Lovelace sah ihn nicht einmal an. Er hatte nur Augen für seine Beute. »Ich begreife nicht, was Sie damit anfangen wollten«, sagte er. »Schon die Beschwörung dieses Bartimeus müsste Ihnen eigentlich Ihre Grenzen aufgezeigt haben.« »Ich sage es noch einmal«, entgegnete Underwood Matt, »ich habe nichts mit diesem Bartimeus zu tun. Ich habe nichts mit Ihrem Schmuckstück zu tun und ich habe keine Ahnung, wie es hierher kommt.« Plötzlich vernahm der Samuel eine andere Stimme, eine hohe, zittrige Stimme, seine eigene. »Das stimmt«, sagte er. »Ich habe es gestohlen. Ich bin der Schuldige. Die Stille, die dieser Behauptung folgte, dauerte fast fünf Sekunden. Die beiden Zauberer fuhren herum und starrten ihn mit offenen Mündern fassungslos an. Mr. Underwoods Augenbrauen drückten tiefste Bestürzung aus. Lovelace runzelte unglaublich die Stirn. Das Himmel trat näher. »Ich war es«, wiederholte er, und seine Stimme klang jetzt, da er sich überwunden hatte, schon wieder etwas fester. »Er hat nichts damit zu tun. Lassen Sie ihn in Ruhe!« Underwood schüttelte blinzelnd den Kopf und schien seinen Augen und Ohren nicht zu trauen. Lovelace rührte sich nicht und heftete den Blick hinter der Brille auf Nersenia. Das Amulett von Samarkand schaukelte immer noch zwischen seinen Fingern. Schließlich fand sein Meister die Sprache wieder. »Was redest du da für ein Unsinn, du Dummkopf? Du weißt ja überhaupt nicht, worum es geht. Verschwinde, und zwar sofort!« Lovelace skeptische Miene verzog sich plötzlich zu einem schiefen Nächel. »Warten Sie, Arthur! Vielleicht sind Sie zu vorschnell!« »Das ist doch lächerlich! Dieser Grünschnabel kann den Diebstahl unmöglich begangen haben. Dazu hätte er erst mal in meinem Abwehrzauber vorbeikommen müssen, von Ihrem Sicherheitssystem ganz zu schweigen. »Und oben rein hätte er noch einen Gin der vierzehnten Ebene beschwören müssen,« murmelte Lovelace. »Genau! Das ist doch absurd!«, keuchte Underwood. Plötzlich leuchteten seine Augen auf. »Aber vielleicht?« »Ja, ist das denn die Möglichkeit? Erst vorhin habe ich den Bengel mit einem Haufen Beschwörungsutensilien erwischt.« »Trotzdem«, sagte Lovelace leise. »Weshalb sollte er mich bestellen?« Am Verhalten seines Meisters merkte Nathaniel, dass der Alte den wahren Wert des Amuletts nicht kannte. Er begriff, dass er diesen Umstand für sich nutzen konnte. Würde Lovelace auch ihm abnehmen, dass er ahnungslos war? Nathaniel gab sich Mühe, möglichst naiv zu klingen. »Es war nur ein dummer Streich, Sir«, sagte er. »Ein Jux, ich wollte Ihnen eins auswischen, weil Sie mich damals verprügelt haben. Tut mir schrecklich leid, wenn ich Ihnen Unannehmlichkeiten bereitet habe.« Lovelace blickte ihn einfach nur mit undurchdringlicher Miene an. Sein Meister hingegen glaubte ihm und ließ seinen Zorn freien Lauf. »Das geht endgültig zu weit, Mandrake«, schrie er. »Dafür bringe ich dich vor Gericht. Ich schmeiß dich raus. Du kriegst nie einen Posten.« »Ja, Sir, das Handy war alles egal. Hauptsache, Lovelace ging endlich.« »Ich kann mich nur bei Ihnen entschuldigen, Lovelace.« Anderwood richtete sich hoch auf und warf sich in die Brust. Der Bengel hat uns beiden einen üblen Streich gespielt. Das Amulett da. Er warf einen Seitenblick auf das kleine goldene Oval. Im selben flüchtigen, schicksalshaften Moment begriff er, was er sah, und zog scharf die Luft durch die Zähne. Es war nur ein leises Geräusch, aber es entging Nathaniel nicht. Lovelace zeigte keine Reaktion. Alle Farbe wich aus Anderwoods Wangen. Er schielte verstohlen zu Lovelace hinüber, um festzustellen, ob dieser etwas gemerkt hatte, und Nathaniel tat es ihm automatisch nach. Der jüngere Zauberer hob die Hand und Anderwood verstummte. »Nun, John Mandrake«, sagte Simon Lovelace, »deinetwegen hatte ich in letzter Zeit tatsächlich einige Ungelegenheiten. Aber jetzt habe ich ja mein Eigentum wiederbekommen, und alles ist in bester Ordnung. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Dass du in deinem Alter einen Djinn wie Bartimaeus beschworen hast, ist beachtlich. Alles recht schlau eingefädelt. Nur zum Schluss hast du einen Fehler gemacht. Was hat dich bloß geritten, das alles zuzugeben? Ich hätte in aller Stille mit Anderwood abgerechnet und dich in Ruhe gelassen.« Anderwood wollte unbedingt etwas einwerfen, doch Lovelace schnitt ihm das Wort ab. »Halten Sie den Mund, ich will hören, wie der Junge darauf gekommen ist!« »Weil es nicht seine Schuld ist«, antwortete Nathaniel unbeirrt, »er hat nichts davon gewusst. Es ist eine Sache zwischen Ihnen und mir. Lassen Sie Mr. Anderwood da raus, deshalb bin ich hierher gekommen.« Lovelace lachte. »Was für ein kindischer Edelmut«, sagte er, »so was habe ich mir schon gedacht. Die rechtschaffene Tour, mutig, aber dumm.« »Ich habe Sie beklaut, weil Sie mich beleidigt haben«, fuhr Nathaniel fort. »Ich wollte mich rächen. Das ist alles. »Meinetwegen bestrafen Sie mich, das macht mir nichts aus.« Hinter seiner mirrischen Resignation verbarg sich eine leise Hoffnung. Vielleicht hatte Lovelace ja nicht mitbekommen, dass sein Meister und er über das Amulett Bescheid wussten. Vielleicht belies er es ja bei einer symbolischen Straf und verschwand wieder. Anderwood hoffte anscheinend dasselbe. Er packte Lovelace eifrig am Arm. »Wie Sie sehen, habe ich mit der ganzen Sache nicht das Geringste zu tun, Simon. Dieser ungezogene, hinterältige Bengel ist an allem schuld. Machen Sie mit ihm, was Sie für richtig halten. Das überlasse ich ganz Ihnen.« Lovelace löste sich aus seinem Griff. »Danke, Anderwood. Ich werde seine Bestrafung so bald wie möglich veranlassen. Gut. Nachdem ich Sie aus dem Weg geräumt habe.« »Wie bitte?« Anderwood erstarrte. Dann rannte er plötzlich flinker, als man es einem Mann seines Alters zugetraut hätte, zur Tür, die immer noch offen stand. Doch als er an Nathaniel vorbeilief, schlug ein Windstoß, der aus dem Nichts zu kommen schien, die Tür zu. Anderwood rüttelte mit aller Kraft an der Klinke, aber sie rührte sich nicht. Mit einem Knurren, wie ein in die Enge getriebenes Tier, fuhr er herum. Nathaniel und er standen jetzt beide Lovelace gegenüber. Nathaniel schlotterten die Knie. Behutsam hob Lovelace das Amulett von Samarkand an der Goldkette hoch, hängte es sich um den Hals. »Ich lasse mich nicht für dumm verkaufen, John«, sagte er. »Vielleicht weißt du tatsächlich nicht, was es mit diesem Schmuckstück auf sich hat, aber darauf möchte ich mich lieber nicht verlassen. Und der arme Asa weiß garantiert Bescheid.« Als er das hörte, streckte Anderwood die Hand aus und packte Nathaniel unsanft am Kragen. Seine Stimme schnappte vor Angst über. »Ja, ich weiß Bescheid, aber ich halte dicht. Sie können mir vertrauen, Lovelace. Von mir aus können Sie das Amulett behalten, solange Sie wollen. Aber der Junge kann bestimmt nicht den Mund halten. Sie müssen ihn zum Schweigen bringen, bevor er etwas ausplappert. »Am besten töten Sie ihn sofort, dann ist die Sache aus der Welt.« Er versetzte Nathaniel einen groben Stoß und grub ihm die Fingernägel in den Nacken. Nathaniel schrie vor Schmerz auf. Ein boshaftes Grinsen breitete sich über Lovelace's Gesicht. »Schön, wenn sich ein Meister so für seinen Gehilfen einsetzt. Wirklich rührend. Wie du siehst, John, erteilen Anderwood und ich dir eine letzte Lektion in der Kunst, ein Zauberer zu sein. Und vielleicht begreifst du nun endlich, was es für ein Fehler war, mir alles zu gestehen. Wenn ich das Amulett nächste Woche einsetze, stehe ich damit in einer glorreichen Tradition, die bis auf Gladstone zurückgeht.« Die Brille blitzte und erhob die Hand. »Vielleicht tröstet es dich etwas, dass ich, lange bevor du hier hereingeplatzt bist, geplant hatte, dich und alle anderen Bewohner dieses Hauses umzubringen.« Nathaniel sah Mrs. Anderwood vor sich, wie sie in ihrer Küche werkelte. Tränen stiegen ihm in die Augen. »Bitte!« »Du bist ein Schwächling, Junge, genau wie dein Meister!« Lovelace klatschte in die Hände. Im Zimmer wurde es plötzlich finster und der Fußboden bebte. Nathaniel hatte das unbestimmte Gefühl, dass ganz hinten im Zimmer jemand stand, doch er hatte zu viel Angst, sich umzuschauen. Neben ihm sprach Anderwood einen Abwehrzauber. Ein grün schimmerndes Netz hühlte ihn schützend ein. Nathaniel blieb draußen. »Meister!« Da ertönte eine schreckliche, dumpf grollende Stimme, als stürzte ein Stollen in einem Bergwerk ein. »Was ist euer Begehr?« Lovelace antwortete. »Töte die beiden und alle anderen Bewohner dieses Hauses! Leg es in Schutt und Asche!« Anderwood stieß einem gellenden Schrei aus. »Nehmt den Jungen! Verschont mich!« Er gab seinem Gehilfen einen gewaltigen Stoß. Nathaniel taumelte und fiel hin. Er war blind vor Tränen und war sich nur noch bewusst, wie entsetzlich hilflos er war. Er versuchte aufzustehen. Neben ihm splitterte etwas. Er öffnete den Mund zum Schrei. Dann stießen scharfe Klauen auf ihn herab und packten ihn an der Gurgel. »Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin.« Wahrscheinlich war Anderwoods Schreibtisch unsere Rettung. Es war ein altmodisches, wuchtiges Möbel und der Zufall wollte es, dass ich Jaber dahinter materialisierte und nicht davor. Die drei Sekunden, die er brauchte, um dieses Hindernis zu zertrümmern, nutzte ich aus. Ich hatte die ganze Zeit unter der Decke gehangen, in einer Spalte im Verputz über dem Rollo. Jetzt ließ ich mich einfach fallen und verwandelte mich dabei in den Wasserspeier-Dämon. Ich landete auf meinem Herrn, packte ihn kurz entschlossen am Schlawittchen und rannte, da Jaber das Fenster versperrte, mit ihm zur Tür. Ich brach mit dem Jungen unter dem Arm durch die verschlossene Tür und rannte die Treppe hinauf. Auf halber Strecke kam eine enorme Detonation hinter uns hergetoast und warf uns quer durchs Treppenhaus und so heftig gegen die Wand, dass mir Hören und Sehen verging. Als ich noch benommen am Boden lag, hörte ich es ohrenbetäubend krachen. Offenbar hatte es Jaber ein bisschen zu gut gemeint, denn es hörte sich an, als wäre der Fußboden des Arbeitszimmers eingebrochen. Es dauerte nur einen Augenblick, dann bekam ich meine Substanz wieder auf die Reihe und konnte aufstehen. Aber in diesem einen Augenblick hatte sich der dusselige Junge aus dem Staub gemacht und ich sah gerade noch, wie er die Treppe wieder hinunterlief. Verärgert breitete ich die Flügel aus und flatterte ihm hinterher. Als der Junge im Erdgeschoss angekommen war, stieß er ein Gebrüll aus, das durch das ganze Treppenhaus schallte. »Mrs. Underwood!« »Mrs. Underwood!« »Wo sind Sie?« Seine Rufe übertönten sogar das dröhnende Krachen, das unterdessen das gesamte Haus erschütterte. Ich sauste das letzte Stück Treppe hinunter. Die Diele im Erdgeschoss füllte sich bereits mit dichtem Qualm. Dahinter flackerte es rot. Der Junge war vor mir. Ich sah ihn auf das Feuer zu stolpern. »Mrs. Underwood!« Hinter den Rauchschwaden bewegte sich etwas. Eine Gestalt kauerte hinter einer Flammenwand in der Ecke. Der Junge hatte sie auch gesehen und wankte darauf zu. Ich flog schneller und streckte die Tatzen aus. »Mrs. Underwood!« »Sind Sie das?« Die Gestalt erhob sich und richtete sich zu ihrer ganzen Größe auf. Sie hatte einen Tierkopf. Der Junge wollte aufschreien. Doch da hatte ich ihn endlich eingeholt und packte ihn um die Taille. Er begnügte sich mit einem erstickten Gurgeln. »Ich bin's, du Spinner!« Ich zerrte ihn rückwärts zur Treppe. »Der dort hat's auf dich abgesehen. Willst du unbedingt so enden wie dein Meister?« Sein Gesicht verlor jeden Ausdruck. Die Frage schockierte ihn. Ich glaube, bis dahin hatte er noch gar nicht richtig begriffen, was um ihn herum vor sich ging. Nun trat Schäber aus dem Flammenmeer hervor. Seine Haut glänzte wie eingeölt und blinkte im Widerschein des flackernden Feuers, als er durch die Diele auf uns zustapfte. Wir hasteten die Treppe wieder hinauf. Ich ächzte unter dem Gewicht meines Herrn. Seine Arme und Beine hingen schlaff herab und er schien zu keiner Bewegung mehr fähig. »Nach oben«, knurrte ich. »Das hier ist ein Reihenhaus. Wir versuchen's übers Dach.« Er murmelte etwas wie, »Mein Meister...« »Der ist tot«, entgegnete ich. »Ein Habs und Weg war, schätze ich. Klartext war noch immer das Beste.« »Aber Mrs. Underwood...« »Der ist es genauso ergangen. Du kannst nichts mehr für sie tun.« Worauf der Dummkopfmann hält es nicht für möglich, strampelte und mit seinen schwächlichen Fäusten auf mir herumtrommelte. »Nein«, kreischte er, »es ist meine Schuld. Ich muss zu ihr.« Er wandte sich wie ein Aal und glitt meinem Griff. Ich packte ihn mit einem deftigen Fluch am Ohr und beförderte ihn die Treppe hinauf. »Hör auf, warum zu hampeln«, fuhr ich ihn an. »Hast du heute nicht schon genug angestellt?« »Ja, wenn Mrs. Underwood...« »Würde bestimmt nicht wollen, dass du auch noch mit drauf gehst«, behauptete ich auf gut Glück. Jedenfalls wehrte sich der Junge nicht mehr. Ich schlang den Arm um seine Schultern und schleifte ihn die Treppe hinauf. Wir erreichten den zweiten Stock und machten uns an den Aufstieg zum Dachboden. Dicht hinter uns knackten und splitterten die Stufen unter Jabers Tritten. Als wir oben waren, hatte sich mein Herr wieder so weit im Griff, dass er meine Hilfe kaum noch benötigte. Und so erreichten wir die Dachkammer. »Durchs Fenster«, befahl ich. »Wir müssen aufs Dach.« Ich schob mir Senni quer durchs Zimmer und stieß die Dachluke auf. Kalte Luft schlug mir entgegen. Ich flog durch die Öffnung, kniete mich aufs Dach und streckte die Tatze ins Zimmer. »Los«, kommandierte ich, »raus da!« Doch zu meiner Verblüffung zögerte der verflixte Bengel. Er schlurfte zum Bett, bückte sich und hob etwas auf. »Sein Zauberspiegel!« »Also ehrlich!« Mein Herr bewegte sich so lahmarschig, dass er gerade mal in meine Reichweite gekommen war, als Jabers schließlich auf der obersten Treppenstufe erschien. Er sprühte Funken und steckte das Gebälk um sich herum in Brand. Dann sah er den Jungen und kam mit erhobener Hand auf uns zu und rumpste mit der Birne voll gegen den niedrigen Türsturz. Das verschaffte mir den rettenden Vorsprung. Ich ließ den Oberkörper durch die Luke hinunter, hielt mich wie ein Klammeraffen mit den Füßen fest, klemmte mir den Jungen unter den Arm und hiefte mich wieder nach draußen. Eng umschlungen plumpsten wir rücklinks auf die Ziegel, als im selben Moment eine Flammengarbe aus dem Dachfenster schoss. Das ganze Haus wackelte. Im Nu war ich wieder auf den Beinen, polterte das steile Ziegeldach hoch und schleifte den Jungen mit. Ich strebte den nächsten Schornstein an, warf den Jungen dahinter und drehte mich um. Das Feuer verrichtete sein Werk, die Ziegel zerbarsten und in den Ritzen dazwischen züngelten niedrige Flämmchen. An der Dachluge bewegte sich etwas. Ein riesiger schwarzer Vogel flatterte aus dem Flammenmeer, ließ sich auf dem Dachfürst nieder und wechselte die Gestalt. Jaber sah sich nach allen Seiten um. Er bitterte unsere Fährte, und es war nur eine Frage der Zeit, bis er unser Versteck erriet und den Schornstein pulverisierte. Allerhöchste Eisenbahn. Ich ließ den Jungen einfach liegen und erhob mich in Wasserspeiergestalt in die Lüfte. Jaber sah mich sofort. Als er feuerte, legte ich kurz die Flügel an und ließ mich fallen. Die Detonation schoss über meinen Kopf hinweg, pfiff in hohem Bogen über das Dach und verpuffte. Bei jedem seiner Schüsse wurde der Dachstuhl erschüttert. Jedes Mal bebte das Haus ein bisschen heftiger. Ein Streifschuss stutzte mir den Flügel und ich todelte auf die Ziegel. Jetzt feuerte ich. Es war ein kraftloser Schuss und zu kurz gezielt, völlig ungeeignet, einen Jaber aufzuhalten. Die Explosion traf die Ziegel zu seinen Füßen, doch Jaber wich nicht mal zurück, sondern lachte siegesgewiss und verstummte abrupt, als das Dach unter ihm zusammenbrach. Es muss ein tiefer Sturz gewesen sein, durch vier brennende Stockwerke bis in den Keller, wobei ein Großteil des Hauses über ihm zusammenbrach. Der Junge hockte da und starrte mit leerem Blick in die Nacht. Das verschafft uns einen kleinen Aufschub, erklärte ich. Aber wir haben trotzdem keine Zeit zu verlieren. Steh auf! Kurzerhand nahm ich meine letzte Kraft zusammen und warf mir den Jungen über die Schulter. So rannte ich über das Dach. Ungefähr vier Dächer weiter waren wir mit einer Fichte auf gleicher Höhe. Ihre ausladendsten Äste waren nur ein paar Meter entfernt. An sich kein Problem. Aber erst mal brauchte ich eine kleine Verschnaufpause. Ich ließ den Jungen fallen und drehte mich vorsichtshalber noch mal um. Nichts. Offenbar hatte Jaber Probleme. Ich malte mir aus, wie er im Keller unter tonnenweise glühendem Schutt begraben lag und verzweifelt um sich schlug. Da rührte sich etwas in den Flammen. Abmarsch! Ich gab dem Jungen keine Gelegenheit, in Panik zu geraten. Packte ihn wieder um die Taille, schlitterte die Dachschräge hinunter und sprang. Er gab keinen Laut von sich, als wir im orangefarbenen Feuerschein durch die Luft segelten. Ich schlug wie verrückt mit den Flügeln und wir landeten mit knapper Not auf der ächzenden, sich biegenden und tückisch pieksenden Fichtel. Damit wir nicht herunterfielen, schlang ich den freien Arm um den Stamm. Der Junge stützte sich haltsuchend auf einen Ast. Ich drehte mich nach Anderwoods Haus um. Vor der Flammenkulisse bewegte sich eine dunkle Silhouette. Ich lockerte meinen Griff und glitt mit meiner Last am Stamm runter. Die Rinde löste sich unter meinen Klauen und schließlich landeten wir im feuchten Gras. Ich stellte den Jungen wieder auf die Füße. Ab jetzt kein Mucks mehr, flüsterte ich. Und immer unter den Bäumen bleiben. So schlichen wir uns davon, mein Herr und ich, tappten durch den dunklen, triefnassen Garten. Auf der Straße jaulten die Feuerwehrsirenen heran und wieder stürzte ein dicker Balken in die lodernde Ruine, die das Haus seines Meisters gewesen war. An jedem anderen Morgen hätte Mrs. Anderwood jetzt Frühstück gemacht. Nathaniel sah sie vor sich. Klein, geschäftig, gut gelaunt, wie sie Tomaten schnitt, Brotscheiben in den Toaster schob. Doch jetzt gab es die Küche nicht mehr. Das ganze Haus gab's nicht mehr. Und Mrs. Anderwood war. Nathaniel verzog das Gesicht. Am liebsten hätte er geweint. Sobald er die Augen schloss, sah er flackernde, weiße Schemen tanzen, sah wieder die Flammen, Mrs. Anderwood war. Nathaniel holte tief und zitternd Luft. Er durfte jetzt nicht, er musste darüber nachdenken, was er jetzt machen sollte, sonst war es aus mit ihm. Die halbe Nacht war er wie ein Verrückter mit leerem Blick und offenem Mund durch die Gärten und Gassen von Nord London gerannt. Das Summen einer Suchkugel, ein eigenartiger chemischer Geruch, das war alles, woran er sich noch erinnerte, bis sie schließlich dieses leerstehende, mit Brettern vernagelte Gebäude entdeckt hatten. Hier war er erst mal in Sicherheit. Aber Mrs. Anderwood... Ziemlich frisch, was? sagte jemand. Der Junge, der kein Junge war, stand in dem leeren Zimmer und sah ihn mit strahlenden Augen an. Du zitterst, stellte er fest. Du bist aber für die Jahreszeit auch nicht gerade passend angezogen. Das Handy war mit den Gedanken ganz woanders. Der Junge sah ihn von der Seite an. Soll ich was gegen die Kälte unternehmen? Der Gin trat näher. Ich könnte Feuer machen, schlug er vor. Ein schönes, warmes Feuer. Da! Ein Flämmchen flackert in seiner Handfläche. Das ganze Holz, der verfault doch sowieso bloß. Die Flamme wurde ein bisschen größer. Ein Wort genügt, mein Herr und Gebieter. Ich würde es als einen kleinen Gefallen unter Freunden betrachten. Das Handy klapperte mit den Zähnen. Er musste unbedingt wieder warm werden. Das war noch wichtiger als etwas zu essen, obwohl sein Magen knurrte. Das Flämmchen tanzte lustig. Ein kleiner Funke sprang auf einen Holzhaufen über und steckte ihn in Brand. Nathaniel schlurfte hin, kauerte sich davor und hielt die Hände dicht an die Flammen. Irgendwann merkte er, dass sich der Gin neben ihm auf die Fersen gehockt hatte und mit einem langen Spahn im Feuer rumstocherte. »Besser so?« erkundigte er sich. »Ich hoffe, du taust wieder auf«, fuhr der Gin fort. »Du bist ein echt ulkiges Kerlchen. Ich habe schon eine Menge Zauberer kennengelernt, aber kaum einer war dermaßen lebensmüde wie du. Die meisten hätten es nicht für besonders schlau gehalten, einem mächtigen Feind einfach zu erzählen, dass man seinen Schatz geklaut hat. »Ich hatte keine andere Wahl«, antwortete Nathaniel kurz angebunden. Der Gin rümpfte die Nase. »Darf ich dich trotzdem dran erinnern, dass du mich mit deinem Anfall von Ehrlichkeit ebenfalls in Lebensgefahr gebracht hast?« Er griff plötzlich ins Feuer, holte ein Stück Glut heraus und drehte es nachdenklich hin und her. »Ich sag's ungern«, meinte der Gin. »Aber Lovelace hatte recht. Du hast dich gestern reichlich übernommen. Was hast du denn jetzt vor? Willst du nach Prag? Wie bitte? »Na ja, Lovelace weiß, dass du entkommen bist. Bestimmt sucht er dich schon überall. Im Ausland bist du am besten aufgehoben. In Prag zum Beispiel. Die Zauberer dort würden dir vielleicht helfen.« Nathaniel verzog verächtlich den Mund. »Ich bin kein Verräter.« Der Junge zuckte die Achseln. »Wenn Auswandern für dich nicht in Frage kommt, solltest du dich vielleicht auf ein zurückgezogenes Leben einstellen. »Halt die Klappe!« Lautes Sprechen strengte er das Händel so an, dass er glaubte, ihm würde der Kopf zerspringen. »Lovelace hat den einzigen Menschen umgebracht, der je gut zu mir war.« Seine Stimme stockte. Doch seine Augen blieben Tränen los. »Underwood?« »Du machst Witze.« »Ich spreche von Mrs. Underwood. Lovelace soll für seine Freveltat büßen.« Der Gin schnaubte verächtlich. Er stand auf und schüttelte ein wenig herablassend den Kopf. »Dir geht's nicht um Gerechtigkeit, Kleiner. Ich weiß genau, was in dir vorgeht. Du willst in einen flammenden Kreuzzug gegen Lovelace ziehen. Hast du aus gestern überhaupt nichts gelernt? Du bist Lovelace nicht gewachsen, Ned. Gib's auf! Kommt nicht in Frage! Du bist nicht mal mehr ein richtiger Zauberer!« Der Gin wies auf die bröckelnden Wände. »Sieh dich doch um, wo wir gelandet sind. Das hier ist kein gemütliches Häuschen voller Papiere und Bücher. Wo sind die Kerzen? Wo ist das ganze Räucherwerk? Ob es dir passt oder nicht, du hast alles verloren, was einen Zauberer ausmacht.« »Ich habe immer noch meinen Zauberspiegel«, widersprach Nathaniel. »Und dich natürlich.« Dann hockte er sich rasch wieder ans Feuer. Im Zimmer war es immer noch eiskalt. »Ach ja, gut, dass du darauf zu sprechen kommst. Wenn du dich wieder eingekriegt hast, besorge ich dir ein Stück Kreide. Dann kannst du hier gleich einen Kreis aufmalen und mich entlassen.« Nathaniel sah ihn erstaunt an. »Ja, ich habe meinen Auftrag ausgeführt«, fuhr der dunkelhäutige Junge fort. »Und nicht nur das. Ich habe Lovelace nachspioniert und dir ausführlich Berichte erstattet. Ich habe für dich herausgefunden, was es mit dem Amulett auf sich hat. Und ich habe dir das Leben gerettet.« Nathaniels Kopf fühlte sich an wie Watte. »Ich entlasse dich nicht.« »Noch nicht.« Eine bedrückende Stille trat ein. Nathaniel sah das kleine Feuer allmählich erlöschen, als würde es von unten durch den Fußboden gesogen. Dann ging es ganz aus. Mit leisem Knistern überzog eine Eisschicht die Holzreste, die eben noch so fröhlich gebrannt hatten. Die Kälte schnitt ihm in die Haut. Sein Atem ging schwer und seine Lungen schmerzten. Er erhob sich wankend. »Hör auf damit!« keuchte er. »Mach das Feuer wieder an!« Er Chin warf ihm einen hinterhältigen Blick zu. »Ich meine es nur gut mit dir,« erklärte er. »Mir ist eben aufgefallen, wie taktlos ich war. Bestimmt kannst du kein Feuer mehr sehen, nachdem du gestern einen Großbrand verursacht hast. Das belastet bestimmt dein Gewissen. Du hast alles verpatzt. Danke, gleichfalls, Dämon. Hättest du Lovelace und seine Leute nicht zu Underwoods Haus geführt, wäre das alles nicht passiert.« Arsenio klammerte sich an diese Vorstellung wie ein Ertrinkender an einen Strohhalm. »Alles ist deine Schuld, und das sollst du mir büßen. Hast du wirklich gedacht, ich lasse dich jemals wieder frei? Irrtum, du bleibst hier. Ab mit dir in die Tabaksoße, und zwar für immer und ewig!« »Ach ja? Na, wenn das so ist!« Der unechte Junge machte einen Schritt und stand plötzlich ganz dicht neben Arsenio. »Dann kann ich dich ebenso gut eigenhändig umbringen. Was habe ich schon zu verlieren? Wenn ich sowieso in der Dose festsitze, dann wenigstens mit der Genugtuung, dass ich dir vorher noch das Genick gebrochen habe.« Er legte Arsenio sanft die Hand auf die Schulter. Die beiden Jungen schwiegen lange. Schließlich fuhr sich Arsenio mit der Zunge über die trockenen Lippen. »Das ist nicht nötig«, sagte er heiser. »Ende des Monats bist du frei.« »Der Gin zog ihn an sich.« »Lass mich jetzt frei!« »Nein!« Arsenio schluckte. »Wir haben noch etwas zu erledigen.« »Zu erledigen?« Der Dämon verzog das Gesicht und knetete Arsenio's Schulter. »Was denn? Was gibt's denn jetzt noch zu erledigen?« »Mein Meister und seine Frau sind tot. Ich muss ihren Tod rächen. Loveless soll dafür büßen. Wenn du irgendwann wieder frei sein willst, musst du mir noch bis Ende des Monats gehorchen.« Arsenio sprach viel zu schnell, aber er konnte sich nicht bremsen. »Ich mache dir einen Vorschlag. Du hilfst mir, mich an Loveless zu rächen und ich lasse dich sofort danach frei. Das ist eine faire Abmachung und damit sind wir beide daran interessiert, dass die Sache glatt über die Bühne geht.« Der Dämon funkelte ihn an. »Na schön, aber falls du wieder einen von uns beiden unnötig in Gefahr bringst, kannst du dich schon mal darauf einstellen, dass ich mich dafür revanchiere.« »Einverstanden.« »Also, Herr und Meister,« meinte der Djinn schließlich, »was haben wir vor?« Arsenio gab sich Mühe gelassen zu klingen. »Erst mal brauche ich etwas zu essen und vielleicht etwas anderes zum Anziehen. Dann müssen wir alle unsere Informationen über Loveless und das Amulett zusammentragen. Außerdem müssen wir herausfinden, was die Behörden dazu sagen, zu dem, was gestern Abend passiert ist.« Der Artikel stand auf der zweiten Seite. Er war drei Spalten lang. Darin wurde mit Bedauern der Tod des Ministers für innere Angelegenheiten Arthur Underwood und seiner Frau Martha vermeldet, die bei einem verheerenden Hausbrand ums Leben gekommen seien. Das Feuer sei gegen 22.15 ausgebrochen und habe erst drei Stunden später von Feuerwehr und Notdienstmagiern gänzlich gelöscht werden können. Bis dahin sei das Gebäude völlig ausgebrannt gewesen. Die Brandhusser sei unbekannt, doch die Polizeisuche dringend nach Mr. Underwoods Gehilfen, einem gewissen John Mandrake, zwölf Jahre alt, dessen Leiche nicht gefunden worden soll. Nathaniel ließ die Zeit umfallen. Das Kinn sank ihm auf die Brust und er schloss die Augen. Schwarz auf weiß zu sehen, was er ohnehin schon wusste, traf ihn wie ein Schlag. Ihm wurde schwindelig und er wollte weinen, doch wieder einmal war ihm diese Erleichterung nicht vergönnt. Er war einfach zu müde. Er wollte nur noch schlafen. Jemand stieß ihn unsanft mit der Schuhspitze an. Er fuhr zusammen und wachte auf. Vor ihm stand der grinsende Gin in der Hand eine Papiertüte, aus der es vielversprechend dampfte. Kurz darauf war Nathaniel satt und umgezogen. Er setzte sich ans Feuer und wärmte sich auf. Der Gin hockte sich neben ihn und blickte in die Flammen. Man hält mich für den Täter. Nathaniel zeigte auf die Zeitung. Hast du etwas anderes erwartet? Lovelace wird sich kaum freiwillig stellen. So dämlich ist kein Zauberer. Bartimaeus blickte ihn vielsagend an. Lovelace hat den Brand doch überhaupt nur gelegt, um alle Spuren seines Besuchs zu verwischen. Und da er es nicht geschafft hat, die umzubringen, schiebte er dir wenigstens die Schuld in die Schuhe. Ich werde polizeilich gesucht. Genau. Jetzt wirst du von zwei Seiten gejagt. Von der Polizei und von Lovelace. Du steckst ganz schön in der Klemme. Nathaniel knirschte mit den Zähnen. Was hältst du davon, wenn ich selber zur Polizei gehe? Glaubst du, die hören auf dich? Aber auch abgesehen davon würde ich es mir an deiner Stelle dreimal überlegen. Wir haben es auch noch mit seinem ehemaligen Meister Scheiler zu tun. Scheiler? Natürlich. Der Alte mit dem roten, runzligen Gesicht. Scheiler war früher Lovelace Meister? Ja, den kenne ich auch. Ich habe gehört, wie sich die beiden im Parlament über das Amulett unterhalten haben. Es gibt noch einen dritten namens Lime. Der Jane nickte. Wenn das Ganze tatsächlich eine groß angelegte Verschwörung ist und du dich an die Behörden wendest, darfst du niemanden an höherer Stelle über den Weg trauen. Gerade diese Leute können dich Lovelace ans Messer liefern. Scholto Pinn zum Beispiel, der Ladenbesitzer könnte auch mit drinstecken. Er gehört zu Lovelace engsten Freunden und hat sich erst gestern mit ihm zum Essen getroffen. So viel habe ich noch rausgekriegt, bevor sie mich geschnappt haben. Nesendi wurde wütend. Du bist viel zu leichtsinnig gewesen. Ich hatte dir befohlen, Lovelace nachzuspionieren und nicht mich in Gefahr zu bringen. Nicht so heftig. Genau das habe ich getan. Im Pins Laden habe ich nämlich alles über das Amulett erfahren. Es wurde in Lovelace Auftrag einem Regierungsmagier namens Bietchem gestohlen und der Dieb hat Bietchem die Kehle durchgeschnitten. Die Regierung will das Amulett unbedingt zurückhaben. Ich hätte noch mehr herausgefunden, aber dann ist leider ein Afrid vorbeigekommen und hat mich in den Tower verschleppt. Aber du bist wieder geflohen. Wie hast du das geschafft? War echt interessant. Lovelace persönlich hat mich da rausgeholt. Er hat seinen beiden Chin Fakwal und Jabe beauftragt mich zu befreien. Was meinst du, was ihn dazu bewogen hat? Er wollte sein Amulett wieder haben, ist doch klar. Richtig. Und zwar, weil es schon bald zum Einsatz kommen soll. So viel hat er uns ja gestern Abend schon verraten. Fakwal hat das gleiche gesagt. Das Amulett spielte in den nächsten Tagen bei irgendeiner Geschichte eine wichtige Rolle. Deshalb machen auch alle so ein Theater darum. Eine schwache Erinnerung stieg in Nathaniel hoch. Im Parlament hat jemand erwähnt, Lovelace würde schon bald eine Art Versammlung oder Konferenz veranstalten. Irgendwo außerhalb von London. Habe ich auch gehört. Lovelace hat eine Ehefrau, Freundin oder Bekannte namens Amanda. Sie spielt die Gastgeberin bei dieser Konferenz, die auf einem Landsitz stattfinden soll. Der Premierminister kommt auch hin. Diese Amanda war bei Lovelace zu Besuch, als ich das Amulett gestohlen habe. Hast du etwas über die Fähigkeiten des Amuletts in Erfahrung gebracht? Nicht viel mehr, als ich sowieso schon wusste. Jedenfalls schützt das Amulett seinen Träger vor magischen Angriffen. Mal es ist kein Talisman, daher kann man es nicht benutzen, um irgendwelche Konkurrenten auszuschalten. Es hat eine reine Schutzwirkung. Alle Amulette, das Händel schnitt ihm das Wort ab, bitte keine Vorträge. Was das Amulett auch zu leisten vermag, fuhr der Gingfort. Fest steht, dass Lovelace vorhat, es in den nächsten Tagen bei dieser Konferenz, die er organisiert hat, zu benutzen. Wie? Schwer zu sagen. Wozu? Ganz einfach. Er will an die Macht. Das Hände ging nicht drauf ein. Das heißt also, es wäre zu gefährlich, sich wegen Lovelace an die Behörden zu wenden? sagt er gedehnt. Dann bleibt nur noch eine Möglichkeit. Ich nehme ebenfalls an der Konferenz teil und entlarve die Verschwörer an Ort und Stelle. Der Chin hüstelte gekünstelt. Ich dachte, wir hätten eine Abmachung, was unnötige Risiken betrifft. Ich kann dich nur warnen. Für mich klingt das verflixt nach einem Himmelfahrts Kommando. Nicht, wenn wir alles gründlich planen. Zuallererst müssen wir in Erfahrung bringen, wann und wo diese Konferenz überhaupt stattfindet. Das wird kompliziert. Das übernimmst du. Aber womöglich dauert das alles viel zu lange. Es ist zu verzweifeln. Der Chin hatte die Zeitung aufgehoben und blätterte und blätterte durch. Hier, hör zu. Mittwoch, 2. Dezember, Heddleham Hall. Diesmal richtet Amanda Cascard die jährliche Regierungskonferenz und den Winterball aus. Folgende Parlamentsmitglieder haben ihre Teilnahme bereits zugesagt. Leider wissen wir nicht, wo diese Heddleham Hall liegt. Das kann mein Zauberspiegel herausfinden. Nach der dritten Aufforderung erschien der Kobold. Ich hab einen Auftrag für dich. Immer langsam, sagte der Kobold. Wer ist das denn neben dir? Das ist Bartimaeus, auch einer meiner Sklaven. Also Kobold, du sollst mir ein Gebäude namens Heddleham Hall zeigen. Es muss irgendwo in der Umgebung von London liegen und gehört einer Frau namens Amanda Cascard. So, und jetzt ab mit dir. Die Scheibe trübte sich. Nathaniel wartete ungeduldig darauf, dass sie sich wieder aufklarte und wartete. Mann, das ist vielleicht ein langsamer Zauberspiegel, bemerkte Bartimaeus. Bist du sicher, dass er überhaupt funktioniert? Selbstverständlich, es ist ein schwieriger Auftrag, deshalb dauert es länger. Wenn wir erst wissen, wo das Haus liegt, möchte ich, dass du dich dort umsiehst. Es könnte schließlich sein, Loveless eine Art Hinterhalt vorbereitet. Der Kobold schnaufte und keuchte, als wäre er völlig außer Atem. Das Anwesen ist ja fast so schwer bewacht wie der Tower. Das hier ist das beste Bild, das ich kriegen konnte. Eine ziemlich verschwommene Szene erschien in der Scheibe. Man konnte ein schmutzig braunes, von Bäumen umgebenes Gebäude mit etlichen Türmchen oder Türmen und einer langen Zufahrt erkennen. Hinter dem Haus schwirrten schwarze Punkte am Himmel herum. Seht ihr die Dinger da? meldete sich der Kobold zu Wort. Das sind die Wächter. Die haben mich sofort gepeilt, kaum dass ich materialisiert war. Hier nehmen sie gerade die Verfolgung auf. Ganz schönes Tempo, was? Das Bild verschwand und an seiner Stelle trat wieder der Säugling. Na, unbrauchbar, sagte Bartimäus. Wir wissen immer noch nicht, wo Heddleham Hall liegt. Irrtum, mein Bester. Das Säuglings Gesicht hat einen unglaublich selbstgefälligen Ausdruck. 80 Kilometer südlich von London und 15 Kilometer westlich der Eisenbahnlinie nach Brighton. Ein riesiges Anwesen. Nicht zu verfehlen. Ich bin vielleicht nicht der Schnellste, aber wenn ich recherchiere, dann gründlich. Du kannst gehen. Nassan gewischte die Scheibe wieder blank. Die Sache nimmt langsam Form an. Der Aufwand an magischen Sicherheitsvorkehrungen bestätigt, dass die Konferenz tatsächlich dort stattfindet. Mittwoch, das heißt, wir haben noch zwei Tage, um hinzukommen. Der Schinn entließ mit einem unanständigen Geräusch die Luft aus den aufgeblasenen Wangen. Zwei Tage, um uns anschließend wieder mit x hinterhältigen Zauberern herumzuschlagen, die dich für einen Brandstift erhalten? Na prima, ich kann's kaum erwarten. Nathaniel machte ein trotziges Gesicht. Wir haben eine Abmachung schon vergessen? Wir müssen uns nur richtig vorbereiten. Du gehst jetzt nach Heddleham Hall so nah ran wie möglich und findest heraus, wie man hineinkommt. Ich bleibe hier, ich muss dringend schlafen. Der Schinn stand auf. Wie lange brauchst du voraussichtlich? Ein paar Stunden. Bevor es dunkel ist, bin ich wieder da. Kurz darauf machte sich der Schinn auf den Weg. Ich war schon seit fast fünf Stunden wieder zurück, als ich das lose Brett leise scharren hörte und mein Herr und Meister die Treppe heraufkam. Haben Sie einen schönen Abend verlebt, Sir? fragte ich. Feuer! fauchte er zurück. Mach Feuer! Mir ist eiskalt! Willst du hören, was ich zu berechnen habe? Er brummte zustimmend. Hast du Heddleham Hall gefunden? Allerdings! Und wenn du willst, bring ich dich hin. Aber vielleicht sollte ich dir zuerst von den Sicherheitsvorkehrungen erzählen, mit denen Lovelace das Anwesen seiner Freundin ausgerüstet hat. Wirklich erstklassig. Fliegende Folio durchstreifen die ganze Umgebung und höhere Wesenheiten materialisieren sich nach dem Zufallsprinzip auf dem Gelände selbst. Über dem Gebäude wurden mindestens zwei Schutzkuppeln errichtet, die ebenfalls ständig den Standort wechseln. Wie lange braucht man bis dorthin? Wenn wir den Frühzug erwischen, können wir bei Einbruch der Dunkelheit an der Grenze des Anwesens sein. Von dort bis zum Haus ist es noch ein langer Fußmarsch. Aber dann müssten wir jetzt sofort aufbrechen. Na, schön. Bei Tagesanbruch waren wir fast an der Temse. Gut, sagte ich und blieb stehen. Es ist nicht mehr weit bis zum Bahnhof. Wir kamen gerade rechtzeitig, um den ersten Zug nach Süden zu erwischen. Ich klaute am Schalter zwei Fahrkarten und während die Beamten noch die Bahnsteige nach einer freundlichen rotbäckigen Fahrersfrau absuchten, fuhr der Zug an und ich machte es mir auf meinem Sitz bequem. Irgendwann unterbrach der Junge meine Tagträume. Wir müssen einen Plan machen, sagte er mürrisch. Wie können wir die Schutzvorrichtungen umgehen? Bei den wandernden Kuppeln und den vielen Wächtern ist es ausgeschlossen, unbemerkt dort einzudringen, erwiderte ich. Wir brauchen so was wie ein trojanisches Pferd. Er sah mich fragen dann. Du weißt schon, irgendwas Unverdächtiges, worin wir uns verstecken können und das die Wachposten auf das Gelände lassen. Die Gäste kommen morgen, dachte er laut. Die müssen sie auf alle Fälle reinlassen. Das heißt, es kommen wahrscheinlich den ganzen Tag Autos durch das Tor gefahren. Vielleicht können wir ja bei irgendwem hinten aufspringen. Vielleicht. Aber die Zauberer sind bestimmt alle bis an die Zähne mit Schutzschilden und aufmerksamen Kobolden ausgerüstet. Da müssten wir schon ein unverschämtes Glück haben, auch nur in die Nähe zu kommen, ohne dass man uns entdeckt. Und das Personal? sagte er. Das muss doch auch irgendwie reinkommen. Zugegeben. Er hatte mitgedacht. Die meisten sind wahrscheinlich schon dort, sagte ich. Aber du hast recht. Der eine oder andere kommt vielleicht erst morgen. Hauptsache ein paar Außenstehende dürfen das Haus betreten. Wenn wir den richtigen Moment abpassen, können wir vielleicht mit einem von ihnen durchrutschen. Versuchen können wir es ja. Aber bis dahin schlaf lieber noch ein bisschen. Wir haben vom Bahnhof aus noch einen anstrengenden Marsch vor uns. Ausnahmsweise widersprach er mir mal nicht. Irgendwann erreichten wir den Bahnhof, der Heddleham Hall am nächsten lag. Ich rüttelte meinen Herrn wach und wir wankten auf den Bahnsteig. Hinter den Schienen führte ein weiß gestrichenes Tor auf eine unbefestigte Straße. Sonst gab es ringsrum nur Ackerland. Wir nehmen die Straße da, erklärte ich. Bis zum Haus sind es noch mindestens 15 Kilometer, also brauchen wir jetzt noch nicht besonders aufzupassen. Ich überquerte die Schienen und öffnete das Tor. Hinter den Bäumen ist ein Dorf, da besorgen wir uns was zu essen. Im Dorf fielen wir in den einzigen Lebensmittelladen ein und klauten genug Vorräte, um den Magen des Jungen den Rest des Tages bei Laune zu halten. Es war ein kleines Kaff, bloß ein paar Häuser, die sich um eine baufällige Kirche scharrten. Ganz in der Nähe markierte eine eines Wäldchens. Von der Straße halten wir uns besser fern, sagte ich, dort kann man uns zu gut sehen. Wenn es dunkel wird, können wir näher ans Haus ran. Mit größter Vorsicht zwängten wir uns durch die Hecke, huschten an einem Feld entlang und erreichten endlich den relativen Schutz der Bäume. Etwa anderthalb Kilometer entfernt endeten die Felder vor einer verwitterten baufälligen Mauer. Diese Mauer und eine Gruppe niedriger dunkler Kiefern bildeten zugleich die Grenze des Anwesens. Auf der fünften Ebene wölbte sich über den Kiefern eine hohe rote Kuppel. Dann verschwand sie auf einmal und nach einer kleinen Weile erschien ein Stück weiter weg auf der sechsten Ebene eine zweite bläuliche. Zwischen den Bäumen war der Umriss eines hohen Torbogens zu erahnen, möglicherweise der offizielle Zugang zum Grundstück. Dahinter verlief eine schmale Straße schnurgerade durch die Felder und mündete knapp einen Kilometer von unserem Standort entfernt bei einer Gruppe Eichen in eine Kreuzung, wo sie auf den unbefestigten Weg traf, dem wir ein Stück gefolgt waren. Wohin die beiden anderen Routen nach der Kreuzung führten, war nicht zu erkennen. Die Sonne war noch nicht ganz hinter den Bäumen verschwunden und der Junge blinzelte ins Abend rot. Ist das da ein Wächter? Er zeigte auf einen Baumstumpf auf halbem Weg zur Kreuzung. Auf dem Baumstumpf hockte etwas dunkles Verschwommenes, das eine regungslose Gestalt sein mochte. Ja, sagte ich, an dem dreieckigen Acker da drüben hat sich eben noch einer materialisiert. Er war vor lauter Müdigkeit grau im Gesicht, aber immer noch voll bei der Sache. Also, das Tor da ist ganz offensichtlich der offizielle Eingang. Wenn wir da durchkommen, sind wir drin. Ein fernes Brummen lenkte unsere Aufmerksamkeit wieder auf die Zufahrtsstraßen. Der Wagen eines Zauberes raste zwischen den Hecken hindurch und hupte herrisch vor jeder Kurve. Er näherte sich der Kreuzung, fuhr langsamer, hielt an und bog nach rechts auf die Zufahrtsstraße von Heddleham Hall ein. Als der Wagen auf das Tor zufuhr, stoben zwei Wächter über die dämmerigen Felder in seine Richtung. Über den Hecken am Straßenrand verlangsamten sie ihr Tempo und hielten in einigem Abstand mit dem Autoschritt, das kurz danach das Tor zwischen den Eichen erreicht hatte. Der Wagen hielt. Die Wächter blieben hinter den Bäumen. Schließlich fuhr der Wagen durch den Tor und war nicht mehr zu sehen. Der Junge lehnte sich zurück und reckte sich. Na also, sagte er, jetzt wissen wir, wie es geht. Die Kreuzung war für einen Hinterhalt am besten geeignet. Demzufolge begaben wir uns am späten Abend dorthin. Der Junge schlurfte an den Hecken entlang und ich flatterte in Fledermaus Gestalt vor ihm her. Kein Wächter materialisierte sich vor uns, kein Speer flog über unsere Köpfe. An der Kreuzung verkroch sich der Junge im Unterholz, am Fuß der höchsten Eiche und ich hängte mich kopfüber an einen Ast und hielt Wache. Als der Morgen nahte, wurde meine Fledermaus Tarnung immer unglaubwürdiger. Deshalb schlug ich mich in die Büsche und verwandelte mich in eine Feldmaus. Der Junge kauerte immer noch am selben Fleck. Ich huschte zu ihm hinüber. Denk dran, sagte ich, das Auto darf nur ganz kurz anhalten, sonst schöpfen die Wächter Verdacht. Sobald es eine Kreuzung ist, müssen wir aufspringen. Du musst dich beeilen. Hörst du das? Was? Ein Auto? Hinter uns? hervorragend! Du wartest, bis ich dich rufe. Ich schlüpfte durch das hohe Gras um das Gebüsch herum und duckte mich auf der steilen Straßenböschung hinter einem großen Stein. Das Motorengeräusch schwoll an. Ich suchte den Himmel ab, sah aber keine Wächter und wegen der Bäume konnte man dieses Stück Straße vom Haus aus nicht sehen. Ich setzte zum Sprung an und blieb hinter meinem zu riskant. Einen Zauberer aus dem Hinterhalt zu überfallen hat einfach keinen Zweck. Ich trippelte zu dem Jungen zurück. Keine Chance, sagte ich. Ein Zauberer. Ich habe auch Augen im Kopf. Das war Leim, einer von Lovelays Freunden. Ich habe mal ein paar Steglinge auf ihn gehetzt. Ich muss zugeben, dass ich beeindruckt war. Wieder hört mir ein Auto kommen. Ein kastenförmiger Lieferwagen mit schwarzen Kotflügeln. Auf den Seiten stand Squalls und Sohn, gehobene Daumenfreuden für den Gourmet. Zu meinem Entzücken sah es ganz so aus, als säßen Squalls und Sohn höchst persönlich vorn im Fahrerhaus. Ein älterer Mann mit Glatze am Steuer, ein flotter Junger mit grüner Mütze daneben. Die Feldmaus machte sich zum Sprung bereit. Der Wagen hatte jetzt die Bäume erreicht und war damit vom Tor aus nicht zu sehen. Sowohl Squalls als auch sein Sohn hatten ihre Fenster herunter gekurbelt, um die gute Luft herein zu lassen. Dann vernahm Sohnemann ein leises Rascheln im Gebüsch. Er sah aus dem Fenster. Er erblickte eine Feldmaus, die mit ausgestreckten Krallen auf ihn zuflog. Die Maus plumpste Kabine, sodass sie heftig hin und her schaukelte. Der Lieferwagen schlitterte gegen die unbefestigte Böschung, der Motor stotterte und verstummte. Dann öffnete sich die Beifahrertür. Ein Mann, der Squalls verblüffend ähnlich sah, sprang heraus, langte ins Wagen Innere und zerrte Squalls und Sohn, die beide bewusstlos waren, heraus. Der Sohn war seltsamerweise halbnackt. Ich verstaute Vater und Sohn in einem Brombeergestrüpp und ging zum Wagen zurück. Ich schaffte es, den Motor anzulassen und im Rückwärtsgang von der Böschung wieder auf die Straße zu fahren und weiter bis zur Kreuzung. An der Kreuzung fuhr ich langsamer, schaute mich rasch nach allen Seiten um und lehnte mich zum Beifahrerfenster hinüber. Schnell rein mit dir! Es raschelte hektisch im Gebüsch, die Tür wurde aufgerissen und der Junge war drin. Die Tür knallte zu und im nächsten Augenblick bogen wir nach rechts in die Straße nach Heddleham Hall ein. Der Junge sah mich unsicher an. Das bist doch du, oder? Er keuchte. Logisch, zieh dich um, die Wächter können jeden Augenblick da sein. Er verrenkte sich auf seinem Sitz, wandte sich aus seinem Mantel und schnappte sich das Hemd, die grüne Jacke und die Hose vom Sohnemann. Von beiden Seiten kamen die Wächter mit wehenden schwarzen Gewändern über die Felder gehüpft. Der von links war zuerst da. Der Junge stülpte sich eben die Mütze auf, als die beiden Wächter längs seits aufschlossen. Sie blieben hinter der Heck und beobachteten uns von dort aus. Wir fuhren eine Weile auf die Bäume zu und schauten beide stur gerade aus. Die Wächter hielten auf beiden Seiten mit dem Lieferwagenschritt. Bäume versperrten den Blick durch die Windschutzscheibe, bis unvermittelt der große Torbogen in Sicht kam. Es gab nur einen einzigen Eingang nach Heddleheim Hall und das war dieses Tor. Unsere Eskorte schaute erwartungsvoll nach vorn. Kurz vor dem Torbogen brachte ich den Wagen zum Stehen, ließ den Motor aber laufen. Wir blieben sitzen und warteten. Neben dem Tor öffnete sich eine Holztür und ein Mantrat heraus. Ich spürte, wie der Junge neben mir zusammenzuckte. Ich warf ihm einen Seitenblick zu. Was ist los? zischte ich. Das ist er. Der Mann, den ich in der Scheibe gesehen habe, der das Amulett gestohlen hat. Schon kam der Mörder lässig auf den Lieferwagen zugeschlendert. Das war er also. Der Mann, der das Amulett von Samarkand gestohlen hatte und damit spurlos verschwunden war. Der Mann, der dem Hüter des Amuletts die Kehle durchgeschnitten und ihn in seinem Blut liegen gelassen hatte. Lovelace Auftragskiller. Er trug eine unförmige Jacke aus dunklem Stoff und die weite Pluderhose steckte lose in seinen hohen Lederstiefeln. Er hatte einen pechschwarzen Bart, eine breite Nase und stechende blaue Augen und der schweren Braun. Seine Bewegungen waren ungewöhnlich geschmeidig. Der Meuchermörder ging um die Kühlehaube herum auf die Fahrerseite, wobei er uns keine Sekunde aus den Augen ließ. Als er dicht neben mir stand, wandte er kurz den Kopf und machte eine Handbewegung, worauf unser Gefolge zu den Feldern zurückflog. Ich streckte den Kopf aus dem Fenster. Guten Morgen, grüßte ich freundlich. Ernest Squalls und Sohn, wir liefern die bestellten Lebensmittel. Der Mann blieb stehen und musterte uns schweigend. Skolls und Sohn, ganz recht, sie werden erwartet. Gibt's irgendwelche Vorschriften zu beachten, Chef? Der Mann stützte sich auf die Unterkante des offenen Wagenfensters. Sie folgen immer der Zufahrt, bis sie sich gabelt, biegen nach rechts ab und fahren am Hintereingang vor. Sie liefern ihre Ware ab und fahren wieder zurück. Ein Hinweis, sie betreten das Privatgrundstück eines Zauberers. Wenn ihnen ihr Leben lieb ist, schnüffeln sie nirgends herum. Geht klar, Chef. Mit einem angedeuteten Nicken trat der Mann zurück und winkte uns durch. Ich ließ den Wagen langsam durch den Torbogen rollen, dann passierten wir erst die eine und dann die andere Schutzkuppel. schwungene Auffahrt entlang. Ich sah den Jungen an. Er lächelte flüchtig. Und? Was hältst du von ihm? Von Lavlets Mörderlein? Nicht uninteressant. Ein Gin ist er nicht und für einen Zauberer halte ich ihn auch nicht. Aber wie wir wissen, war er in der Lage, das Amulett zu stillen. Demnach muss er über gewisse Fähigkeiten verfügen. Der Junge zog die Stirn kras. Wenn er kein Zauberer und kein Dämon ist, was kann er dann für besondere Fähigkeiten haben? Täusche dich nicht, sagte ich düster. Es gibt noch ganz andere Dinge zwischen Himmel und Erde. Weitere Fragen blieben mir erspart, denn jetzt führte die Zufahrt aus den Bäumen heraus. Vor uns lag Heddleham Hall. Das Gebäude war von einer weitläufigen Rasenfläche umgeben, auf der Pfauen und kleinen Kängurus dekorativ verstreut waren. Man hatte mehrere gestreifte Partyzelte aufgebaut. Vor dem Haus stand eine uralte Eibe, unter deren ausladenden Ästen sich der Zufahrtsweg gabelte. Wie befohlen fuhren wir zum Lieferanteneingang. Also drin wären wir. Nun zu unserem Plan. Was hast du dir denn vorgestellt? Der Junge schaltete sofort. Nach dem, was uns Lavelace erzählt hat, müssen wir davon ausgehen, dass er einen Anschlag auf die Minister vorhat. Das Amulett spielt dabei eine wichtige Rolle. So weit kann ich dir folgen. Ich trommelte ungeduldig auf das Lenkrad. Aber wie lautet unser Plan? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder finden wir das Amulett oder wir finden heraus, was Lovelace vorhat. Wahrscheinlich trägt er das Amulett bei sich. Jedenfalls wird es bestimmt scharf bewacht. Es wäre von Vorteil zu wissen, wo es sich im Moment befindet. Aber wir sollten es Lovelace erst abnehmen, wenn alle Gäste eingetroffen sind. Alle müssen mitbekommen, dass er es besitzt, denn das beweist, dass er ein Verräter ist. Mehr Beweise brauchen wir nicht. Aber zuerst müssen wir das Auto und unsere Verkleidung loswerden. Die Zufahrt endete unvermittelt an einem kiesbestreuten Rondell hinter dem Haus. Vor einer weit geöffneten weißen Flügeltür stand ein Mann in dunkler Uniform und bedeutete uns, dass wir vor ihm anhalten sollten. Na denn, sagte der Junge, wir laden aus und ergreifen die erstbeste Gelegenheit ins Haus zu kommen. Du tust einfach, was ich dir sage. Ich schaffte es, den Wagen dicht vor der Hecke zum Stehen zu bringen und stieg aus. Sofort kam der Lakai anmarschiert. Mr. Squalls? Zur Stelle, Chef. Das da ist mein Sohn. Der Koch wartet schon. Bringen Sie die Wagen bitte so schnell wie möglich in die Küche. Jawohl, Meine Nackenhaare sträubten sich. Der Koch? Nein, das wäre dann doch zu... Er war bestimmt woanders. Ich öffnete die Heckklappe. Jetzt aber Dalli Dalli Sonermann, sonst gibt's was hinter die Löffel. Ich machte mir einen Spaß daraus, dem Jungen so viele Gläser mit syrischen Oliven und Riesenschnecken aufzuladen, wie er gerade noch packen konnte. Er wankte ächzend mit seiner Last davon. Ich entschied mich für ein kleines Kistchen Lärchenzungen und folgte ihm durch den Hintereingang in einen kühlen, weiß getünchten Korridor. Dienstboten flitzen mit hunderterlei Dingen beschäftigt umher, klappern, klirren und Stimmengewehr erfüllten die Luft und aus der Küche drang der Duft von frischem Brot und gebratenem Fleisch. Ich spähte durch den gewölbten Durchgang zur Küche. Dutzende weiß gekleideter Hilfsküche, hackten, klopften, putzten und schnippelten, was das Zeug hielt. Über dem ganzen Gewimmel waltete ein stattlicher Küchenchef. Ich wechselte sofort auf die siebte Ebene und zog den Kopf wieder zurück, Irrtum ausgeschlossen. Diese Fangarme kannte ich nur zu gut. Inzwischen hatte mein Herr die Küche betreten, seine kostbare Fracht auf einer der Arbeitsflächen abgeladen und kam gerade wieder heraus, ohne dass ihm etwas aufgefallen wäre. Als er um die Ecke bog, drückte ich ihm die Lärchenzungen in die Hand. Bring das auch noch hin, zischte ich. Ich kann da nicht rein. Er war so vernünftig, meiner Aufforderung unverzüglich nachzukommen. Wir gingen zum Wagen, um die nächste Ladung zu holen. Der Küchenchef, flüsterte ich und hiefte eine Kiste Wildschwein Pastete heraus, ist der Chin Fuckwall. Ich kann nicht in die Küche gehen, er würde mich sofort erkennen. Der Junge sah mich misstrauisch an. Dieses eine Mal musst du mir einfach glauben. Ich lade aus, du bringst das Zeug rein und derweil überlegen wir uns beide, wie wir vorgehen. Das Haus hatte viel zu viele Fenster. Hinter jedem konnte ein Speer postiert sein. Kurz vor der Hintertür trat ich beiseite, sodass ich von drinnen nicht zu sehen war und verwandelte mich. Aus Mr. Squalls wurde eine kleine Eidechse, die auf den Boden fiel, zur Hauswand huschte und daran empor kletterte. Als er den Korb abgestellt hatte, sah sich Nathaniel nach einem geeigneten Opfer um. In der Küche wuselten so viele Leute umher, dass er den kleinen Jungen in der dunkelblauen Uniform nicht gleich entdeckte. Doch schließlich erspähte ihn hinter der beleibten Konditorin, wo er gerade einen Berg Appetithäppchen auf ein Serviertablett schichtete. Offenbar sollte der Junge die Häppchen irgendwo hinbringen. Messengel beschloss ihn vorher abzupassen. Er drückte sich in der Küche herum und wurde immer ungeduldiger, als der Junge die mit Frischkäse und Garnelen gefüllten Pastetchen sorgfältig auf dem Tablett arrangierte. Zwar schweres Hartes fiel auf seine Schulter. Er drehte sich um. Hinter ihm stand der Chefkoch. In den Wurstfingern hielt er ein Hackbeil und mit der stumpfen Seite hatte er Messengel eben auf die Schulter geklopft. Und was hast du in meiner Küche verloren? fragte er sanft. Messengel ging auf Nummer sicher. Ich sammle nur die Körbe von meinem Vater ein, antwortete er höflich. Der Chefkoch raus. Ja, Sir, bin schon weg. Allerdings ging er nur bis vor den Durchgang, lehnte sich dort an die Wand und wartete. Jedes Mal, wenn jemand aus der Küche kam, beugte er sich vor, als müsste er sich die Schnürsenkel binden. Leichte, trippelnde Schritte. Im Durchgang zur Küche erschien der Page. Er balancierte das Serviertablett mit den Häppchen auf dem Kopf. Nathaniel spurtete hinterher, bis er ihn eingeholt hatte. Hallo, grüßte er betont freundlich und musterte den Jungen von oben bis unten. Perfekt, genau die richtige Größe. Der Bursche konnte ihn einfach nicht ignorieren. Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, gibt's hier irgendwo eine Toilette? Die Fahrt war ziemlich lang und na ja, du weißt schon. Vor einer breiten Treppe blieb der Junge stehen und »Kannst du mich nicht eben hinbringen? Ich habe Angst, dass ich nicht die richtige Tür finde. Der Junge ächzte genervt und ging Nassaniel in dem engen Flur voran. Er hatte es so eilig, dass das Tablett auf seinem Kopf bedenklich ins Rutschen kam. Er blieb kurz stehen, rückte es wieder gerade und ging weiter. Nassaniel trabte hinterher und blieb ebenfalls einmal kurz stehen, um aus seinem obersten Korb das schwere Nudelholz herauszuholen, das er aus der Küche stippitzt hatte. Vor der vierten Tür machte der Junge Halt. Da! Der Junge versetzte der Tür einen sanften Tritt und sie schwang auf. Nassaniel seinerseits schwang das Nudelholz. Der Junge krachte samt Silbertablett auf die Fliesen und es regnete Häppchen. Nassaniel schlüpfte durch die Tür, Egenwehr ausziehen. Die überall verstreuten Pastetchen wieder einzusammeln war schon beträchtlich schwieriger. Als Nassaniel das Tablett wieder einigermaßen hergerichtet hatte, riss er das Hemd von Squalls Sohn in Streifen und knebelte und fesselte den Pagen damit. Dann schleifte er ihn in eine Kabine, verriegelte sie von innen, kletterte auf den Wasserkasten und über die Trennwand wieder hinaus. Als alle Spuren verwischt hob das Tablett auf den Kopf und verließ die Toilette. Er lief den Gang wieder zurück und stieg die Treppe hinauf. Oben gelangte man durch eine Tür in ein Westibül mit hohen Bogenfenstern. Nassaniel schritt langsam durch den Raum und hielt die Augen offen. Hinter einer Tür erspähte er Bücherregale. Er trat ein und befand sich in einer wunderschönen rund angelegten Bibliothek. Sie erstreckte sich über zwei Stockwerke und wurde von einer Glaskuppel gekrönt. Eine Wendeltreppe führte zu einem metallenen Laufgang, der sich hoch über Nassaniels Kopf um den ganzen Raum herum zog. Eines Tages würde er auch so eine Bibliothek besitzen. Was hast du hier zu suchen? Im Direkt gegenüber wurde ein Regal zur Seite geschoben und dahinter wurde eine Tür sichtbar. In der Tür stand eine junge dunkelhaarige Frau und musterte Nassaniel misstrauisch. Die Frau kam auf ihn zu. Sie trug ein elegantes langes Kleid und an ihrem schlanken Hals funkelte kostbarer Schmuck. Nassaniel fasste sich wieder. Äh, möchten Sie vielleicht so ein Garnelendingens? Wer bist du? Ich hatte dich hier noch nie gesehen. Ihre Stimme war kalt wie Eis. Nassaniel dachte fieberhaft nach. Ich heiße John Squalls Madame. Ich habe heute Morgen mit meinem Vater die Sachen fürs Buffet gebracht. Aber dann ist gerade eben ein Page krank geworden Madame und da hat man mich gefragt ob ich einspringen kann. Danke danke das genügt. Ihr Ton war immer noch feindselig und sie betrachtete kritisch sein Tablett. Wie sieht das denn aus? Das ist hier bist du Gott sein Dank etwas zu essen lass mich mal durch. Er stürzte an ihr vorbei und schnappte sich die drei vier kläglichsten Häppchen von Nassaniels Silbertablett. Ich bin gerätet auf der Fahrt von London hierher bin ich fast verhungert. Er kaute herzhaft. Aber jetzt erzähl doch mal Amanda stimmt das mit dir und Lovelace alle Welt redet darüber dass Amanda Kaskard lachte geziert dann verscheuchte sie Nassaniel mit einer unwirschenden Handbewegung du da ab ins Vestibül reich die Häppchen herum und sorg dafür dass die nächste Portion besser aussieht sehr wohl Madame Nassaniel verneigte sich kurz und verließ die Bibliothek das war gerade noch mal gut gegangen immer dem Stimmengewirr nach lief er ins Vestibül zurück inzwischen trafen pausenlos neue Gäste ein die Herren Smoking die Damen trugen elegante Abendkleider im Hintergrund standen schon die Bediensteten bereit nahmen Mäntel in Empfang und boten Champagner an Nassaniel wartete einen Augenblick und stürzte sich da mit hocherhobenem Tablett ins Gewühl Sir Madame darf ich Ihnen Frischkäse Dingens mit Garnelen Madame möchten Sie vielleicht niemand bedankte sich oder schien ihn überhaupt wahrzunehmen im Handumdrehen war das Tablett bis auf ein paar Krümel leer Messene betrachtete die Minister Meute durch seine Linsen mit ihrer Hilfe konnte er erkennen was im Saal noch alles vor sich ging beinahe hinter jedem Mann und jeder Frau schwirrte ein Kobold umher und während sich die Damen und Herren in verbindlichem Smalltalk ergingen unterhielten sich die kleinen Sklaven auf ihre Weise bietest du die Dinger an oder führst du sie nur spazieren vor ihm stand eine Frau mit einer umfangreichen Talie umfangreichen Hüften und einem noch umfangreicheren Kobold über der Schulter und funkelte ihn ärgerlich an neben ihr Nathaniels Herz flatterte stand Lovelace Kumpan der fischige Mr. Lime und hinter seinem Ohr drückte sich der kleinste unbeholfenste Kobold herum den man sich vorstellen konnte Nathaniel präsentierte der Frau mit gesenktem Kopf das Tablett entschuldigen Sie bitte Madame sie nahm sich zwei Häppchen Lime eins Nathaniel sah scheinbar betreten zu Boden spürte aber den Blick des Mannes auf sich ruhen kennen wir uns nicht irgendwo her fragte der fischige die Frau zupfte ihren Begleiter am Ärmel nun komm schon Rufus sieh mal da drüben ist Amanda der Zauberer zuckte die Achsel und ließ sich mitziehen Nathaniel schaute den beiden nach und musste feststellen dass Lime Kobold den Kopf um neunzig Grad drehte und ihn so lange anstarrte bis ihm die anderen Gäste die Sicht versperrten der Diener neben ihm bekam überhaupt nichts mit den Häppchen sagte er jetzt kannst du Getränke anbieten gehen einige Gäste schlenderten aus dem West Team Bühl in den angrenzenden Saal und Nathaniel war froh dass er einen Vorwand hatte ihm zu folgen bis jetzt hatte er weder Lovelace und das Amulett entdeckt noch war ihm sonst etwas Verdächtiges aufgefallen auf halbem Weg in den Nebenraum kam er an einer Frau aus der Bibliothek vorbei die war von einer kleinen Gruppe Gäste umringt und hielt Hof der Premier Minister unter gedämpften Entzückens schreien strebten die Gäste wieder dem Eingang zu allen voran Amanda Cascard Nathaniel stellte sich bescheiden neben eine Säule bis er gebraucht wurde Rupert Devereaux stach nicht nur durch seine würdige Haltung von seinen Bewunderern ab sondern auch durch seinen Begleiter eine Leibwache aus vier mürrischen Zauberern in grauen Anzügen und ein ungeschlachter zwei Meter großer Afrit mit leuchtend dunkelgrüner Haut letzterer stand dicht hinter seinem Herrn und blickte aus roten Augen drohend in die Runde die Kobolde schnatterten vor Angst die Gäste verbeugten sich ehrerbietig auf Nesemwe verfehlte der Auftritt seine Wirkung jedenfalls nicht wie kam Lovelis bloß auf die Idee er könnte etwas so Gewaltiges wie diesen Afriten bezwingen war noch total grüßen wahnsinnig aber da kam Lovelis schon selbst durch den Saal um seinen Vorgesetzten zu begrüßen herzlich willkommen Rupert Lovelis schien sich überhaupt nicht um den Afriten zu scheren er drehte sich um und verkündete den versammelten Gästen hoch verehrte Damen und Herren jetzt da unser geliebter Premierminister unter uns weilt ist die Konferenz offiziell eröffnet dabei sei in Nathaniels Richtung Nathaniel drückte sich dichter an seine Säule Lovelis Blick wanderte weiter in Kürze beginnen die ersten Reden am großen Salon den Lady Amanda eigens für den heutigen Tag neu dekoriert hat in der Zwischenzeit begeben sie sich bitte in den Seitenflügel wo weitere Erfrischungen auf sie warten die Gäste machten sich auf den Weg Lovelis beugte sich zu Devereaux hinüber Nathaniel konnte hinter seiner Säule mithören ich muss nur rasch noch ein paar Dinge für meine Eröffnungsrede holen Sir wenn Sie mich bitte entschuldigen ich bin gleich wieder bei Ihnen Devereaux verließ mit seinem Gefolge den Saal Lovelis entfernte sich in die entgegengesetzte Richtung Nathaniel blieb wo er war und tat als sei er vollauf damit beschäftigt die leeren Gläser einzusammeln die überall im Saal herum standen erst als der letzte Diener gegangen war stellte er sein Tablett leise auf einem Tisch ab und folgte Lovelis lautlos wie ein Schatten Simon Lovelis schritt mit locker hinter dem Rücken verschränkten Händen durch die Flure und Seele des großen Gebäudes er sah sich kein einziges Mal um Nathaniel huschte von Säule zu Sockel von Bücherregal zu Sekretär und verließ seine Deckung erst wieder wenn er sicher war dass der Nathaniel wünschte Bartimaeus würde sich zeigen der Jim war seine einzige Waffe Lovelis ging eine schmale Treppe hinauf und durch einen türlosen Durchgang Nathaniel folgte ihm als er unter dem Durchgang stand schaute er sich um er erblickte eine kleine Bibliothek oder eine Art Galerie in die durch einige Dachfenster nur wenig Licht fiel Lovelis marschierte den Mittelgang zwischen den Regalreihen entlang Überall verteilt standen niedrige Vitrinen die mit den unterschiedlichsten seltsam geformten Gegenständen bestückt waren Plötzlich rief Lovelis laut Maurice Das Händel duckte sich hinter das nächste Regal er hörte wie am anderen Ende des Raumes eine Tür aufging darauf bedacht bloß kein Geräusch zu machen wandte er im Zeitlupentempo den Kopf bis er über eine Reihe Bücher hinweg spielen konnte zwischen ihm und der gegenüberliegenden Wand standen weitere Regale doch in einer Lücke erkannte er wie in einem Rahmen das rote runzlige Gesicht des alten Scheiler Lovelis blieb verdeckt Was ist los Simon wieso kommst du hierher Ich hab dir was mitgebracht sagte Lovelis beiläufig und mit amüsiertem Unterton Den Jungen Das Händel wäre vor Schreck beinahe in Ohmacht gefallen er wollte Lovelis trat hervor und rief Gib dir keine Mühe Hier kommst du nicht lebend raus Nessennial erstarrte Er war fast hysterisch vor Angst verhielt sich aber mucksmäuschen still Kommt zu Maurice Lovelis winkte ihn mit übertriebener Liebenswürdigkeit heran Nessennial machte ein paar zögernde Schritte Braver Junge Nessennial betreibt den Mittelgang und blieb vor dem alten Zauberer stehen Vergeben sah er sich nach einem Fluchtweg um als ihm Lovelis auf die Schulter klopfte zuckte er vor der Berührung zurück Ich muss jetzt leider gehen erklärte Lovelis aber aber weiß dass es standhält das runzlige Gesicht verzerrte sich zu einer hässlichen Fratze Machst du dir etwas Sorgen wegen der Frau Wegen Amanda Unsinn Sie bedeutet mir überhaupt nichts Dann Lovelis atmete tief durch Dann ist also alles soweit Das Pentagramm ist fertig Ich habe den Saal gut im Blick und Rufus hat soeben das Horn hingebracht Das wäre also auch erledigt Dann bis nachher Lovelis wandte sich um und ging zum Ausgang Plötzlich rief der alte Mann hinter ihm her Das Amulett Hast du es schon um? Lovelis ging einfach weiter Nein Ich habe es bei Rufus gelassen Sonst riechte er frittes womöglich wenn ich länger neben ihm stehe Ich lege es erst an wenn ich hineingehe Scheiler lächelte John Wir waren überrascht dich hier anzutreffen Wo hast du deinen Dämon gelassen Ist er dir ausgebüxt Vielleicht sie nicht Nesanya kniff die Lippen zusammen und schielte aus den Augenwinkeln auf die Vitrine neben sich Sie enthielt nichts was ihm von Nutzen sein konnte Ich war ja dafür dich sofort zu töten fuhr Scheiler fort Aber Simon denkt immer auch an die Zukunft Er meinte wir sollten dir ein Angebot machen Und zwar Nesanya betrachtete die nächste Vitrine Darin lagen mehrere kleine in verblichenen Papierstreifen gewickelte Würfel aus stumpfem Metall Der Zauberer folgte seinem Blick Ah Du bewunderst Miss Cascades Sammlung Das ist alles bloß Tineff Nesanya zuckte die Achsel Sie hatten etwas von einem Angebot gesagt Ah ja richtig In wenigen Minuten sind die hundert einflussreichten Minister unserer Regierung unser hoch verehrter Premierminister eingeschlossen nicht mehr im Leben Wenn anschließend Simons Leute das Ruder übernehmen werden uns die unteren Verwaltungsebenen keine Schwierigkeiten machen Allerdings sind wir nicht besonders viele Daher brauchen wir die Unterstützung begabter Nachwuchszauberer Unseren Verbündeten winken Wohlstand und sämtliche Privilegien einer Machtposition Mit einem Wort Man Break Du bist zwar noch jung aber wir wissen was in dir steckt Wenn du dich uns anschließt bieten wir dir neue Herausforderungen und Anregungen wir fördern deine Begabung so dass sie sich voll entfalten kann und wenn Simon und ich einmal nicht mehr sein sollten wirst vielleicht du Oberster an dieser Stelle brach er ab und es der Nils schwieg sechs Jahre lang hatte er seine Bedürfnisse unterdrücken müssen das Bedürfnis nach Anerkennung das Bedürfnis sein Können endlich offen zeigen zu dürfen und jetzt boten ihm ausgerechnet seine Feinde das alles an er stieß einen tiefen Seufzer aus wie mir scheint bist du von unserem Vorschlag angetan John also was sagst du dazu Nerseniel sah dem alten Zauberer ins Gesicht glaubt Simon Loveless im Ernst dass ich da mitmache allerdings dann ist Simon Loveless ein Dummkopf John ein eingebildeter Dummkopf du darfst nach allem was er mir angetan hat lieber lass ich mich umbringen Scheiler nickte als wäre er mit dieser Antwort zufrieden genau das habe ich ihm auch gesagt ich habe dich nämlich durchschaut du bist bloß ein einfältiges irregeleitetes Kind unvernünftig und schlechter zogen tja er machte einen Schritt auf Nerseniel zu seine Schuhsohlen quietschten auf dem gewienerten Boden der Zauberer hob die Hand und sprach ein Wort ein schwarzer Strahlenkranz umwaberte seine Finger Nerseniel warf sich zur Seite die Eidechse flitzte die Hauswand hinauf und hinunter alle Fenster an denen sie vorbeikam waren fest verriegelt eine ritze ein schmaler Spalt hätten mir gereicht doch das ganze Gebäude war fest verrammelt hier blieb nichts anderes übrig als es durch den Schornstein zu versuchen in dieser Absicht machte ich mich in Richtung Dach auf unterwegs fiel mir an einem Seitenflügel eine Reihe reich verzierter sehr hoher Fenster auf der Größe nach zu urteil musste sich dahinter ein ziemlich großer Raum befinden und nicht nur das auf der siebten Ebene zog sich ein hoch sensibles magisches Gitterwerk über die Scheiben kein anderes Fenster des Anwesens wies derartige Sicherheitsvorkehrungen auf meine Neugier war geweckt die Eidechse sauste los um die Sache aus der Nähe zu betrachten ihre Schuppen schurrten über die Mauer dann machte sie auf einer Säule Halt und streckte den Kopf vor darauf bedacht Abstand zu den glühenden Gitterstäben zu halten der Blick durch die Scheibe war tatsächlich lohnend die Fenster führten auf einen geräumigen runden Festsaal der von einem Dutzend Kronleuchter hell erleuchtet wurde in der Mitte stand ein kleines mit rotem Stoff strapiertes Podium um das herum im Halbkreis an die hundert Stühle aufgestellt war ganz offensichtlich sollte die Konferenz in diesem Raum stattfinden das außergewöhnliche daran war der Fußboden der ganz aus Glas zu bestehen schien zu allem Überfluss war unter der Glasfläche ein riesiger wunderschöner Teppich ausgebreitet er zeigte eine bis ins kleinste Detail wiedergegebene Jagdszene Ein lebensgroßer Prinz ritt mit seinem Hofstaat durch den Wald begleitet von Hunden Falken und anderen zur Jagd abgerichteten Tieren Es hätte mich auch bestimmt entzückt hätte ich nicht die Gesichter einiger Höflinge eingehender betrachtet Das ernüchterte mich ziemlich Eine hatte nämlich Lovelace widerliche Visage Ein anderer glich Scholl to pin Dahinter ritt Jessica Witwell Selbstverständlich waren Premierminister Devereaux als Prinz und alle anderen wichtigen Zauberer als sein ergebener Hofstaat abgebildet Doch der ungewöhnliche Fußboden war nicht das einzig Auffällige an dem runden Saal In die gemeißelten Umrahmungen der Fenster war etwas eingemauert das wie Metallstäbe aussah und dessen Zweck sich mir nicht erschließen wollte Ich zerbrach mir noch darüber den Kopf als sich am gegenüberliegenden Ende des Saals eine Tür öffnete und ein Zauberer hereingeilt kam Es war der schmierige Kerl der auf der Straße an mir vorbeigefahren war nach Auskunft des Jungen einer von Lovelace Kompliz mit Namen Leim Er trug einen in ein Tuch gehüllten Gegenstand in der Hand sah sich nervös um ging schnurstracks zum Podium stieg hinauf und trat ans Rednerpult Das Pult besaß ein für die Zuschauer unsichtbares Innenfach und dort legte der Mann den Gegenstand hinein Doch zuvor zog er das Tuch weg und mir lief es eiskalt über die Schuppen in dem in dem von außen nicht sichtbaren Fach lag das Beschwörungshorn das ich bei Lovelace gesehen hatte Endlich ging mir ein Licht auf Das magische Gitter vor den Fenstern die Metallstäbe die aus den gemauerten Simsen herausschnellen konnten Das alles diente nicht etwa dazu niemanden hinein sondern im Gegenteil dazu niemanden hinauszulassen Ich ließ den Blick über das Gelände schweifen Die letzten Nachzügler kamen angebraust Und noch jemand hatte es eilig Vor dem Haus lag ein Teich mit einem Springbrunnen Der Skulpturenschmuck stellte einen liebestollen griechischen Gott dar Der versuchte einen Delfin zu küssen Hinter dem Teich schlängelte sich die Zufahrt zwischen den Bäumen zum Tor und auf dieser Zufahrt nahten mit langen Schritten drei Gestalten Zwei davon schritten rasch aus der dritte noch rascher Für einen Mann der erst vor kurzem von einer Feldmaus verprügelt worden war bewegte sich Mr. Squalls ganz schön flink Sohnemann übertraf ihn sogar noch Doch weder Vater noch Sohn konnten auch nur annähernd mit dem bärtigen Meuchelmörder mithalten der jetzt die Abkürzung quer über dass sein Umhang nur so hinter ihm her flatterte Der Bärtige wurde immer schneller Komisch er machte ganz normale Schritte doch er kam unglaublich rasch voran Gleich würde er das Haus erreichen und dann todsicher Alarm schlagen Mein unbefugtes Eindringen musste warten Ich verwandelte mich in eine Amsel und stürzte mich entschlossen vom Dach Der Mann in Schwarz kam rasend schnell näher Erst jetzt fiel bei mir der Groschen Der Kerl trug sieben Meilen Stiefel Also legte ich meinerseits einen Zahn zu Meine erste Detonation verfehlte den Mörder Die zweite traf ihn mitten in die Brust Smaragd grüne Flammen hüllten ihn ein Ich flog eine weite Kurve und suchte den Horizont ab konnte jedoch weder irgendwelche Speer noch sonst etwas Bedenkliches ausmachen ausgenommen vielleicht Sonemann Squalls als er und sein Papi kehrt machten und dem Schweinsgalopp zum Tor zurück rannten Prima Als ich eben wieder zum Haus fliegen wollte verzog sich der Rauch von der Explosion und enthüllte einen Mörder der verblüffend lebendig in einem Schlammkrater hockte Hm damit hatte ich nicht gerechnet Ich bremste mitten im Flug drehte bei und feuerte einen noch kräftigeren Flammenstoß ab einen von der Sorte die sogar einen Jaber ins Wanken gebracht hätte Nicht so den Bärtigen Als die Flammen verloschen rappelte er sich gerade wieder auf als wäre nichts geschehen Der Mann langte in seinen Umhang und zog eine silberne Scheibe heraus Plötzlich holte er weit aus und schleuderte die Scheibe nach mir Sie verfehlte meinen Schnabel um Federbreite und kehrte in trägem Bogen in seine Hand zurück Die wütendste Amsel der Welt stieß im Sturzflug auf den Springbrunnen herab Sie landete auf dem Delfinschwanz legte die Flügel um die Skulpturengruppe wuchtete sie hoch und verwandelte sich dabei wieder mal in den Wasserspeier Dämon Knirschend und krachend lösten sich Delfin und Gott aus ihrer Verankerung und ein Wasserstrahl spritzte in hohem Bogen aus den geborstenen Bleirohren Der Dämon hob die Statue über den Kopf und landete mit einem Satz am Ufer Der Mörder schleuderte abermals seine Scheibe nach mir Diesmal ritzte mir das giftige Silber die Vordertatze auf Ich beachtete die Schmerzen überhaupt nicht sondern schleuderte die Skulpturen Gruppe nach ihm Nach einigen eleganten Saltos landete sie mit einem leisen Ächzen auf dem Mörder Zugegeben er schien ein bisschen außer Puste geraten zu sein war aber längst nicht so platt wie ich gehofft hatte Er betastete die Skulptur um einen Halt zu finden und sie von sich weg schieben zu können Während er noch strampelte und sich abquälte machte ich einen Satz löste die Schnürsenkel seiner Stiefel und zog sie ihm von den Füßen Dann warf ich noch alles mit ihm anstellen sollte als ich spürte wie mir das Gedärm zum Hintern herausgezogen wurde meine Substanz wand und krümmte sich ich keuchte der Mörder beobachtete wie meine Gestalt verschwamm und verblasste mit einem Ruck warf er die Statue ab und ich sah undeutlich wie er aufstand Hey du Feigling schrie er Bleib gefälligst hier Ich drohte ihm mit der schemenhaften Tatze und weg war ich Der pechschwarze Plasma blitz traf die Vitrine das ganze Möbel mitsamt einem Stück Fußboden verschwanden gurgelnd wie in einem Abfluss etwa einen Meter daneben schlug Nesaniel einen Purzelbaum und kam wieder auf die Füße er rannte zur nächsten Vitrine der mit den Metallwürfeln Als der alte Zauberer zum zweiten Mal die Hand hob schnappte sich Nesaniel so viele Würfel wie er greifen konnte und verschwand damit hinter einem Bücherregal Der zweite Plasmablitz verfehlte ihn nur ganz knapp Der Junge hörte den Alt mit der Zunge schnalzen Na was hast du vor willst du mir wieder ein paar Stechlinge verpassen Nesaniel blickte auf seine Handfläche Prager Würfel Minderwertige Zaubergimmicks mit denen unbedeutende Magie hausieren ging ein Stechling plus diverse Duftpülferchen in einer Metallumhüllung das war alles eine lustige Spielerei aber eindeutig keine Waffe Die Würfel waren einzeln in Papierstreifen verpackt auf denen das berühmte Destillierkolben Logo der Alchemisten vom goldenen Gässchen prangte Nesaniel wählte einen aus und warf ihn mitsamt der Verpackung über das Regal Dazu rief er den Befehl der den Zauber aktivierte Mit einem silbrigen Funkenschauer und einer blechernden Melodie verpuffte der im Würfel gefangene Kobold und hinterließ einen schwachen aber unverkennbaren Lavendel Duft Nesaniel hörte den alten Zauberer herzlich lachen Wie reizend Weiter so Nesaniel wählte den nächsten Würfel aus Er hörte die Schuhe des alten Quietschen als diese ans andere Ende des Ganges schlurfte Was nun? Links und rechts versperrten ihm Regale den Fluchtweg Oder? Die Regale hatten keine Rückwand Nesaniel konnte über die Bücher hinweg in den Parallelgang sehen Wenn er durch die Regale kroch Er schleuderte den nächsten Würfel und rannte los Maurice Scheiler brug um die Ecke die Hand mit der wabernden Energieblase erhoben Nesaniel warf sich wie ein Hochspringer gegen das zweite Regal und rief wieder einen Befehl Diesmal explodierte der Würfel im Gesicht des Alten Im benachbarten Gang donnerten 50 Bücher wie eine Lawine zu Boden Nesaniel landete beuchlings oben drauf Er spürte mehr als dass er sah wie der dritte Plasmablitz die Regalreihe hinter ihm pulverisierte Nur bleib schon stehen Kleiner Ich hab nicht ewig Zeit Doch Nesaniel war schon wieder auf den Beinen und stürzte sich blindlings ins nächste Regal Er konzentrierte sich ausschließlich auf die Tür am anderen Ende des Saales Dort musste sich das Pentagramm befinden von dem der Alte gesprochen hatte John So hör doch mal Nesaniel landete im nächsten Gang auf dem Rücken Um ihn herum hagelte es Bücher Inzwischen erfüllte dicker beißender Quallen den Raum Nesaniel warf den dritten Würfel hinter sich Das Geschoss prallte von einer Tischkante ab ohne dass etwas passierte Nesaniel hatte den Befehl vergessen Leises Quietschen Der alte Mann kam zurück folgte der Spur der verstreuten Bücher und spähte in jeden Gang zwischen den Regalreihen Aber er konnte den Jungen nirgends entdecken Mit erhobener Hand betrat er den letzten Gang und schnalzte ärgerlich mit der Zunge Der Gang war leer Auf diese Weise gelang es Nesaniel der geräuschlos durch die Regale zurückgeklettert war und sich jetzt von hinten anschlich den alten zu überrumpeln schmierig Drei Wörter Würfel auf einmal trafen den Zauberer in den Rücken und explodierten gleichzeitig Obwohl jeder für sich genommen vergleichsweise harmlos war waren sie vereint nicht zu unterschätzen Die geballte Explosion hob den alten Mann hoch und schleuderte ihn quer durch den Raum gegen die Tür. Die Tür flog auf und der Alte brach mit unnatürlich verrenktem Hals auf der Schwelle zusammen, schlagartig erlosch das schwarze Wabern um seine Hand. Den letzten Würfel in der geballten Faust ging Nathaniel langsam durch den Rauch zu ihm hinüber. Maurice Scheiler hatte sich das Genick gebrochen. Nathaniels Schultern beten. Als er sich wieder unter Kontrolle hatte, stieg er mit einem großen Schritt über den Toten hinweg. Im Raum nebenan war auf dem Boden ein Pentagramm gemalt. An der Wand hing an einem Nagel ein goldener Bilderrahmen. Doch er enthielt kein Gemälde, sondern wurde von der Ansicht eines riesigen, runden Saales ausgefüllt, in dem sich viele kleine Gestalten tummelten. Nathaniel wusste sofort, worum es sich handelte. Um einen Zauberspiegel. Er trat näher heran. Jetzt erkannte er einen großen Festsaal, dessen teppichbedeckter Fußboden merkwürdig glänzte. Durch eine Seitentür traten soeben die Minister ein. Loveless war noch nicht zu sehen. Nathaniel sah eine Schachtel Streichhölzer auf dem Boden liegen. Rasch zündete er die Kerzen an und trat in das Pentagramm. Dann schloss er die Augen, sammelte sich und rief sich die Formel ins Gedächtnis. Die Wirkung trat sofort ein. Der Gin zeigte sich in Wasserspeiergestalt und schien ziemlich schlechter Laune zu sein. »Du mit deinem Timing mal wieder«, brummte er. »Eben gerade hatte ich den Meuchelmörder beim Wickel. Da fällt dir natürlich nichts Besseres ein, als mich zu rufen.« »Es kann jeden Moment losgehen«, Nathaniel war von der anstrengenden Beschwörung noch ganz benommen. »Sie versammeln sich bereits. Loveless ist bestimmt schon unterwegs. Garantiert hängt er sich das Amulett um, damit er selber nichts abkriegt.« Nathaniel wurde blass. Der Steindämon rollte mit den Augen. »Ich muss dich ja wohl mal wieder ertragen«, meinte er, »sonst schaffen wir es nicht mehr, Loveless abzufangen, bevor er den Saal betritt. Wenn er erst mal drin ist, wird alles hermetisch abgeriegelt. Darauf gebe ich dir Brief und Siegel.« Damit packte er Nathaniel um die Taille, drehte sich um und wollte losstürzen, stolperte aber über die Leiche auf der Schwelle. »Pass gefälligst auf, wo du deine Opfer rumliegen lässt.« Er setzte sich über das Hindernis hinweg und hüpfte mit großen Sprüngen durch den Raum. Bartimaeus sprang unter dem Türsturz hindurch, ließ die Treppe Treppe sein und ließ sich ohne Umstände zehn Meter in die Tiefe fallen. Nathaniels Kreischenhalte von den Deckenbalken wieder. Sie landeten im Vestibül. Der Dämon bremste am Anfang eines langen Ganges ab, ließ seine Last fallen und zeigte wortlos geradeaus. Es war der Gang zum Vortragssaal. An der offenen Tür standen drei Personen. Ein hochnäsiger Diener, der die Tür aufhielt, der fischige Zauberer Rufus Lime und Simon Lovelace, der sich soeben den Hemdkragen zuknöpfte. Ein goldenes Aufblitzen. Dann wurden Kragen und Krawatte wieder zurechtgerückt. Lovelace klopfte seinem Kollegen auf die Schulter und trat in den Saal. »Wir kommen zu spät, zischte Nathaniel. Kannst du dich ein bisschen schneller?« Er wandte erstaunt den Kopf. Der Steindämon war verschwunden. Ein leises Stimmchen raunte ihm ins Ohr. »Geh hinterher! Die Bediensteten werden reingelassen! Beeil dich!« Nathaniel widerstand dem Drang, sich am Ohrläppchen zu kratzen, denn dort spürte er etwas Kleines, Kitzelndes. Er nahm Haltung an und trabte zur Tür. Leim war weg. Der arrogante Diener wollte gerade die Tür schließen. »Stop!« Wie gerne hätte Nathaniel eine tiefe, gebieterische Stimme gehabt. Er marschierte entschlossen auf den Diener zu. »Lass mich rein! Drinnen wird noch jemals für die Getränke gebraucht.« »Wer bist du denn?« fragte der Mann und beäugte ihn skeptisch. »Wo ist William?« »Ähm, der hat Kopfschmerzen. Ich bin für ihn eingesprungen.« »Schritt im Korridor.« »Moment!« Nathaniel drehte sich um. Er hörte Bartimeos Fluchen. Der schwarzbärtige Meuchelmörder kam angerannt, barfuß, mit zornsprühenden blauen Augen. »Schnell!«, kommandierte der Djinn auf seinem Ohrläppchen. »Die Tür ist noch ein Spalt offen. Drängel dich durch!« Der Mörder schritt noch schneller aus. »Halt den Jungen auf!« Doch Nathaniel hatte den Diener bereits kräftig auf den Fuß getreten. Der Mann jaulte vor Schmerz auf und zog die Hand zurück, mit der er den Jungen schon hatte packen wollen. Nathaniel tauchte unter seinem Arm hindurch, drückte die Tür auf und zwängte sich in den Saal. Das Insekt auf seinem Ohrläppchen hüpfte vor Aufregung auf und ab, schlag ihm die Tür vor der Nase zu. Nathaniel drückte mit aller Kraft, doch nun warf sich der Diener von der anderen Seite mit seinem ganzen Gewicht gegen die Tür, und sie öffnete sich wieder. Dann hörte man die ruhige, samtige Stimme des Mörders. »Egal«, sagte er, »lass ihn doch!« »Selber schuld!« Die Tür gab nach, und Nathaniel konnte sie endlich zudrücken. Schlösser schnappten ein, Riegel rasselten. Das Stimmchen an seinem Ohr meldete sich zurück. »Es klang aber alles andere als beruhigend«, raunte es. Sobald wir in dem Saal standen und sämtliche Ausgänge verrammelt waren, ging alles ganz schnell. Die Gäste nimmten an ihren Gläsern und lauschten mit halbem Ohr ihrer Gastgeberin Amanda Kaskart, die auf dem Podium in der Mitte stand und alle willkommen hieß. Hinter ihr wartete mit ausdruckslosem Gesicht Simon Lovelace. »Zu guter Letzt möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf den Teppich unter Ihren Füßen lenken. Wenn Sie näher hinschauen, finden Sie sich bestimmt irgendwo verewigt«, vereinzelte Bravo-Rufe. »Die Debatte heute Nachmittag dürfte bis etwa 18 Uhr dauern. Vielen Dank! Damit darf ich Mr. Simon Lovelace, unserem eigentlichen Gastgeber, das Wort erteilen.« Während dieses Gesülzes betätigte ich mich eifrig als kleiner Mann im Ohr. Inzwischen war ich nämlich eine Kopflaus, so ziemlich das kleinste Geschöpf, in das ich mich verwandeln kann. Warum ich diese Gestalt wählte? Na, weil ich nicht wollte, dass mich der Afrit, übrigens ein weiblicher, wie ich jetzt feststellte, früher bemerkte als unbedingt nötig. »Das hier ist unsere letzte Gelegenheit«, wisperte ich. »Lovelace wartet bestimmt nicht, bis das holde Afrit-Mädchen die Aura des Amuletts aufspürt. Er hatte sich vorhin umgehängt. Kannst du dich ranschleichen und es ihm aus dem Kragen ziehen? Damit öffnest du den anderen Zauberern vielleicht die Augen.« Der Junge nickte und ging auf Zehenspitzen um die hinterste Stuhlreihe herum. Oben auf dem Podium hob Lovelace zu einer schleimigen Begrüßung an. »Herr Premierminister, verehrte Damen und Herren, darf ich Ihnen versichern, wie geehrt wir uns?« »Wir befanden uns jetzt am äußeren Rand des bestuhlten Zuschauerbereichs. Zum Podium brauchte man nur noch an den Stuhlreihen mit den Zauberern vorbeizugehen.« Der Junge trabte los, und ich feuerte ihn an wie ein Jockey. Doch schon die erste Abgeordnete streckte die knochige Hand aus und packte ihn am Kragen. »Weißt du nicht, wo dein Platz ist, Kleiner?« Diese Stimme erinnerte mich fatal an eine gewisse Büßer-Glocke und gehörte Jessica Witwer, der energischen Dame mit den hohlen Wangen und dem kurzgeschorenen Haar. Nathaniel versuchte, sich loszureißen. Ich reagierte sofort, düste über sein Ohr und die weiche, weiße Haut dahinter und hüpfte auf die Hand der Zauberin. Nathaniel wandte sich verzweifelt. »Lassen Sie mich! Mich los!« »Ist es eine Freude und eine Ehre!« Bis jetzt hatte Lovelace noch nichts mitbekommen. »Bist du verrückt geworden, die Versammlung zu stören?« Sie bohrte dem Jungen brutal die spitzen Fingernägel in den Nacken. Die Kopflaus näherte sich ihrem bleichen, mageren Handgelenk. »Sie haben ja keine Ahnung!« röchelte Nathaniel. »Lovelace hat...« »Ruhe, du Rotzlümme!« »Sie hier begrüßen zu dürfen!« »Fortopin lässt sich entschuldigen. Er ist leider unpässlich.« »Setzt ihn doch erst mal fest, Jessica!« »Das war der Zauberer neben ihr.« »Dann kannst du dich nachher mit ihm beschäftigen.« Ich war schon fast am Ziel. Über die Innenseite ihres Handgelenks liefen blaue Adern. Eine Kopflaus war für das, was ich vorhatte, nicht groß genug. Deshalb verwandelte ich mich in einen Skarabeus mit besonders kräftigen Kiefernzangen. Dann biss ich genüsslich zu.« Ihr Aufschrei brachte die Kronleuchter zum Klirren und sie ließ Nathaniel los. Er taumelte vorwärts und hätte mich dabei fast abgeworfen. Lovelace unterbrach sich und fuhr mit aufgerissenen Augen herum. »Alle starrten uns an.« Nathaniel zeigte auf Lovelace. »Vorsicht!« krächzte er. Jessica Witwell hatte ihn fast erwürgt. »Lovelace hat das Amor!« In Windeseile wucherte um seine Füße ein gespinstweißer Fäden empor und schloss sich über seinem Kopf und damit auch über mir, der ihm im Nacken saß. Die Zauberin ließ die Hand wieder sinken und lutschte an ihrem blutigen Handgelenk. »Amulett von Samarkand! Er will sie alle umbringen! Ich weiß nicht wie, aber es wird ganz schrecklich und...« Der Skarabeus tippte Merseniel auf die Schulter. »Lass gut sein,« sagte ich müde. »Sie können dich nicht hören. Sie hat uns versiegelt.« Er sah mich verdutzt an. Lovelace räusperte sich und wartete, bis das Gemurmel der Zauberer verstummt war. Dabei schob er unauffällig die Hand ins Innenfach des Rednerpuls. Der Junge hämmerte kraftlos gegen die gummiartigen Wände der Glocke. »Ganz ruhig,« sagte ich. »Ich seh mal nach. Die meisten Arrestglocken haben Schwachstellen. Vielleicht entdecke ich ja eine. Ich verwandelte mich in eine Fliege und flog systematisch die ganze Glocke ab. Aber wir müssen uns be...« Der Junge hatte recht. »Wir mussten uns wirklich beeilen.« »Aber wir müssen uns be...« setzte Merseniel wieder an. »Jetzt halt endlich die Klappe.« Die Fliege schoss aufgeregt umher. Ihr Summen klang eindeutig nach Panik. Merseniel hatte kaum genug Platz, die Hände zu bewegen. Beine und Füße konnte er überhaupt nicht rühren. Nach der peinlichen Unterbrechung wandten sich die Zauberer wieder dem Redner zu. Der tat, als sei nicht das Geringste vorgefallen. »Ich möchte mich meinerseits bei Lady Amanda bedanken, dass sie uns erlaubt hat, diesen wunderschönen Saal zu nutzen. Übrigens möchte ich Sie bei dieser Gelegenheit auf die Decke mit ihrer bemerkenswerten Sammlung äußerst seltener Kronleichter hinweisen. Diese Kostbarkeiten stammen aus den Ruinen von Versailles und sind aus feinstem Kristallglas mit Diamantschliff gefertigt. »Ihr Schöpfer!« Lovelace ließ sich lang und breit über die Kronleuchte aus. Die Delegierten reckten die Hälse, schauten zur Decke und ließen bewundernde Ausrufe vernehmen. »Hast du schon eine Schwachstelle gefunden?« erkundigte sich Nerseniel bei der Fliege. »Noch nicht.« »Wütende Summen.« »Warum hast du dich auch schnappen lassen? Hier drin sind wir absolut hilflos.« »Hilflos.« »Schon wieder.« Nerseniel biss sich auf die Unterlippe. »Ich vermute, Lovelace will irgendwas beschwören,« meinte er. »Logisch. Daher auch das Horn. Damit braucht er keine Formel zu sprechen, und es geht schneller.« »Was es wohl ist?« »Keine Ahnung.« »Vermutlich irgendwas Großes, das mit der Friedtin fertig wird.« »Lovelace« schilderte den Gästen immer noch die Besonderheiten der Saaldecke.« Nerseniel sah verzweifelt um sich. »Versuchte den Blick irgendeinem Zauberer zu erherrschen.« »Auch alle starrten wie gebannt auf die herrlichen Kronleuchter.« Enttäuscht ließ er den Kopf hängen. Da fiel ihm plötzlich etwas Eigenartiges auf. Der Fußboden. Es war schwer zu sagen, weil sich so viele Lichter in der Glasscheibe spiegelten. Aber er glaubte, eine Art Wellenbewegung zu erkennen, die von der hinteren Wand ausging und rasch die ganze Fläche erfasste. Nerseniel kniff die Augen zusammen. Es sah beinahe so aus, als legte sich etwas über den Teppich. Die Fliege kurfte neben seinem Kopf herum. »Ein kleiner Trost«, sagte sie. »Etwas allzu mächtiges kann es nicht sein. Sonst bräuchte Lovelace ein Pentagramm. Für seinen persönlichen Schutz ist das Amulett ja ganz nett. Aber die richtig großen Wesenheiten muss man fest im Griff haben.« Erzähl ja beobachtete immer noch den Fußboden. Unter seinen Füßen sah er das lächernde Gesicht einer jungen Zauberin vorbeiziehen, gefolgt von den Zweigen eines stilisierten Baumes. Mit einem Mal begriff er, was da vor sich ging. Der Teppich wurde heimlich still und leise weggezogen. Und außer ihm merkte niemand etwas davon. Während die Zauberer die Decke bestaunten, veränderte sich der Boden unter ihren Füßen. »Äh, Bartimaeus«, begann er. »Was? Ich versuche mich zu konzentrieren.« »Der Fußboden«. »Oh«, die Fliege landet auf seiner Schulter. »Der sieht böse aus.« Neseniel sah zu, wie erst die verzierte Randbordüre und dann die Teppichfransen unter ihm vorbeizogen. Darunter kam eine schimmernde Oberfläche. Es mochte weiß getünchter Gips sein zum Vorschein, auf die mit lackschwarzer Tusche riesige Runen gemalt waren. Neseniel wusste sofort, was das bedeutete. »Ein riesiges Pentagramm«, flüsterte er. »Und wir stehen alle drin!« »Hör zu, Neseniel«, surrte die Fliege. »Zappel so doll rum, wie du kannst. Vielleicht schauen diese Dummköpfe dann her.« Neseniel strampelte, winkte und schüttelte wild den Kopf. Er schrie. Die Fliege schwirrte derweil um ihn herum und ließ ihren Schittinpanzer in den verschiedensten Warnfarben aufblitzen. Doch die Zauberer bemerkten nichts. Sogar Jessica Witwell, die unmittelbar neben ihnen saß, blickte mit leuchtenden Augen an die Decke. Neseniel sah fasziniert zu Laughless hinüber, der plötzlich in fliegender Hast unter dem Rednerpult herumtastete. Dann zog er etwas hervor, warf die Stoffhülle auf den Boden und setzte den Gegenstand an die Lippen. Ein Horn, alt, fleckig und von Rissen überzogen. Aus dem Publikum ertönte ein unartikulierter Wutschrei. Die Zauberer rissen erschrocken ihre Blicke von der Decke los. Laughless blies in das Horn. Als der Teppich zurückgezogen wurde und das überdimensionale Pentagramm enthüllte, wusste ich, dass uns etwas ganz Übles bevorstand. Laughless hatte alles genau geplant. Wir alle, auch er selbst, waren mit der Wesenheit, die er vom anderen Ort herbeirufen würde, im selben Bannkreis gefangen. Die Fenster und zweifellos auch die Wände waren verrammelt, damit auch ja keiner von uns fliehen konnte. Laughless war durch das Amulett gefeilt, aber wir anderen waren dem ausgeliefert, was da erscheinen würde. Mehr wollte der Zauberer auch nicht. Wenn sein Sklave wieder verschwand, wäre er der einzig Überlebende der Ministerrunde, und damit würde ihm die Macht in den Schoß fallen. Er stieß in sein Horn. Der Ruf war auf allen sieben Ebenen unhörbar. Nur am anderen Ort musste er laut erschallen. Wie zu erwarten war, reagierte die Afritin als Erste. Kaum hatte sie das Beschwörungshorn erblickt, stieß sie ein lautes Gebrüll aus, packte Rupert de Veroe unter den Achseln und flog mit ihm zum Fenster. Sie knallte gegen die Scheibe. Das magische Kraftgitter flammte blau auf und schleuderte sie mit ungeheurer Wucht in den Saal zurück. De Veroe baumelte schlaff in ihrem Griff. Beim Klang des Horns hatten die klügeren Zauberer die Situation sofort erfasst. Wie ein Schwarm bunter Schmetterlinge erschienen auf etlichen Schultern Kobolde. Andere griffen zu stärkeren Mitteln. Jessica Whitwell beispielsweise sprach eine Formel und zitiert ihren Gin herbei. Laughless tastete sich vorsichtig die Stufen des Podiums hinunter. Die allgemeine Verwirrung schien ihn völlig kalt zu lassen. Die Luft flimmerte kurz auf. Verzweifelt warf ich mich gegen die Glocke, die uns einschloss, und suchte ein letztes Mal vergeblich nach einem Durchschlupf. Meine Substanz erschauerte. Inzwischen waren viele Zauberer von ihren Stühlen aufgesprungen und blickten bestürzt um sich, als sich dicke Stäbe aus Eisen vor jede Tür und jedes Fenster schoben. Nathaniel konnte nur tatenlos zusehen, wie ein Zauberer in der Nähe des Podiums seinen Stuhl umwarf, die Hand hob und Laughless aus einer Entfernung von wenigen Metern eine gelbe Flammenkugel ins Gesicht schleuderte. Zur Verblüffung des Angreifers wich die Kugel unterwegs vom Kurs ab und verschwand in Laughless' Brust. Laughless schien überhaupt nichts davon gemerkt zu haben. Die Fliege schritte auf und ab und stieß mit dem Kopf gegen die Innenwand der Arrestglocke. »Da siehst du, was das Amulett bewirkt«, kommentierte sie den Vorfall. »Es absorbiert alles, was seinen Träger treffen soll.« Unterdessen war Jessica Witwell mit ihrer Beschwörung fertig und ein kleiner, gedrungener Djinn in Bärengestalt schwebte neben ihr. Sie deutete auf das Podium und rief einen Befehl. Der Bär paddelte wie ein Schwimmer durch die Luft. Sie war nicht die Einzige, die Laughless attackierte. Ungefähr eine Minute stand er im Mittelpunkt eines wahren Gewitters aus knisternden Energieblitzen. Das Amulett von Samarkand verschluckte sie alle. Laughless blieb unversehrt. Unterdessen hatte sich die Afritin wieder aufgerappelt, den benommenen Premierminister auf einen Stuhl verfrachtet und sich ins Gefecht gestürzt. Sie hatte kräftige, glänzende Flügel. Doch Nersenye fiel auf, dass sie Laughless nur umkreiste und den Luftraum direkt über dem Podium mied. Einige Zauberer hatten mittlerweile den Ausgang erreicht und rüttelten vergebens am Türknauf. Die Zauberer rannten aufgeschreckt durcheinander und strebten gefolgt von einer Horde kreischender Kobolde zu den Fenstern, den Türen, irgendwo hin. Dann geschah etwas mit der Afritin. Nersenye kam es vor, als sähe ihr Spiegelbild in einem Teich, dessen Oberfläche plötzlich aufgewühlt wurde. Die Afritin schien in Abertausende vibrierender Splitter zu zerspringen. Die Splitter wurden von der Luft über dem Podium angesogen und waren im Nu verschwunden. Der Bären-Gin zog die Krallen wieder ein und schaltete unauffällig in den Rückwärtsgang. Die Fliege brummte aufgeregt vor Nersenyels Ohrmuschel und schrie in blankem Entsetzen. »Da! Hast du keine Augen im Kopf!« Von Nersenye sah nichts. Eine Frau rannte vorbei, den Mund zu einem stummen Schrei aufgerissen. Den meisten fiel zuerst auf, dass die Afritin verschwunden war. Was das bedeutete, begriffen sie, und für sie war das der eigentliche Auftakt. Aber das, worauf es wirklich ankam, hatte schon zuvor eingesetzt. Die Afritin hatte einfach nur Pech gehabt. In ihrem Bestreben, den Mann, die ihren Herrn bedrohte, möglichst schnell unschädlich zu machen, war sie dem Spalt zu nahe gekommen. Der Riss in der Luft war ungefähr vier Meter lang und nur auf der siebten Ebene zu sehen. Es war kein glatter, senkrechter Spalt, sondern er verlief diagonal und seine Ränder waren ausgefranst wie bei einem zerfetzten, dicken Stück Stoff. Aus meinem Gefängnis hatte ich seine Entstehung verfolgt. Nach dem ersten flüchtigen Flimmern über dem Podium hatte die Luft erst vibriert, dann heftige Wellen geschlagen und war schließlich aufgerissen. Unmittelbar darauf hatten die ersten Veränderungen eingesetzt. Das Rednerpult kam zuerst an die Reihe. Das Holz verwandelte sich erst in Lehm, dann in ein fremdartiges, orangefarbenes Metall und schließlich in ein Material, das verdächtig an Kerzenwachs erinnerte. Auf dem Podium sprossen Grashalme. Die Kristallprismen des direkt darüber hängenden Kronleuchters wurden zu bunt glitzernden Wassertropfen, die kurz an Ort und Stelle hängen blieben und dann herabregneten. Niemandem fielen diese Veränderungen auf. Erst das Schicksal der Afritin rüttelte die Gäste wach. Mit einem Mal war die Hölle los. Menschen und Kobolde rannten und flogen schreiend und schnatternd in alle Richtungen. Scheinbar unbeteiligt beobachteten Lovelace und ich den Spalt über dem Podium. Dann war es soweit. Ich sah alles verschwommen wie nach einem Schlag auf den Kopf, sah plötzlich hinter dem Spalt statt einem Fenster gleich sieben jeweils gegeneinander verschobene. Wenn das von Lovelace beschworene Wesen stark genug war, die Ebenen dermaßen aufzumischen, bedeutete das für uns, die wir im selben Pentagramm mit ihm standen, nichts Gutes. Es musste schon ganz in der Nähe sein. Ich ließ den Spalt nicht aus den Augen. Amanda Caskard rannte schreiend an uns vorbei. Was geht da vor? flüsterte der Junge. Ich gab keine Antwort. Der Spalt brach auf. Alle sieben Ebenen zogen Schlieren wie umgerührter Sirup. Der Spalt wurde noch breiter und so etwas wie ein Arm zwängte sich hindurch. Er war fast durchsichtig, und man hätte ihn gar nicht gesehen, wären die Ebenen um ihn herum nicht in solchem Aufruhr gewesen. Der Arm wurde prüfend vorgestreckt und wieder zurückgezogen, als müsse er sich erst mit den Besonderheiten der körperlichen Welt vertraut machen. Er endete in vier dünnen Auswüchsen oder Fingern. Wie der übrige Arm besaßen sie keine eigene Substanz. Ihren Umriss erhielten sie ausschließlich durch die Luftstrudel um sie herum. Loveless trat ein paar Schritte zurück und schob nervös einen Finger zwischen seine Hemdknöpfe, um sich zu vergewissern, dass das Amulett noch da war. Als die Ebenen verrutschten, sahen auch die anderen Zaubere den Arm. Die mutigsten Männer stürzten vor und befahlen ihren Gin, Detonation und andere Abwehrzauber auf dem Spalt abzufeuern, was sich jedoch als nutzlos herausstellte. Dem Jungen stand der Mund weit offen. »Das Ding da«, stammelte er, »was ist das?« »Das weiß ich nicht genau«, erwiderte ich. So zögerlich, wie es herauskommt, wurde es offenbar noch nie beschworen. Es muss unglaublich mächtig sein. »Sieh dich doch um in unserem Pentagramm. Alle Gesetze sind auf den Kopf gestellt. Die Mächtigsten unter uns Geistern bringen stets auch das Chaos vom anderen Ort mit sich. Kein Wunder, dass Loveless zu seinem eigenen Schutz das Amulett braucht.« Während dieser Unterhaltung folgte dem riesenhaften, durchsichtigen Arm eine muskulöse, durchsichtige, über einen Meter breite Schulter. Und jetzt tauchte auch so etwas wie ein Kopf auf. Wieder war nicht mehr als ein Umriss zu erkennen, durch den hindurch man die Fenster und die Bäume im Park deutlich sehen konnte. Darum herum wirbelten und strudelten die Ebenen. »Loveless kann das da auf keinen Fall ohne fremde Hilfe beschworen haben«, sagte ich. »Jemand richtig Mächtiges muss ihm dabei behilflich gewesen sein.« Stück für Stück schob sich das gigantische Wesen durch den Spalt. Ein zweiter Arm und die Andeutung eines Oberkörpers erschienen. Die meisten Zauberer drängten sich an den Wänden. Doch in Fensternähe wurden einige von den Ausläufern der Wellen erfasst, welche die Ebenen aufwühlten. Nunmehr schob sich ein endlos langes, durchsichtiges Bein in den Saal. Aber mir fiel auf, dass die Wellen, die von dem Wesen ausgingen, die Eigenschaften jedes Zaubers, der damit in Kontakt kam, veränderten. Und das ließ mich wieder hoffen. »Nesseniel«, sagte ich, »was ist?« »Pass auf! Angenommen, wir kommen aus dieser Glocke raus. Ist dir dann klar, was wir tun müssen?« Er zuckte die Achseln. »Dann sage ich's dir. Auf zwei Dinge kommt es an. Erstens, wir müssen lauflässt das Amulett abnehmen. Das ist deine Aufgabe.« »Wieso?« »Weil ich das Amulett jetzt, da er es trägt, nicht mehr berühren darf. Es absorbiert alles Magische, was in seine Nähe kommt. Und ich hab keine Lust, plötzlich verschluckt zu werden. Also musst du das übernehmen. Dafür lenke ich ihn ab, während du versuchst, an ihn ranzukommen.« »Nett von dir.« »Zweitens müssen wir die Beschwörung umkehren, um unseren großen Freund hier zu vertreiben. Dafür bist du zuständig.« »Auch noch?« »Ja, ich helfe dir, indem ich mir das Horn unter den Nagel reiße. Wenn unser Vorhaben gelingen soll, müssen wir es zerbrechen. Aber dazu musst du ein paar Zauberer zusammentrommeln, damit sie den richtigen Umkehrzauber sprechen. Keine Bange. Du brauchst die Beschwörung nicht selber durchzuführen. Wir holen uns das Amulett, und sobald wir es haben, läufst du los und suchst dir Hilfe. Ich kümmere mich in der Zwischenzeit um Lavelace.« In diesem Augenblick trat die gewaltige Wesenheit ganz aus dem Spalt heraus. Ein wellenartiges Beben fegte durch die leeren Stuhlreihen, verflüssigte hier einen Stuhl, setzte dort einen anderen in Band und erreichte schließlich auch die weißschimmernde Glocke, in der wir die ganze Zeit fest saßen. Sie zersprang mit einem misstönenden Knall, und der Junge und ich wurden in verschiedene Richtungen geschleudert. Der Junge schlug hart auf und zerschrammte sich das Gesicht. Der riesige, durchsichtige Kopf wandte sich langsam nach uns um. »Nesheniel!« rief ich. »Steh auf!« Das Wesen war jetzt vollständig materialisiert. Nesheniel spürte, dass es bis an die Decke reichen musste. Hinter seinem durchsichtigen Rücken duckten sich Grüppchen von Zauberern mitsamt ihren Kobolden. Vor ihm stand Simon Lavelace und rief seinem Sklaven Befehle zu. Dabei streckte er die Hand mit dem Beschwörungshorn aus und drückte die andere an die Brust. »Siehst du das, Ramutra?« rief er. »Ich trage das Amulett von Samarkand. Deshalb kannst du mir nichts anhaben. Doch alle anderen Lebewesen in diesem Saal sind dein. Ich befehle dir, sie alle zu vernichten.« Das riesige Geschöpf neigte gehorsam den Kopf. Dann wandte es sich der nächstbesten Gruppe Zauberer zu und sandte ihnen kräftige Druckwellen entgegen. Nesheniel setzte sich in Bewegung und rannte auf Lavelace zu. Neben ihm schwirrte eine Schmeißfliege über den Boden. Lavelace bemerkte die Fliege und beobachtete stirnrunzelnd, wie sie im Zickzackkurs auf ihn zuflog, dann wieder davonsurrte und kurz darauf zurückkam, während sich Nesheniel von hinten unbemerkt an ihn anschläg. Die Fliege setzte zum Sturzflug auf Lavelace Gesicht an. Der Zauberer zuckte zurück und im selben Augenblick sprang ihm Nesheniel mit einem Satz auf den Rücken und riss an seinem Hemdkragen. Gleichzeitig verwandelte sich die Fliege in ein Äffchen und grabschte mit geschickten Fingern nach dem Horn. Lavelace stieß einen Schrei aus und versetzte dem Tier einen so derben Fausthieb, dass es sich überschlug. Dann machte der Zauberer blitzartig einen Buckel, sodass Nesheniel über seinen Kopf hinwegflog und unsanft auf dem Boden landete. Der Junge und das Äffchen lagen nebeneinander auf dem Rücken. Lavelace stand breitbeinig über ihn. Die Goldkette um seinen Hals war deutlich zu sehen. »Aha«, rannte sich Lavelace an Nesheniel. »Wie bist du, Maurice, entwischt? Hat dir das dein zur Flucht verholfen?« Er zeigte auf den Affen. »Ich nehme an, es handelt sich um Bartimeras.« Nesheniel wollte aufstehen, aber er bekam keine Luft, ihm tat alles weh. Der Affe war schon wieder auf den Beinen, wuchs und wechselte die Gestalt. »Mach schon«, zischte Nesheniel zu, »bevor er«. Lavelace machte eine Geste und sprach eine Silbe. Neben ihm materialisierte sich eine bullige Gestalt mit Schakalkopf. »Ich hatte eigentlich nicht vor, dich zu bemühen«, begrüßte sie der Zauberer. »Gute Sklaven sind schrecklich schwer zu finden, und ich vermute, dass ich von allen Menschen und Djinn der Einzige sein werde, der diesen Saal lebend verrisst. Aber da Bartimeras hier ist, wollte ich dir die Gelegenheit nicht vorenthalten, endlich mit ihm abzurechnen.« Lavelace deutete beiläufig auf den Wasserspeier-Dämon, der sprungbereit an Nesheniels Seite kauerte. »Ich hoffe, du enttäuscht mich nicht noch einmal, Jaber«, schloss der Zauberer. Der schakalköpfige Dämon trat vor. Der Steindämon stieß einen Fluch aus und schnellte in die Luft. Aus Jabers Rückensprossen zwei rotgeäderte Schwingen. Mit einem Flügelschlag, der wie das knackenbrechende Knochen klang, hob er ab und machte sich an Bartimeras Verfolgung. Nesheniel und Lavelace blieben zurück und sahen einander an. »Weißt du, John«, sagte Lavelace und spielte lässig mit dem Beschwörungshorn, »wenn du das Glück gehabt hättest, mein Lehrling zu werden, hätten wir gemeinsam noch sehr viel erreichen können.« Sein Lächeln entblößte die Zähne. »Aber Anderhuts lasche Mittelmäßigkeit hat dich verdorben.« Er unterbrach sich, denn ein schreiender Zauberer, dessen Haut mit winzigen, schillernden, blauen Schuppen bedeckt war, stolperte zwischen ihnen hindurch. Die meisten Zauberer und Kobolde drängten sich an der hintersten Wand des Saales zusammen und stapelten sich bei dem verzweifelten Versuch zu entkommen, förmlich übereinander. Das große Wesen trottete auf sie zu und hinterließ eine schneise deformierter Trümmer. Nesheniel blickte starr auf die Kette mit dem Amulett und wappnete sich für einen zweiten Versuch, sie an sich zu bringen. Lavelace warf einen Seitenblick auf Ramutra. Der Dämon hatte ein versprengtes Grüppchen Zauberer in eine Ecke getrieben und streckte gierig die Hand nach ihnen aus. Ein schriller Schreier starb, jäh. Nesheniel bewegte sich unmerklich. Sofort richtete sich Lavelace Blick wieder auf ihn. »Gibst du immer noch nicht auf, John?« fragte er. »Wenn ich mich nicht darauf verlassen kann, dass du freiwillig mit den anderen Dummköpfen stirbst, muss ich wohl ein bisschen nachhelfen. Betrachte es als Kompliment.« Er setzte das Horn an die Lippen und blies kurz hinein. Nesheniel bekam eine Gänsehaut. Er spürte, dass hinter seinem Rücken etwas geschah. Beim Klang des Horns hielt Ramutra inne. Die Ebenen um ihn herum gerieten noch stärker in Aufruhr, als wollte er einem heftigen Gefühl Ausdruck verleihen. Nesheniel sah, wie er sich umdrehte und zu Lavelace hinüberzuspähen schien. »Zaudre nicht, Sklave«, schrie Lavelace, »tu, was ich dich geheißen habe! Der Junge hier muss sofort sterben!« Nesheniel spürte, wie sich ein fremdartiger Blick auf ihn senkte. Seltsam unbeteiligt betrachtete er den wunderschönen goldenen Wandteppich hinter dem riesigen Kopf. Das Webstück sah aus, als würde es von der Substanz des Dämons wie durch eine scharfe Lupe vergrößert. »Komm her!« Lavelace' Stimme klang brüchig und heiser. Eine gewaltige Welle ging von dem Dämon aus und verwandelte einen Kronleuchter in einen Schwarm kleiner gelber Vögel, der zur Decke aufstob, bevor er sich auflöste. Ramutra ließ schwerfällig von den noch übrig gebliebenen Zauberern ab und schritt auf Nesheniel zu. Nesheniel wich zurück und hörte Lavelace neben sich lachen. Und so spielten wir wieder einmal unser altes Spiel. Jaber und ich, wie ein langjähriges Tanzpaar. Ich wich zurück, er kam hinterher, als hätten wir jeden Schritt einstudiert. Jabers Miene war entweder verärgert oder verunsichert. Offenbar wurde sogar seine außergewöhnliche Kaltschnäuzigkeit in dieser Umgebung auf eine harte Probe gestellt. Ich beschloss, seine Kampfmoral ein bisschen zu untergraben. »Na, wie fühlt man sich so, wenn man für Fakwal die Drecksarbeit erledigen muss?« rief ich und duckte mich hinter einen der wenigen noch unversehrten Kronleuchter. »Sein Leben ist Lavelace offenbar zu viel wert, um es heute aufs Spiel zu setzen. Jaber wollte mir von der anderen Seite des Kronleuchters eine Pestilenz auf den Hals schicken, doch sie wurde unterwegs von einer Kraftwelle zerfetzt und in eine Wolke hübscher Blumen verwandelt, die langsam zu Boden segelten. Entzückend, kommentierte ich. Jetzt musst du nur noch lernen, wie man sie hübsch anordnet. Ich borg dir gern eine Vase. Ich glaube nicht, dass Jabers Gespür für Beleidigungen so weit reichte, um diesen Seitenhieb zu raffen, aber der Tonfall kam bei ihm an, und das genügte, dass er sich zu einer verbalen Erwiderung hinreißen ließ. Er hat mich gerufen, weil ich der Stärkere bin, grunzte er, rupfte den Kronleuchter von der Decke und schmiss ihn nach mir. Ich wich anmutig wie ein Balletttänzer aus. Der Kronleuchter krachte an die Wand und es regnete Kristallsplitter auf die Köpfe der Zauberer. Jaber zeigte sich von meinem eleganten Manöver mitnichten beeindruckt. »Feigling«, rüllte er, »das ist alles, was du kannst? Rummerhabern, wegrennen und dich irgendwo verstecken?« »Das nennt man Intelligenz«, entgegnete ich, drehte eine Piorette, riss einen zerbrochenen Balken aus der Decke und schleuderte ihn wie einen Speer nach Jaber. Der ließ das Geschoss einfach an seiner Schulter abprallen. Dann stürzte er sich auf mich. Trotz meiner schlagfertigen Erwiderung half mir weder rumlabern noch wegrennen noch verstecken groß weiter. Dazu verriet mir ein kurzer Blick nach unten in den Saal, dass sich die Lage tatsächlich rapide verschlechterte. Ramutra trottete quer durch den Saal auf Lovelace und meinen Herrn zu. Es war nicht schwer zu erraten, was der Zauberer vorhatte. Für ihn war der Junge ein zu großes Ärgernis geworden, als dass er ihn noch länger am Leben lassen konnte. Dummerweise hatte Lovelace immer noch das Horn in der Hand und das Amulett um den Hals. Bis jetzt hatten wir überhaupt nichts erreicht. Lovelace musste irgendwie abgelenkt werden, bevor Ramutra nahe genug heran war, um dem Jungen etwas anzutun. Aber erst musste ich Jaber eine Weile loswerden. Leichter gesagt als getan. Ich duckte mich unter seiner ausgestreckten Hand weg und steuerte die Saalmitte an. Überall lagen Schuhe und Stühle herum, doch es hielt sich in diesem Bereich keine lebende Seele mehr auf. Ich bremste abrupt. Hinter mir hörte ich Jaber heranbrausen. Je näher ich dem Spalt kam, desto stärker zerrte er an meiner Substanz. Schon spürte ich seinen Sog, nicht unähnlich dem scheußlichen Gefühl bei einer Beschwörung. Kurz bevor ich keinen Widerstand mehr leisten konnte, bremste ich ab und drehte mich mit einem Purzelbaum zu Jaber um. Da kam er auch schon angerauscht. Er wollte nur noch seine Klauen in meine Substanz schlagen und mich in der Luft zerreißen. Aber ich wich keinen Fuß breit. Jaber stieß auf mich herab. Ich duckte mich wie ein Ringkämpfer. Er riss das Maul auf, um seinen Schakalschrei auszustoßen. Ich schlug einmal mit den Flügeln und erhob mich ein Stück in die Luft. Als Jaber unter mir hindurch schoss, schwenkte ich herum und versetzte ihm einen kräftigen Tritt in den Hintern. Er klappte die Flügel nach vorn, verlangsamte, drehte sich zähnefletschend nach mir um. Dann machte sich der Sog des Spals bemerkbar. Jaber stutzte. Er wollte mit den Flügeln schlagen, aber sie gehorchte ihm nicht richtig. Er knurrte und holte nach mir aus, doch schon schälte sich seine Substanz ab und wurde in den Spalt gesogen. Seine Bewegungen wurden immer kraftloser. Je schwächer er wurde, desto stärker wurde der Sog und Jaber bewegte sich allmählich rückwärts. Erst langsam, dann immer schneller. Hätte er auch nur einen Funken Verstand besessen, hätte er sich in eine Mücke oder etwas Ähnliches verwandelt, denn mit weniger Masse hätte er der Anziehungskraft des Spalts vielleicht widerstehen können. Schon trieben seine Beine und Flügel in schwärzlichen Schlieren davon und verschwanden in dem tödlichen Spalt und damit aus der irdischen Welt. Es war bestimmt keine sehr angenehme Prozedur, doch sein Gesicht verriet keine Schmerzen, nur unbändigen Hass und das blieb so bis zum bitteren Ende. Noch als sein Hinterkopf die Form verlor, funkelten mich seine roten Augen wütend an. Dann waren auch sie verschwunden. Ich blieb allein zurück und winkte ihm ergriffen nach. Wirklich erstaunlich, dieses Amulett. Lovelace bestand darauf, seine einseitige Unterhaltung mit Nesanyl weiterzuführen. Ramutra stapfte zielstrebig auf sie beide zu und Nesanyl ging langsam rückwärts, obwohl er wusste, dass jeder Fluchtversuch zwecklos war. Wie du siehst, bringt Ramutra die Elemente durcheinander, plapperte Lovelace weiter. Wo er hinkommt, spielen sie verrückt und das zerstört die sorgfältige Ordnung, auf der alle Magie beruht. Dagegen seid ihr alle machtlos. Ramutra kriegt euch, auf jeden Fall. Einzig das Amulett beherbert ein Wesen, das Ramutra ebenbürtig ist. Deshalb kann mir nichts passieren. Der Dämon streckte einen langen, durchsichtigen Arm aus. Offensichtlich konnte er es kaum erwarten, Nesanyl zu verschlingen. Mein verehrter Meister ist auf diese glänzende Idee gekommen, fuhr Lovelace fort. Sprechen Sie von Shiloh? Der ist tot. Lovelace' Selbstbeherrschung geriet ins Wanken. Hinter Lovelace ertönte eine klagende Frauenstimme. »Lovelace«, der Zauberer warf einen Blick über die Schulter. Hinter ihm stand Amanda Cascard. »Oh, Simon«, jammerte sie. »Was hast du getan?« Lovelace erbleichte. »Verschwinde!« Amanda Cascard torkelte näher. Der Zauberer hob peinlich, berührte die Hände, um sie aufzuhalten. »Amanda, es ging nicht anders.« »Aber Simon, was hast du mir nicht alles versprochen?« Nathaniel änderte unbemerkt die Richtung. »Wie konntest du mich nach all dem bloß so ausnutzen, Simon? Hast du denn gar keine Ehre im Leib?« Nathaniel schlich noch näher heran. Schon ragte Ramutras Visuette über ihm auf. »Amanda, ich warne dich.« Nathaniel warf sich auf den Zauberer und packte zu. Seine Finger fuhren hastig über Lovelace' Hals und schlossen sich um die Kette mit dem Amulett. Er zog so fest, er konnte. Der Kopf des Zauberers ruckte zurück, dann gab die Kette nach und zerriss. Lovelace stieß einen ohrenbetäubenden Schrei aus. Nathaniel ließ sich fallen und rollte über den Boden. Die Kette schlug ihm ins Gesicht. Mit beiden Händen umklammerte er das kleine, zerbrechliche, ovale Etwas, das daran hing. Lovelace machte Anstalten, auf Nathaniel loszugehen, doch zwei schlanke Arme hielten ihn zurück. »Aber Simon, du willst doch nicht den armen kleinen Jungen schlagen.« »Amanda, lass mich los. Das Amulett, ich muss!« Als Lovelace versuchte, sich dem Klammergriff der Frau zu entwinden, sah er plötzlich die riesige Gestalt über sich aufragen. Seine Knie gaben nach. Lovelace torkelte nach hinten. »Ramutra, ich befehle dir, nimm den Jungen. Er hat das Amulett bloß gestohlen. Er steht nicht unter seinem rechtmäßigen Schutz.« Eine große, durchscheinende Hand streckte sich nach ihm aus. Lovelace verdoppelte seine Bemühungen. »Meinetwegen, vergiss den Jungen. Nimm erst die Frau.« Die Hand blieb in der Luft stehen. Verzweifelt riss sich Lovelace von Amanda kaskadlos. »So ist's gut. Siehst du die Frau? Hol sie dir!« Von überall und nirgends erschallte eine Stimme wie von einem riesigen Chor. »Ich sehe keine Frau, bloß einen grinsenden Gin.« Lovelace erstarrte. Er drehte sich nach Amanda kaskad um und während er hinsah, veränderten sich ihre Gesichtszüge, bis sie triumphierend grinste. Dann streckte sie blitzschnell den Arm aus und riss Lovelace das Beschwörungshorn aus der Hand. Im nächsten Moment war Amanda kaskad verschwunden. Ein Äffchen baumelte von einem Kronleuchter herunter und winkte dem entgeisterten Zauberer fröhlich mit dem Horn zu. »Darf ich das behalten?« rief es. »Wo du hingehst, brauchst du's sowieso nicht mehr.« Der Zauberer wurde aschfahl. Er machte einen zögernden Schritt auf Nathaniel zu. Dann packte ihn eine große Hand und hob ihn hoch. Ramutra neigte den Kopf. Eine Art Maul schien aufzuklappen. Das war das Ende von Simon Lovelace. Ich war so begeistert, dass mein Trick geklappt hatte, dass ich es riskierte, mich im Tolemäus zu verwandeln, solange Ramutra abgelenkt war. Jetzt brauchten wir uns nur noch mit dem Riesenwesen herumzuschlagen. Ich versetzte meinem Herrn einen sanften Tritt. Er lag auf dem Rücken und hielt das Amulett in den schmuddeligen Griffeln. Das Beschwörungshorn hatte ich neben ihm abgestellt. Mühsam setzte er sich auf. Lovelace. »Hast du das gesehen?« »Na und ab?« »War kein schöner Anblick.« Ich schaute mich im Saal um und meine Hochstimmung verflog. Inzwischen boten die Regierungsmitglieder ein Bild des Jammers. »Komm schon!« drängte ich. »Was meinst du, wer erinnert sich am ehesten an die Formel für die Entlassung?« Der Junge zog eine Schnute. »So wie die aussehen, keiner.« »Wir müssen es trotzdem versuchen.« Ich zupfte ihm am Ärmel. »Na komm endlich!« »Wir beide kennen die Formel jedenfalls nicht.« »Du vielleicht nicht,« erwiderte er gedehnt. »Ich schon.« »Du?« Ich war zugegebenermaßen erstaunt. »Bist du sicher?« Er warf mir einen finsteren Blick zu. Körperlich war er reichlich angeschlagen, doch seine Augen leuchteten entschlossen. »David, hast du nicht gerechnet, was?« sagte er. »Ich hab's niemal auswendig gelernt.« Ich bemühte mich nicht allzu skeptisch zu klingen. »Es ist ein Zauberspruch der obersten Kategorie,« gab ich zu bedenken. »Und außerdem musst du genau im richtigen Moment ins Horn blasen.« »Geh mal ein Stück zurück,« sagte er. »Ich brauche Platz zum Nachdenken.« Mein Herr bückte sich nach dem Beschwörungshorn und schloss die Augen. Jetzt war der Augenblick gekommen, da alles von ihm abhing. Wenn es ihm nicht gelang, sich an die richtige Formel zu erinnern, waren die unglückseligen Zauberer verloren. Er besaß die nötigen Kenntnisse, sie zu retten. Die Entlassungsformel Nesaniel schlug die Augen auf und sprach sie mit klarer, kräftiger Stimme, und bei der fünfzehnten Silbe zerbrach er das Horn über dem Knie. Beim Splittern des Elfenbeins blieb Ramutra wie angewurzelt stehen. Der Spalt in der Saalmitte öffnete sich ein Stück. Dann schrumpfte der Dämon rasend schnell und wurde in den Spalt zurückgesogen und war weg. Im Saal war es ganz still. Nur etwas rührte sich. Ein Junge humpelte quer durch den Saal, in der Hand die Kette mit dem Amulett von Samarkand. Der Jade-Stein schimmerte schwach im Dämmerlicht. Stumm ging Nesaniel zu Rupert Devereaux, der halb unter seinem Außenminister begraben lag. Das legendäre Amulett von Samarkand kehrte in den Schoß der Regierung zurück. Der Bengel vergaß nicht mal dabei ehrerbietig, den Kopf zu senken. Im Nu war er von Bewunderern umringt. In dem ganzen Wirbel vertauschte ich unauffällig Ptolemäus' Gestalt mit der eines unbedeutenden Kobolds, der gehorsam zu seinem Herrn hinüberschwirrte. In den folgenden Stunden stand der Junge im Mittelpunkt des Interesses. Wo sich der Premierminister und seine Minister auch hinbegaben, mein Herr und Meister war immer mit von der Partie. Beim Durchzählen stellte sich heraus, dass insgesamt vier Minister sowie ein Staatssekretär fehlten. Haddleham Hall wurde von oben bis unten gründlich durchsucht. Doch abgesehen von diversen Dienern, der Leiche des alten Scheiler und einem wütenden Pagen, der in einer Toilette eingesperrt war, fand man niemanden. Der fischgesichtige Rufus Leim, ebenso wie der Torhüter mit dem schwarzen Bart, weilten nicht mehr im Haus. Die Saaldiener wussten lediglich zu berichten, dass Simon Lovelace im Lauf der letzten Wochen im Großen Saal umfangreiche Umbaumaßnahmen hatte vornehmen lassen. Unsichtbare Arbeiter hatten den Glasboden eingesetzt und den neuen Teppich verlegt, und zwar unter Anleitung eines gewissen, gut gekleideten Herrn mit rundem Gesicht und rötlichem Bart. Damit hatte man einen neuen Verdächtigen. Mein Herr gab zu Protokoll, dass am gleichen Morgen ein Mann, auf den diese Beschreibung zutraf, das Grundstück verlassen hatte. Als soweit alles getan war, was man tun konnte, labten sich Devereaux und die Seinen am Champagner, kalten Platten und Gelee-Törtchen und lauschten dabei andächtig dem, was mein Herr zu erzählen hatte. Und was er alles erzählte! Was für ein abenteuerliches Geflunker! Nun hat er ja tatsächlich einiges zu verbergen, zum Beispiel, dass er, Lovelace, das Amulett gestohlen hatte. Aber viele andere Schwindelleien waren absolut überflüssig. Ich musste stumm auf seiner Schulter sitzen und mir anhören, wie ich fünfmal als unbedeutender Kobold, eine Art Folio, und zweimal sogar als Homunculus bezeichnet wurde. Der Junge berichtete, dass sein verehrter Meister Underwood habe Simon Lovelace schon langen Verdacht gehabt, ohne seine Missetaten jedoch beweisen zu können, bis zu jenem verhängnisvollen Tag, an dem Underwood durch Zufall das Amulett in Lovelace Besitz entdeckt habe. Doch bevor er seine Entdeckung habe melden können, hätten ihn Lovelace und sein Gin zu Hause aufgesucht, um ihn zu ermorden. Lovelace habe Mrs. und Mr. Underwood umgebracht, und der Gehilfe sei um sein Leben gelaufen, wobei ihm lediglich ein unbedeutender Kobold geholfen habe. Die Geschichte kipfelte darin, dass er sich, da es ihm nicht gelungen sei, Lovelace Schuld zu beweisen, nach Heddleham Hall aufgemacht habe, um die schreckliche Tat irgendwie zu verhindern, und wie froh er sei, dass es ihm gelungen sei, die höchsten Repräsentanten des Staates zu retten, und so weiter und so fort. Sie kauften ihm jedes Wort ab. Dann brachte man ihn in einer Staatslimousine zurück nach London. Ich fuhr selbstverständlich mit. Schließlich hatte er noch ein Versprechen einzulösen. Die Schritte des Dieners auf der Treppe verklangen, und der Junge und ich blickten uns um. »Dein altes Zimmer hat mir besser gefallen«, meinte ich. »Das hier stinkt!« Er ging nicht drauf ein, sondern lief ans Fenster, um die Aussicht zu betrachten. Der Junge blickte auf die Parlamentsgebäude, die fast gegenüber lagen. Sein Gesichtsausdruck war schwer zu deuten. »Es ist jetzt viel näher«, stellte er fest. »Ja, sie wäre bestimmt stolz auf dich.« Er drehte sich um und sah, dass ich mich als Ptolemaeus auf seinem Bett lümmelte, und ich wiegte den Kopf. »Du bist von deiner neuen Meisterin wohl ziemlich angetan, was?« Er nickte eifrig. »Miss Whitwell ist eine sehr einflussreiche Zauberin. Ich kann viel von ihr lernen.« Meine alte Freundin Jessica Whitwell, die klapperdürre Sicherheitsministerin, Chefin des Londoner Tower-Oberaufseherin der Büßerglotten. »Sie hat gemeint, ich hätte eine steile Karriere vor mir«, fuhr Nathaniel fort. »Wenn ich geschickt vorgehe und hart arbeite...« »Sie hat gesagt, wenn alles gut geht, kann ich demnächst in einer Verwaltungsbehörde anfangen, um erste Erfahrungen zu sammeln.« Ich gähnte demonstrativ und schüttelte das Kissen auf, aber er quasselte weiter. »Ich habe gesagt, ich würde gerne im Ministerium für innere Angelegenheiten arbeiten.« Ich setzte mich auf und drehte mich ab dem Fenster um. »Wo bleiben die Pressefritzen?« »Wieso warst du heute Morgen nicht auf der Titelseite der Times?« »Man müsste dich interviewen, dir Orden verleihen.« Der Junge rümpfte die Nase. »Man hat mir erklärt, dass die Sache aus Sicherheitsgründen geheim bleiben muss.« »Blödsinn! Die wollen bloß nicht das Gesicht verlieren. Zwölfjähriger rettet Regierung.« »Die Leute würden sie auslachen.« Der Junge grinste. Er war noch zu jung, um zu verstehen, was ich meinte. »Miss Victor meinte, dass mindestens vier Zauberer den Dämon beschworen haben müssen. Das heißt, außer Lovelace, Shiloh und Lime mindestens noch einer. Lime ist verschwunden, und der Zauberer mit dem roten Bart wurde in keinem Hafen oder Flughafen gesichtet. Rätselhaft. Und ich wette, Scholtopin hat auch Dreck am Stecken. Aber nach dem, was du dir in seinem Laden geleistet hast, kann ich mich dazu leider nicht öffentlich äußern.« »Tja«, sinnierte ich und verschränkte die Hände hinter dem Kopf. »Mir scheint, du hast tatsächlich einiges zu verheimlichen. Da bin einmal ich, der unbedeutende Kobold, mit meinen ganzen Heldentaten, und dann die Tatsache, dass du das Amulett gestohlen und deinem eigenen Meister untergeschoben hast.« Er lief rot an und tat so, als müsse er den Kleiderschrank inspizieren. Ich stand auf und ging hinterher. »Apropos«, ich blickte ihn bedeutungsvoll an. »Du hast geschworen, dich an Loveless zu rächen«, sagte ich, »und du hast deinen Vorsatz in die Tat umgesetzt. Aber du hast auch versprochen, dass du mich freilässt, wenn ich dir dabei helfe. Ich finde, ich habe mich nach besten Kräften für dich eingesetzt, und deshalb ist es nur an der Zeit, dass du dein Versprechen einlöst und mich entlässt, Nathaniel.« Er schwieg. »Stimmt«, sagte er schließlich. »Du hast mir geholfen«, »zu meiner ewigen Schande.« »Und ich bin«, er verstummte. »Ein klitzekleines bisschen dankbar?« Er holte Luft. »Ja, ich bin dir dankbar. Aber das ändert nichts daran, dass du weißt, wie ich mit Geburtsnamen heiße.« »Richtig. Du kannst mich beschwören, und ich kann dir schaden. Damit wären wir quitt. Aber wem sollte ich am anderen Ort deinem Geburtsnamen verraten? Du solltest mich schon in deinem eigenen Interesse dorthin zurückschicken. Wenn wir Glück haben, beschwört mich Zeit deines Lebens ohnehin niemand mehr. Und wenn doch...« Ich machte eine kleine Pause und seufzte tief. »Dann verspreche ich dir, dass ich ihm deinen Geburtsnamen nicht verrate.« Er sagte nichts. »Hättest du's gern ganz offiziell?« rief ich ungehalten. »Vielleicht so? Sollte ich diesen Schwur jemals brechen, so möge mich eine Kamelherde zertrampeln.« »Ich weiß nicht«, murmelte er. »Du bist ein Däh...« »Ein Gin, Schwüre sind für dich Schall und Rauch.« »Da musst du mich mit einem Zauberer verwechseln.« »Aber von mir aus...« Ich trat wütend ein paar Schritte zurück. »Wie wär's damit, wenn du mich nicht auf der Stelle entlässt? Geh ich schnurstracks nach unten und erzähle deiner lieben Miss Witwell, haarklein, was tatsächlich vorgefallen ist.« Er biss sich auf die Unterlippe und streckte die Hand nach seinem Buch aus. »Ich könnte...« »Du könntest alles Mögliche«, bestätigte ich. »Das ist ja dein Problem. Schlau wie du bist, fällt dir bestimmt immer kurz oder lang etwas Neues ein, um mich zu versklaven. Aber vorher verklickere ich deiner neuen Meisterin die Wahrheit, und zwar jetzt sofort.« »Dann landest du in der Dose.« »Pech für uns beide.« »Vielleicht zum ersten Mal sahen wir einander offen in die Augen.« »Dann seufzte der Junge und sah weg.« »Lass mich frei, John«, wiederholte ich. »Ich hab genug für dich getan.« »Ich bin müde.« »Und du auch.« »Damit musste ich irgendetwas in ihm angerührt haben.« »Na schön, Bartimeos«, murmelte er endlich. »Du hast gewonnen.« »Aber ich muss erst einen Kreis malen.« In einer Zimmerecke war der Fußboden absichtlich nicht mit Teppich ausgelegt und um eine Stufe erhöht. Dort malte der Junge mit sicherem Strich und nur ein, zwei flüchtigen Blicken in sein Handbuch, zwei Kreise und ein schlichtes Pentagramm auf. Schließlich war es vollbracht. »Fertig«, sagte er. »Stell dich rein.« »Ich musterte ausführlich die Runen.« »Damit wird Adelbrands Pentagramm aufgehoben.« »Stimmt's?« »Stimmt.« »Und der unbeschränkte Bandzauber außer Kraft gesetzt.« »Genau.« »Willst du jetzt entlassen werden oder nicht?« »Vertrauen ist gut.« »Kontrolle ist besser.« »Ich trat in den größeren Kreis und wandte mich zu ihm um.« »Er memorierte noch einmal stumm die Formel.« »Dann sah er mich streng an.« »Mach dich bereit.« Er holte tief Luft.« »Also, dann?« »Eine allerletzte Sache noch.« »Ja, bitte?« »Pass auf dich auf.« »Ich glaube, aus dir kann mal ein guter Zauberer werden.« »Und das meine ich nicht so, wie du vielleicht denkst. Erstens hast du viel mehr Mumm als die meisten. Und zweitens hast du ein Gewissen, ebenfalls eine seltene Eigenschaft.« »Bewahre sie dir.« »Das wär's.« »Ach, an deiner Stelle würde ich mich vor deiner neuen Meisterin in Acht nehmen.« Er sah mich an, als wollte er etwas sagen. Dann schüttelte er ungeduldig den Kopf. »Mir passiert schon nichts.« »Mach dir keine Sorgen.« »Ich bin bereit.« Der Junge rezitierte rasch und fehlerfrei die Rückbeschwörung. Gegen Ende der Formel dehnte sich meine Gestalt. In den Ebenen öffnete sich eine Tür nach der anderen und lud mich ein, hindurchzutreten. Ich verwandelte mich in eine dicke Rauchsäule und erfüllte das Zimmer, das für mich von Augenblick zu Augenblick unwirklicher wurde. Ich verschwand und hinterließ ihm eine Duftwolke aus beißendem Schwefelgestack. Sozusagen als kleines Andenken.